Sie hören Gefährtin der Dämmerung von Janine Frost, gelesen von Elke Schützold. Der Mann lächelte und ich ließ kurz sein Gesicht auf mich wirken. Seine Augen hatten einen hübschen, eisblauen Farbton. Der Mann neben mir war kein Tier, ein Mensch allerdings auch nicht. Ich muss jetzt los, Nick, sagte ich. Danke für die Drinks. Er strich mir über den Arm. Hey, nimm noch einen, dann kann ich dein schönes Gesicht noch ein bisschen länger genießen. Was für ein Schleimer. Warum glotzte der mir dauernd in den Ausschnitt, wenn er so auf mein Gesicht abfuhr? Also schön. Barkeeper? Lass mich raten. Die laute Stimme kam vom anderen Ende des Nachtclubs. Ein unbekanntes Gesicht grinste mich an. Einen Gin Tonic? Gefatterin? Scheiße. Nick erstarrte. Dann tat er, was ich befürchtet hatte. Er rannte los. Alarmstufe Rot, rief ich und setzte der fliehenden Gestalt nach. Schwer bewaffnete, schwarz vermummte Männer drängten in die Bar. Im Rennen schleuderte Nick mir Menschen wie Wurfgeschosse entgegen. Schreiende, um sich schlagende Gestalten trafen mich. Sie aufzufangen und gleichzeitig mit einem silbernen Wurfmesser Nicks Herz zu treffen, erwies sich als ziemlich schwierig. Eine meiner Klingen landete in seiner Brust, verfehlte aber sein Herz. Meine Männer verteilten sich im Club, bewachten die Ausgänge und versuchten, die verbleibenden Gäste aus der Gefahrenzone zu lotsen. Nick hatte die gegenüberliegende Wand erreicht und saß fest. Ich kam mit meinen Silbermessern näher und meine Männer bedrohten ihn mit ihren gezückten Desert-Eagles. Lass die Mädchen los, fauchte ich. Er hatte zwei bei ihren zarten Kehlen gepackt. Blanker Zorn flammte in mir auf. Nur Feiglinge versteckten sich hinter Geiseln. Oder Mörder, wie Nick. Lass mich gehen, dann lasse ich die Mädchen gehen, Gevatterin, zischte Nick. Sein Tonfall war nun alles andere als charmant. Ich hätte es wissen müssen. Deine Haut ist zu perfekt für eine Sterbliche, auch wenn dein Herz schlägt und deine Augen nicht grau sind. Farbige Kontaktlinsen, erwiderte ich trocken. Nicks eisblaue Augen leuchteten nun vampirgrün, seine Reißzähne blitzten. Es war ein Unfall, schrie er. Ich wollte sie nicht umbringen, ich habe bloß zu lange gesaugt. Versuch nicht, mich zu verscheißern. Ich bin selbst mit einem Vampir zusammen und dem ist so ein Malheur noch nie passiert. Nick erstarrte. Und wenn du hier bist? Stimmt genau, mein Freund. Die Stimme hatte einen britischen Akzent mit vernichtendem Tonfall. Unsichtbare Kraftwellen ließen die Luft vibrieren, als meine Leute Bones, den Vampir, dem ich mein Vertrauen und mein Herz geschenkt hatte, durchließen. Nicks Augen blieben fest auf mich gerichtet, als er sich das Messer aus dem Leib riss und es einem der Mädchen in die Brust stieß. Ich keuchte und fing die junge Frau instinktiv auf, als Nick sie mir entgegenwarf. Hilf ihr, rief ich Bones zu. Das Mädchen war so stark verletzt, dass es nur noch wenige Augenblicke zu leben hatte, wenn Bones es nicht heilte. Ich hörte Bones Fluchen, bevor er herumwirbelte und neben dem Mädchen auf die Knie sank. Ich setzte dem Vampir nach. Schüsse fielen. Nick hielt das zweite Mädchen wie einen Schild vor sich. Mit einem Satz sprang er über die Köpfe der Anwesenden hinweg. Dann schleuderte er das Mädchen einem meiner Teammitglieder entgegen. Der Körper riss den Soldaten zu Boden und Nick schnappte sich die Pistole des Mannes. Ich warf noch drei Messer nach dem Vampir. Nick kreischte auf, als sich die Klingen in seinen Rücken bohrten, ohne das Herz zu treffen. Dann drehte er sich um und feuerte auf mich. In Sekundenbruchteilen wurde mir bewusst, dass die Kugeln die Umstehenden töten würden, wenn ich mich duckte. Im Gegensatz zu mir waren sie keine Halbvampire und hatten deshalb keine Chance. Also holte ich Tiefluft und spürte im nächsten Augenblick, wie ich herumgerissen wurde. Bones drückte meinen Kopf an seine Brust, während sein Körper von drei heftigen Einschlägen erschüttert wurde. Kugeln, die eigentlich mich hätten treffen sollen. Bones ließ mich los, drehte sich mit einem Ruck um, stürmte zu Nick und warf sich mit solcher Wucht auf ihn, dass beide durch die Wand krachten. Ich rannte los und bekam gerade noch mit, wie Bones das Messer in Nicks Brust herumdrehte. Das war das Ende für ihn. Bones riss die Waffe aus der Brust des Vampirs. Du blutest, stellte er besorgt fest. Ich fasste mir an die Wange. Du hast gerade ein paar Kugeln abbekommen und machst dir Sorgen wegen meines kleinen Kratzers? Bones kam zu mir und berührte mein Gesicht. Mein Körper heilt in Sekundensüße. Deiner nicht. Ich wusste zwar, dass er die Wahrheit sagte, konnte es mir aber nicht verkneifen, seinen Rücken abzutasten, um mich zu vergewissern, dass die Kugeln kein zerfetztes Fleisch hinterlassen hatten. Du musst dich noch um jede Menge andere Verletzte kümmern. Bones ignorierte meine Bemerkung, ritzte sich mit einem Reißzahn den Daumen auf und legte ihn mir erst auf den Schnitt an meiner Wange und dann an die Lippen. Für mich kommst du immer an erster Stelle, Kätzchen. Nur Bones nannte mich so. Für meine Mutter war ich Catherine, für mein Team Cat und für die Untoten die Gefatterin tot. Ich leckte das Blut von seinem Finger. Los jetzt, sagte ich, als meine Wange nicht mehr brannte. Bones musterte die junge Frau, die Nick meinen Männern entgegengeworfen hatte und sah, dass sie körperlich unversehrt war. Das ist, er ist, fing sie an zu stammeln, als sie seine Fänge und die leuchtenden Augen sah. Ich tätschelte ihre Wange. Keine Sorge, du wirst dich an nichts mehr erinnern. Ich ignorierte ihr Gestotter und nahm die anderen Opfer in Augenschein. Glücklicherweise schienen alle mit dem Leben davon gekommen zu sein. Die zweite Geisel war bereits von Bones versorgt worden. Nur ein Blutfleck auf ihrem zerrissenen Oberteil zeigte noch, wo das Messer sie verletzt hatte. Schadensbilanz, wandte ich mich an Cooper, der kniend über einen der Gäste gebeugt war. Lässt sich verkraften, Boss. Mehrere Knochenbrüche, Abschürfungen, Quetschungen, naja, das Übliche. Ich sah zu, wie Bones zwischen den Verletzten hin und her ging und denen, die es schlimmer erwischt hatte, ein paar Tropfen seines Blutes verabreichte. Vampirblut war einfach das beste Heilmittel. Nochmal Alarmstufe Rot, querida, informierte mich Juan, einer meiner beiden Hauptleute. Er deutete auf den vorlauten Vampir am anderen Ende des Raums, der gerade von Dave, dem anderen Hauptmann, dingfest gemacht wurde. Dave war ein Ghoul und konnte dem zappelnden Vampir Paroli bieten. Einem Menschen wäre das kaum möglich gewesen. Juan seufzte. Ist wirklich schwer, deine Identität geheim zu halten, auch wenn du deine Augen- und Haarfarbe änderst. Ich fing Bones Blick auf. Hab ich dir doch gesagt? Gab sein Gesichtsausdruck deutlich zu verstehen. In den vergangenen Monaten war unsere Situation immer gefährlicher geworden. Zu viele Untote wussten, dass eine Halbvampirin Jagd auf sie machte und waren gewarnt. Ich warf dem dingfest gemachten Vampir einen eisigen Blick zu. Danke, dass du meine Tarnung hast auffliegen lassen. Oh, ich wollte dir nur einen ausgeben, stammelte der. Ich war mir nicht mal sicher, ob du es wirklich bist, aber deine Haut, die war einfach zu perfekt für eine Sterbliche. Frustriert fuhr ich mir mit der Hand durch mein gefärbtes Blond Haar. Jetzt hatte ich alle Farben durch. Dazu kamen noch Kontaktlinsen in den unterschiedlichsten Farben, aber in letzter Zeit hatte das alles nicht mehr funktioniert. Ich seufzte und ließ meine Augen aufleuchten. Sie strahlten wie zwei smaragdfarbene Scheinwerfer, wie es sich für Vampiraugen unter bestimmten Umständen gehört. Ein unumstößlicher Beweis meiner Abstammung. Ich heiße Ernie. Ich gehöre zu Two Chains Sippe. Two Chain ist ein Freund von Bones. Du kannst mich also nicht einfach umbringen. Wer braucht schon Feinde, wenn er solche Freunde hat, gab Bones sarkastisch zurück. Er hatte sich wieder zu mir gesellt, nachdem er alle Verletzten geheilt und ihnen Kraft vampirischer Gedankenkontrolle falsche Erinnerungen eingegeben hatte. Du hast meine Freundin ja quasi zum Abschuss freigegeben, als du ihren Namen durch die ganze Bar gebrüllt hast, fuhr Bones fort. Allein dafür sollte ich dir eigentlich schon die Eier abreißen und sie dir zum Fraß vorsetzen. Bones blöffte nie. Ernie presste die Schenkel zusammen. Bitte nicht, flehte er. Ich wollte ihr doch nichts Böses. Ich schwöre es bei keinem. Schon klar. Bones Stimme war eisig. Aber wenn du lügst, wird dir nicht mal mehr der Erschaffer aller Vampire helfen können. Kätzchen, bis ich sicher sein kann, dass er wirklich einer von Two Chains Leuten ist, soll er im Stützpunkt untergebracht werden, und zwar in der Kapsel. Im Job war ich Bones Vorgesetzte. Innerhalb der Vampirgesellschaft jedoch hatte Bones mit seinen über 200 Jahren einen weitaus höheren Rang als ich. Geht in Ordnung. Aber in der Kapsel wird's ihm nicht gefallen. Bones Lachen klang bitter. Er wusste aus eigener Erfahrung, wie ungemütlich es in unserer Vampirtransportvorrichtung war. Wenn er lügt, hat er bald ganz andere Sorgen. Cooper kam zu uns. Boss, die Kapsel ist bereit. Mach ihn darin fest. Hier muss so schnell wie möglich wieder Ruhe einkehren. Mein Stellvertreter, Tate Bradley, betrat den Club. Aus dunkelblauen Augen sah er sich im Raum nach mir um. Kat, das war jetzt das dritte Mal, dass dich jemand erkannt hat. Das wusste ich selbst. Wir müssen uns eine bessere Tarnung einfallen lassen, und zwar vor dem Job nächste Woche. Tate ließ sich von meinem Tonfall nicht beschwichtigen. Du spielst mit deinem Leben. Das Ganze wird zu gefährlich, selbst für deine Verhältnisse. Mach mir keine Vorschriften, Tate. Ich bin der Boss, also fang nicht an, den großen Bruder zu spielen. Du weißt, dass meine Gefühle für dich alles andere als brüderlich sind. Ehe ich mich versah, hatte Bones Tate am Schlafittchen gepackt. Die Füße des Mannes baumelten ein gutes Stück über dem Fußboden. Statt zu treten oder wild um sich zu schlagen, verzog Tate das Gesicht zu einer Art Grinsen. Was willst du machen, Grufti? keuchte er. Mich umbringen? Lass ihn runter, Bones. Sein loses Mundwerk ist im Augenblick unser geringstes Problem, sagte ich. Wir müssen hier fertig werden. Ernees Identität überprüfen, Don-Bericht erstatten und nach Hause fahren. Komm schon, der Mond steht hoch am Himmel. Eines Tages treibst du's zu weit, knurrte Bones und ließ Tate abrupt los. Ich warf dem Soldaten einen warnenden Blick zu. Auch ich befürchtete, dass seine Provokationen irgendwann zu weit gingen. Tate war mein Freund und er bedeutete mir viel, aber seine Gefühle für mich waren gänzlich anderer Natur. Dass Tate in letzter Zeit entschlossen war, diese Gefühle auch zu zeigen, machte alles noch schlimmer. Insbesondere, wenn er es vor Bones tat. Sein Verhalten wirkte wie das sprichwörtliche rote Tuch auf den Stier. Vampire waren nicht gerade dafür bekannt, dass sie gern teilten. Bisher hatte ich zwar verhindern können, dass die beiden ernsthaft aneinandergerieten. Sollte Tate aber so weitermachen, würde er es nicht überleben. Senator Thompson wird mit Genugtuung hören, dass der Mörder seiner Tochter bestraft wurde, sagte mein Onkel und Vorgesetzter Don Williams später in seinem Büro. Kat, man hat mir gesagt, du bist wiedererkannt worden. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ich weiß verdammt noch mal selbst, dass es zum dritten Mal passiert ist, Don. An meinen ersten 22 Lebensjahren hatte Don keinen Anteil gehabt, dafür aber die letzten fünf umso intensiver miterlebt. Vor ein paar Monaten erst hatte ich überhaupt von unserer Verwandtschaft erfahren. Don hatte sie mir verschwiegen, weil ich nicht wissen sollte, dass der Vampir, der angeblich meine Mutter vergewaltigt hatte, sein Bruder war. Wir werden uns einen anderen weiblichen Lockvogel suchen müssen, stellte Don fest. Deine Rolle als Teamleiterin steht außer Frage, Kat, aber es ist einfach zu riskant, dich weiter als Köder einzusetzen. Bones stimmt mir sicher zu. Ich stieß ein spöttisches Lachen aus. Die Tatsache, dass ich regelmäßig mein Leben aufs Spiel setzte, war Bones ungefähr so verhasst wie mir mein Vater. Worauf du dich verlassen kannst. Bones würde vor Freude auf deinem Grab tanzen, wenn du mich dazu bringst, meinen Job aufzugeben. Bones, der das offensichtlich auch so sah, zog ungerührt eine Augenbraue hoch. Du würdest ihn doch nur dazu bringen, Don wieder auszubuddeln, Kat, warf Dave spöttisch lächelnd ein. Ich lächelte, als ich daran dachte, wie wir Dave aus dem Grab geholt hatten, als der bei einem Einsatz ums Leben gekommen war. Das Vampirblut, ein äußerst potentes Allheilmittel war, hatte ich zwar vorher auch gewusst, dass aber ein tödlich Verletzter als Ghul wieder auferstehen konnte, wenn er vor Todeseintritt davon trank, war mir bis dahin nicht bekannt gewesen. Don hüstelte. Wie dem auch sei. Wir alle sind der Meinung, dass es für dich zu gefährlich ist, weiter als Lockvogel zu fungieren. Denk an die Unbeteiligten, Kat. Jedes Mal, wenn wir Alarmstufe Rot haben, geraten Menschen in Lebensgefahr. Er hatte recht. Der heutige Abend war das beste Beispiel. In die Enge getrieben, reagierten Vampire und Ghule schnell panisch. Zudem eilte mir der Ruf voraus, keine Gefangenen zu machen. Und was hatten sie schon zu verlieren, wenn sie so viele Menschen wie möglich mit in den Tod rissen? Noch gab ich nicht auf. Dank deiner sexistischen Vorschriften haben wir aber keine weiblichen Teammitglieder, Don. Und nächste Woche steht wieder ein Einsatz an. Uns bleibt also nicht genug Zeit, um eine qualifizierte Soldatin aufzutreiben, ihr zu offenbaren, dass es Vampire und Ghule gibt, sie mit den nötigen Selbstverteidigungstaktiken vertraut zu machen und dann, adrett herausgeputzt, in die Schlacht zu schicken. Nach diesen Einwänden herrschte Schweigen. Wie wäre es mit Belinda? mischte sich Tate ein. Ich starrte ihn ungläubig an. Die Frau ist eine Mörderin! Tate schnaubte. Ja, aber als Trainingshilfe für die Männer hat sie gute Arbeit geleistet. Wegen guter Führung haben wir ihr in Aussicht gestellt, dass sie in zehn Jahren freikommt. Wenn wir sie zu Einsätzen mitnehmen, können wir vielleicht besser beurteilen, ob sie wirklich vom Saulus zum Paulus geworden ist, wie sie behauptet. Bones zuckte leicht mit den Schultern. Hm, riskant. Aber Belinda ist eine Vampirin und daher stark genug für den Job. Außerdem sieht sie gut genug aus, um den Lockvogel zu spielen. Und wir würden sie nicht erst ausbilden müssen. Ich konnte Belinda nicht ausstehen, was nicht nur daran lag, dass ich schon einmal versucht hatte, mich umzubringen. Sie und Bones hatten eine gemeinsame Vergangenheit, in der Bones' Geburtstagsfeier, eine zweite Vampirin namens Annette, zwei sterbliche Mädels und sehr wenige Worte eine Rolle spielten. Dann wandte ich mich an meinen Boss. Nächste Woche versuchen wir es mit Belinda, verkündete er nach einer Weile. Wenn sie es nicht bringt, sehen wir uns nach einem geeigneten Ersatz um. Eine Vampirin sollte uns helfen, ihre Artgenossen zu ködern und umzubringen. Klang fast so verrückt wie die bisherige Strategie, mich als Halbvampirin dazu zu benutzen. Da wäre noch etwas, bemerkte Don abschließend. Als Bones vor drei Monaten unserem Team beigetreten ist, haben wir eine Vereinbarung getroffen. Seinen wichtigsten Beitrag zu unserer Arbeit habe ich noch nicht eingefordert. Bis heute. Ich fuhr zusammen. Mir war klar, worauf er hinaus wollte. Zu meiner Linken zog Bones gelangweilt eine Augenbraue hoch. Was unsere Abmachung anbelangt, werde ich keinen Rückzieher machen. Sag mir also, wen ich für dich in einen Vampir verwandeln soll. Mich. Tate hatte das gesagt. Ich sah ihn an. Du hast Vampire, platzte es aus mir heraus. Warum willst du einer werden? Ich hasse Bones, pflichtete Tate mir ohne Umschweife bei. Klasse, dachte ich. Wenigstens hat er keine Vorurteile mehr gegen Untote. Na dann. Bones musterte Don. Ich brauche Zeit, um ihn auf den Übertritt vorzubereiten. Und eines möchte ich gleich klarstellen. Er wandte sich wieder Tate zu. Dadurch wirst du nicht erreichen, dass Cat dich liebt. Ich wandte den Blick ab. Bones hatte laut ausgesprochen, was auch mir insgeheim Sorge bereitete. Hoffentlich war ich nicht der Grund für Tates Entscheidung, sich als Erster aus unserem Team in einen Vampir verwandeln zu lassen. Ich liebe dich als Freund, Tate. Meine Stimme war leise. Es war mir unangenehm, das vor so vielen Leuten sagen zu müssen, aber alle hier wussten über Tates Gefühle Bescheid. In letzter Zeit hatte er keinen großen Hehl mehr daraus gemacht. Du bist sogar einer meiner besten Freunde. Aber mehr eben nicht. Don räusperte sich. Wenn von deiner und Bones Seite keine weiteren Bedenken vorliegen, tun Tates Gefühle hier nichts zur Sache. Seine Motive aber sehr wohl. Widersprach Bones prompt. Will er es selbst oder tut er es für sie? Basiert seine Entscheidung auf den falschen Gründen, wird er ausreichend Zeit haben, sie zu bereuen. Schließlich äußerte sich auch Tate. Meine Gründe, geh nur mich etwas an. Bones schenkte ihm ein schmallippiges Lächeln. In hundert Jahren wird es diesen Job und einen Boss längst nicht mehr geben. Aber du wirst immer noch mein Geschöpf sein. Du schuldest mir Treue, bis ich dir erlaube, deine eigene Sippe zu gründen oder bis du mich zum Duell herausforderst und dir dein Recht erkämpfst. Bist du sicher, dass du dich darauf einlassen willst? Ich werde schon klarkommen, antwortete Tate knapp. Bones zuckte mit den Schultern. Dann also abgemacht. Wenn alles gut geht, bekommst du deinen Vampir, Don, wie ich es versprochen habe. Dons Gesichtsausdruck wirkte gleichermaßen grimmig wie zufrieden. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Das hoffte ich auch. Später erwachte ich allein in unserem Bett und stellte fest, dass Bones nicht da war. Ich fand ihn unten auf der Couch im Wohnzimmer. Er starrte durch das Fenster auf den fernen Gebirgskamm. Vampire konnten vollkommen reglos dasitzen, wie Statuen. Schön genug für ein Kunstwerk war Bones jedenfalls. Sein dunkelbraunes Haar wirkte im Mondlicht heller. Die matten Silberstrahlen beschienen sanft das Relief seines alabasternen Körpers. Seine dunkleren Brauen hatten fast die gleiche Farbe wie seine Augen, wenn sie nicht vampirgrün leuchteten. Als er den Kopf drehte, ließen Schatten seine hohen Wangenknochen noch edler wirken. Hey. Ich zog meinen Bademantel enger um mich, als ich seine Anspannung spürte. Stimmt was nicht? Alles in Ordnung. Bin bloß ein bisschen nervös. Ich setzte mich neben ihn. Du bist doch sonst nie nervös. Bones lächelte. Ich habe etwas für dich. Ich weiß allerdings nicht, ob du es haben willst. Warum sollte ich es nicht haben wollen? Bones kniete sich vor mich hin. Als ich das kleine schwarze Samtkästchen in seiner Hand sah, kam mir die Erleuchtung. Catherine. Er genoss die Nennung meines Namens. Catherine Kathleen Crawfield. Willst du mich heiraten? Erst jetzt merkte ich, wie sehr ich mir gewünscht hatte, dass Bones mich das fragen würde. Nach vampirischem Recht waren wir bereits verheiratet. Aber der blutige Handschlag, mit dem Bones mich zur Frau genommen hatte, war so gar nicht das, was ich mir unter einer Traumhochzeit vorgestellt hatte. Zumal Bones damit einen Krieg zwischen seiner Sippe und der seines Erzeugers Ian zu verhindern suchte, der ebenfalls glaubte, Anspruch auf mich zu haben. Ich sah Bones an. Er war zwar kein Märchenprinz, sondern ein Vampir, ehemaliger Gigolo und Auftragskiller. Doch nun, da er, der Mann, den ich so abgöttisch liebte, auf Knien um meine Hand anhielt, hätte keine Märchenheldin bewegter sein können als ich. Bones schnaubte in gespielter Entrüstung. Ausgerechnet jetzt fehlen dir die Worte. Sag einfach ja oder nein. Die Spannung bringt mich noch um. Ja. Tränen traten mir in die Augen und ich lachte, weil ich vor lauter Freude hätte platzen mögen. Etwas Kühles wurde über meinen Finger gestreift und ich sah etwas Rotes aufblitzen. Den habe ich vor fast fünf Jahren schleifen und fassen lassen, sagte Bones. Ich weiß, du denkst, ich hätte dich nur geheiratet, weil ich keine andere Wahl hatte. Aber das stimmt nicht. Ich wollte dich immer schon zur Frau nehmen, Kätzchen. Zum tausendsten Mal bereute ich, Bones damals verlassen zu haben. Ich hatte geglaubt, ihn zu beschützen, aber uns beiden nur unnötiges Leid zugefügt. Wie konnte es dich nur nervös machen, mich zu fragen, ob ich dich heiraten will, Bones? Ich würde für dich sterben. Warum sollte ich dann nicht mit dir leben wollen? Später lag ich in seinen Armen und erwartete den heranbrechenden Tag, der nicht mehr fern war. Willst du irgendwo hinfahren oder lieber ganz groß feiern? Fragte ich schläfrig. Bones lächelte. Du weißt doch, wie wir Vampire sind, Schatz. Wir lassen es immer gerne krachen. Mir ist klar, dass die vampirische Zeremonie nicht das war, was du dir unter einer Hochzeit vorstellst. Ich lächelte. Dürfte ein bisschen dauern, dem Partyservice zu erklären, was wir essen wollen. Rind oder Meeresfrüchte für die Sterblichen, rohes Fleisch und Körperteile für die Gule und ein Fässchen frisches, warmes Blut an der Bar für die Vampire. Gott, ich kann mir schon das Gesicht meiner Mutter vorstellen. Bones lächelte diabolisch, sprang auf und tippte eine Nummer in sein Handy. Justina. Ja, ich bin's, Bones. Na, 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 das war aber ein böses Wort. Hm. Du mich auch, Justina. Gib mir das Handy, befahl ich. Er ließ mich einfach stehen. Seit ihrer Begegnung mit meinem Vater hatte meine Mutter einen krankhaften Hass auf Vampire. Sie hatte sogar schon versucht, Bones umbringen zu lassen. Zweimal. Weshalb es ihm jetzt auch solchen Spaß machte, ihr eins auszuwischen. Eigentlich wollte ich dir eine freudige Nachricht verkünden. Ich habe deine Tochter gebeten, mich zu heiraten, und sie hat eingewilligt. Glückwunsch, ich werde offiziell dein Schwiegersohn. Soll ich dich jetzt schon Mom nennen oder erst nach der Hochzeit? Ich warf mich mit einem Satz auf ihn und schaffte es endlich, ihm das Handy zu entreißen. Bones lachte so sehr, dass er sogar Atem holen musste. Mom, bist du noch dran? Mom! Vielleicht wartest du erst mal einen Augenblick, Kätzchen. Ich glaube, sie ist ohnmächtig geworden. Manchmal stimmte mich der Gedanke, dass ich nie Kinder haben würde, schon ein bisschen wehmütig. Mein Vater hatte meine Mutter zwar noch schwängern können, weil er gerade erst zum Vampir geworden war, doch im Allgemeinen waren Untote nicht fortpflanzungsfähig. Künstliche Befruchtung kam ebenfalls nicht in Frage, weil ich nie das Risiko eingegangen wäre, meine genetischen Anomalien an mein Kind weiterzugeben. Und adoptieren wollte ich aufgrund meines gefährlichen Lebensstils auch keines. Im Augenblick allerdings war ich froh über meine Kinderlosigkeit. Bones wartete vor dem Chuck E. Cheese Restaurant. Das hatte mit seiner Aura zu tun. Andere Vampire spürten ihn, wenn er in der Nähe war, was drinnen der Fall gewesen wäre. Also behielt Bones für gewöhnlich draußen die Umgebung im Auge, bis unsere Zielperson wusste, dass wir hinter ihr her waren und die Party richtig losging. Mir fehlte die typische Aura der Untoten, die sich je nach Stärke des Vampirs anfühlen konnte wie statische Elektrizität oder ein ausgewachsener Stromschlag. Nein, mein Herz schlug und ich atmete. Und deshalb wirkte ich harmlos, zumindest auf alle, die es nicht besser wussten. Aus diesem Grund zeigte ich auch fast keine Haut. Hey, ich spielte jetzt nicht mehr den Lockvogel, also musste ich auch mein Schlampenoutfit nicht tragen. Belinda war es, die in ein tief ausgeschnittenes Oberteil und eine Jeans gesteckt worden war, die ein gutes Stück ihres Bauches freiließ. Sie hatte sich Locken gelegt und geschminkt war sie auch. Eine Seltenheit, weil sie als Dons Gefangene nicht viel rauskam. Wenn man Belinda mit ihrem Blondhaar, dem Schmollmund und ihren überwältigenden Kurven so ansah, hätte man sie nie für eine Vampirin gehalten, zumal sie am helllichten Tag unterwegs war. Selbst Menschen, die die Existenz von Vampiren für potenziell möglich hielten, glaubten schließlich, sie würden nur nachts umgehen, was natürlich wie so vieles Humbug war. Vampire schliefen weder in Särgen noch fürchteten sie sich vor religiösen Symbolen und mit einem Holzpflock konnte man sie auch nicht töten. Der kleine Junge an meiner Seite zupfte mich am Arm. Ich habe Hunger, verkündete er. Ich war verwirrt. Aber du hast doch gerade erst was gegessen. Du, das war vor einer Stunde. Nenn mich Mom, Ethan, ermahnte ich ihn, ein breites Lächeln aufs Gesicht getackert, während ich nach Kleingeld kramte. So ein verrückter Auftrag war mir noch nie untergekommen. Wo Don einen zehnjährigen Jungen aufgetrieben hatte, der als Statist herhalten konnte, würde mir ewig ein Rätsel bleiben. Aber er hatte dafür gesorgt, dass Ethan mitdurfte. Don war nämlich der Auffassung, unsere Zielperson würde uns unweigerlich für Pädophile oder Vampirjäger halten, wenn wir stundenlang ohne ein Kind in einem Chuck E. Cheese Restaurant rumhingen. Ethan grabschte sich eine Handvoll Geldscheine. Danke, rief er und trabte in Richtung Pizzatheke davon. Okay, das hatte authentisch gewirkt. Ich hatte heute schon den ganzen Tag lang beobachten dürfen, wie Kinder sich ihren Eltern gegenüber verhielten. Gestern übrigens auch. Grundgütiger für das ganze Essen und die unzähligen Bonds für Spiele hatte ich mehr ausgegeben, als sonst in einer ganzen Woche, wenn ich in Bars arbeitete und literweise Gin Tonic kippen musste. Wenigstens ging alles auf Staatskosten. Das Chuck E. Cheese hatte nur eine Etage. So musste man Belinda wenigstens nicht dauernd im Auge behalten. Sie spielte im Abschnitt links der Eingangstür Ski-Ball. Gerade hatte sie wieder einen Treffer gelandet. Lichter blinkten und der Automat spuckte weitere Tickets aus. Zu Belindas Füßen lag schon ein ganzer Haufen und mehr als ein paar bewundernde Väter und Sprösslinge hatten sich bereits um sie geschart. Allerdings war weit und breit kein anderer Vampir zu sehen, obwohl vor drei Wochen hier eine ganze Familie verschwunden war. Die Restaurantgäste ahnten davon nichts. Nur weil eine Überwachungskamera auf dem Parkplatz ein leuchtendes Augenpaar aufgenommen hatte, war Don überhaupt der Verdacht gekommen, Vampire könnten etwas mit dem Vorfall zu tun haben. Untote Mörder frequentierten ihre Jagdgründe oft mehrmals. Ohne diese Angewohnheit wäre die Heimatschutz- Sonderabteilung, der mein Onkel vorstand, nämlich längst überflüssig gewesen. Mein Handy vibrierte. Ich nahm es vom Gürtel, warf einen Blick auf das Display und lächelte. Die 911 leuchtete auf, was bedeutete, dass gerade ein Vampir auf dem Parkplatz gesichtet worden war. Ich behielt Ethan im Auge und pirschte mich unauffällig an Belinda heran. Als ich ihr die Hand auf den Arm legte, warf sie mir einen verärgerten Blick zu. Showtime, murmelte ich. Hände weg von mir, zischte sie, ohne dabei ihr freundliches Lächeln zu verlieren. Ich drückte nur noch fest dazu. Versuch irgendwelche krummen Dinger und ich bringe dich um, zumindest wenn Bones mir nicht zuvorkommt. Ein kurzes grünes Funkeln trat in Belindas Augen, dann jedoch zuckte sie mit den Schultern. Zehn Jahre noch, dann brauche ich dich nicht mehr zu ertragen. Ich ließ sie los. Ganz genau, also versau das Ganze nicht. Musst du mir nicht langsam wieder von der Pelle rücken, der Vaterin tot? zischte sie so leise, dass sogar ich es kaum verstehen konnte. Wollen doch das Wild nicht verscheuchen, oder? Ich schenkte Belinda noch einen kühlen, prüfenden Blick, dann wandte ich mich um und ging. Sollte sie irgendwelche Mätzchen machen und eines der vielen Kinder hier in Gefahr bringen, würde ich ihr das Licht ausknipsen. Als ich zu Ethan ging, vibrierte wieder mein Handy. Ein Blick auf das Display ließ mich innerlich aufstöhnen. Schon wieder 911. Wir hatten es also mit zwei Vampiren zu tun. Nicht gut. Ich war jetzt bei Ethan angekommen und wollte sowohl ihn als auch die Tür genau im Auge behalten. Es dauerte nicht lange, da betraten zwei Männer das Restaurant, deren unverwechselbarer Tein und Vampire auswiesen. Noch einmal sondierte ich die Umgebung. Die vielen Kinder machten das Restaurant zu einem denkbar schlechten Ort für einen Showdown mit den Untoten. Hätte ich den Lockvogel gespielt, hätte ich versucht, die Vampire irgendwie auf den Parkplatz zu lotsen und so das Risiko für die Umstehenden möglichst gering zu halten. Derlei Skrupel waren Belinda bestimmt reichlich fremd. Dann würde ich Es ist so weit, sagte ich. Seine blaugrünen Augen weiteten sich. Sind die Bösen da? flüsterte er. Ich bezweifelte, dass Don dem Jungen oder seinen Eltern, wer auch immer die Irren waren, die ihr Kind für so etwas hergaben, erklärt hatte, hinter welchen Bösen genau wir her waren. Und ich würde das bestimmt nicht nachholen. Denk dran, du bleibst immer in Sichtweite schärfte ich ihm sanft aber bestimmt ein. Das wird schon. Der Junge nickte. Ihm war deutlich anzumerken, dass er all seinen Mut zusammennahm. Okay. So ein braves Kind. Wieder klingelte mein Handy. Wieder leuchteten Nummernfolgen auf dem Display auf. 911 911. Mist. Ethan sah mit großen Augen zu mir auf. Was ist denn passiert? Ich packte seine Hand fester. Gar nichts. Glatt gelogen. Als ich aufsah, kam gerade ein dritter Vampir durch die Tür. Dann ein vierter. Belinda, die eben einen Ball hatte werfen wollen, hielt inne, sah die Untoten an und lächelte. Strahlend. Das konnte heiter werden. Es dauerte nicht lange, bis die Vampire auf Belinda aufmerksam wurden. Vielleicht hatten sie sie schon gewittert, bevor sie sie gesehen hatten, denn sie waren noch keine Minute im Restaurant, da machten sie sich auch schon an sie heran. Ethan weiter fest an der Hand haltend, hörte ich, wie Belinda die Vampire begrüßte. Belinda spielte nur die Kokette und die Killerin, denn sie erkundigte sich sich bei sich bei Vampiren, ob sie vorhatten, jemanden zu vernaschen. Wieso sind wir deiner Meinung nach hier? fragte einer grinsend. Wegen des fetten Mausmaskottchens bestimmt nicht. Die anderen lachten. Dreckskerle! Bist du in Begleitung hier? erkundigte sich ein anderer und musterte Belinda mit lüsternem Blick. Mit einer Tussi und ihrem Sohn war Belindas abschätzige Antwort. Die Alte könnt ihr gerne haben, aber der Kleine gehört mir. Zeig sie uns, forderte der dunkelhaarige Vampir sie auf. Belinda hob die Hand und ich schaffte es gerade noch von den Vampiren wegzusehen und Ethan mit einem falschen Lächeln im Gesicht anzustrahlen. Keine Angst, dir passiert schon nichts. Siehst du die Blonde mit dem schwarzen Rolli und den Jeans, die den kleinen Jungen an der Hand hält? Das sind sie. Hübsch, bemerkte der braunhaarige gedehnt und fügte schnell hinzu. Nicht so hübsch wie du natürlich. Danke. Belindas Tonfall klang gelangweilt. Also, wie läuft das bei euch für gewöhnlich? Schnappt ihr euch einfach ein Kind und haut ab? Siehst du den Typen da hinten? Der schlachsige, hypnotisiere ihn und klau ihm die Klamotten. Was willst du denn mit seinen Klamotten? wollte Belinda ungläubig wissen. Unauffällig warf ich der Gruppe einen Blick zu. Wenn man ein Chuck E. Cheese Kostüm anhat, erklärte der Vampir grinsend, ist es ganz leicht, die Kinder nach draußen zu locken, ohne dass jemand Verdacht schöpft. Wenn die Eltern doch was mitbekommen, macht einfach einer seinen Strahleblick an und sie gehen seelenruhig nach Hause. Dass ihre Kinder weg sind, fällt denen meistens erst einen Tag später auf, und dann können sie sich nicht erinnern, wann sie sie das letzte Mal gesehen haben. Wir locken sie einzeln nach draußen und verstauen sie im Kofferraum, fügte ein anderer hinzu. Um diese Jahreszeit ist das kühl, da gehen sie nicht ein und Verderben und wenn man sie hypnotisiert, geben sie da drinnen Ruhe. Erst als Ethan aufschrie, merkte ich, wie fest ich seine Hand umklammert hatte und lockerte meinen Griff. Ich musste mich schwer zusammenreißen, damit meine Augen vor lauter Wut nicht anfingen zu leuchten. Ich konnte es kaum erwarten, die Typen abzumurksen. Belinda lächelte. Ein Vampir in einem Chucky Cheese Kostüm, das muss ich gesehen haben. Auch der Vampir grinste. Warte hier, Schätzchen, die Show wird dir gefallen. Ich beobachtete, wie einer der Vampire einem der Mitarbeiter hinter die Kulissen folgte. Gerade wollte ich ihm nachgehen, da hörte ich die Stimme eines zweiten Blutsaugers. Hab jetzt schon Hunger, ich suche mir jemanden aus. Damit entfernte sich der Rothaarige von Belinda und den anderen. Ich ließ Ethans Hand los. Belinda hatte angekündigt, ihn für sich haben zu wollen. Von allen Kindern hier hatte er im Augenblick die besten Karten. Ich knete mich vor ihn hin, sodass ich auf Augenhöhe mit ihm war. Siehst du das Spiel da? fragte ich ihn und deutete auf den Automaten, der uns am nächsten stand. Dort spielst du und rührst dich nicht vom Fleck, bis ich oder einer der Jungs, die du vorhin kennengelernt hast, dich holen kommen. Versprich es mir. Ethan nickte. Versprochen. Braver Junge, murmelte ich. Ethan ging zu dem Automaten und legte all seine Spielmarken davor ab. Eiskalte Wut überkam mich, als ich beobachtete, wie der rothaarige Vampir sich auf Beutezug machte. Alle Einheiten bereithalten, flüsterte ich in mein Handy. Diskret behielt ich den im Restaurant umherstreifenden Vampir im Auge, der mit geübtem Blick die unbeaufsichtigten Kinder erspähte. Ein kleiner Junge holte sich gerade ein paar Spielmarken am Automaten. Der Vampir beobachtete ihn und pirschte sich immer näher an ihn heran. Dann legte er ihm die Hand auf die Schulter. Der Junge sah auf und mehr brauchte es nicht. Ein kurzes grünes Funkeln in den Augen des Vampirs, ein Murmeln so leise, dass ich es nicht verstehen konnte. Niemand sonst merkte etwas. Ohne zu zögern folgte der Junge dem Vampir hinter eine Trennwand in den Nebenraum. Ich folgte den beiden in den Abstellraum für die defekten Spielautomaten. Er kniete sich vor dem Jungen auf den Boden. Das Gesicht des Kleinen war in das grüne Licht der Vampiraugen getaucht. Der Junge stand einfach nur da, machte keinerlei Anstalten zu fliehen oder zu schreien. Er wird zubeißen und die Leiche einfach hinter einem kaputten Automaten verstecken. Der Vampir beugte sich vor. Furcht hatte er weder vor den Eltern des Jungen noch vor Gott oder sonst wem der hätte eingreifen und ihn aufhalten können. Ich zog ein Silbermesser aus dem Ärmel und pirschte voran. Jetzt darfst du mit meinem kleinen Freund Bekanntschaft machen, Arschloch! Was zum... Kaum hatte ich die Stimme gehört, spürte ich auch schon die übermenschliche Energie im Rücken und wirbelte herum. Hinter mir stand der Vampir, der sich als Chuck E. Cheese verkleidet hatte, den großen ausgestopften Mausekopf fragend zur Seite geneigt. Der Rothaarige ließ von dem Jungen ab und sein Blick blieb an meinem Messer hängen. Silber! Murmelte er. Das war unser Stichwort. Zugriff! brüllte ich. Bones konnte mich hören, das wusste ich. Dann warf ich mein Messer. Bis zum Heft bohrte es sich in die Brust des Vampirs. Fast zeitgleich stürzte ich mich auf ihn, In dem Augenblick landete etwas Schweres auf mir. Etwas Schweres und Weiches. Es war der Vampir in dem Chuck E. Cheese Kostüm. Ich rollte mich herum, zog die Beine an und verpasste meinem Angreifer einen Tritt. Er wurde so heftig gegen einen Automaten geschleudert, dass das Gerät durch die Fensterscheibe krachte. Heimatschutz! Keine Bewegung! hörte ich Tate rufen, schnappte mir noch ein paar Messer und versenkte sie treffsicher in der Brust des verkleideten Vampirs. Der wankte rückwärts, ging aber nicht zu Boden. Das verdammte Kostüm war offensichtlich zu dick. Mit neuen Messern in der Hand stürzte ich mich auf ihn. Er wehrte sich, so gut er es in seinem unförmigen Mauskostüm eben konnte. Immer wieder stach ich zu, um doch noch Jesus, Maria und Josef, die Kleinen würden ein Trauma davontragen. Eine offensichtlich Geisteskranke ging mit einem Messer auf ihren geliebten Plüschelden los und sie mussten es mit ansehen. Bones würde ihnen eine Gehirnwäsche verpassen müssen, sonst würden sie noch jahrelang Albträume haben. Ich ließ mich nicht beirren und hackte munter weiter auf den Vampir ein, als ich hörte, wie irgendwo noch ein Kampf ausbrach. Die anderen Vampire. Endlich war mein Messer tief genug eingedrungen, der Vampir unter mir erschlaffte und ich konnte die Klinge ein letztes Mal in der Wunde drehen. Als ich schließlich aufstand, waren die entsetzten Blicke der versammelten Kinder- und Elternschar auf mich gerichtet. Quer durch den Raum kam der blonde Vampir auf mich zugestürmt. Wer ihm im Weg stand, Kind oder Erwachsener, wurde einfach weggefegt. Ich griff nach einem Messer, stellte fest, dass ich nicht mehr viele hatte und machte mich angriffsbereit. Meine Augen funkelten grün. Na los, Blondie, zeig mal, was du drauf hast. Als der Vampir das Leuchten in meinem Blick sah, hielt er kurz inne. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich Belinda mit dem mit einem Fauchen wollte auch er auf mich losgehen. Da ging sein Blick zur Tür. Oh Scheiße, hörte ich ihn noch sagen und damit drehte er sich um und floh hinter die Bühne. Ich wusste, was ihm solche Angst machte. Ich konnte Bones Präsenz im Raum spüren. Im gleichen Augenblick allerdings traf mich die Faust des Blonden, so dass ich den Anblick des türmenden Blutsaugers nicht genießen konnte. Den übernimmst du, rief ich, bemüht den Fängen auszuweichen, die sich in meiner Kehle verbeißen wollten. Den Mistkerl kaufe ich mir, knurrte Bones. Raus hier, Leute, rief ich, brutale Schläge einsteckend und austeilend. Es musste schnell gehen, bevor weitere Eltern oder Kinder als Geiseln genommen wurden. Ich warf einen kurzen Blick auf Belinda, die gerade dabei war, den dunkelhaarigen Vampir nach draußen zu zerren. Fast sah es so aus, als würde sie ihn stürmisch umarmen. Offensichtlich sprach sie auch mit ihm. Aber bei dem ganzen Radau konnte ich kein Wort verstehen. Ein harter Fausttieb lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf den blonden Vampir vor mir. Ich stürzte mich auf ihn, tief geduckt, damit er mich nicht mit den Reißzähnen erwischte. In hohem Bogen flogen wir durch ein Fenster auf den Parkplatz. Mir waren nur wenige Messer geblieben. Jetzt musste ich den richtigen Augenblick erwischen. Mami, mach, dass sie aufhören, jammerte ein Kind, und ich fluchte stumm. Offenbar hatten meine Jungs alle Hände voll damit zu tun, die Eltern und Kinder davon abzuhalten, in Panik auf den Parkplatz zu fliehen, was die ganze Angelegenheit noch komplizierter gemacht hätte. Dave gab lautstark Anweisung, Belindas dunkelhaarigen Vampir einkapseln zu lassen. Gerade war ich einem weiteren Schlag ausgewichen, da sah ich, wie Belinda den anderen Vampir losließ, sich auf Zachary einen jungen Rekruten stürzte und ihm die Reißzähne in den Hals schlug. Tate, halte sie auf, schrie ich, als ein Beben durch Belindas Körper ging und Zachary umkippte. Er hielt seinen Hals umklammert, rotes Blut ran zwischen seinen Fingern hervor, dann rannte Belinda los. Feind entkommt, alles abriegeln, rief Cooper. Ich bedachte den Vampir vor mir mit einem eisigen Blick. Mir reicht's jetzt, knurrte ich, warf mich auf ihn und ging mit ihm zu Boden. Ich wehrte mich nicht, als er auf mich eindrosch, hielt ihn nur mit einer Hand davon ab, mir in die Kehle zu beißen und rammte ihm mit der anderen mein Messer ins Herz. Dreimal musste ich kräftig zustechen, dann war er endgültig tot. Mühsam löste ich mich von ihm. Meine Rippen taten höllisch weh. Ein hektisches Durcheinander zu meiner Linken ließ mich den Kopf herumwerfen und ich sah, wie der dunkelhaarige Vampir zwei Soldaten neben sich zu Boden warf. Niemand hatte auf den Kerl geachtet und das hatte er schamlos ausgenutzt. Dave wollte ihn greifen, doch der Vampir duckte sich, warf sich auf den Bauch, rutschte vorwärts und preschte dann davon. Ich rannte los, hinter Tate und Juan den anderen Vampir laufen zu lassen und selbst Jagd auf Belinda zu machen. Von ihr ging die größere Gefahr aus. Belinda kannte mein gesamtes Team mit Namen. Sie war mit internen Details über die Vorgänge in Dons Organisation vertraut und weil sie lange genug unsere Gefangene gewesen war, wusste sie auch über unsere Sicherheitssysteme so weit Bescheid, dass sie jedem ausreichend Informationen liefern konnte. Ich durfte auf keinen Fall zulassen, dass sie verschwand. Ich gab alles und hatte Tate und Juan bald eingeholt. Belinda war zwar nicht mehr zu sehen, aber aufgrund kreischender Bremsen und lauten Geschreis wurde mir klar, dass sie eine offensichtlich verkehrsreiche Kreuzung überquert haben musste. Hol den Wagen, keuchte ich an Tate gewand, als ich an ihm vorbeipreschte. Fahrt mir würden uns die Polizei vom Leibe halten, falls die sich einmischte. Wieder quietschten Reifen. Ich folgte dem Geräusch, überquerte in rasendem Tempo eine Kreuzung und sah gerade noch Belinda, die in einer Seitenstraße verschwand. Oh nein, das wirst du schön bleiben lassen, dachte ich. Ich rannte schneller und wünschte mir, nicht bei jedem Schritt das Gefühl zu haben, mir würden sämtliche Rippen brechen. Als aber sie begnügte sich damit, wie der Teufel zu rennen. Ich jagte ihr nach und fluchte im Stillen, während ich aufholte. Im Laufschritt setzte Belinda über einen Zaun. Wenigstens war sie keine Meisterin, dann hätte sie auch noch fliegen können. Ich überwand den Zaun fast so schnell wie sie, aber die Wunde am Bein, die ich mir dabei an einem scharfkantigen Metallteil zuzog, heilte nicht sofort. Manchmal beneidete ich die Untoten um ihre Selbstteilungskräfte, allerdings nicht so sehr, dass ich mich vollends in eine der Ehren verwandeln wollte. Als ich Belinda so weit eingeholt hatte, dass ich glaubte, es riskieren zu können, warf ich meine Messer. Ich hatte nur noch wenige, sie mussten also sitzen. Sie trafen die Vampirin im Rücken. Sie strauchelte, ging aber nicht zu Boden. Verdammt, ich hatte das Herz knapp verfehlt. Da ich über schwieriges Gelände rannte und mein Ziel sich bewegte, war ich nicht halb so treffsicher wie sonst. Allmählich ließen die Klingen Belinda allerdings langsamer werden. Durch die Rennerei war ein Messer wohl gefährlich dicht an ihr Herz geraten und Belinda hätte anhalten müssen, um die Waffen herausziehen zu können. Immer nein. Wieder strauchelte sie. Ich nahm all meine Kraft zusammen, machte einen Satz und schaffte es, Belindas Knöchel zu packen und sie zu Boden zu reißen. Sie wirbelte herum, ihre Fangzähne schnappten nach jedem erreichbaren Stück meines Körpers. Ohne mich davon beeindrucken zu lassen, warf ich mich mit meinem vollen Gewicht auf ihren Oberkörper. Belinda erstarrte. Ihre großen Kornblumen blauen Augen erwiderten Kurzmannen Blick und mit einem Schrei, der sofort erstarb, schlossen sich ihre Lieder. Die Messer hatten ihr Herz durchbohrt. Ich wollte trotzdem kein Risiko eingehen, legte Belinda auf den Bauch, drehte beide Messer einmal in der Wunde und spürte, wie die Vampirin endgültig unter mir erschlaffte. Ein Schrei brachte mich wieder ins Hier und Jetzt zurück. Wie ältere Dame war eindeutig ziemlich entsetzt über die zwei Furien, die auf ihrem Rasen ein Gemetzel veranstaltet hatten. Ich seufzte. Na los, rufen Sie schon die Polizei, dann geht's Ihnen besser. Die Gesetzeshüter würden niemals Hand an mich legen. Don war viel zu einflussreich. Außerdem würden bald Tate und die Jungs hier eintreffen, ebenso Bones. Er brauchte keinen Peilsender, um mich aufzuspüren. Er konnte mich wittern. Die Frau stammelte etwas, das wie Mörderin klang, verschwand im Haus und schlug die Tür hinter sich zu. Augenblicke später hörte ich sie die Polizei rufen. Ich blieb neben Belinda auf dem Rasen sitzen und nickte höflich ein paar Nachbarn zu, die aus ihren Häusern gekommen waren, um ebenfalls nachzusehen, was da vor sich ging. Auch sie liefen schließlich in ihre Häuser, um einen Notruf zu tätigen. Nicht einmal drei Minuten waren vergangen, da kam Bones in rasendem Tempo angesaust. Als er mich sah, wurde er langsamer und ging die letzten paar Meter bis zu mir schließlich im Schritt Tempo. Alles in Ordnung, Süße. Ich nickte. Ein paar Kratzer und Blutergüsse nichts weiter. Was ist mit dem Vampir, hinter dem du her warst? Er kniete sich neben mich. Trifft sich gerade mit Belinda in der Hölle. Schön. Einer war uns zwar entkommen, aber die drei anderen hatten es nicht geschafft und die gefährlichste von allen dorte gerade in der späten Nachmittags Sonne vor sich hin. Zachary? Bones schüttelte den Kopf. Ich sog tief die Luft ein und wünschte mir Belinda noch einmal erstechen zu können, um sie für seinen Tod büßen zu lassen. Quietschende Reifen kündigten das Eintreffen der Jungs an. Augenblicke später sprangen Juan und Tate aus dem Wagen. Ich stand auf und klopfte Gras und Erde von meinen Kleidern ab. Wie ihr seht, Jungs, ist Belinda gefeiert. Der andere Vampir war uns entwischt. Dave gab sich die Schuld daran, weil er ihn abgelenkt durch Belindas Angriff auf Zachary nicht in der Kapsel fixiert hatte. Zachary war verblutet, bevor Bones ihm hätte helfen können. Zudem hatte Zachary schriftlich eine Wiedererweckung als Untoter im Falle seines Ablebens ausgeschlossen. So blieb uns nichts anderes übrig, als seinen Wunsch zu respektieren und ihn zu Grabe zu tragen. Ethan war ein Waisenkind. Ich nahm Don das Versprechen ab, niemals mehr ein Kind bei einem so riskanten Auftrag mitwirken zu lassen und den Jungen an eine gute Pflegefamilie zu vermitteln. Für Tate kam schließlich der Tag V. Wir waren vollzählig im Stützpunkt versammelt. Nur Annette fehlte. Sie war die Vampirin, die Bones erschaffen hatte und sie sollte uns bei Tates Verwandlung zur Hand gehen. Nachdem sie mit allen Mitteln versucht hatte, Bones und mich auseinander zu bringen, hatte Bones nicht mehr mit ihr gesprochen. Aber das angespannte Verhältnis machte ihm zu schaffen. Also schlug ich vor, sie könnte abwechselnd mit den anderen in der Zelle Wache halten, in der wir Tate nach seiner Verwandlung einschließen würden. Bis Tate gelernt hatte, mit seiner Blutgier umzugehen, konnte ihm kein Sterblicher beistehen. Eine dritte Person würde Bones und Dave entlasten und Annette bekam ihre Chance, den Zwist mit Bones beizulegen. Ich war nervös. In einer halben Stunde würde Bones Tate umbringen, um ihn hinterher wieder zum Leben zu erwecken. Das große Ereignis sollte um 8 Uhr abends gleich nach Sonnenuntergang stattfinden, weil Bones dann am stärksten war. Videokameras waren aufgestellt und Elektroden an Tates Brust und Kopf angebracht worden, damit sein genauer Todeszeitpunkt festgestellt und die Gehirnaktivität überwacht werden konnte. Don war fest entschlossen, so viel Informationen wie irgend möglich zu gewinnen, Skrupel waren ihm fremd. Der Raum, in dem Tate auf seine Verwandlung wartete, war mit mehreren Titanschlössern verriegelt. Selbst der Behandlungstisch war mit Titanfesseln versehen. Don fürchtete, Tate könnte ausrasten und Amok laufen. Tate lag bereits auf dem Tisch, nur mit Shorts bekleidet. Schnell schlüpfte ich noch einmal in den Raum, um ihn ein letztes Mal als Menschen zu sehen. In einem Kühlschrank lagen Blutkonserven, die Tate in der ersten Zeit ernähren sollten. Mein Blick wurde von Tates indigo blauen Augen gefangen genommen, als ich an den Behandlungstisch trat. Gott, Tate! Meine Stimme war zittrig. Bist du ganz sicher? Er versuchte ein Lächeln, das aber recht schwach ausfiel. Ich legte ihm die Hand auf die Wange. Seine Haut war ebenso warm wie meine. Sie würde sich nie mehr so anfühlen. Tate seufzte und beugte den Kopf zu mir. Seltsam wie das Leben so spielt was, murmelte er. Früher habe ich nicht mal an Vampire geglaubt. Ironie des Schicksals. Du musst das nicht tun, Tate. Er atmete tief durch. Als Vampir werde ich stärker und schneller und schwerer zu töten sein. Das Team braucht so jemanden und du auch. Wehe, du tust das für mich, Tate. Meine Stimme bebte vor Entschlossenheit. Wenn das so ist, steigst du augenblicklich von dem Tisch runter. Ich mache es, sagte er. Auch sein Tonfall war entschlossen. Hinter mir tauchte Bones auf, sodass mir die Antwort erspart blieb. Es ist Zeit, Kätzchen. Ich ging in den kleinen Überwachungsraum, wohin die Aufnahmen der Videokameras übertragen wurden. Mein Onkel, Juan, Cooper und Dave betraten ebenfalls den Tate mit der trägen Anmut eines Raubtiers näherte. Tates Atmung und Herzschlag beschleunigten sich. Bones musterte ihn kühl. Deine Entscheidung wird dir nicht das Erhoffte einbringen, aber du wirst den Rest deiner Tage mit den Folgen leben müssen. Also frage ich dich ein letztes Mal. Willst du es? Tate atmete tief durch. Du willst mich doch schon seit Monaten alle machen. Bones die Reißzähne in Tates Hals. Die Geräte verzeichneten zunächst Tates jagenden Puls. Dann kamen die Geräusche des EKG-Geräts in immer größeren Abständen. Immer seltener. Bis schließlich nur noch kurze kleine Piepser zu hören waren. Bones hob den Kopf. Er zog ein Messer hervor, mit dem er sich den Hals aufschnitt. Dann nahm er Tates schlaff verabhängenden Kopf und presste den Mund des Mannes auf die Halswunde, die er mit der Spitze seines Messers offen hielt. Tates Lippen bewegten sich. Am Anfang leckte er das Blut nur matt auf, saugte es dann aber mit umso größerer Heftigkeit in sich hinein. Das EEG-Gerät piepste aufgeregt. Als Tate sich mit geschlossenen Augen in Bones Kehle verbiss und an ihr zerrte, ließ der Vampir das Messer sinken. Er hielt Tates Kopf und zuckte nicht einmal zusammen, als der Mann in blinder Gier erneut zu biss. Immer weiter biss und saugte Tate, während die Minuten vergingen und die Pausen zwischen seinen Herzschlägen immer länger wurden, bis schließlich Stille eintrat. Bones riss Tate von seiner Kehle weg und taumelte rückwärts. Das EEG-Gerät piepste wie verrückt, während der EKG-Monitor nur noch die Nulllinie anzeigte. Ein heftiges Zittern schüttelte Tates Körper und ließ die Titanschellen rasseln, die ihn hielten. Schließlich erschlaffte er und blieb reglos in seinen Fesseln liegen. Er war tot und erwartete seine Wiederauferstehung. Die Stunden schleppten sich dahin. Bones saß auf dem Zellenboden und musterte Tates reglosen Körper. Ich fragte mich, ob er Veränderungen in Tates Energiefeld wahrnehmen konnte. Das EEG-Gerät jedenfalls konnte es. Es wollte sich gar nicht wieder beruhigen. Bei dem nervigen Gepiepse war Bones bestimmt schon mehr als einmal versucht gewesen, das Ding in Stücke zu schlagen. Er hatte sich zwei Blutkonserven zu Gemüte geführt, nachdem Tate gestorben war, ohnmächtig geworden. Wie nannte man Tates gegenwärtigen Zustand eigentlich? Bones hasste konserviertes Blut. Er hatte seinen Geschmack mit dem verdorbener Milch verglichen, als ich ihn einmal fragte, warum er sich statt an Menschen nicht einfach an Blutkonserven vergriff. Jetzt aber brauchte er dringend Nachschub und konnte nicht wählerisch sein. Juan gähnte. Mitternacht war vorbei und bisher hatten wir Tate lediglich beim Herumliegen zugesehen. Aber anscheinend konnte sich trotzdem Ihr könnt euch alle ein bisschen aufs Ohr legen. Ich piepse euch an, wenn sich irgendwas tut, schlug ich vor. Don warf mir einen erschöpften, aber entschlossenen Blick zu. Ich spreche wohl im Namen aller, wenn ich sage, dass ich auf jeden Fall bleiben werde. Brummelnd pflichteten ihm die anderen bei. Da erhob Bones sich. Eine andere Vorwarnung gab es nicht. Tate bäumte sich auf. Jeder Muskel stemmte sich gegen die Fesseln, die ihn hielten, und der Schrei, der aus den Lautsprechern drang, klang so schauderhaft animalisch, dass ich auf meinem Stuhl hochfuhr. Jesus Christus, murmelte Don. Tates Gebrüll steigerte sich bis ins Unerträgliche, und in seinem Mund sah ich deutlich Fangzähne aufblitzen. Tate schien nicht zu wissen, wo oder wer er war. Als seine Augen hektisch den kleinen Raum absuchten, in dem er gefangen war, konnte man darin nichts mehr von seiner früheren Persönlichkeit erkennen. Bones bekam von dem emotionalen Aufruhr nichts mit, der in mir tobte, als ich meinen Freund in einer solchen Verfassung sah. Er ging zum Kühlschrank, entnahm ihm ein paar Blutkonserven und näherte sich damit Tate. Ich konnte nicht hören, was er rissenen Mund fallen. Tate trank nicht aus dem Beutel. Er zerfetzte ihn, bis sein ganzes Gesicht voller Blut war. Ungerührt zupfte ihm Bones die Plastikfetzen vom Gesicht, vermied es dabei geschickt, mit seinen Fingern zwischen Tates Zähne zu geraten und ließ dann einen zweiten Beutel in dessen Mund fallen. Verstört wandte ich mit einem Nicken wies Dave auf den Bildschirm. Ich weiß, dass es schwer zu glauben ist, wenn man ihn so sieht, aber das da drinnen ist immer noch Tate. Es geht vorüber. Bald ist er wieder der Alte. Gott, wie sehr ich ihm glauben wollte. Doch im Augenblick jagte mir Tate mehr Angst ein als alles andere. Fünf Blutkonserven mussten daran glauben, bevor das irre des Inhalts auf seinem Gesicht und seinen Schultern gelandet war. Als er Bones Blut überströmt einen Blick zuwarf, schien endlich Erkenntnis in seinen Augen aufzuflackern. Es tut weh, waren seine ersten Worte. Mir traten die Tränen in die Augen, als ich hörte, wie heiser und traurig seine Stimme klang. So viel Verzweiflung lag in diesem kurzen Satz. Bones Tate sah an sich hinab und leckte alles Blut auf, an das er herankam. Dann hielt er inne und starrte direkt in die Kamera. Cat! Ich beugte mich vor und sprach direkt in die Gegensprechanlage. Ich bin hier, Tate! Wir sind alle hier! Tate schloss die Augen. Ich will nicht, dass du mich so siehst, murmelte er. Scham über meine spontane Reaktion machte meine Stimme kratzig, als ich antwortete, schon okay, Tate, du bist, ich will nicht, dass du mich so siehst, fuhr er mich an, während er sich erneut in seinen Fesseln aufbäumte. Kätzchen. Bones sah zum Bildschirm auf, du regst ihn auf, tu, worum er dich bittet. Mein schlechtes Gewissen wuchs. War es purer Zufall oder spürte Tate, dass mich sein Anblick abgestoßen hatte. Ich war wirklich eine beschissene Vorgesetzte und eine schlechte Freundin dazu. Ich gehe, sagte ich und schaffte es meiner Stimme einen ruhigen Tonfall zu verleihen. Wir sehen uns, wenn es dir besser geht, Tate. Und damit verließ ich den Raum, ohne mich noch einmal umzudrehen, als Tates Schreie erneut begannen. Ich saß an meinem Schreibtisch und starrte ins Leere, als mein Handy klingelte. Das Display zeigte die Nummer meiner Mutter an und ich zögerte. Ich war so gar nicht in der Verfassung mit ihr zu reden. Da es aber ungewöhnlich für sie war, so spät noch auf zu sein, ging ich ran. Hi Mom. Catherine. Sie machte eine Pause. Dann sagte sie etwas, das mich buchstäblich fast vom Hocker Display, um sicher zu gehen, dass ich mich nicht verguckt hatte. Sie seufzte. Ich habe es satt, dass dieser Vampir immer zwischen uns steht. Außerirdische haben sie durch eine Doppelgängerin ersetzt. Anders lässt sich das nicht erklären. Äh, super. Was anderes fiel mir nicht ein. Ich war echt platt. Du willst nicht zufällig, dass ich dir bei den Vorbereitungen helfe? erkundigte sie sich und klang dabei ebenso trotzig wie unsicher. Jetzt klappte mir vollends die Kinnlade runter. Doch, gern, brachte ich hervor. Gut, schaffst du es, heute zum Abendessen bei mir vorbeizuschauen? Das passt mir leider gar nicht, wollte ich schon sagen. Da besann ich mich eines Besseren. Bones würde den Nachmittag über unterwegs sein, um Annette vom Flughafen abzuholen. Solange er weg war, konnte ich also durchaus bei meiner Mutter vorbeischauen und mich hinterher im Stützpunkt mit ihm treffen. Ein spätes Mittagessen würde mir besser passen, so gegen vier vielleicht? Sehr schön, Catherine, dann bis um vier. Als Bones, der für die nächsten zwölf Stunden in Tates Zelle von Dave abgelöst worden war, bei Tagesanbruch in mein Büro kam, war ich noch immer völlig perplex. Bones bot mir an, mich auf dem Weg zum Flughafen bei meiner Mutter abzusetzen und mich auf dem Rückweg zum Stützpunkt wieder abzuholen, aber ich lehnte ab. Ich wollte nicht ohne Auto dastehen, wenn die Stimmung meiner Mutter umschlug, was stets zu befürchten stand. Oder unser erstes richtiges Mutter-Tochter Gespräch dadurch gefährden, dass Bones in Begleitung einer wildfremden Vampirin auftauchte. Außerdem hätte ich ihr dann auch noch erklären müssen, wer Annette eigentlich war. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie sich mit mir über die Hochzeit unterhalten will, sagte ich verwundert zu Bones, als ich Dann schenkte er mir ein verschmitztes Grinsen. Soll ich dich in einer Stunde auf dem Handy anrufen, falls sie frech wird? Was, wenn mit Tate wirklich etwas schief geht? fragte ich. Ich bleibe vielleicht besser hier. Deinem Kumpel geht's gut. Besuche ruhig deine Mutter, ruf mich an, wenn ich kommen und sie beißen muss. Im Stützpunkt gab es im Augenblick wirklich nichts für mich zu tun. Tate würde mindestens noch für ein paar Tage in seiner Zelle bleiben müssen und es standen keine Einsätze an. Warum also nicht heute testen, ob es ihr mit unserer Aussöhnung wirklich ernst war? Halte dein Handy griffbereit, sagte ich scherzhaft zu Bones. Dann fuhr ich los. Das Haus meiner Mutter lag 30 Autominuten vom Stützpunkt entfernt, zwar noch in den Wagen parkte, fiel mir auf, dass die Fensterläden einen neuen Anstrich hätten wagen können. Hatten sie bei meinem letzten Besuch schon so ausgesehen? Gott, wie lange war ich eigentlich schon nicht mehr bei ihr gewesen? Kaum war ich ausgestiegen, erstarrte ich jedoch. Die Angst koch mir den Nacken hoch, was nichts mit der Erkenntnis zu tun hatte, dass ich nicht mehr hier gewesen war, seit einige Monate zuvor Bones in mein Leben getreten war. Aus dem Haus drang eine Energie, besagte, dass meine Mutter nicht allein war, und ihr Besuch hatte keinen Herzschlag. Gerade wollte ich nach meiner Handtasche greifen, in der ich stets ein paar Messer hatte, da ließ mich ein trockenes Lachen innehalten. Ich an der Stelle würde das bleiben, kleines Mädchen, sagte eine verhasste Stimme hinter mir. Haustür öffnete sich, im Rahmen tauchte meine Mutter, die Haustür öffnete sich, im Türrahmen tauchte meine Mutter in Begleitung eines dunkelhaarigen Vampirs auf, der mir vage vertraut vorkam und der ihren Hals beinahe liebevoll umfasst hielt. Und ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass der Vampir hinter mir mein Vater war. Mein Vater Max stand etwa dreißig Meter entfernt zwischen einigen Bäumen. Ein leichter Wind zauste sein rotes Haar und seine grauen Augen, die meinen zum Verwechseln ähnlich sahen, blickten mich unverwandt an. Das eigentlich Faszinierende an ihm war allerdings die Panzerfaust, die er auf der Schulter balancierte. In der anderen Hand hielt er eine Pistole. Die beiden Waffen standen in einem solchen Missverhältnis zueinander, dass ich beinahe in hysterisches Gelächter ausgebrochen wäre. Eigentlich wollte ich deine Karre schon in die Luft gejagt haben, bevor du in der Einfahrt ankommst, informierte Max mich freundlich mit einem Nicken in Richtung Panzerfaust. Aber welcher Vater würde sich schon die Chance entgehen lassen, ein wenig Zeit mit seinem kleinen Mädchen zu verbringen? Wenn man es beim ersten Mal nicht schafft, muss man es einfach immer weiter versuchen. Diese Worte hatte mir Max einige Monate zuvor hasserfüllt entgegengeschleudert, als sein Versuch, mich durch zwei Killer ausschalten zu lassen, aufgeflogen war. Ich hatte nicht erwartet, dass er noch einmal die Dreistigkeit besitzen würde, mir nach dem Leben zu trachten. Wo ist dein Herr Max? erkundigte ich er etwa immer noch schlecht auf mich zu sprechen, weil ich ihm damals durch die Lappen gegangen bin? Ian! Max lachte. Der kann mich mal. Ich brauche ihn nicht. Ich habe andere Gönner, kleines Mädchen, und die wollen deinen Tod ebenso sehr wie ich. Ich überlegte, ob ich noch einmal versuchen sollte, an meine Messer zu kommen. Auf Max Gesicht erschien ein eisiges Lächeln, dem Meinen so ähnlich, dass jeder Wildfremde uns als Vater und Tochter erkannt hätte. Glaubst wohl, du kannst dir deine Waffen schnappen, bevor ich dazu komme, dich abzuknallen, was? Vielleicht schaffst du's ja, aber dann mache ich deine Mutter mit der Panzerfaust alle. Wäre doch jammerschade. Max und der andere Vampir standen sich genau gegenüber. Selbst wenn ich schnell genug war, um einen auszuschalten, würde dem anderen noch ausreichend Zeit bleiben, meine Mutter zu töten. Warum gehen wir nicht nach drinnen? sagte Max und winkte mit der Knarre. Ich hatte keine Chance. Die beiden standen zu weit voneinander entfernt. Ich wollte schon auf die Haustür zugehen, da ließ mich sein Lachen innehalten. Erst lässt du die Handtasche fallen, kleines Mädchen, und kickst sie zu mir rüber. Langsam. Ein Dutzend möglicher Angriffsszenarien gingen mir durch den Kopf, aber aus Angst um meine Mutter verwarf ich sie alle wieder. Ich ließ die Handtasche fallen und beförderte sie mit einem Tritt zu Max hinüber. Der brummte und kam näher, beide Waffen weiter auf mich gerichtet. Dann wollen wir dir mal ein bisschen Respekt beibringen, sagte er und drückte ab. Die Kugel traf mich in die untere Magengegend und ich krümmte mich zusammen. Ein paar Sekunden dauerte es, bis der Schmerz richtig einsetzte, aber als er kam, war er gnadenlos. Hinter mir hörte ich den anderen Vampir kichern, nicht viel lauter als Max Schuss. Seine Waffe hatte einen Schalldämpfer. Rein, befahl er noch einmal mit der Knarre wedelnd, oder du bekommst Schenkel. Kaum hatte Max die Tür hinter uns zugezogen, gab er noch einen Schuss ab. Diesmal traf er mich in den Schenkel. Ich schrie auf, als die Wucht mich zu Boden riss, wo ich liegen blieb. Ich konnte einfach nicht widerstehen, grinste Max und richtete die Waffe auf meine Mutter. Noch einen Mucks von dir und die nächste Kugel trifft sie. Max Max hatte sie durch Geisteskontrolle gefügig gemacht. Wellen von Schmerz, Übelkeit und Schwindel brachen über mich herein. In meinem jetzigen Zustand konnte ich unmöglich ihn und den anderen Vampir überwältigen und dazu noch meine Mutter retten. Dass ich überhaupt noch bei Bewusstsein war, verdankte ich lediglich dem Umstand eine Halbvampirin zu sein. Bones So oft schon hatte ich ihn verspottet, weil er sich so um meine Sicherheit sorgte. Natürlich würde er sich Gedanken machen, wenn ich später nicht im Stützpunkt auftauchte. Vielleicht würde er sogar stehenden Fußes herkommen, aber Max Gesichtsausdruck nachzuschließen, war es dann längst zu spät. Du hättest mich umbringen sollen, als du die Chance dazu hattest, sagte Max von oben auf mich herabstarrend. Jetzt wünschst du dir wohl auch, du hättest es getan, statt in jener Nacht Bones zu heiraten, was? Eher wäre ich gestorben, als ihm beizupflichten. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie sehr ich dich hasse, Max? stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Vielleicht konnte ich ein bisschen Zeit schinden, ihn so wütend machen, dass er sich entschloss, mir einen langsamen Tod zu bescheren. Der andere Vampir lachte. Die traut sich was, bemerkte er, während er meiner Mutter übers Haar strich. Was für eine Verschwendung! Da fiel mir ein, wo ich den schwarzhaarigen Vampir schon einmal gesehen hatte. Er war es gewesen, der uns damals im Chuck E. Cheese entwischt war. Max legte die Panzerfaust weg, aber das hätte mir vor ein paar Minuten mehr genutzt als jetzt. Kalibos, sagte er, wenn meine Tochter eine Bewegung macht, erschießt du ihre Mutter. Mit diesem unheilvollen Befehl verschwand er in der Küche. Ich presste noch immer die Hände auf meine Bauchwunde, die schlimmer blutete als die an meinem Bein. Meine Mutter starrte noch immer teilnahmslos ins Leere. Ansonsten schien sie zu meiner Erleichterung aber unversehrt zu sein. Kalibos ließ die Hand in ihren Ausschnitt wandern und drückte ihre Brust. Ich stieß ein leises Knurren aus, das ihn grinsen ließ. Gemach, gemach, säuselte er und ließ die Hand tiefer gleiten. Als Max aus der Küche kam, warf er Kalibos einen wütenden Blick zu. Sieh nicht, wies er ihn knapp an. Wenn wir noch Zeit haben, kannst du dich mit Kat vergnügen, aber Justina gehört mehr. Grundgütiger. Neue Entschlossenheit stieg in mir hoch. Ich musste Max umbringen, selbst wenn meine Mutter und ich auch dabei drauf gingen. Ich finde, wir sollten sie allmählich wieder aufwecken, oder? wandte sich mein Vater in munterem Tonfall an mich. Mit der erneuten Anweisung, mich bei der geringsten Bewegung zu erschießen, reichte er Kalibos seine Waffe und näherte sich meiner Mutter. Max ritzte sich die Haut des Daumens mit einem der vier Messer auf, die er aus der Küche geholt hatte und drückte ihn ihr an die Lippen. Aufgewacht, die Sonne lacht, sagte er und verstrich das Blut. Meine Mutter leckte es auf, blinzelte und fing an zu schreien. Max hielt ihr den Mund zu. Ich versuchte meine Schmerzen so weit zu unterdrücken, dass ich mich auf einen Plan konzentrieren konnte. Hallo, meine Schönste, gurrte Max, sein Gesicht ganz nah an dem meiner Mutter. Ich nehme jetzt die Hand weg, aber jedes Mal, wenn du schreist, schneide ich deiner Tochter was ab, kapiert? Meine Mutter sah mich an. Ihre Augen weiteten sich und dann nickte sie. Max ließ die Hand sinken. Schon besser, um sicherzustellen, dass unser Kätzchen hier uns nicht den Spaß verdirbt. Max kam auf mich zu, die Messer noch in der Hand. Ich nahm all meinen Mut zusammen. Aller Macht wünschte ich mir, ihm die Messer aus der Hand reißen zu können. Doch Kalibos zielte mit der Pistole auf mich und war meiner Mutter so nah, dass er sie problemlos beißen konnte. Ich würde mich wehren, aber nicht jetzt. Max lächelte, kniete sich hin und packte mich am Handgelenk. Du wirst sterben, sagte er so leise, dass nur ich es hören konnte. Aber deine Mutter lasse ich leben, damit sie den Anblick nie vergisst. Wenn du dich gegen mich wärst, kleines Mädchen, vergewaltige ich sie, töte sie vor deinen Augen und nehme mir hinterher dich vor. Wie viel liegt dir daran, ihr noch nie hatte ich jemanden so gehasst wie meinen Vater. Im Augenblick hatte ich drei Möglichkeiten. Hoffen, dass mir ein brillanter Plan einfiel, der uns beide retten konnte. Hoffen, dass Max meine Folterung so lange ausdehnte, Bones aufkreuzte. Oder versuchen, mir die Messer zu schnappen und zu riskieren, dass Max seine Drohung meiner Mutter gegenüber wahr machte. Dass er dazu fähig war, wusste ich. Lass sie frei, wenn es vorbei ist, sagte ich sehr leise. Max lächelte. Kluges Kind. Seine Finger strichen über mein Handgelenk. Warum bist du allein gekommen? Wo ist Bones? Eine Lüge war immer glaubwürdiger, wenn man sie mit der Wahrheit mischte. Er ist im Stützpunkt. Gestern Nacht hat er einen meiner Männer in einen Vampir verwandelt und bleibt jetzt bei ihm, bis der seine Blutgier im Griff hat. Max Lächeln wurde breiter. Tate! Ich konnte meinen Schock nicht verbergen. Mein Vater lachte. Woher ich das weiß? Belinda hatte Skalibors erzählt. Als ich deine Mutter aufgespürt hatte, musste ich sie nur noch dazu bringen, dich um einen Besuch zu bitten. Belinda! Ich hatte dieses kulleräugige Flittchen doch tatsächlich unterschätzt. Jetzt war mir klar, was sie Kalibors auf dem Weg aus dem Restaurant zugeflüstert hatte. Was war außerhalb meiner Einheit nur Belinda bekannt gewesen? Der genaue Zeitpunkt von Tates Verwandlung. Wenn ich tot war, hatte Belinda wohl gedacht, würde niemand mehr dahinter kommen, woher Max seine Informationen hatte. Selbst drauf zu gehen, hatte allerdings nicht zu ihrem Plan gehört. Wieder überkam ich Benommenheit. Bestimmt hatte ich innere Blutungen, denn was auf den Boden tropfte, reichte nicht, um meinen Zustand zu erklären. Du brauchst Belinda nicht mehr zu danken, Max. Sie ist tot. Er zuckte mit den Schultern. Schade drum. Max! Mein Vater und ich drehten uns um. Meine Mutter hatte sich nicht gerührt. Langsam kullerten Tränen über ihre Wangen. Ich hatte sie noch nie weinen sehen. Du willst doch eigentlich mich, sagte sie mit heiserer Stimme. Das hier ist eine Angelegenheit zwischen dir und mir. Tränen traten mir in die Augen. Ich hatte immer geglaubt, meine Mutter würde mich nicht lieben und hier stand sie und wollte sich um meinetwillen dem Vampir opfern, den sie so sehr fürchtete. Max warf ihr aus sengend grünen Augen einen Blick zu. Oh, wir beide haben durchaus noch ein Hühnchen zu rupfen, Justina. Weißt du, was für Scherereien ich als Vater einer Halbvampirin hatte? Wildfremde haben mir nach dem Leben getrachtet. Bringe ich nur dich um, hilft mir das nicht weiter. Wenn ich aber Cat umlege, mache ich mir Freunde. Eigentlich sollte Bones auch dran glauben, aber man rammte es mir mit solcher Gewalt ins Handgelenk, dass es glatt durchging und mich an den Boden nagelte. Ein zischendes Keuchen entfuhr mir, doch der Aufschrei, der zu hören war, kam von meiner Mutter. Aufhören! Max grinste und hielt die anderen Messer so, dass sie unerreichbar für mich waren. Gut gemacht, Justina. Dank dir kann ich jetzt ein bisschen an ihr herumschnippeln. Den ärgerlichen Seufzer, hören. Das ist langweilig. Darf ich heute auch noch irgendwas machen? Max ergriff sich das nächste Messer und warf meiner Mutter einen vielsagenden Blick zu, bevor er die Spitze an mein anderes Handgelenk hielt. Na los! Wer dich? flüsterte er. Ich biss die Zähne zusammen und kämpfte nicht dagegen an, als er mich langsam aufspießte. Es tat noch mehr weh als beim ersten Mal. Das Stöhnen meiner Mutter klang, als hätte sie selbst Schmerzen. Bitte, sagte sie mit kaum hörbarer Stimme und streckte die Hand nach Max aus. Bitte, hör auf, es ist meine Schuld, lass sie zufrieden. Wann erwartet dich dein Vampir Playboy zurück? erkundigte sich Max ohne ihr Beachtung zu schenken. Vom Stützpunkt bis zum Flughafen würde Bones 20 Minuten brauchen, bei seinem Fahrstil vielleicht auch weniger. Etwa eine weitere Viertelstunde würde es dauern, bis Annettes zahlreiche Gepäckstücke im Wagen verstaut und die beiden zurückgefahren waren. Würde Bones mich anrufen, wenn er wieder im Stützpunkt war? Gott, womöglich würde es Stunden dauern, bis er sich fragte, wo ich abgeblieben war. In drei Stunden, antwortete ich mit möglichst gleichgültigem Gesicht. Ein boshaftes Lächeln spielte um Max Lippen. Das heißt dann wohl eher in einer. Aber keine Sorge, ich werde die Zeit nutzen, oh, und den nehme ich auch an mich. Max zerrte mir den Verlobungsring vom Finger, er hielt ihn ins Licht und grinste. Ah, hat bestimmt fünf Karat, stellte er bewundernd fest, für den kriege ich leicht ein paar Millionen. Es ist ein Rubin, fauchte ich. Ich konnte es Max lachte. Thomas Ding, ein Diamant ist das, rote Diamanten sind die seltensten überhaupt, und der hier war seit über einem Jahrhundert in Bones Besitz. Ian wollte ihn Bones schon seit Jahrzehnten abkaufen, du brauchst ihn jetzt nicht mehr. Dann zerschnitt Max mein Oberteil. Ich kämpfte gegen das verlockend nahe Dunkel einer Ohnmacht an. Meine Mutter stürzte los, Kalibus hielt sie auf und schüttelte sie durch. Tiere seid ihr, zischte sie ihn an. Beleidigungen gelten als Schreien. Max lachte. Das ist mein Spiel, ich bestimme die Regeln. Jetzt darf ich Kat zwei Körperteile abschneiden. Erhöhst du auf drei? Über Max Schulter hinweg sah ich die Augen meiner Mutter. Fast unmerklich schüttelte ich Messerspitze zu meiner Jeans herunter wandern und schlitzte ein Bein der Länge nach auf. Hier fange ich an, verkündete er, packte ein Stück meiner Hüfte und setzte mit dem dritten Messer einen energischen Schnitt. Ich biss mir so hart auf die Unterlippe, dass ich Blut schmecken konnte. Kalibus kicherte. Max hielt den abgesäbelten Hautlappen wie eine Trophäe in der Hand. Hübsche Tätowierung, bemerkte er und warf ihn beiseite. Wo eben noch das Knochen Tattoo geprankt hatte, das auch Bones auf dem Arm trug, klaffte eine blutige Wunde, die meine Hüfte wie Feuer brennen ließ. Diesmal kam kein Aufschrei von meiner Mutter. Sie sog lediglich einmal tief und zittrig die Luft ein. Ich liebe dich, Catherine, flüsterte sie. Ich musste den Blick abwenden, denn ich gönnte Max nicht die Genugtuung, mich weinen zu sehen. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann sie das zuletzt zu mir gesagt hatte. Kalibos schleifte meine Mutter zu den Vorhängen an den Fenstern, zerriss einen der Länge nach und knotete ihr ein Ende um den Hals. Dann befestigte er das andere Vorhangende am Treppengeländer im ersten Stock. Meine Mutter wehrte sich, hatte aber nicht die geringste Chance gegen den Vampir. Ich stemmte mich gegen die Messer, mit denen ich aufgespießt war. Max trieb mir beinahe beiläufig noch eines durchs Handgelenk und boxte mich dann in den Unterbauch, wo die Schussverletzung war. Der Schmerz war so überwältigend, dass das improvisierte Seil war ganz fest gespannt und ein Stuhlbein fehlte. Jetzt kann sie zusehen und ich kann mitmachen, grinste Kalibos. Max schenkte ihm ein anerkennendes Lächeln und wandte seine Aufmerksamkeit dann wieder mir zu. Willst du wissen, was ich mit dir anstellen werde, kleines Mädchen? fragte er mich im Plauderton. Nachdem ich dich gefoltert habe, werde ich dich auferstehen zu lassen. Was? Das miese Schwein war nicht dumm. Als Halbvampirin bestand für mich durchaus die Chance zum Ghoul zu werden, wenn Max mich einfach nur umbrachte. Zerstückelte er mich, kam das allerdings nicht in Frage. Wir machen es wie vorhin. Mal sehen, wann du anfängst zu schreien und ich Justina was abschneiden kann, höhnte er. Max bearbeitete meinen Schädel mit der Faust bis mein Mund voller Blut war. Aber ich machte keinen Mucks. Minuten vergingen und schließlich übertönte das Klingeln in meinen Ohren sogar Max Schläge. Stures Biest! Mal sehen, ob du jetzt immer noch stumm bleibst. Er zog ein Feuerzeug aus der Tasche, knipste es an und hielt mir die Flamme an den Arm. Mein ganzer Körper bebte, Schmerzen konnte ich mich nicht mehr beherrschen und schrie auf. Max lachte vergnügt, nur am Rande merkte ich, wie ich mich übergab. Das wird Justina wohl einen Finger kosten, stellte er fest. Bring mich ruhig um, Bones wird dich trotzdem finden, keuchte ich. Ich war schweißgebadet, der Schmerz in meinem Arm unvorstellbar. Du wirst es bereuen, glaub mir. Kalibus und Max prusteten los, als hätte ich ihnen einen Witz erzählt. Wegen dir wird dieser Vampir keinen Krieg anzetteln. Max grinste, er hat dich doch nur geheiratet, um unserem Meister eins auszuwischen. Max glaubte, seine neuen Freunde würden ihn beschützen und Bones hätte mich aus purem Trotz geheiratet. Bones wird euch finden, verlasst euch drauf. Die Überzeugung in meiner Stimme brachte sie dazu, sich unsicher umzusehen. Erbärmlich, sagte Max schließlich, du versuchst mir Angst einzujagen, aber das zieht nicht. Kalibos, geh trotzdem nach draußen und halte Wache, nur für den Fall, dass ihr Playboy ein bisschen früher vorbeikommt. Ich durfte aber noch gar nicht mit dir spielen, maulte Kalibos. Der Ausdruck in seinen Augen ließ mich zusammenzucken. Du kommst schon noch dazu, fuhr Max ihn an, aber das hier war meine Idee, also bin ich zuerst an der Reihe. Kalibos grinste mich auf dem Weg zur Tür noch einmal an. Bis gleich, Schätzchen. Max erhob sich und schlenderte auf meine Mutter zu. Damit die Vorhang Schlinge um ihren Hals sie nicht erwürgte, musste sie fast auf Zehenspitzen balancieren. Der Stuhl unter ihr wackelte bedenklich auf seinen drei Beinen, auch ihre Hände waren mit einem Stück Vorhang gefesselt und Max inspizierte grinsend ihre Finger. Welcher darf's denn sein, Justina? Ich konzentrierte mich auf meine Chance. Kalibos war draußen, ich konnte es also riskieren. Das Nachdenken fiel mir dennoch schwer. Ich konnte einiges einstecken, aber diesmal waren meine Verletzungen so schwer, dass die Ohnmacht immer näher rückte. Meine Mutter erwiderte meinen Blick und stieß dann den Stuhl unter sich weg. Gott verfluchte Scheiße, schimpfte Max und bewahrte sie mit einer Hand vor dem Sturz. Was sollte das denn werden? Den Augenblick seiner Unachtsamkeit nutzte ich, indem ich mich mit aller Kraft gegen die Messer in meinen Handgelenken stemmte. Ich konnte spüren, wie mein Fleisch zerriss. Als Max wieder bei mir war, hatte ich bereits eine Hand frei bekommen. Was ist hier los, verdammt? Er ließ meine Mutter los. Sie baumelte am Hals vom Treppengeländer, die Füße ein gutes Stück über dem Boden, während ich meinen anderen Arm losriss, den rasenden Schmerz ignorierend, den ich mir dabei zufügte. Ich wollte mir eins der Messer schnappen, doch meine Handgelenke waren so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ich nicht greifen konnte. Also kickte ich die Messer weg und ging unbewaffnet auf Max los, den ich mit einem energischen Kopfstoß zu Boden schickte. Ich brauche ja nur ein kleines bisschen von deinem Blut, dachte ich, während ich ihm die Zähne in den Leib schlug, dann bin ich wieder so weit in Ordnung, dass ich kämpfen zu hören. Aber mit einem Mal war alles weit entfernt, ich spürte nichts mehr. Was für eine Erleichterung, keine Schmerzen mehr zu haben. Eine Flüssigkeit, die meine Kehle hinunter ran, brachte mich zu Bewusstsein. Ich versuchte sie auszuhusten, schaffte es aber nicht. Sie ergoss sich einfach immer weiter, sodass ich zum Schlucken gezwungen war. Wieder und wieder. Darfst sie nicht sterben lassen, glaubte ich, meine Mutter schreien zu hören. Dann erkannte ich Bones Stimme. Komm schon, süße Trink. Nein, ein bisschen mehr brauchst du schon noch. Ich wirkte. Die Flüssigkeit quoll mir aus dem Mund und da wurden die Schemen um mich herum deutlicher. Meine Lippen waren an einen blutigen Hals gepresst und ich machte mich unter Husten und schlucken los. Aufhören, keuchte ich. Hände zogen mich zurück. Es war Bones Kehle, an der ich gesaugt hatte. Das Blut war auch nicht nur an seinem Hals. Vorne war es an seinem ganzen Körper heruntergelaufen. Gott im Himmel, Kätzchen, seufzte Bones und streichelte meinen Hals. Catherine, rief meine Mutter. Ich warf den Kopf herum und sah, wie sie auf mich zugewankt kam. Die Vorhangschlinge lag noch um ihren Hals, doch das andere Ende war nicht mehr am Treppengeländer befestigt. Aus der gegenüberliegenden Zimmerecke hörte ich Max Fluchen, woraufhin eine weibliche Stimme mit britischem Akzent antwortete. Keine Bewegung, kleiner Scheißer. Hast du ihn, erkundigte sich Bones mit Grabes Stimme. Annette klang entschlossener denn je. Hab ihn, Crispin. Meine Mutter fiel mir um den Hals, versuchte mich aus Bones Arme zu reißen und tastete nach meinen Verletzungen. Hat er dich wieder hingekriegt? Alles in Ordnung mit dir, Catherine? Da sah ich das ganze Blut. Es war nicht nur auf Bones, sondern überall, auf uns, auf dem Boden und an der nahen Wand. Was ist passiert? fragte ich noch völlig benommen. Max hatte die Kehle aufgerissen, antwortete Bones, eine leuchtenden Augen. Und wenn ich den erst in der Mache habe, wird er sich noch sehnlichst wünschen, ich hätte ihn umgebracht. Eine knappe Viertelstunde, nachdem ich Don angerufen hatte, traf er mit dem gesamten Team ein. Bones und Annette fixierten Max in der Kapsel. Don würde seinen Bruder übernehmen, vorerst. In knappen Worten kündigte Bones an, er würde später jemanden vorbeischicken, der Max abholte. Und als ich seinen Tonfall hörte, war ich froh, dass von meinem Onkel kein Widerspruch kam. Mir selbst musste über ein Liter Blut verabreicht werden, um den Verlust auszugleichen. Bones hatte zwar meine Wunden geheilt, aber mein Puls war dennoch bedenklich niedrig gewesen. Das war knapp, sagte ich mit zittrigem Lächeln. Ich saß in Bones Wagen. Er wollte nicht länger als nötig hier bleiben, weil wir nicht wussten, wem Max und Kalibos von ihrem geplanten Hinterhalt erzählt hatten. Als Bones meinen Blick erwiderte, lag ein unergründlicher Ausdruck in seinen Augen. Ich hätte dich so oder so zurückgeholt, Kätzchen. Entweder als Vampir oder als Ghoul, selbst wenn du mich hinterher dafür gehasst hättest. Vermutlich hättest du dir das sparen können, murmelte ich. Max wollte mich zerstückeln. Das merke ich mir, sagte Bones mit mühsamer Beherrschung. Auf der Rückbank saß meine Mutter. Sie hatte sich geweigert, den Stützpunkt zu betreten, obwohl sie dort nicht lange hätte bleiben müssen. Don würde ihn räumen lassen. Max hatte herausgefunden, wo meine Mutter wohnte. Und so stand zu vermuten, dass er auch wusste, wo der Stützpunkt lag. Das Risiko, Max könnte anderen Vampiren davon erzählen, war Don zu groß. Durch seine Aktivitäten hatten so viele Vampire ihr Leben gelassen, dass einige vielleicht Lust verspürten, uns einen Besuch abzustatten. Meine Mutter wohnte also vorerst bei Bones und mir und Don würde ihr später eine neue Bleibe verschaffen, nachdem er unser gesamtes Team ohne mir dabei in die Augen zu sehen. Ich wollte dich nicht anrufen. Ich habe mich selbst reden hören und konnte trotzdem nichts dagegen tun. Ich seufzte. Max hat dich hypnotisiert. Du musstest ihm gehorchen. Schwarze Magie, flüsterte sie. Max hätte dir damals erzählen können, was er wollte, erklärte ich, und du hättest es ihm glauben müssen, genau wie du ihm gehorchen musstest, eine andere Speziesmum. Aber Dämonen sind sie nicht. Warum solltest du noch am Leben sein, wenn es so wäre? Du hast schon zweimal versucht, Bones aus dem Weg zu räumen, aber er hat dir heute das Leben gerettet. Das Gesicht meiner Mutter spiegelte die unterschiedlichsten Emotionen wieder. Ich habe dir nicht die Wahrheit über deinen Vater gesagt, gestand sie mir schließlich mit fast unhörbarer Ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich es zugelassen habe, obwohl ich wusste, dass er kein Mensch war. Nach diesem Geständnis musste ich kurz die Augen schließen. Ich hatte bereits vermutet, dass meine Mutter in der Nacht meiner Zeugung nicht vergewaltigt worden war, aber jetzt hatte ich Gewissheit. Ich sah sie an und lächelte mühsam. Dann streifte ich Coopers Jacke über, die er einfach erstaunlich, was ein bisschen Vampirblut und Dreibeutel Plasma alles bewirken konnten. Nicht der geringste Kratzer war an mir zu sehen. Was soll das denn werden? Wollte Bones wissen und ergriff sacht meinen Arm. Ich will mich von meinem Vater verabschieden, antwortete ich und ging auf die Kapsel zu, die wie ein riesiges silbernes Ei in der Einfahrt stand. Aufmachen, befahl ich Cooper, der sie bewachte, bis sie in unseren Spezialtransporter geladen werden konnte. Cooper gehorchte. An den verschiedensten Stellen waren Silberdornen in den Körper meines Vaters gebohrt. Ihre hakenförmigen Enden machten es ihm unmöglich, sich zu befreien, ohne sich dabei das Herz und anderes zu zerfetzen. Die Kapsel war so konstruiert, dass er sich bei geschlossener Tür keinen Millimeter rühren konnte, während ihm durch die Dornen Blut und Energie entzogen wurden. Ich musste es wissen, schließlich hatte ich sie entworfen. Liebster Papa, wandte ich mich in strengem Ton an Max, ich gebe dir deinen Ratschlag zurück. Du hättest mich umbringen sollen, als du die Chance dazu hattest. Dann wandte ich mich an Bones. Warum bringen wir ihn überhaupt weg? Ich könnte ihn das musst du ohnehin nicht, antwortete Bones wieder in diesem eisigen Tonfall. Aber so leicht kommt er mir nicht davon. Bones streckte die Hand aus und strich Max über die Wange. Ganz leicht nur. Aber Max fuhr zusammen, als hätte Bones sie mit dem Messer aufgeschlitzt. Bis bald, alter Freund. Ich kann's kaum erwarten. Annette gesellte sich zu uns. Ihre Champagnerfarbenen Augen blickten Max ruhig an. Im Augenblick war sie nicht die makellose Erscheinung, als die ich sie kannte. Ihr rotblonder Dutt hatte sich so gut wie aufgelöst und ihr perfekt geschnittenes marineblaues Kostüm sah ziemlich mitgenommen aus. Meine Güte, was für ein Tag, bemerkte sie. Typisch Annette. Was für ein Tag war das Einzige, was ihr zu diesem Horror einfiel. Schließ ihn ein, wies ich Cooper an. Er gehorchte und die Kapseltür schloss sich unter dem Klicken mehrerer Schlösser. Mir kam ein entsetzlicher Gedanke. Was ist aus Kalibors geworden? Sein Kopf ist da drüben, antwortete Bones und wies mit einem Nicken auf die Bäume. Der Rest von ihm liegt weiter hinten. Kalte Genugtuung überkam mich. Woher wusstest du, dass du herkommen musst? zweimal angerufen, um dir zu sagen, dass es länger dauern würde. Du hast dich nicht gemeldet. Deshalb bin ich sofort hergekommen. Als wir noch etwa anderthalb Kilometer entfernt waren, habe ich dich schreien hören. Wir haben den Wagen stehen lassen und sind ums Haus herum geschlichen. Da haben wir den einen Typen gefunden. Weil wir nicht wussten, wie viele noch drinnen sind, sind wir beide gleichzeitig durch das geschlossene Fenster gesprungen. Ich lachte. Du wärst wohl lieber weitergefahren, was? Das konnte ich mir in Richtung Annette nicht verkneifen. Ein feines Lächeln huschte über ihre Lippen. Eigentlich nicht, Schätzchen. Gerade habe ich ihn angerufen, fuhr sie mehr an Bones als an mich gewand fort. Er war fuchsteufels wild, als ich ihm erzählte, aber was Max sich geleistet hat. Er verstößt ihn offiziell aus seiner Sippe. Das war die schlimmste Strafe, die ein Vampir über ein Mitglied seines Clans verhängen konnte. Kein Vampir würde mehr für Max einstehen, wenn ihm etwas zustieß. Mir hat Max auch gesagt, Ian hätte von nichts gewusst, fügte ich hinzu, obwohl ich Ian nicht besonders mochte. Er hat angeblich neue Freunde, dann versuchen wir heraus zu bekommen, wer Max bei der Planung des Anschlags geholfen hat und machen jeden Einzelnen kalt. Wir wohnten auf einem Hügel in einem großen Blockhaus mit kugelsicheren Fensterscheiben und einem atemberaubenden Ausblick auf die Blue Ridge Mountains. Es war so abgelegen, dass wir unseren Nachbarn bestimmt nie über den Weg laufen würden und sich auch niemand über den Helikopterlandeplatz und den Hangar im Vorgarten das Maul zerreißen musste. Annette fuhr mit Don zum Stützpunkt, um wie geplant Tate beizustehen. Bones wollte sie allerdings nicht begleiten. Meinem Onkel teilte er mit, dass für ihn jetzt andere Dinge im Vordergrund standen, was Don einsah. Nach allem, was Max gesagt hatte, schwebte ich im Augenblick in größerer Gefahr als er. Als ich die Tür öffnete, kam mein Kater und strich mir um die Beine. Meine Mutter war noch nie in unserem gemeinsamen Haus gewesen, aber ich hatte es so eilig, mir das Blut abzuwaschen, dass ich sie nicht herumführen konnte. Hier ist das Gästezimmer, sagte ich und brachte sie die Treppe hinunter. Ein paar Klamotten sind auch drin, also bedien dich ruhig. Ich nehme erst mal eine Dusche. Bones folgte mir nach oben. Ich konnte die blutigen Klamotten nicht schnell genug loswerden. Auch Bones streifte sein blutiges Hemd und die Hose ab. Dann gesellte er sich zu mir unter die Dusche. Erst war das Wasser eiskalt. Um diese Jahreszeit dauerte es immer ein paar Minuten, bis es die richtige Temperatur hatte. Ich zitterte und Bones schloss mich in die Arme. Aber selbst als Leben. Meine Stimme war leise. Bones nahm mich fester in den Arm. Jetzt bist du in Sicherheit, Kätzchen, und so etwas wie heute wird nie wieder passieren. Das verspreche ich dir. In diesem Fall würde Bones wohl zum ersten Mal ein Versprechen nicht halten können. Hier ging es nicht nur darum, dass mein Vater sich an mir bzw. meiner Mutter rächen wollte. Irgendjemand bezahlte und unterstützte ihn. Stellte sich die Frage, wer? Ich behielt meine Gedanken allerdings für mich. Bones hatte recht, im Augenblick war ich in Sicherheit und er war hier. Nichts anderes zählte, vorerst zumindest. Wir waren erst eine knappe Stunde daheim, da tauchten schon Juan und Cooper auf, als zusätzlicher Schutz für mich. Bis an die Zähne bewaffnet mit Silbermessern, Pistolen und Silbermunition. Dann kam Bones Schutztruppe in Gestalt dreier Vampire, die ich noch nie gesehen hatte. Der erste hieß Rattler und erinnerte mich an den jungen Samuel Elliott. Der zweite nannte sich Zero und sah mit seinem langen weißblonden Haar und den gletscherblauen Augen fast wie ein Albino aus. Ganz im Gegensatz zu TikTok mit seiner dunklen Haut, den kohlrabenschwarzen Haaren und Pfeffer verpasst. Als nächster traf Spade ein, beziehungsweise Charles, wie Bones ihn nannte. Dann kam Rodney der Ghoul. Als er seine Kochkünste unter Beweis stellte, schloss Juan ihn sofort ins Herz. Ich wollte nichts essen und ging ins Bett, schlief aber nur unruhig. Kurz nach zwölf Uhr mittags kreuzte Don auf. Ich saß zusammen mit Juan, Cooper, meiner Mutter und Bones am Küchentisch, als mein Onkel hereinkam. Ich war ziemlich überrascht, ihn zu sehen. Eigentlich hatte er alle Hände voll damit zu tun, die Verlegung des Stützpunktes zu organisieren. Weiß dein Boss, dass du blau machst? fragte ich ihn. Don quittierte meine Bemerkung mit einem nüchternen Lächeln. Ich kann nicht lange bleiben, aber ich wollte ein paar Dinge mit leichte Anfangsschwierigkeiten miteinander gehabt, doch meine Mutter und Don waren meine einzigen Verwandten. Willst du was frühstücken? erkundigte ich mich bei Don und wies mit einer Handbewegung auf die vielen abgedeckten Speisen am Herd. Hat alles Rodney gemacht? Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Essbares im Haus habe. Don bedachte die Gerichte mit einem skeptischen Blick, der Rodney zum Lachen brachte. Alles rein vegetarisch nach gulischen Begriffen, versicherte er Don, nur Zutaten, die man auch in jedem Supermarkt finden würde. Don nahm etwas und stellte den Teller vor sich auf den Tisch. Ich sah zu, wie er einen ganz kleinen Bissen versuchte, schluckte und sich dann eine größere Portion auf die Gabel lud. Rodney war eben ein ausgezeichneter Koch. Bones Handy klingelte. Er entschuldigte sich und ging ins Nebenzimmer, wo ich ihn mit leiser Stimme reden hörte. Bones kam zurück und klappte das Handy zu. Seine Schultern wirkten plötzlich verspannt. Was ist denn? Wollte ich wissen. Ich muss heute Abend noch wegkätzchen, aber es ist nichts Ernstes. Mit wem hast du telefoniert und was genau ist los? Bones schien seine Worte sorgfältig zu wählen. Mein Anherr Mencheres hat angerufen. Er hat sein Kommen angekündigt. Ich seufzte. Mach es nicht so spannend Bones. Wohin will er kommen? Was passiert nachher? Alle anderen Vampire taten, als hätten sie plötzlich großes Interesse an unserem Mobiliar. Bones machte ein undurchdringliches Gesicht. Ich ersuche alle Vampire aus meiner und Ians Sippe sowie anderer bedeutender Clans, Max Folterung beizuwohnen. Ich stutzte. Du trommelst Gott und die Welt zusammen, nur um meinen Vater öffentlich fertig zu machen? Wer auch immer Max und Kalibos unterstützt hat, hatte keine Angst vor dem, was ich tun würde, wenn du gefoltert, ermordet und zerstückelt würdest. Es gibt also offensichtlich Leute, die das alles nicht kümmert. Aber bald wird jeder sehen, was denen widerfährt, Spiel zur Abschreckung für andere. Aber wenn du Max heute Nacht umbringst, Bones, zögerst du einen weiteren Anschlag nur hinaus, selbst wenn du ihn vorher buchstäblich durch die Hölle gehen lässt. Denn du wirst nicht erfahren, wer noch in die Sache verwickelt ist, und das solltest du wissen, wenn du verhindern willst, dass so etwas noch einmal geschieht. Richtig, pflichtete Bones ihm bei, aber ich werde Max nicht umbringen. Ich werde ihn am Leben lassen und den Ausdruck grausame und unübliche Bestrafung neu definieren. Töten werde ich Max erst, wenn er völlig am Ende ist, und bis dahin wird er vermutlich jahrelang täglich leiden müssen. Ich für meinen Teil hoffe, es dauert Jahrzehnte. Auf Bones unbarmherzige Worte hin wurde Dons Gesicht aschfall. Rodney, Spade und die drei anderen Vampire wirkten unbeeindruckt. Meine Mutter starrte Bones an. Dann lächelte sie. Also, das muss ich mir ansehen. Du bist ja wohl, begann ich, aber Bones hob die Hand. Warte, Kätzchen, das ist eine Sache zwischen deiner Mutter und mir. Justina, falls du kommst, bist du die einzige Sterbliche dort, das ist dir hoffentlich klar. Beleidigen darfst du lediglich den Delinquenten. Schaffst du das? Meine Mutter warf ihr Haar zurück. Darauf habe ich lange gewartet. Ich schaffe das. Hand drauf. Bones schlug ein und so berührte sie zum ersten Mal aus freien Stücken einen Vampir. Zu ihrer Ehrenrettung sei gesagt, dass sie die Hand hinterher nicht an ihrer Kleidung abwischte. Also abgemacht. Juan oder Cooper, einer von euch muss auch mitkommen. Ihr könnt den anderen Team Mitgliedern berichten, was sie erwartet, wenn sie je Lust verspüren sollten, Cat zu hintergehen. Don, du gehst nicht hin. Du musst der Bestrafung deines Bruders nicht beibohnen. Oh, dachte ich gerade, doch da war meine Mutter auch schon aufgesprungen. Max ist dein Bruder? warnte sie sich in ätzendem Tonfall an Don. Der zuckte mit keiner Wimper. Ja, seinetwegen habe ich meine Abteilung gegründet. Ich wollte meinen Bruder und seine Artgenossen töten. Selbst meine Nichte habe ich dazu missbraucht und ihr verschwiegen, wer ich bin. Bones hat sie aufgeklärt, als er dahinter gekommen ist. Mutig von ihm so etwas in einem Raum voller Untoter zu sagen. Spade warf Don einen entrüsteten Blick zu, während Rodney sich nur die Lippen leckte. Als du Catherine gefunden hast, war dir also bereits klar, dass sie deine Nichte ist? hakte meine Mutter ungläubig nach. Don seufzte. Ich hatte die Anzeige wegen Vergewaltigung gelesen, die du in der Nacht erstattet hast, in der Max dir begegnet ist. Anhand deiner Beschreibung wusste ich, dass er der Täter war. Und dann hast du ein Kind mit seltsamen genetischen Anomalien zur Welt gebracht. Ja, ich habe die ganze Zeit über gewusst, dass Cat eine Halbvampirin ist und meine Nichte. Meine Mutter lachte bitter. Wir haben sie also beide ausgenutzt. Der Vampir dort hat sie besser behandelt als ihre eigenen Familien Angehörigen. Bones zog die Brauen hoch. Ich komme heute Abend auch mit, sagte ich, als mir auffiel, dass Bones mich gar nicht eingeladen hatte. Sein Gesichtsausdruck wurde hart. Nein, Kätzchen, auf keinen Fall. Ich konnte es nicht fassen. Ich bin es, die zusammengeschlagen, angeschossen, aufgeschlitzt und angesenkt worden ist. Schon vergessen? Du bleibst da. Bones schüttelte den Kopf. Da ging mir ein Licht auf. Er glaubte, ich wäre zu zart beseitet, um den Anblick ertragen zu können. Seit meinem sechzehnten Lebensjahr steckte ich buchstäblich bis zum Hals in Blut und Gedärmen und plötzlich musste man mich vor der grausamen Seite der Untoten beschützen. Bones, ich bin nicht der Dinge, die ich am meisten an dir schätze, Kätzchen, aber in diesem Fall würde es unserer Beziehung schaden. Du bleibst hier und damit basta. Ich traute meinen Ohren nicht. Kränkung und Zorn kämpften in mir um die Oberhand. Soll ich dir mal sagen, was ich an dir immer so geschätzt habe? fragte ich. Ich fühlte mich verraten und verkauft. Dass du zu sein, dass ich schon für Max war. Du willst dein Blutbad ohne mich stattfinden lassen? Schön! Aber was auch immer ich dabei zu sehen bekommen hätte, wäre für unsere Beziehung weniger schädlich gewesen als das, was du gerade getan hast. Kätzchen, rief Bones und streckte die Arme nach mir aus. Ich rauschte an ihm vorbei nach oben. Rattler bemerkte flüsternd, man müsste mir Zeit geben, mich abzureagieren und Don gab hüstelnd vor, noch ein paar Telefonate führen zu müssen. Nur Bones sagte nichts und kam mir auch nicht hinterher. Ich war den Rest des Tages eingeschnappt, verschanzte mich in meinem Zimmer und wollte mit niemandem reden. Bones kümmerte sich nicht um mich. Er unternahm nicht einmal den Versuch, zu mir heraufzukommen. Als es schließlich dunkel wurde, fand ich, dass ich genug geschmollt hatte. Ich ging nach unten. Rodney hatte Abendessen gemacht. Don, der zusammen mit meiner Mutter am Tisch saß, schenkte mir ein unterkühltes Lächeln. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, ob wir Rodney als Teamkoch einstellen sollen. Meiner Meinung nach würde das die Leistung der Männer um 30 Prozent steigern. Bones stand draußen auf der Veranda. Ich wandte den Blick ab. Wo wir gerade vom Team sprechen, wo ist eigentlich der neue Stützpunkt? Tennessee, der alte CIA-Bunker. Ein paar Renovierungsmaßnahmen sind zwar noch nötig, aber so in ein, zwei Wochen dürften wir den Betrieb wieder aufnehmen können. Wann brichst du auf? Heute Abend noch. Don nickte meiner Mutter zu. Du kannst ebenfalls dort wohnen. Der Umzug von Randy und Denise ist auch schon über die Bühne. Könnte ja immerhin sein, dass Max herausgefunden hat, wo sie wohnen. Gott, daran habe ich noch gar nicht gedacht, rief ich. Wie hatte ich bloß vergessen können, an die Sicherheit meiner besten Freundin und ihres Mannes zu denken? Rodney setzte meiner Mutter und mir jeweils einen vollen Teller vor. So fasziniert ich auch davon war, meine Mutter etwas essen zu sehen, das ein Ghoul zubereitet hatte, riss ich mich schließlich doch los. Ich komme nachher mit dir zum neuen Stützpunkt. Die ganze Zeit über war Bones auf der Veranda hin und her getigert und hatte in sein neues Handy gesprochen. Don warf einen vielsagenden Blick aus dem Fenster und sah mich dann an. Hältst du das wirklich für klug? Wenn du mich nicht feuerst, komme ich mit, ich ignorierte das leise Fluchen draußen. Don breitete die Hände aus. Du wirst natürlich nicht gefeuert. Die Männer freuen sich bestimmt, dich zu sehen. Zero, TikTok Rattler, ihr begleitet sie, sagte Bones. Er machte sich nicht die Mühe herein zu kommen oder lauter zu sprechen. Die Vampire hörten ihn auch so. Wie hast du es eigentlich geschafft, Tate an unseren neuen Standort zu verfrachten, erkundigte ich mich, ohne mich auch nur mit einem Wort zu meiner neuen Leibgarde zu äußern. Ich stellte es mir nicht einfach vor, einen vor Blutdurst rasenden, frisch erschaffenen Vampir zu verladen. Don hüstelte. Auf die einzig mögliche Art. In der Kapsel. Mir klappte die Kinnlade herunter. Er hätte drauf gehen können. Dons Gesichtsausdruck verdüstete stellen würde. Er ist wohlbehalten angekommen und wurde weggesperrt unter Annettes und Daves Aufsicht. Annette meint, er hätte sich bereits besser unter Kontrolle. Tates Verwandlung lag noch keinen ganzen Tag zurück. Wow! Bones kam rein. Um nicht aufsehen zu müssen, konzentrierte ich mich auf mein Essen. Als ich fertig war, stellte ich meinen Teller in die Spülmaschine und machte mich auf den Rückweg in Auf halber Treppe blieb ich stehen. In Bones ausgestreckter Hand funkelte etwas. Willst du den wieder haben? Ich sah auf meine linke Hand hinunter und spürte brennende Scham in mir aufsteigen. An meinen Ring hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ich konnte mich nicht ständig damit herausreden, gefoltert und fast umgebracht worden zu sein. Kein Wunder, dass Bones mich wie ein dummes Görber handelte. Ich benahm mich ja auch so. Danke, sagte ich und sah ihm in die Augen. Natürlich will ich ihn wieder haben. Ich war zwar stinkwütend darüber, dass er mich heute Nacht nicht dabei haben wollte, doch mein Zorn würde nicht ewig anhalten. Auf Bones Gesicht erschien fast so etwas wie ein Lächeln. Das freut mich. Er kam die Treppe herauf. Ich streckte die Hand aus, doch statt mir den Ring einfach zu geben, steckte Bones in mir an den Finger. Seine kühle Haut auf meiner, das vertraute Prickeln seiner Energie, all das ließ in mir den sehnlichen Wunsch aufkommen, mich ihm in die Arme zu werfen und die Welt um uns herum zu vergessen. Aber im Augenblick ging es um so viel mehr als um uns beide und unsere Gefühle. Ich gehe jetzt, Kätzchen. Don wird mir sagen, wo du zu finden bist. Ich hole dich ab, wenn's vorbei ist. Ich ließ meine Hand aus seiner gleiten. Wann genau? Vor Morgengrauen. Es war noch nicht einmal acht Uhr abends. Bones hatte einiges für Max geplant. Er atmete tief ein. Vielleicht versuchte er meine Gefühlslage zu erschnuppern. Ich liebe dich, sagte er Worte erwidern würde. Mit einem kurzen Blick nahm ich meinen neuen Arbeitsplatz in Augenschein. Gemütlich. Für einen Bunker? Hier sind wir nicht mehr so leicht zu bespitzeln, bemerkte Don. Von außen wirkt alles wie ein Privatflugplatz und unterirdisch ist auch noch jede Menge Platz. Wir renovieren jeden Tag ein bisschen, bis alles fertig ist. Rattler, Zero und TikTok sahen sich ebenfalls neugierig um. Don war über meinen Begleitschutz nicht gerade begeistert gewesen, wusste aber, dass es keinen Sinn hatte, sich mit Bones anzulegen. Rodney, Cooper und meine Mutter waren mit ihm aufgebrochen. Juan hatte verzichtet und sah sich nun ebenfalls den neuen Stützpunkt an. Wo ist das Team? erkundigte ich mich. Im vierten Untergeschoss. Gerade bauen sie den Hindernisparcours im neuen Trainingsraum immerhin war es mein mordlüsterner Vater gewesen, der herausgefunden hatte, wo unser alter Stützpunkt lag. Ich gehe mal runter. Damit ließ ich ihn allein, gefolgt von Juan und meinen drei untoten Wächtern. Zusammen mit dem Team wuchtete ich ein paar Stunden lang das schwere Inventar durch die Gegend, bis alles halbwegs ordentlich aufgebaut war. Plötzlich tauchte Don auf und winkte mich zu sich. Einen seltsamen Ausdruck im Gesicht. Was ist passiert? fragte ich ihn und sah kurz auf dem Handy nach, ob ich vielleicht irgendwelche Anrufe verpasst hätte. Nichts. Kommst du kurz zu mir ins Büro? Es gibt etwas, das du sehen solltest. Don ging einfach wieder nach oben, sodass ich ihm folgen musste. Meine drei Aufpasser ließen alles stehen und liegen und kamen hinterher. Mürrisch erreichte ich Dons Büro. Die Tür war geschlossen, aber ich riss sie auf und blieb wie angewurzelt stehen. Vor mir stand Tate. Tiefblaue, grün umrandete Augen sahen mich voll unterdrücktem Kummer an. Es war erst kurz nach Mitternacht, seine Verwandlung lag also erst knapp einen Tag zurück. Er hat seinen Durst so weit unter Kontrolle, dass wir ihn eine Weile frei herumlaufen lassen können, erklärte Annette. Rosafarbene Tränen traten Tate aus den Augen, während er mich anstarrte. Ich war es, der vorgeschlagen hat, Belinda als Lockvogel einzusetzen und das hatte ich fast das Leben gekostet. Es tut mir so verdammt leid. Ich wischte ihm die rosafarbenen Rinnsale vom Gesicht. Es ist nicht deine Schuld, Tate. Niemand hat damit gerechnet. Er ergriff meine Hand. Und dann die Sache mit Max. Ich musste mich selbst davon überzeugen, dass du wohl auf bist. Tate packte mich und drückte mich so heftig an sich, dass ich auf jeden Fall ein paar Blutergüsse davon tragen würde. Ihm war bestimmt noch nicht bewusst, wie viel Kraft er jetzt besaß. Tate, lass los, du erdrückst mich. Er ließ mich hastig los. Oh Gott, ich kriege aber auch gar nichts richtig hin. Mir war nicht entgangen, dass meine drei vampirischen Leibwächter Energien aufbauten, als wollten sie jeden Moment losschlagen. Lasst gut sein, beschwichtigte ich sie. Du solltest dich nicht so nah bei einem jungen Vampir aufhalten, erklärte mir Rattler. Das ist riskant. Tates Augen wurden grün. Wer zum Teufel sind die? Meine Leibwache, sie sollen auf mich aufpassen, bis Bones nachher selbst herkommen kann. Annette merkte auf. Nimmt Crispin sich heute Nacht Max vor? Ja, und er ist der Ansicht, ich würde es nicht ertragen zu sehen, wie er den großen bösen Vampir spielt. Der weißblonde Zero rückte näher an Täter ran. Verärgert fuhr ich ihn an. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Er wird mich nicht beißen, also mach die Mücke. Dein Zorn und dein Duft erregen ihn, erwiderte Zero in nüchternem Tonfall. Ich warf noch einmal einen Blick auf Tate. Seine Augen glühten smaragdgrün und seine Aura hätte bestimmt Funken gesprüht, wenn ich sie hätte sehen können. Vielleicht hatte Schneeweißchen doch nicht Unrecht. Ich würde ihr nie etwas tun, knurrte Tate. Nun mischte sich Don ein, der in den letzten paar Minuten kein Wort gesagt hatte. Dann geh zurück in deine Zelle und beweise es. Tate war bei ihm, bevor er sich bremsen konnte. Tief und witternd sog er die Luft ein und stieß sie durch die Nase aus. Du hast recht. Jeder in diesem Raum, der einen Puls hat, fängt allmählich an, richtig appetitlich zu riechen. Okay. Zurück in die Box. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Er rauschte an mir vorbei aus dem Zimmer und nahm noch einen langen tiefen Atemzug. Du riechst nach Milch und Honig, Cat. Ich werde versuchen, die ganze Nacht weiter zu atmen, für den Fall, dass noch etwas von deinem Duft an mir hängt. Oh Scheiße, warum musste er solche Sachen sagen? Tick Tocks Hand fuhr zu dem Messer an Rattler schüttelte nur den Kopf. Du wirst ein zweites Mal sterben, wenn du so weiter redest, Junge. Tate warf ihm einen kühlen Blick zu. Jetzt habe ich über Angst und damit machte er sich auf ins tiefste Untergeschoss, in dem seine Arrestzelle lag. Ich räusperte mich. Naja, dann hätten wir ja alle Peinlichkeiten um Schiff. Annettes Mundwinkel zuckten. Könnte ich kurz mit dir reden, bevor ich Tate Gesellschaft leiste? Ich zuckte mit den Schultern. Klar, was gibt's denn? Sie warf einen Blick in die Runde. Unter vier Augen? Gut, wir gehen in mein neues Büro. Meine drei Beschützer machten keine Anstalten uns zu folgen. Offenbar hielten sie Annette für ungefährlich. Sie wussten eben nicht, dass ich von allen hier Anwesenden am ehesten mit ihr Streit bekommen könnte. Annette ließ sich in einem der beiden Sessel nieder. Chris Pin lässt dich zu recht außen vor, Kat, auch wenn du ihm das offensichtlich übel nimmst. Ich verdrehte die Augen. Jetzt fang du nicht auch noch davon an. Sie sah mich an. Ich war vierzehn, als ich gegen meinen Willen mit dem widerlichsten Mann verheiratet wurde, der mir je untergekommen war. Eines Abends befahl er eines der Zimmermädchen zu uns ins Bett. Als ich mich ihm verweigerte, schlug er mich. Und er brachte immer wieder Frauen in unser Schlaf gemacht. Ein paar Jahre später lernte ich bei einer Herzogin einen jungen Mann kennen. Du kannst dir sicher denken, wen? Muss ich mir das anhören? unterbrach ich sie. Ich will mir keine schlüpfrigen Anekdoten mehr über Bones und dich anhören. Sie winkte ab. Nur Könige konnten sich damals scheiden lassen und Frauen waren nichts anderes als Gebärmaschinen. Ich wurde schwanger, nachdem ich sowohl mit Chris Pinn als auch mit Abbott geschlafen hatte. Und als ich niederkommen sollte, weigerte sich Abbott eine Hebamme zu holen. Es war eine Steißgeburt und ich Ebelschnur erdrosselt. Mein Ärger verflog. Selbst nach über 200 Jahren war der Schmerz in Ernettes Stimme unüberhörbar. Das tut mir leid, sagte ich aufrichtig. Sie nickte. Durch die Todgeburt wurde ich unfruchtbar und war monatelang krank. Chris Pinn päppelte mich heimlich wieder auf. Bald darauf wurde er wegen Diebstands verhaftet. Bei einem geheimen Treffen mit dem Richter nicht gehängt, sondern in die Kolonien nach Neu-Süd-Wales geschickt wurde. Nur so konnte ich mich für alles erkenntlich zeigen, was Chris Pinn für mich getan hatte. Danke. Das hatte ich noch nie zuvor zu Annette gesagt. Wir waren nicht besonders gut aufeinander zu sprechen, aber ohne sie hätte Bones das 18. Jahrhundert nicht überlebt. 19 elende Jahre vergingen. Eines Nachts klopfte es an der Tür unseres Schlafgemachs. Abbott öffnete und wurde rückwärts durch die Luft geschleudert. Der Eindringling streifte die Kapuze ab, und da stand Chris Pinn und sah keinen Tag älter aus als bei unserer letzten Begegnung. Dann brach er Abbott jeden einzelnen Knochen im Leib. Nachdem er meinen Mann umgebracht hatte, offenbarte Chris Pinn mir, was er geworden war, und stellte mich vor einer Wahl. Ich entschied mich für die Möglichkeit, die Chris Pinn mir anbot. Er verwandelte mich in eine Vampirin und ist seither mein Schutzherr. Sie unterbrach sich, um sich eine Träne wegzuwischen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Du bist stark, Cat, aber du bist nicht grausam. Chris Pinn ebenso wenig, es sei denn, er ist wütend oder sieht sich in einer Zwangslage. Du wärst entsetzt von dem, was du zu sehen bekämst, obwohl er nur seine Pflicht tut. Deine Liebe zu ihm sollte stark genug sein, um ihn gewähren zu lassen, auch wenn es dich deinen Stolz kostet. Sie erhob sich. Ich verstehe dich nicht, sagte ich schließlich. Warum willst du Frieden zwischen Bones und mir stiften? Vor nicht allzu langer Zeit hast du alles daran gesetzt, uns auseinander zu bringen. Auf dem Weg zur Tür blieb sie stehen. Weil ich ihn liebe? Ich kann ihn zwar nicht mehr haben, aber ich will trotzdem, dass er glücklich ist. Sie ging und ich brauchte noch ein paar Minuten für mich allein. Zehn Minuten nach Mitternacht landete der Helikopter. Bones stieg als erster aus. Dann kamen meine nur meine Mutter schien völlig unbeeindruckt zu sein. Catherine, du hast mir nie erzählt, dass alles an einem Vampir nachwächst, egal wie oft man es ihm abschneidet, waren ihre ersten Worte. Reizend. Ich muss wohl nicht fragen, ob du dich gut amüsiert hast, murmelte ich. Sie warfen mir einen missbilligenden Blick zu. Ich bin müde und will mich ein bisschen hinlegen. Ich Sie sah sich geringschätzig um. Darauf kann ich verzichten. Mom, zischte ich, es ist nur vorübergehend. Ich könnte mir ein Hotel suchen, beharrte sie. Und dich unter dem Namen einmieten, unter dem Max dich ausfindig gemacht hat? Schoss ich zurück. Nein, Don wird dir einen neuen Personalausweis und eine Unterkunft besorgen. Aber bis dahin kann sie bei mir wohnen. Das Angebot kam von Rodney. Ungefähr zwei Stunden von hier habe ich ein Haus. Ich bin nicht oft dort und sie wäre in Sicherheit, bis dein Onkel etwas anderes für sie gefunden hat. Ich seufzte. Danke für das Angebot, Rodney, aber Sie haben dort keine Leichenteile gelagert, oder? mischte sich meine Mutter ein. Rodney lachte. Nein, Justina. Kritisch musterte sie erst die Baracke und dann Rodney. Catherine, einer deiner Männer kann uns doch fahren, oder? Sie rauschte davon. Rodney folgte ihr, Bones sah den beiden nach. Die Frau macht mir Angst. Bones musterte mich nachdenklich. Bestimmt fragte er sich, ob ich gleich wieder anfangen würde, mit ihm zu streiten. Ich konnte seine Gründe, mich von Max Bestrafung auszuschließen, nicht nachvollziehen. Aber Annettes mahnende Worte klangen noch in mir nach. Ich würde die Sache mit ihm klären müssen, aber schmollen half nicht. Keine Ahnung, wie ich mich verhalten sollte. Ich hatte Bones noch nicht einmal richtig begrüßt. Ich vergrub die Hände in den Taschen und trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. Also ich ließ das Wort in der Luft hängen. Bones sah mich an. Besser als verpisst dich, nehme ich an. Ich weiß, warum du es getan hast, aber wir müssen einen Weg finden, um mit solchen Sachen klar zu kommen, sprudelte es aus mir heraus. Dem Gefühl, den anderen vor etwas beschützen zu müssen, mit dem er vermutlich nicht umgehen kann, meine ich. Vor ein paar Jahren glaubte ich, Don und meine Mutter wären zu viel für dich, also habe ich dich verlassen. Dabei hätte ich dir die Entscheidung darüber überlassen müssen, genau wie du heute mir. Bones stieß ein ungläubiges Schnauben aus. Du vergleichst diesen einen Abend mit den über vier Jahren Einsamkeit, die du mir beschert hast? Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg. Na ja, nein, was ich sagen will, ist, dass es aufs Gleiche hinausläuft, stammelte ich. Was ich getan habe, war dumm, und ich kann ehrlich behaupten, dass ich es wahnsinnig bereue. Aber heute Abend hast du mir keine Wahl gelassen, Bones. Ich unterbrach mich, holte tief Luft und fuhr fort. Hättest du mich gebeten, wegzubleiben, statt es mir zu befehlen, wäre ich einverstanden gewesen. Ich hätte dich zwar für überängstlich gehalten, wäre mir aber nicht vorgekommen wie ein kleines dummes Gör. Bones warf mir einen frustrierten Blick zu. Ich halte dich keineswegs für ein kleines dummes Gör. Er fing an, hin und her zu tigern. Ich sah ihm schweigend zu. Ich bin es leid, dass du immer die starke markieren musst, sagte er. Meinetwegen hast du damals den Lockvogel für lüsterne Mädchenhändler gespielt. Du musstest mit dem Auto in ein Haus donnern, deine Mutter zu retten, besudelt vom Blut deiner Großeltern. Du hast den Job bei Don angenommen, der dich ständig in Lebensgefahr bringt, alles meinetwegen. Er packte mich bei den Schultern. Ich habe es einfach satt mit ansehen zu müssen, wie du dich ständig gezwungen siehst, mir deine Stärke zu beweisen. Heute bei Max schon wieder. Begreifst du das denn nicht? Ich legte meine Hände auf seine. Ich würde auch Jagd auf Vampire machen, wenn ich dir nie begegnet wäre, Bones. Einen endlosen Augenblick lang schwieg er. Dann nickte er kurz. Also schön, Süße, das nächste Mal überlasse ich dir die Entscheidung. Ich drückte seine Hände. Und ich verspreche Begreiften. Wie es aussieht, muss ich zuerst zu meinem Wort stehen. Max hat uns verraten, wie der Typ heißt, der ihm die Panzerfaust verkauft hat, mit der er deinen Wagen in die Luft jagen wollte. Weißt du, wo er jetzt ist? Ja. Kalte Vorfreude stieg in mir auf. Ich komme mit. Bones Gesichtsausdruck nach hatte er keine andere Reaktion erwartet. Morgen. Ich reiste 1,5 Kilometer entfernt verhandelte Dave über den Kauf von 300 Boden-Luftraketen, 500 Granaten und drei hochpotenten Sprengstoffen. Er spielte den Kontaktmann und seine Zeit beim Militär half ihm beim Fachsimpeln mit den abgefeimten Waffenschiebern. Niemand im Van sprach. Wir selbst konnten jedes Wort der Verhandlungen hören, was bedeutete, dass alle Untoten, die ihre Ohren in unsere Richtung gespitzt hatten, uns ebenfalls hätten belauschen können. Cooper und Juan überprüften noch einmal ihre mit Silber geladenen Maschinengewehre. Wir waren aus gutem Grund nur so wenige. Wir wollten nicht auffallen. Spade war ebenfalls mit von der Partie und kaute an seinen Fingernägeln herum, während die Zeit verging. Er trug keine Waffe bei sich. Meistervampire wie Bones und er hatten so etwas nicht nötig. Der neue kugelsichere Spezialanzug, den ich trug, kratzte unter meiner Kleidung. Er war dünn und flexibel und bedeckte alle lebenswichtigen Organe. Cooper und Juan trugen ihn ebenfalls. Einen Scheißdreck zahle ich dir. Das ist nicht die Ware, auf die wir uns geeinigt hatten, sagte Dave gerade. Was soll ich meinem Klienten sagen? Vielleicht zünden die Dinger, vielleicht aber auch nicht, mit Allers Hilfe, wird's schon klappen. Verpisst euch, ihr blöden Stümper. Man hörte hastige Schritte. Augenblick noch, vielleicht können wir uns ja einigen, plapperte der aufgeregte Verkäufer, bevor ihm ein lachendes Wort abschnitt. Bones neben mir erstarrte und auch Spade merkte auf. Das musste unsere Zielperson sein. Harrison, ich übernehme, mischte sich eine kühle Stimme ein. Wir schoben die Tür des Vans auf und kletterten leise hinaus. Spade Übrigen würden erst nachkommen, wenn der Kampf schon begonnen hatte. Wer sind sie? erkundigte sich Dave verärgert. Ich bin Domino, der Boss, war die eisige Antwort. Die Qualität unseres Musters war ein Test. Manchmal geben sich verdeckte Ermittler als Käufer aus und die können eine Bombe nicht von einem Bauklotz unterscheiden. Sie allerdings sind Profi, obwohl ich hatte einen offen misstrauischen Unterton. Dave brummte. Also dann Logan bring die anderen Kisten her. Bring bis hinter uns. Domino verstummte knapp vor der Explosion. Er musste sie gespürt haben, bevor die beiden Bomben im Lagerhaus hochgingen. Geschützfeuer und Geschrei zeigten, dass drinnen mehr Leute waren als erwartet. Juan, Cooper und ich sprinteten auf das Gebäude zu, aus dem nun Flammen in die Nacht schlugen. Unsere in der Dunkelheit ratternden Maschinengewehre lenkten die Aufmerksamkeit der Wachen auf uns, während Spade und Bones ihr blutiges Handwerk ausübten. In dem ganzen Gemetzel musste Dave vor allem verhindern, dass Domino umkam oder abhaute. Juan hatte ein raubtierhaftes Grinsen auf dem Gesicht, während wir die Verteidigungslinie der Gegner durchbrachen. Als ich nahe genug war, warf ich das Maschinengewehr weg und griff zu meinen Lieblingswaffen. Die Silberklingen hagelten auf die etwa zwei Dutzend verbliebenen Kämpfer ein. Ein Vampir sprang mich von hinten an. Ich rang mit ihm, hielt seine schnappenden Fänge auf Abstand. Als ich in meinen Dolch ins Herz stieß, machte er ein ungläubiges Gesicht, bevor seine Visage zu verschrumpeln begann. Der nächste Angreifer war ein Mensch, der direkt in meine Richtung zielte. In der Luft ein Rad schlagend wich ich den Kugeln aus und riss ihm die Waffe aus der Hand. Ein kurzes Rattern und er lag tot am Boden. Dominos Männer schossen wild um sich, sogar auf die eigenen Leute, während wir unseren Angriff unbeirrt fortsetzten. Aus der Lagerhalle drang ebenfalls schossen hatte. Doch Domino begann sich zu wehren. Dave donnerte seinen Schädel aufs Pflaster, das er brach. Die Heilung würde wohl etwas dauern. Bald darauf wurde alles still. Die Gegenwehr war fast erloschen und die Überlebenden ergaben sich. Ich wählte Dons Nummer und teilte ihm mit, dass er die Polizei fernhalten sollte, falls die Explosionen sie auf den Plan gerufen hatten. Über mir hörte ich plötzlich ein Zischen, als Bones vor mir landete. Er sah mich an und richtete seinen Blick dann auf den Vampir, den Dave niederhielt. Weißt du, wer ich bin? Spade stellte Domino mit eisernem Griff auf die Füße. Der funkelte Bones an. Nein, was soll das? Eine eiskalte Lüge. Bones lächelte. Du willst, dass ich die Wahrheit mit Gewalt aus dir raushole? Bitte. Selbst ich war verblüfft über Bones sofortige Reaktion. Schon hielt er zwei abgerissene Beine in den Händen. Igitt. Dominos Schreie gelten durch die Nacht. Kennst du mich immer noch nicht, mein Freund? Ich kenne dich, wusste aber nicht, wofür die Panzerfaust war. Ich schwöre bei kein, brüllte Domino. Bones dunkle Brauen hoben sich. Wer hat dich bezahlt? Domino starrte seine vor ihm auf dem Boden liegenden Beine an. Versprich mir, dass du mich nicht umbringst, dann sage ich dir alles. Das willst du nicht wirklich, antwortete Bones sanft. Egal, du wirst mir sagen, was ich wissen will. Verzweiflung und bittere Resignation spiegelten sich in Dominos Gesicht. Das Geld wurde überwiesen, von wem sollte, aber das Geld kam nicht von ihm und er hat irgendwas von einer Frist gesagt. Zurück zu der Überweisung, sagte Bones. Du wirst mir all deine Kontonummern sagen und dazu noch, wo du deine Waren lagerst. Domino wehrte sich gegen Spade, aber der war zu stark. Nimm das Geld vom Konto für die Panzerfaust, aber lass mir den Rest. Bones lachte leise. Ich werde dir nicht nur das Leben, sondern auch deinen letzten Cent nehmen. Darauf gab Domino alles preis. Bones machte sich Notizen, dann fasste er sanft Dominos Kopf mit beiden Händen. Eine Berührung, die im krassen Gegensatz zu seiner eigentlichen Absicht stand. Also mein Freund, falls du irgendetwas ausgelassen oder mich angelogen hast, wirst du nicht mehr da sein, wenn ich sohn und ich hätte keine Skrupel, all meinen Zorn an ihm auszulassen. Ich frage dich also ein letztes Mal. War das alles? Domino starrte vor sich hin. Meinem Sohn wird nichts bleiben. Bones lächelte. Doch sein Leben, solange er nicht in der Sache drinsteckt oder sich zu rächen versucht, bleibt er verschont. Letzte Chance. Domino leierte in resigniertem Tonfall drei weitere Kontonummern herunter. Kluge Entscheidung, bemerkte Bones als Domino fertig war. Wenn du die Wahrheit gesagt hast, ist dein Sohn vor mir und den meinen sicher. Irgendwelche letzten Worte? Du bist ein Arschloch! Bones zuckte mit den Schultern. Weiß ich. Zwei kräftige Drehungen später war alles vorüber. Obwohl wir uns fieberhaft bemühten, über die Konten den mysteriösen Geldgeber ausfindig zu machen, standen wir am Ende mit leeren Händen da. Zwei Wochen später klingelte Bones Handy. Es war Mencheres, Bones vampirischer Großvater. Bones Züge verhärteten sich, während er lauschte, schließlich legte er auf. Und? bohrte ich. Mencheres beordert mich zu sich. Er will mir einen Vorschlag machen. Ein kalter Schauder lief über meinen Rücken. Was konnte Mencheres so Wichtiges mit Bones zu besprechen haben, dass er sich persönlich mit ihm treffen sollte? Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Mencheres öffnete die Tür und ich zitterte, als seine Aura über mich hinweg spülte. Seine Gesichtszüge wiesen ihn als Ägypter aus. Er war bestimmt über 2000 Jahre alt, wirkte aber keinen Tag älter als 25. Die Villa war dreimal so groß wie unser Haus und stand auf einem riesigen Grundstück. Bei uns zufolge beherbergte Mencheres eine ganze Dienerschar aus Vampiren und Ghulen sowie einige seiner Sippenmitglieder mitsamt ihren Blutspendern auf dem Anwesen. Dennoch schienen wir, abgesehen von seinen Wachhunden, völlig allein mit ihm zu sein. Mencheres führte uns in einen hübschen, maskulin anmutenden Salon. Butterweiche Ledersofas, Steinkamin, Parkettfußboden und handgewirkte Teppiche. Einer der Hunde ließ sich zu Mencheres Füßen nieder. Bones nahm mit einer Hand das ihm gereichte Glas, mit der anderen hielt er die meine. Schmeckt dir der Whisky, erkundigte sich Mencheres. Dank seiner telepathischen Fähigkeiten hatte Mencheres meine innere Ungeduld längst bemerkt. Kühle Finger schlossen sich um meine. Da platzte mein Geduldsfaden. Es ist nicht meine Art lange um den heißen Brei herumzureden. Mencheres hat einen Grund, uns hierher zu beordern und dabei geht es ja wohl nicht um die Qualität seines Whiskys. Bones 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 tippte Züge Züge Werden 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 unsere Verbindung besiegeln Sprich bis dahin nur mit deinen engsten Vertrauten darüber. Mit diesen Worten löste er sich von Bones und schenkte mir ein eisiges Lächeln. Das Anwesen, in dem die Versammlung zu Ehren der Verbindung zwischen Bones Sippe und seiner stattfand, gehörte Mencheres. Als Bones Meister war Ian natürlich auch zu den Festlichkeiten eingeladen. Ebenso wie alle direkten Nachfahren von Bones über 200 Vampire, die Gule, bei deren Erschaffung er mitgewirkt hatte, nicht eingerechnet. Um die Wichtigkeit der neuen Verbindung zu unterstreichen, waren auch einige bedeutende Meister anderer Sippen zugegen und nicht alle von ihnen waren freundlich gesinnt. Fast alle Anwesenden standen. Auf den wenigen Sesseln und Sofas wagten nur die ganz hohen Tiere Platz zu nehmen. So viele Untote hatte ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Unsere Elite Wacheinheit bestand aus Spade, Tick-Tock, Rattler, Zero und noch etwa einem Dutzend anderer mir halbwegs vertrauter Vampire. Ihre Namen waren mir zwar entfallen, dafür waren ihre Energien umso präsenter. Als wir die erhöhte quadratische Plattform betraten, kam ich mir vor wie in einem Boxring. Mencheres und Bones Leute standen sich gegenüber. Niemand sprach. Dann trat Mencheres in die Mitte und wandte sich den erwartungsvollen Gesichtern im Publikum zu. Er trug eine weiße ägyptische Tunika, um die Hüfte einen Gürtel aus Gold. Weitere Goldringe schlangen sich um seine Oberarme. Mit seinem langen, dunklen, offenen Haar, das nur von einem Lapislazuli-Reif aus der Stirn gehalten wurde, sah er aus, als wäre er eben einem antiken Fresco in einem Pharaonengrab entstiegen. Ich hätte fast schwören können, dass er tatsächlich auf einem Fresco in irgendeinem Pharaonengrab abgebildet war. Ihr alle seid hier versammelt, um zu bezeugen, wie ich mich einem Bund verschreibe, der nur durch den Tod aufgehoben werden kann. Ich gelobe, dass von dieser Nacht an Bones Leute auch meine Leute sind, so wie meine Leute die Seinigen sein werden. Zum Beweis meiner Aufrichtigkeit soll dieser Pakt mit meinem Blut besiegelt werden. Sollte ich ihn je brechen, soll es auch zu meiner Strafe fließen. Crispin, der du dich Bones nennst, nimmst du mein Angebot an, unsere beiden Sippen zu vereinen? Bones drückte noch einmal meine Hand, dann trat er neben den Vampir. Ja, ich nehme es an. Mencheres legte eine Pause ein. Wie willst du deine Aufrichtigkeit unter Beweis stellen? Bones antwortete mit fester Stimme, mit meinem Blut. Es soll auch zu meiner Strafe fließen, wenn ich unseren Pakt je breche. Jetzt kam das Wesentliche, die Machtübertragung. Die auf der Plattform versammelten, zeigten sich nicht überrascht, als Mencheres auf den traditionellen blutigen Handschlag verzichtete und sich und sich stattdessen über Bones Hals beugte. Im Publikum aber entstand Unruhe. In der dritten Reihe hörte ich Ian hundsgemein fluchen. Es blieb nicht bei Ian. Aus der Menge meldeten sich weitere unzufriedene Stimmen, vermutlich diejenigen, die gehofft hatten, eines Tages selbst an Bones Stelle zu sein. Mencheres trank ungerührt weiter an Bones Hals. Als er schließlich von ihm abließ, sah ich, dass Bones ein kleines bisschen wackelig auf den Beinen war. Wird ein Vampir ausgesaugt, macht ihn das schwächer, und wie es aussah, hatte Mencheres ordentlich zugelangt. Mein Wort besiegelt mit meinem Blut, krächzte Bones, aus freien Stücken gegeben und angenommen. Als nächster neigte Mencheres den Kopf, und Bones grub die Zähne in die dargebotene Kehle des Vampirs. Etwas in der Atmosphäre veränderte sich. Statische Elektrizität schien von den beiden Gestalten in der Mitte der Plattform auszugehen. Das war sie also, die Machtübertragung. Bones hatte mir erzählt, Mencheres müsse die Energie aus seinem Blut heraus zwingen. Man konnte sie ihm nicht einfach stehlen, indem man ihn aussaugte. Vor meinen Augen begann die Haut des ägyptischen Vampirs von innen heraus zu leuchten, als wollten Sterne aus ihr hervorbrechen. Bones trank noch immer, ignorierte alles um sich herum und begann allmählich wieder sicherer auf den Beinen zu werden. Mir war klar, dass Mencheres Blut ihn nicht näherte, sondern ihm mit jedem Zug pure Macht einflößte. Die glitzernden Sterne auf Mencheres Haut übertrugen sich nun auf Bones. Der Anblick war wundervoll und beängstigend. Mit einem Blumen in der Luft, das sich in Sekunden Bruchteilen zu einem donnernden Lärm steigerte. Instinktiv hielt ich mir die Ohren zu, während Bones rückwärts taumelte und erschlaffte. Ich stürzte nach vorn, fing ihn auf und ließ ihn langsam zu Boden gleiten. Mencheres erging es nur unwesentlich besser. Zwei seiner Männer ergriffen ihn, als ihm der Kopf auf die Brust sank und er zu schwanken begann, als wäre er nur noch knapp bei Bewusstsein. Ich hielt Bones auf meinem Schoß umarmt. Unsere Eskorte bildete einen schützenden Kreis um uns und gab der Menge in knappen Worten zu verstehen, dass jeder, der sich uns näherte, getötet würde. Das war keine Übertreibung. All unsere Wachen waren mit Silber bewaffnet, ich angenommen, murmeln und seine Zähne in den Hals des Sterblichen schlagen konnte, der ihm zu diesem Zweck gebracht worden war. Ich sah nicht weiter zu, sondern streichelte Bones Gesicht, während ich darauf wartete, dass er wieder zu sich kam. Da bemerkte ich einen plötzlichen Energieschub. Mit einem Mal war nichts Vertrautes mehr an Bones. Die vibrierende Energie, die normalerweise von ihm ausging, war nicht einfach nur mehr geworden. Sie wuchs und wuchs, bis er sich anfühlte, als wollte es ihn in meinen Armen zerreißen. Im nächsten Augenblick schloss ich seine Hand um meine und es war, als wäre meine Faust in einer Steckdose gelandet. Verflucht noch mal, Süße, was für ein Unterschied, waren seine ersten Worte. Vorsichtig berührte ich ihn noch einmal. Alles okay mit dir? Er nickte und öffnete die Augen. Ja, ziemlich. Genau genommen ging's mir noch nie besser, außer wenn wir alleine waren. Schwein. Erleichtert stellte ich fest, dass er noch ganz der Alte war. Sein Energieniveau hatte sich vielleicht verändert, aber das war wohl auch schon alles. Hast du gerade Schwein zu mir gesagt? Ich erstarrte. Hatte ich das etwa laut ausgesprochen? Verdammte Scheiße, nein, hast du nicht, beantwortete er seine eigene Frage und sprang in einer geschmeidigen Bewegung auf. Grundgütiger, jetzt konnte er Gedanken lesen. Bones zog mich hoch und küsste mich. So viel ungezügelte Energie ging von ihm aus, dass es fast schmerzhaft war, als seine Zunge in meinen Mund glitt. Dann aber war es ein ziemlich gutes Gefühl. Ein Keuchen entfuhr mir, als er mich urplötzlich in den Hals biss. Mutter Gottes, mir wurden die Knie weich. Bones stützte mich, als mich im nächsten Augenblick alle Kraft verließ. Er brauchte jetzt die nähernde Wirkung menschlichen Blutes, und das war meines immerhin zur Hälfte. Es war nicht der Schock, von ihm gebissen zu werden, der mich in die Knie gehen ließ. Es lag an den machtvollen, erotisch aufgeladenen Wellen, die mich überliefen. So etwas hatte ich noch nie verspürt. Nur Sex mit ihm hatte bisher eine ähnlich intensive Wirkung auf mich gehabt. Bones löste den Mund von meiner Kehle, ließ mich aber nicht los, was gut so war, weil ich sonst umgekippt wäre. Was für ein Glück, dass er von mir abgelassen hatte, sonst hätte ich vor tausend Leuten einen Orgasmus bekommen. Schäm dich nicht, sagte Bones leise. So fühle ich mich immer, wenn ich von dir trinke. Wir sind hier gleich fertig, Kätzchen, die Formalitäten haben wir hinter uns. Er hatte noch den Arm um mich gelegt, als er sich Mencheres zuwandte. Die beiden Vampire tauschten noch einen Handschlag aus und wandten sich dann an die Menge. Unsere Allianz ist besiegelt, gab Mencheres feierlich bekannt. Bones fasste sich kurz. Die Party kann beginnen, Leute. Paranoid wie immer fürchtete Bones, einer der Gäste könnte Max mysteriöser Gönner sein und wich mir nicht von der Seite. Seine pulsierende neu gewonnene Kraft wirkte auf meiner Haut wie eine Liebkosung. Als allerdings nackte Sterbliche auftauchten und sich unter die Gäste mischten, erstarrte ich. Bones musste lachen, als er die Frage in meinem Kopf gelesen hatte. Das sind die Hors d'oeuvre, Kätzchen. Siehst du den Glitzerstaub, mit dem sie bepudert sind? Das ist eine ganz spezielle Mixtur, ebenfalls genießbar. Auch Gulle müssen essen. Ungläubig sah ich zu, wie eines der lebenden Häppchen eine Frau auf dem Schoß eines Vampirs Platz nahm und ihm den Hals darbot. Schließlich fand ich meine Sprache wieder. Das ist das ekligste Vorspeisenbuffet, das mir je untergekommen ist. Wie habt ihr die Leute dazu gebracht, sich für so etwas herzugeben? Hypnose? Er schnaubte. Ganz und gar nicht. Das sind alles Freiwillige, Schatz. Oh, sie waren also Abendessen und Unterhaltung zugleich. Wie hatte sich mein Leben doch verändert? Hier stand ich und veranstaltete zusammen mit ein paar anderen Vampiren einen netten Fick- und Futterabend zu Ehren von Bones Bündnis mit einem Mega-Meister- Blutsauger. Bones nahm meine Hand. Lass uns kurz abhauen, flüsterte er und drängte mich rückwärts in ein nahegelegenes Arbeitszimmer. Als wir die deckenhohen Bücherregale passiert hatten, betätigte er einen Hebel und ehe ich mich versah, standen wir in einem engen, finsteren Durchlass. Geheimgang, witzelte ich, das ist ja richtig abenteuerlich. Er lächelte. Endlich allein. In der Decke war eine etwa einen Quadratmeter große Luke eingelassen. Die führt über den Speicher aufs Dach, erklärte er. Im Notfall ein schneller Fluchtweg, der Raum hat außerdem dicke Betonwände. Wir konnten also ungehindert reden. Du kannst jetzt meine Gedanken lesen, keuchte ich. Ich könnte dir jetzt sagen, dass ich dich nie belauschen würde, aber das wäre gelogen. Ich will alles von dir wissen, Kätzchen. Das, was du mir zeigst und das, was du vor mir zu verbergen suchst. Diskutieren war zwecklos. Ich dachte darüber nach, was sich womöglich sonst noch verändert hatte. Meine Augen und Ohren sind schärfer geworden, beantwortete Bones meine stumme Frage und natürlich meine Instinkte. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, murmelte ich. Bones sah mich forschend an. Ich habe mich nicht verändert, Süße, nur meine Fähigkeiten. Kannst du mir das glauben? Er hätte die Antwort auch gehört, wenn ich sie nicht laut ausgesprochen hätte. Aber ich tat es trotzdem. Ja. Bones verabreichte mir ein paar Tropfen seines Blutes, um auszugleichen, was er von mir getrunken hatte, und wir kehrten zu der fragwürdigen Feier zurück. Ich war so aufgedreht, als hätte ich eine ganze Packung Koffeintabletten gefuttert. Tate stand am anderen Ende des Saales. Er fing meinen Blick auf und rieb sich zweimal die Nase. Ich erstarrte. Das war unser übliches Zeichen, wenn es Ärger gab. Er drehte sich sofort wieder um, damit niemandem auffiel, dass wir uns gerade untereinander verständigt hatten. Jetzt kamen mir Bones neu erlangte telepathische Fähigkeiten gerade recht. Irgendetwas ist im Busch. Tate ist nervös. Wenn es einen Absperrmechanismus für die Bude gibt, wäre es jetzt an der Zeit, ihn einzusetzen. Bones näherte sich Mencheres. Dabei behielt er mich dicht bei sich. Vielleicht hatte auch Mencheres meine stumme Warnung gehört, denn er nickte knapp und deutete auf einen Wachposten in der Nähe. Und dann brach die Hölle los. Ein Vampir, der gerade auf uns zukam, explodierte. Dann stürzten drei weitere Selbstmordattentäter auf uns zu. Bones schleuderte mich quer durch den Raum in stürzte mich mit seinem Körper vor der plötzlichen Attacke der menschlichen und untoten Bomben überall um uns herum. Zwei lebende Häppchen gingen in die Luft wie Feuerwerkskörper und bespritzten die Umstehenden mit einer blutigen Masse. Ich lugte über Tates Schulter und trat um mich, als er sich mit vollem Körpereinsatz einen Weg aus der Menge bahnte. Lass mich verflucht noch mal los! Du verstehst das nicht, stieß Tate mühsam hervor und zog mir eins über, was mich so verblüffte, dass ich kurz aufhörte, mich zu wehren. Alle Ausgänge wurden von Vampiren aus Bones oder Männcheres Sippe bewacht, doch nach einem gebrüllten Befehl von Bones ließen sie uns durch. Als ich seine Stimme hörte, wurde ich vor Erleichterung ganz schwach. Wenigstens war er noch am Leben. Tate presste mir die Hand auf den Mund und nahm sie nicht einmal weg, als ich ihn biss. Er hörte erst auf zu rennen, als wir auf dem Rasen vor dem Haus angekommen waren. Lass meine Hand los, ich muss wieder rein, stieß er fast wütend hervor, als er mich absetzte. Was soll der Scheiß Tate? Glaubst du, ich würde einfach hier rumstehen, während drinnen Leute explodieren? Da ist noch eine Bombe, hier fliegt gleich alles in die Luft und ich habe keine Zeit für Erklärungen, fauchte er. Aber ich werde alle rausschaffen, selbst deinen vampirischen Lover. Wenn du Talisman siehst, schnapp ihn dir, er hängt mit drin, Cat. Er stürzte ins Haus zurück. Alles in mir wollte hinein und Bones vor der mich in all dem Chaos hören konnte. Meine Entscheidung fiel, als ich drei Gestalten über das Dach huschen sah. Ich griff sie mir in der Luft, als sie gerade vom Dach springen wollten. Den beiden weniger mächtigen Vampiren spickte ich die Brust mit Dolchen, während ich Talisman an der Hauswand den Schädel spaltete, was sie nicht umbrachte, aber betäubte. Als er wieder zu sich kam, bis er wie wild um sich. Talisman war ein Meistervampir und nicht gewillt, sich so leicht geschlagen zu geben. Ineinander verkrallt wälzten wir uns auf dem Rasen. Erst als ich ihm ein Messer ins Herz stieß, erstarrte er. Boshaft lächelnd gab ich und schlitzte sich auf diese Weise selbst das Herz auf. Ich hatte keine Zeit, lange über Talismans Selbstmord nachzudenken. Die Haustüren öffneten sich und Gruppen von Vampiren und Ghulen wurden vom Wachpersonal hinaus begleitet. Bones war nicht unter ihnen. Ich sah Annette in der Menge und packte sie. Wo ist Bones? Annette, sonst die Fassung selbst, machte einen ziemlich aufgelösten Eindruck. Er ist noch drinnen. Er will erst herauskommen, wenn alle seine Leute draußen sind und er sämtliche Übeltäter gefunden hat. Das wird er schön bleiben lassen, knurrte ich. Annette packte mich am Arm. Crispin hat mich angewiesen, dafür zu sorgen, dass du draußen bleibst, beharrte sie und hielt mich zurück. Ich wirbelte herum und schlug so hart zu, dass sie mit gebrochenem Schädel zu Boden ging. Als ich in Richtung Haus sprintete, hätte ich beinahe Spade über den Haufen gerannt. Wir müssen Crispin rausholen, Tate ist auch noch im Haus, uns bleiben keine vier Minuten. Vier Minuten? Vampire konnten einiges überleben, aber ein Bombenangriff gehörte nicht dazu. Die Angst ließ mich rennen wie eine Verrückte, Spade immer hinter mir. Wir waren auf meinen Schädel völlig unerwartet und alles wurde schwarz. Als ich die Augen öffnete, lagen wir etwa hundert Meter vom Haus entfernt auf dem Rasen. Spade hielt mich immer noch mit eisernem Griff. Du verlogener Hurensohn, keuchte ich, während ich vergeblich gegen ihn ankämpfte. Sorry, Engel, aber Crispin würde mich umbringen, wenn ich zuließe, dass dir etwas geschieht. Auf dem Dach war. Ist er das? fragte ich voller Verzweiflung. Spade verdrehte den Hals. Ich bin mir nicht. Die Explosion, die ihm das Wort abschnitt, machte den Himmel unnatürlich hell. Schreiend versuchte ich mich zu befreien, während Spade mich mit seinem Körper abschirmte. Mein Gesicht wurde ins Gras gepresst, als rings um mich schwere Geschosse niederhagelten. Offensichtlich Teile des Hauses, die wie Feuer und Schwefel auf den Rasen herabregneten. Der Rauch schnürte mir die Kehle zu. Meine keuchenden Drohungen ignorierend, rührte Spade sich nicht vom Fleck. Erst als keine Einschläge mehr zu hören waren, durfte ich mich aufsetzen, aber er hielt mich weiter unerbittlich fest. Die ziellos umherwandernden Vampire und Gule wirkten verwirrt, aber nicht panisch. Charles, kannst du mir eben mal zur Hand gehen? Über uns tauchte Bones aus dem wabernden Rauch auf. Ich war so erleichtert, ihn zu sehen, dass ich fast geheult hätte. Er war voller Ruß, Hemd und Hose hatten Brandlöcher und auch sein Haar sah ziemlich angesenkt aus. Er hielt drei Vampire im Klammergriff. Nachdem er gelandet war, ließ er sie zu Boden fallen. Halt die beiden mal eben. Verdammte Scheißkerle, knurrte er und versetzte einem der Vampire einen Tritt. Der dritte setzte sich auf und schüttelte den Kopf, als wollte er seine Gedanken ordnen. Es war Tate. Gott sei Dank hatte er es ebenfalls lebend nach draußen geschafft. Spade ließ mich los. Bones kniete sich neben mich und ich schlang die Arme um ihn. Ich bin so froh, dass mit dir alles okay ist und verdammt. Bones lachte in sich hinein. Können wir uns später streiten, Kätzchen? Dann schob er mich ein Stück von sich weg. Was ist mit dir passiert? Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Er nahm eins meiner Messer und ritzte sich die Handfläche auf. Während ich sein Blut in mich aufnahm, spürte ich, wie der Schmerz in meinem Kopf nachließ. Sind Juan und Cooper wohl auf? erkundigte ich mich und versuchte sie in der Menge auszumachen. Ich kann sie hören, antwortete Tate. Alles okay mit ihnen. Bones warf Tate einen strengen Blick zu. Woher wusstest du, was passieren würde? Tates Augen blitzten grün. Talies Mann, dieser Wichser, hat mich angesprochen, sagte, er hätte gehört, ich wäre in Kett verknallt und er wüsste einen Weg, wie ich sie Talies Mann hat gemeint, du würdest Kett so weit wie möglich von den lebenden Granaten weghaben wollen. Ich sollte sie also nach draußen bringen und dann nur noch rechtzeitig meinen eigenen Arsch retten. Simsalabim, du bist aus dem Weg und die Gefatterin Tod sucht Trost. Ich muss sagen, es war ein verlockendes Angebot. Das hättest du nie getan, Tate, mischte ich mich ein, dafür bist du zu anständig. Er lachte mehr als nur ein bisschen sarkastisch. Sei dir da nicht so sicher. Später bereue ich es bestimmt. Bones startet Tate einen endlosen Augenblick lang an. Ich wusste, dass Bones Tate ebenso hasste und es ein leichtes für ihn gewesen wäre, ihn in den Flammen umkommen zu lassen. Stattdessen hatte er ihn aus dem Haus getragen und ihm so das Leben gerettet. Was ihre moralischen Prinzipien anbelangte, waren sich die beiden ähnlicher, als sie je zugegeben hätten. Fünf Meter von uns entfernt lagen die beiden Vampire, die Bones mitgebracht hatte. Ich blitzte sie aus schmalen Augen an. Da hatten sie doch tatsächlich versucht, den Mann in die Luft zu jagen, den ich liebte. Wie töricht von ihnen. Wir standen vor den noch schwelenden Überresten des Hauses. Die Feuerwehr war angerückt, die Polizei auch, aber es waren genug Vampire da, die die Rettungskräfte durch Hypnose dazu bringen konnten, sich erst um die Löscharbeiten zu kümmern und ihre Fragen gar nicht erst zu stellen. In höchster Bedrängnis hatten die ersten beiden Vampire schließlich die Namen ihrer vier Komplizen ausgespuckt, sodass wir diese auch hatten fassen können. Keinem der Vampirin namens Patra Urheberin des Anschlags war. Wie nicht anders zu erwarten war diese Patra auch Max mysteriöse Gönnerin, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wer sie war, geschweige denn, warum sie meinen Tod wollte. Bei Erwähnung des Namens wandte sich Bones abrupt Mencheres zu und starrte ihn an. Der Ägypter schloss die Augen mit einem Ausdruck, den man vielleicht als sagte ich. Wir sprechen hier von einer sehr alten und mächtigen Vampirin? Bones wandte mir seinen Blick zu. Ja, eine über zweitausendjährige Meisterin. Mencheres, du weißt, was das bedeutet. Er schlug die stahlgrauen Augen auf und was auch immer er gefühlt haben mochte, lag nun hinter einer undurchdringlichen Maske verborgen. Ja, es bedeutet Krieg. Diejenigen unter euch, die weder Mencheres noch meiner Sippe angehören, gab Bones mit lauter Stimme bekannt, müssen jetzt ihre Wahl treffen. Ihr könnt bleiben und euch mit uns verbünden oder euch auf Patras Seite schlagen und gehen. Nur heute Nacht bekommt ihr freies Geleit. Sollte ich euch oder einen der Euren noch einmal ungebeten in meiner Nähe antreffen, töte ich ihn. Mencheres kam an seine Seite. Entscheidet euch, sagte er nur. Spade war schon in Bewegung, bevor die letzten Worte gefallen waren. Rodney gesellte sich ebenfalls zu uns, genau wie andere bedeutende Vertreter der pulslosen Gesellschaft. Auch ein paar mir unbekannte Vampire und Gule schlossen sich uns an. Einige taten sich nicht so leicht. Manche glitten in die Dunkelheit davon, wortlos, aber demonstrativ. Es gab auch Unentschlossene, die abwarten wollten, wer blieb und wer ging, bevor sie sich für eine Seite entschieden. Am meisten überrascht war ich, als Ian seinen Leuten voran mit einem kurzen Nicken zu Bones trat. Ich war mir sicher gewesen, dass er gehen würde. Schließlich hatte Bones ihm in den vergangenen Monaten zweimal die Schau gestohlen. Ich warf Bones einen Blick zu und formulierte in Gedanken einen einzigen Satz. Ich traue ihm nicht. Er reagierte nur mit einem angedeuteten Schulterzucken. Am Ende hatten sich etwa 70 Prozent der unabhängigen Meister auf unsere Seite geschlagen, aber niemand wusste, wer von denen, die sich heute für uns entschieden hatten, auch wirklich für uns war. Die Zeit würde es zeigen. Nachdem sie ihre Treue geschworen hatten, verschwanden die Untoten aus der Brandruine. Mencheras, Rattler, TikTok und Zero fuhren mit Bones und mir in unserem speziell ausgestatteten Offroader. Unter anderem verfügte er über kugelsichere Fensterscheiben und, bevor wir ihn anließen, suchte Zero ihn nach Sprengkörpern ab. Spade und Rodney kümmerten sich unterdessen um unsere vier Party Crasher. Die hatten auf jeden Fall einen langen Tag vor sich. Als wir schließlich so weit gefahren waren, dass uns keine Untoten mehr belauschen konnten, stellte ich die Fragen, die ich zuvor nicht hatte aussprechen wollen. Wie hat diese Frau die Vampire dazu gebracht, sich selbst in die Luft zu jagen? Die Menschen können durch Gedankenkontrolle dazu gezwungen worden sein, aber die Vampire? TikTok steuerte den Wagen. Mencheras saß auf dem Beifahrersitz, Bones und ich auf der Rückbank. Hinter uns saß der Rest der Truppe. Wahrscheinlich durch Geiselnahme ihnen nahestehende Personen unter Androhung von bestialischen Folterungsmethoden für die Geiseln, antwortete Bones. Sonst gibt es nicht viel, das einen Vampir so unter Druck setzen könnte, aber darüber werden wir uns Klarheit verschaffen, wenn wir die Typen eingehender befragen. Ich seufzte. Dann kann ich ihnen kaum verdenken, dass sie so gehandelt haben. Vielleicht solltest du nicht so hart mit ihnen unterbrach mich Bones. Nein, ich hätte versucht, ihnen und ihren Familien zu helfen, aber sie haben es nicht getan und die Konsequenzen waren ihnen bekannt. Ich diskutierte nicht weiter mit ihm. Vampire handelten nach völlig eigenen Regeln. Wird sie ihre Familien wirklich verschonen? Bones zuckte mit den Schultern. Ich hasse das, knurrte ich. Jetzt wird es erst richtig schlimm, oder? Ja. Eigentlich liebte ich Bones für seine Offenheit, aber manchmal wünschte ich mir, er würde mich einfach anlügen. Ich stieß einen Seufzer aus. Dann ist unsere Hochzeit also erst mal auf Eis gelegt. Tut mir leid, Süße, sagte Bones. Es wäre zu gefährlich, im Augenblick zumindest. Wir würden also später heiraten, na und? Bedachte man, wie der heutige Abend hätte ausgehen können, sollte eine geplatzte Hochzeitsfeier mein geringstes Problem sein. Also, wer ist diese Patratussi eigentlich? erkundigte ich mich. Kommt mir irgendwie unsinnig vor, dass sie sich erst so ins Zeug legt, um meinem Vater bei meiner Ermordung zu helfen und dann ihren Lakaien Talisman auf Tate ansetzt, damit der mich aus dem Haus schafft, bevor es in die Luft fliegt. Ich sah, wie Männcher das zusammenzuckte, als Bones sagte, ja, das ergibt wirklich keinen Sinn. Nicht wahr, Uran? Mir fallen zwar durchaus ein paar Gründe ein, warum Patra deinen Tod wollen könnte und meinen auch, jetzt, wo wir unsere Sippen vereint haben, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum sie es auf meine Frau abgesehen haben sollte. Etwas an seinem Tonfall brachte mich dazu, ihn mir genauer anzusehen und dann den schweigenden Vampir auf dem Beifahrersitz. Da war noch was im Busch. Die Anspannung stieg, bis man sie beinahe wie einen feinen Nebel in der Luft hängen sah. Es ging nie um Kat, sagte Männcher das schließlich. Wie bitte? Jetzt war ich sauer. Statt sich umzudrehen, starrte Männcher das stur geradeaus auf den Highway. Es kann durchaus sein, dass du für sie nur Mittel zum Zweck bist. Max und Kalibus haben geglaubt, Bones würde sich nicht viel aus dir machen und sie könnten sich ihre Aktion daher leisten. Patra aber weiß, dass dein Tod Bones bis ins Mark treffen würde, wodurch er wiederum leichter zu töten wäre. Nur aus diesem Grund hat sie Max geholfen. An dir hat sie kein Interesse, Kat. Sie wollte dich nur ermorden lassen, um Bones zu treffen. Bones stieß einen leisen Fluch aus, als es aus mir heraus platzte. Aber warum? Was hat Bones ihr denn getan? Bones machte ein grimmiges Gesicht. Ich glaube, es ist an der Zeit, es ihr zu erklären, urahn. Jeder beneidet mich um eine Sehergabe, sagte Mäncher das bitter. Ich weiß selbst nicht, warum manches mir kristallklar vor Augen tritt, während anderes kaum und manches gar nicht zu sehen ist. Ich kann nur das ankündigen, was ich sicher weiß, und dann abwarten, ob man mir überhaupt Gehör schenkt. Ich stutzte. So aufgebracht hatte ich Mäncheres noch nie erlebt. Niemand gibt dir die Schuld an dem, was heute Abend geschehen ist, bemerkte Bones ruhig, aber du hast meine Frage noch immer sich gekonnt aus der Affäre gezogen. Mäncheres Stimme war jetzt so leise, dass ich aufmerksam hinhören musste, um ihn zu verstehen. Vor Jahrhunderten hatte ich eine Vision, in der ein Mann eine Frau heiratete, die weder Mensch noch Vampir noch Ghoul war, und die Klinge eben dieses Mannes war es, durch die Patra zu Tode kam. Als herauskam, Kett eine Halbvampirin ist und du sie zur Frau genommen hast, wusste Patra, dass meine Vision Wirklichkeit geworden war, und sie kann ihrem Schicksal nur entgehen, indem sie dich tötet. Du mieser Wichser! Meine Stimme war ein wütendes Knurren. Du hast gewusst, dass Patra alles daran setzen würde, Bones zu töten, aber du hast ihn nicht gewarnt, gar nichts hast du unternommen. Kätzchen, streiten bringt uns nicht weiter, warf Bones ein, aber auch er klang wenig erfreut. Die Richtigkeit seiner Worte drang nur in einen kleinen Teil meines Herrn vor. Mencheres schüttelte den Kopf. Ich habe Bones seit der Nacht bei Ehen bewachen lassen, nur während eurer Einsätze für deinen Onkel nicht. Aber nach dem Anschlag auf dich wusste ich, dass sie nicht zu stoppen war. Und aus diesem Grund habe ich Bones kurz darauf das Bündnis angeboten. Glaubt ihr, ihr Für das, was sie meiner Frau angetan hat, werde ich Patra umbringen. Da kannst du mich noch so sehr anflehen, sie zu verschonen. Warum zum Teufel sollte er das tun? Erkundigte ich mich verärgert. Und warum, oh Mächtiger, hast du sie eigentlich nicht längst selbst ausgeschaltet? Wirst du allein nicht mit ihr fertig? Mencheres schloss die Augen. Bones war es, der meine Frage beantwortete. Du weißt immer noch nicht alles. Patra hat ihren Vampirnamen zu Ehren ihrer Mutter angenommen und ihn nach ihrer Verwandlung nur abgekürzt. Sie ist die Tochter Cleopatras. Und Mencheres will sie nicht umbringen, weil sie seine Frau ist. Das Marquis war ein Swingerclub, in dem SM praktiziert wurde und Menschen in der Unterzahl waren. Um in dem lockeren Treiben nicht aufzufallen, machten Tate, Dave und ich auf Menage a Trois. Bei uns war auch irgendwo, aber ich hatte ihn noch nicht entdeckt. Allerdings waren wir nicht wegen der ausgefallenen Vergnügungen gekommen. Zwar befanden wir uns immer noch im Kriegszustand mit den Untoten, aber ich hatte trotzdem noch einen Job. Seit dem tödlichen Fiasko mit Belinda hatte Don noch keinen geeigneten Ersatz für mich als Lockvogel gefunden und in diesem Club waren angeblich schon einige Sterbliche verschwunden. Es fiel mir immer schwerer, meinen Job und mein kompliziertes Privatleben unter einen Hut zu bringen, aber die Arbeit konnte eben nicht warten, nicht einmal für die 2000 Jahre alte Tochter Cleopatras. Ich konnte die Geschichte noch immer nicht zurecht fassen. Mencheres hatte Patra nicht nur zu Vampiren gemacht, sondern sie wenige Jahre nach ihrer Verwandlung auch zur Frau genommen. Am schlimmsten war, dass er es nicht übers Herz brachte, seine getrennt lebende Frau zu töten, während sie ihm gegenüber offensichtlich keine solchen Skrupel hatte. Ich hatte mich für das Marquis einem drastischen Umstyling unterzogen. In meinem Haar prangten breite schwarze Strähnen und zwei schwarze kreisrunde Lederplacken, die von dünnen Metallkettchen gehalten meine Brüste bedeckten, waren alles, was ich von der Taille an aufwärts trug. Das Unterteil des Ensembles bestand aus einem Lederstring, an dessen Bund weitere Kettchen befestigt waren, die eine lächerliche Art Rock bildeten. Dazu trug ich massiv silberne Stilettos. Dave und Tate waren ähnlich abscheulich gewandet, viel schwarzes Leder, Ketten und Peitschen. Obwohl unsere Outfits fast nur aus Ketten bestanden, wurden wir an der Tür nach Waffen abgesucht. Wieder fielen niemandem meine Silberschuhe auf. Es hatte sich als äußerst effektiv herausgestellt, eine Waffe in so offener Form zu tragen. Ich wurde zusammen mit Tate und Dave durchgewinkt, ohne dass irgendwer etwas merkte. Auf in den Kampf. Wir sahen uns im Inneren des Ladens um. Paare führten einander an Halsbändern umher, als gingen sie mit dem Hund Gassi. Die meisten hatten eine Peitsche. Vor uns stritt ein Paar. Der Mann schlug seine Partnerin mit dem Handrücken so hart ins Gesicht, dass ihre Lippe aufplatzte. Gerade wollte ich einschreiten, da hörte ich sagen zu werden. Pervers. Naja, was hatte ich auch erwartet. SM stand schließlich nicht für sanft und moderat. Meine Reaktion auf das, was auf der Tanzfläche vor sich ging, hätte mich allerdings beinahe als fast normalen Menschen entlarvt. Unter den Gästen schien es nicht nur allgemein üblich zu sein, sich ab und zu die Fresse zu polieren. Einige Sterbliche und ihre untoten Begleiter tanzten auch, naja, mehr als leidenschaftlich. Wow, flüsterte Tate, die treiben es ja direkt auf der Tanzfläche. Das sehe ich. Meine Stimme klang etwas gereizt. Dave grinste mich von der Seite an. Juan heult sich die Augen aus, weil er im Van sitzen muss. Ich lachte. Da hast du recht. Also Jungs, schwingen wir das Tanzbein, aber behaltet die Hosen an, wir haben einen Job zu erledigen. Während der nächsten halben Stunde horteten wir einfach nur ab und sondierten dabei das Gelände. Bisher wirkte alles ganz friedlich, auch wenn es ziemlich heftig zur Sache ging. Ich spürte eine vibrierende Energie in der Nähe. Bones war mir inzwischen so vertraut, dass ich ihn allein an seiner Aura erkannte. So unauffällig wie möglich warf ich einen Blick über Daves Schulter, um zu sehen, wo er war. Als seine üppigen Muskeln unter der Alabasterhaut. Als ich seine Hose bemerkte, erstarrte ich. Tanz weiter, Cat, flüsterte Dave. Ich gehorchte, während ich unentwegt weiter über Daves Schulter starrte. Bones Hose bestand komplett aus dünnen ineinander verwobenen Metallkettchen. Bei jeder Bewegung blitzte zwischen ihnen Haut hervor und jeder konnte sehen, dass er nichts darunter trug. Er fing meinen Blick auf, grinste und fuhr sich so langsam mit der Zunge über die Lippen, dass ich sehen konnte, dass er seine Zunge hatte piercen lassen. Mir wurde gerade ganz heiß, als ich mir vorstellte, wie sich sein Zungenpiercing wohl anfühlen würde. Da drängte sich eine Brünette an den anderen Gästen vorbei und sah Bones von unten herauf freudig überrascht an. Ich glaub's nicht, du bist es. Weißt du noch, wer ich bin? Fresno, Ende der Achtziger. Damals war ich natürlich noch sterblich, mit den dunklen Haaren hätte ich dich fast nicht erkannt. Bones warf ihr einen Blick zu, unter dem selbst Stahl zu Eis erstarrt wäre, aber die gute war nicht zu bremsen. Schon mal hier gewesen? Ich bin Stammgast und kann dir den Privatbereich zeigen. Bones verärgerter Gesichtsausdruck war sofort wie weggeblasen und er schenkte der Frau ein strahlendes Lächeln. Priscilla, nicht wahr? Natürlich erinnere ich mich an dich, meine Hübsche. Privatbereich, sagst du? Bring mich hin. Bones ließ sich von ihr zur Seite ziehen. Tate sah mit leicht geschürzten Lippen zu. Kotzt dich das nicht an, dass die Hälfte der Frauen, die ihm über den Weg laufen, schon mal rierte die Bemerkung und konzentrierte mich auf Bones und Priscilla. Die ließ ihre Hände über seinen Körper gleiten. Ich kann es nicht erwarten, dich zu ficken, jetzt wo ich eine Vampirin bin. Ich biss die Zähne zusammen. Tate stieß lediglich ein wissendes Schnauben aus. Schließlich zog Priscilla Bones Kopf so weit zu sich herunter, dass sie ihn küssen konnte. Ich wusste, ich wie Bones die Frau so leidenschaftlich küßte, dass ich mir die Nägel in die Handflächen gruben. Es ist nur gespielt, ich muss ja auch manchmal Zielpersonen verführen, sagte ich mir stumm vor. Mein Schmerz allerdings war echt, und ich fragte mich, wie Bones es aushielt, wenn unsere Rollen vertauscht waren, und ich es war, die anderen Männern Zungenküsse gab und mit ihnen herumfummelte. Wenigstens packte er Priscilla's Hand, um ihr Einhalt zu gebieten, als die Schlampe sich gerade zwischen seinen Beinen zu schaffen machen wollte. Bald süßer nach dem Essen, versprach Bones ihr mit sinnlich gurrender Stimme. Dann wirbelte er sie zurück zu unserer kleinen Gruppe. Das ist William, verkündete er mit einem Nicken in Richtung Dave, den auf Tate und mich deutete. Priscilla ließ einen Finger über seine Brust gleiten. Wie heißt du eigentlich, das hast du mir noch gar nicht verraten. Er führte ihre Hand an seine Lippen. Das sage ich dir hinterher. Wieder biss ich die Zähne zusammen, sagte aber nichts. Kommt mit, forderte Priscilla uns auf. Hier geht's lang. Den Eingang des Geheimzimmers hätten hintersten Ecke. Man trat hinter eine Trennwand und hob eine Theken Attrappe an, unter der eine Treppe zum Vorschein kam, die in den Keller führte. Willkommen! Priscilla öffnete lächelnd die Tür. Im echten Marquis. Der Raum war nicht groß, aber vollgestopft mit den seltsamsten Gerätschaften. Blutige Handschellen baumelten von den Wänden. Wir passierten Folterbänke aller Art, wie ich sie mir bisher nicht im Traum ausgemalt hätte, ausgerüstet mit Riemen und Schnallen, die vom dauernden Gebrauch schon ganz abgewetzt waren. Das Wummern, das wir hörten, kam von einem Pärchen, das an einen Stahlpfosten gefesselt ausgepeitscht wurde. Der Folterknecht unterbrach sein gemessenes Staccato, um zu uns aufzusehen. Er war ein Vampir, seiner Aura nach ungefähr 200 Jahre alt. Was bringst du mir denn da, Priscilla? Ein weiterer Vampir hatte es sich auf der Couch in der Nähe bequem gemacht und bediente sich am Hals einer bewusstlosen Frau auf seinem Schoß. Gäste, André, sagte sie. Der Blick seiner Sherry-farbenen Augen wandte sich mir zu. Die nehme ich. Es wird mir ein Genuss sein, ihre makellose Haut zu zeichnen. Dann warnte er sich Bones zu. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Bones schenkte ihm ein kühles Lächeln. Flüchtig. Um 1890 sind wir uns schon einmal in London über den Weg gelaufen, als ich einen Typen namens Renard gesucht habe. Erinnerst du dich an mich? Ich habe mir seinen Kopf genommen und den Rest für dich liegen gelassen. Henry ließ die Peitsche sinken. Auf seinen Zügen machte sich erkennen breit, dann warf er Priscilla einen bitterbösen Blick zu. Blöde Kuh, weißt du, wer das ist? Priscilla sah verwirrt zu Bones. Die Zeit, in der sie abgelenkt war, verschaffte mir die Chance und die große Genugtuung, sie niederzuschlagen und ihr meinen Silberabsatz ins Herz zu rammen. Die ist mir das letzte Mal auf die Nerven gegangen, sagte ich einfach so in den Raum hinein. Der Vampir auf der Couch hatte alles mit Sorge beobachtet und erstarrte nun über den Hals seines Opfers gebeugt. Ihn knöpfte ich mir als nächstes vor. Ich entriss ihm das Mädchen, warf es Dave zu und rammte dem Vampir mit voller Wucht meinen Kopf in den Magen. Einen Augenblick lang war er völlig perplex. Zeit genug für mich ihm meinen Absatz ins Herz und durch den gesamten Oberkörper zu stoßen. Henry wollte zurückweichen, konnte aber nirgendwo hin. Tate und Dave waren hinter ihm, Bones und ich vor ihm. Bitte bringt mich nicht um, ich hab euch nichts getan, winselte er. Scheiße nochmal, zeig ein bisschen Würde, du bist eine Schande für deine Art, schallt ihn Bones. Tate, schnapp dir die zwei armen Schweine, befahl er. Tate ging zu dem Pärchen, ritzte sich die Handfläche auf und legte sie den beiden nacheinander auf den Mund. Bald waren ihre Striemen verschwunden. Henry streckte die Hand nach Bones aus. Du hast keinen Grund mir etwas anzutun. Was siehst du Bones an? Ich bin es, die dir Sorgen machen sollte. Bones hatte geglaubt, ich könnte unvermeidbare Drecksarbeit zu erledigen. Sag mir die Namen deiner Kumpels Henry, wenn du dich weigerst, na ja, dann gibt es hier jede Menge fiese Spielsachen. Eine Stunde später hatte ich einen Namen. Slash. Der war hier auch irgendwo auf der Suche nach seinem Abendessen. Bei dem Lärm da oben glaubte ich nicht, dass er überhaupt wusste, was Henry zugestoßen war. Ich schlängelte den Tanzenden hindurch und hielt Ausschau nach einem Mann mit einem silbernen Drachen Tattoo entlang der Kiefer Partie. Jemand begrabschte mich von hinten. Kühle Hände rieben meine Brüste in stürmischer Liebkosung. Ich erstarrte, stieß dem Betreffenden aber nicht den Ellbogen in die Rippen. Noch nicht. Von vorn geht's noch besser, säuselte ich stattdessen. In diesem Augenblick wurde mein Kopf heftig nach hinten gerissen. Ich biss die Zähne zusammen. Das war hoffentlich Slash, sonst würde gleich ein Unschuldiger eine Abreibung bekommen. Die kühle Hand wanderte von meiner Brust zu meinem Bauch und belies es nicht dabei. Ich wirbelte herum und riss gleichzeitig das Knie hoch. Der große dunkelhaarige Perversling ohne Drachentattoo krümmte sich zusammen. Ich stieß ihn von mir in die wogende Menge. Von vorn geht's besser, habe ich gesagt. Ich bedachte den ekligen Typen noch mit einem fiesen Blick und machte mich dann wieder auf die Suche nach Slash. Er musste hier sein. Ich wollte morgen nicht noch einmal herkommen müssen. Wieder glitten zwei kühle Hände über meine Hüften und zogen mich rückwärts an eine harte Brust. Ich ballte die Faust und wollte schon zuschlagen, als ich aus dem Augenwinkel etwas sah, das mich innehalten ließ. Waren da Schuppen auf einer Gesichtshälfte meines neuen Verehrers? Ich drehte mich um und lächelte. Dein Drache sieht zum Anbeißen aus, hübscher. Der Mann grinste und wir tanzten. Slash war etwa so groß wie ich und nutzte diese Tatsache weidlich aus, sodass wir eng aneinander gepresst waren. Eine Weile ließ ich ihn gewähren, genau bis zu dem Augenblick, in dem er den Reißverschluss seiner Lederhose aufmachte. Augenblickchen, sagte ich und drehte mich weg, als er gerade versuchte, nettes Plätzchen für seinen Steifen zu finden. Können wir vielleicht irgendwo ungestört sein? Slash sah seinen Schwanz an, als erwartete er, der könnte Einwände erheben. Dann packte er mich am Arm. Komm mit, ich weiß, wo wir hin können. Erleichtert stellte ich fest, dass er mich zu der Bar-Attrappe lotsen wollte. Hätte er die andere Richtung eingeschlagen, wäre die Hölle losgebrochen. Oh, wie aufregend, schwärmte ich, als er die Attrappe anhob und die verborgene Treppe enthüllte. Slash packte meine Hand und zerrte mich fast gewaltsam hinter sich her. Du wirst bestimmt überrascht sein, sagte er, als er die Tür öffnete. Dann erstarrte er. Was zum... Ich stieß ihn mit aller Kraft in den Kellerraum. Slash ging zu Boden und kam erst an dem blutüberströmte Henry gefesselt war. Ich schloss die Tür hinter mir. Bones ging zu Slash, blickte mit hochgezogenen Brauen auf seine schnell dahinschwindende Erektion und schenkte ihm ein eisiges Lächeln. Sieht mir eher aus, als wärest du überrascht. Wenn wir uns unauffällig verdrücken, brauchen wir vielleicht das Team gar nicht einzuschalten, sagte Tate und packte Slash's Leiche auf die von Vampire lagen bereits daneben. Uns mit eingekniffenem Schwanz davonschleichen? schnaubte Bones. Angst ist ein wertvolles Druckmittel. Wenn wir uns klammheimlich vom Acker machen, werden wir wohl kaum Wiederholungstäter abschrecken, oder? schnaubte Bones. Ich dachte darüber nach. Die meisten unserer Einsätze liefen nach dem Motto alle machen, einpacken, abhauen. Vielleicht musste unsere Strategie neu überdacht werden. Bones hörte ganz recht. Angst war ein ausgezeichnetes Druckmittel. Vielleicht sollten wir den Beweis dafür antreten, dass wir auch ernst machen konnten. Ich warf Dave einen Blick zu. Der nickte mir fast unmerklich zu. Tate allerdings war außer sich. Brillanter Plan, Grufti. Sollen wir etwa die Köpfe von den Typen wie Trophäen vor uns her tragen, sie den Irren da draußen zeigen und mit erhobenem Zeigefinger sagen, seht ihr, die waren ganz schön ungezogen, du hast sie wohl nicht mehr alle. Feiger, Idiot. Bones betonte die Worte einzeln. Tate fauchte und ich stellte ihm ein Bein, als er sich gerade auf Bones stürzen wollte. Du musst gestolpert sein, denn ich bin mir ganz sicher, dass du gerade nicht das tun wolltest, wonach es aussah. Stimmt doch, oder? Tate funkelte mich von unten herauf wütend an, aber dann machte mein Blick ihm anscheinend klar, welche Konsequenzen sein Handeln nach sich gezogen hätte und er zügelte seine Wut. Die Entscheidung liegt bei dir, Kat. Was willst du tun? Wir werden ein Exempel statuieren. Wie du bereits vorgeschlagen hast, Tate, werde ich dazu die Köpfe benutzen. Alle Einheiten bereit machen, Stimme dabei sowohl wütend als auch resigniert klang. Wir gingen hintereinander die Treppe hinauf. Bones machte den Anfang, danach kamen ich, Tate, Dave und das gerettete Pärchen, das den ganzen Abend über nicht viel gesagt hatte. Als wir alle draußen waren, hob mich Bones auf die falsche Bartheke und stieß einen Pfiff aus, der sogar die laute Musik übertönte. Mach mal den Lärm Biene aus grünen Augen einen drohenden Blick zu. Dem Techno-Gewummer wurde der Saft abgedreht. Die Protestlaute verstummten, als die Gäste mich sahen. Ich war ja auch eine beeindruckende Erscheinung, wie ich so auf der Theke stand und mehrere abgeschlagene Köpfe beim Schopf hielt. Ich fasse mich kurz, damit ihr euch gleich weiter amüsieren könnt. Gestatten Gefatterin tot. Und diese vier haben geordet. Wenn so etwas hier nochmal passiert, komme ich wieder. 200 Augenpaare starrten uns an und die Besitzer der meisten hatten keinen Herzschlag. In mir verkrampfte sich alles. Immerhin konnte niemand wissen, wie diese Sache ausgehen würde. Bones streckte mir die Hand entgegen, um mir von der Theke zu helfen, woraufhin ich meine schauerlichen Trophäen fallen ließ und seine Hand ergriff. Ein paar Leute hatten ihn vielleicht erkannt oder konnten sich denken, wer er war. Vielleicht waren sie auch einfach nur gleichgültig. So oder so traten die Gäste, sterbliche wie unsterbliche, einer nach dem anderen zur Seite, bis der Weg zur Tür frei war. Bones setzte mich ab und wir gingen gemeinsam ungehindert zum Ausgang. Unglaublich, murmelte Tate, als wir auf dem Parkplatz angekommen waren. Was wieder mal Bones? Am nächsten Tag fuhren Bones und ich zu Denise. Wegen der Vorbereitungen zu Tates Verwandlung und dem ganzen Durcheinander nach meiner Entführung hatte ich meine Freundin eine Weile nicht gesehen. Und so war es schön, einfach mal wieder entspannt mit ihr zusammen sein zu können. Außerdem wusste Denise alles über mich, Bones, Vampire, Gule und sogar den Krieg, in dem wir uns befanden. Immerhin hatte ich sie anrufen müssen, um ihr zu erklären, warum es so dringend notwendig war, dass sie umzog. Wie ich Don kannte, hatte der nämlich sie und ihren Mann Randy ohne Angabe irgendwelcher Gründe angewiesen, die Koffer zu packen. Ihr neues Haus lag am Stadtrand von Memphis. Glücklicherweise konnte Randy als privater Softwareberater überall arbeiten und Denise hatte ihre Arbeitsstelle kurz nach der Hochzeit aufgegeben. Ich hatte den Eindruck, sie wollten ein Baby. Das würde Denises plötzliches Interesse an Dingen erklären, die sie zuvor nie interessiert hatten. Heute zum Beispiel kochte sie für uns. Statt das Abendessen kommen zu lassen, so kannte ich sie gar nicht. Schmeckt echt toll, lobte ich sie und nahm mir noch ein Stück Schmorbraten. Wir werden Weihnachten auch bei euch feiern müssen. Du weißt er, dass ich sogar Wasser anbrennen lasse. Denise grinste. Du kannst doch Rodney kochen lassen, wenn ihr bei euch feiert. Sagtest du nicht, er wäre ein ausgezeichneter Koch? Doch, doch, antwortete ich mit vollem Mund. Dann hob ich den Kopf. Bones, wie gefährlich wäre es, wenn wir eine Weihnachtsfeier veranstalten würden? Er dachte über meine Frage nach. Wir könnten nur ein paar Leute einladen, aber ich glaube nicht, dass das ein großes Risiko wäre. Ich schluckte, als die Idee in meinem Kopf Gestalt annahm. Unser Gästehaus ist fertig, wir haben also jede Menge Platz. Wenn wir schon nicht heiraten können, sollte eine kleine Weihnachtsfeier wenigstens drin sein. Das wird unser erstes gemeinsames Weihnachten Bones. Er lächelte mich an. Das ist ein wunderbarer Anlass zum Feiern und Rodney freut sich bestimmt riesig, wenn er für uns kochen kann. Wir müssen auch meine Mutter einladen, sagte ich. Wir sind ja ganz in ihrer Nähe. Wie lange braucht man bis zu Rodney? Eine Stunde? Bones nickte. Ja. Willst du sie nachher besuchen? Ich überlegte nur kurz. Okay, wir schauen mal bei ihr vorbei. Daheim wird sie ja sein. Denise Nächste Woche denke ich. Denise stand auf, kramte kurz im Küchenschrank herum und förderte schließlich eine ungeöffnete Flasche Gin zutage. Bitte, wenn du deine Mutter besuchen willst, brauchst du die. Eine Stunde später machten wir uns auf den Weg zum Notquartier meiner Mutter. Die Fahrt über Land war schön und sehr entspannend. Bis zu dem Augenblick, als Bones Uhr plötzlich den Kopf schief legte, als müsse er sich konzentrieren und dann das Gaspedal durchtrat. Was hast du? Gerade erst hatte er gesagt, wir wären gleich da. Ich lauschte besorgt, hatte aber kein so feines Gehör wie er. Ich glaub's einfach nicht, kicherte Bones. Was? Er raste weiter. Oh, das wirst du schon sehen, und die Flasche, die Denise dir gegeben hat, wirst du wirklich brauchen. Uns erwartete offenbar kein Blutbad, denn er grinste immer noch wie ein Irrer. Als wir in die Auffahrt des Hauses einbogen, in dem offensichtlich Rodney wohnte, hörte ich meine Mutter nur herumrumoren und leise Fluchen. Was war daran so ungewöhnlich? Bones stellte nicht mal den Motor aus, sondern sprang gleich aus dem Auto und trommelte so heftig gegen die Tür, dass die Fensterscheiben wackelten. Mach auf, Justina, sonst schlage ich die Tür ein. Die Eingangstür wurde aufgerissen, während ich mich etwas gemächlicher dem Haus näherte. Bones ging geradewegs an meiner Mutter vorbei, die wiederholt verlangte, dass er draußen bleiben solle. Er warf ihr nur einen verschmitzten Blick zu. Justina, dein Haar ist ganz zerzaust. Liebes, warst du etwa gerade beim Hausputz? Nein. Und dein Gesicht? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist gerötet. Als ich noch ein mieser Stricher war, wie du immer so schön sagst, habe ich ständig Frauen in deinem Zustand gesehen. Mir klappte die Kinnlade herunter und ich nahm meine Mutter genauer in Augenschein. Sie trug lediglich einen Hausmantel. Ihr braunes heilige Scheiße! War das an ihrem Hals etwa ein Knutschfleck? Scher dich bloß weg, du Schwein! herrschte sie Bones an. Der krümmte sich vor Lachen. Rodney, komm runter, mein Freund, lass dir gratulieren. Ich bin vor Ehrfurcht erstarrt. Bones, hörte man Rodneys heißere Stimme von oben, verzieh dich einfach. Ich war völlig perplex. Mom? Du und Rodney? Brennende Röte überzog ihr Gesicht. Er hat mir Abendessen gemacht, stammelte sie. Meine Verblüffung hatte mir noch nicht ganz die Sprache verschlagen. Und Nachtisch offensichtlich auch? Ich glaub's nicht. All die Jahre hast du mir ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich mit einem Vampir schlafe und was ist mit dir? Rodney ist ein Ghoul, du Heuchlerin! Er bringt niemanden um, er findet die Leute bereits tot vor, keifte sie mit fragwürdiger Logik zurück. Und ich bin 45 und brauche mich vor meiner Tochter nicht zu rechtfertigen. Ich starrte sie an, als sähe ich sie eben zum ersten Mal. Haben sie Rodney gefallen? fragte ich sie. Sie schnaubte. Was soll Rodney gefallen haben, Catherine? Die Haare auf deinen Zähnen. Bones prustete wieder los und wischte sich mit dem Ärmel die Lachtränen weg. Gehen wir, Kätzchen. Die Chance, sie aufzuziehen, konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Justina, weiter so. Und Rodney? Noch ein dreckiges Lachen? Bewundernswerte Courage. Hinter uns wurde die Tür zugeschlagen. Als wir davon fuhren, hatte Bones sich immer noch nicht beruhigt. Ich bin so froh, dass du ihr nicht gesagt hast, wir kommen, Schatz. Das war einsame Spitze. Statt etwas zu erwidern, lehnte ich mich im Sitz zurück und öffnete meine Ginflasche. Mein Kleid war Silberfarben. Von der Hüfte abwärts umschmeichelte es meine Figur bis zu den Füßen. Das Oberteil bestand aus zwei im Nacken verbundenen Stoffstreifen. Es war rückenfrei und durch den tiefen V-Ausschnitt vorn konnte ich keinen BH Skeptisch besah ich mein Spiegelbild. Da merkt man gleich, wenn's mir kalt wird. Ich bin die Gastgeberin, ich sollte nicht billig wirken. Hinter mir tauchte Bones im Spiegel auf. Du siehst nicht billig, sondern fantastisch aus. Zur Untermalung streifte er mit den Lippen sacht meinen Rücken und wie aufs Stichwort wurden meine Brustwarzen steif. Und ob das unanständig aussah. Hinreißend hauchte er auf meine Haut. Wenigstens einen Slip hatte ich an, wenn auch nur einen ganz kleinen. Ich hatte auch meine Prinzipien, da konnte er noch so überzeugend sein. Bones legte kurz den Kopf schief. Deine Mutter ist hier. Ich ging allein nach unten, um sie zu begrüßen, weil Bones noch nicht angezogen war. Seit jenem unglaublichen Abend und bei Rodney hatte ich sie nicht mehr gesehen. Ganz Gentleman hatte Rodney den Vorfall nicht erwähnt, als er am Morgen zu uns gekommen war, um das Abendessen vorzubereiten. Aber ich hatte gehört, wie Bones ihm zur Begrüßung ein »Heil dir, oh Drachenbändiger« entgegengeschmettert hatte. Ich machte die Tür auf und das Lächeln gefrohr mir im Gesicht. Das konnte unmöglich meine Mutter sein. In ihrem braunen Haar war kein Grau mehr zu sehen. Dafür war es frisch gesträhnt. Ob es dem Make-up oder einem chemischen Peeling zu verdanken war, dass sie in weniger als drei Wochen zehn Jahre abgestreift zu haben schien, wusste ich nicht. Ihr dunkelviolettes Samtkleid war enger geschnitten als meins, hatte an einer Seite einen hohen Beinschlitz und reichte er auf der anderen bis zu den Knöcheln. Im griechischen Stil bedeckte es nur eine Schulter und dazu hatte sie sich das Haar locker aufgesteckt, sodass ein paar Strähnen lose herabfielen. Nur ihre blauen Augen kamen mir vertraut vor. Catherine sie rauschte an mir vorbei, ohne mich zu umarmen. Okay, sie war doch noch die Alte. Du solltest dir wirklich etwas wärmeres anziehen, draußen ist es eiskalt. Selber Hallo Mom oder wer zum Teufel du sein magst, wie die Frau, die mich großgezogen hat, siehst du jedenfalls nicht aus. Du musst gerade was sagen, zischte ich. Dein Schenkel ist bis oben nackt? Mein Gott, wenn Grandma dich so sehen könnte, würde sie sich im Grab umdrehen. Meine Mutter öffnete den Mund, zögerte und Ich würde sofort in die Küche gehen, um ehrfürchtig vor Rodney auf die Knie zu fallen. Oh Wunder, er hatte es geschafft, ihr Humor beizubringen. Komm, wir holen dir ein Glas Eierpunsch, Mom, sagte ich, als ich mich so weit von meinem Schock erholt hatte, dass ich sie ins Wohnzimmer lotsen konnte. Der hat's in sich. Den wenig festlichen Kriegsumständen entsprechend war unsere Gästeliste klein. Sie umfasste Rodney, Spade, Rattler, Tick-Tock, Ian, Zero und einen weiteren Vampir namens Doc, den Annette als ihren Begleiter mitgebracht hatte. Mencheres war nicht gekommen, was mir durchaus recht war. Außerdem hatte ich Denise, Randy, meine Mutter, Don, Cooper, Dave, Juan und Tate eingeladen. Ian war von Bones noch in letzter Minute dazugebeten worden. Eigentlich hatte ich ihn nicht sehen wollen, da er sich aber auf unsere Seite geschlagen hatte, fühlte Bones sich zu der Geste verpflichtet. Meine Hoffnung, er würde nicht aufkreuzen, erwies sich als vergeblich. Ich hatte sogar den Verdacht, er wäre überhaupt nur gekommen, weil er wusste, dass ich etwas dagegen hatte. Wir saßen im Esszimmer. Ian war später gekommen und kaum hatte er den Raum betreten, verließen Don und meine Mutter den Tisch. Zusammen mit Dave Cooper und Juan, die ebenfalls Grund hatten, den Vampir mit den kastanienbraunen Haaren zu verabscheuen, drückten sie sich in der Nähe der Veranda herum. Nanu, Cat, du kommst mir nervös vor, warnte sich Ian provozierend an mich, als mein Schweigen allmählich auffiel. Du bist mir doch hoffentlich nicht immer noch Gram, weil ich letzten Sommer deinen Ex-Freund entführt habe? Ich widerstand dem Drang, meinen Teller nach ihm zu werfen. Natürlich nicht, Ian. Es ist bloß so, dass Bones und ich um diese Uhrzeit normalerweise ficken wie die Kaninchen, da werde ich schon mal ein bisschen ungeduldig, wenn ich so lange warten muss. Ian fand das gar nicht lustig. Hast du nichts dagegen, dass sie mich beleidigt, wenn ich euch einen Freundschaftsbesuch abstatte, Crispin, wandte er sich an Bones. Der zog die Brauen hoch. Zu erwähnen, mit welchen Mitteln du versucht hast, Cat zu zwingen, sich deiner Sippe anzuschließen, ist ebenfalls äußerst unhöflich. Lass uns nicht mehr davon reden. Die Worte waren milde, Bones Blick war es nicht, seine Augen waren grün. Ian lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Sieh dich nur an, erst dachte ich, du hättest mir Cat aus purem Trotz weggeschnappt, aber ausgerechnet dich hat die Liebe übermannt. Die beiden kannten sich seit über 220 Jahren, hatten gute und schlechte Zeiten miteinander verbracht. Um den Tisch herum schien die Luft stickig zu werden. Du bist doch nicht bloß gekommen, um mit mir über meine Frau zu sprechen. Ian beugte sich vor. Nach dem, was Max ihr angetan hat, hast du jedem blutige Rache geschworen, der darin verwickelt war. Warum sollte ich nicht erst sehen wollen, wie viel sie dir bedeutet, bevor ich mich noch weiter aus dem Fenster lehne, als ich es schon getan habe? Wärst du nur aus verletztem Stolz so wütend gewesen? Na ja! Mit einer wegwerfenden Handbewegung ließ Ian den Satz unvollendet. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ich dir ein Silbermesser ins Herz gestoßen habe, Ian? erkundigte ich mich munter. Du glaubst gar nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, ich hätte es damals umgedreht. Du sprichst von angeknackstem Ego angesichts der Tatsache, dass ich entführt, gefoltert und fast umgebracht worden wäre? Fick dich ins Knie! Ich will dein Leid nicht kleinreden, Kat, antwortete Ian prompt. Ich bringe lediglich mein Interesse an Bones Reaktion darauf zum Ausdruck. Max hat seine Strafe verdient, aber sie hätte die kluge Antwort eines Anführers sein können, der zeigt, dass er nicht alles mit sich machen lässt. Du verstehst den Unterschied. Ian sah mich aus türkis blauen Augen an. Er war berechnend, das wusste ich aus Erfahrung, aber es musste mehr in ihm stecken, sonst hätte Bones ihm schon vor Jahrzehnten das Licht ausgeknipst. Bones neigte den Kopf. Du hast deine Antwort, Ian. Meine Reaktion ist absolut persönlich, wenn es um sie geht. Ein Glück für dich, dass Mencheres seine Sippe mit deiner vereinigt und dir zusätzliche Macht verliehen hat. Und wo wir gerade von deiner neuen Allianz sprechen, es geht nicht in meinen Kopf, warum Mencheres dich mir vorgezogen hat. Schließlich bin nicht ich es, der mit seiner Frau geschlafen hat. Ich erstarrte. Und Bones stieß einen üblen Fluch aus. Ian, dem mein Gesichtsausdruck nicht entgangen war, fing an zu lachen. Hat Crispin dir das etwa nicht erzählt? Ich stand vom Tisch auf. Ich würde darüber nicht in Ians Gegenwart diskutieren. Bones folgte mir, als ich auf die Veranda ging. Endlich allein mit ihm machte ich ihm die Hölle heiß. Warum? Ich weiß ja, dass du dir bei deinem Herumgehore nicht viel gedacht hast, bevor wir uns kennengelernt haben. Aber Patra war die Frau deines Urahns. Seine Kiefermuskeln spannten sich an. Ich wusste noch nicht, wer sie war, als es passiert ist. Das Verhältnis zwischen Mencheres und Patra war schon angespannt, bevor ich zum Vampir wurde. Vor einigen Jahrzehnten lernte ich eine Frau kennen, verbrachte die Nacht mit ihr und fand eine Woche später heraus, dass sie mit Mencheres verheiratet war. Patra wusste, wer ich war. Sie wollte Mencheres verletzen, verdammt nochmal. Was glaubst du denn, wer es ihm erzählt hat. Damals habe ich nicht verstanden, warum er mich nicht umgebracht hat. Aber nach allem, was kürzlich passiert ist, denke ich, er wusste, dass er mich eines Tages brauchen würde. Schlief ein Vampir mit der Frau eines anderen, zog das für gewöhnlich die Todesstrafe nach sich, wenn der Gehörnte darauf bestand. Gibt es sonst noch etwas, das ich nicht weiß? Denn wehe, ich er sah umwerfend aus. Und je länger ich mit ihm zusammen war, desto mehr wurde mir bewusst, dass auch vor mir schon viele Frauen dieser Ansicht gewesen waren. Na schön, gehen wir wieder rein, Ian vermisst uns bestimmt schon. Bones ignorierte meine sarkastische Bemerkung und zog mich in seine Arme. Weißt du, dass es schon fast Mitternacht ist, flüsterte er, noch zwei Tage bis Heiligabend. So viel war seit dem letzten Weihnachtsfest geschehen. Was würde das nächste Jahr bringen? Besseres, antwortete Bones leise. Versprochen. Er küßte mich und mir wurde warm, als seine Hände meinen Rücken hinunter wanderten. Ein Zweig, der in der Nähe knackte, verdarb mir die Stimmung und versetzte mich in sofortige Alarmbereitschaft. Bones richtete sich auf. Ich hatte mich schon gefragt, wie lange du uns funktionieren willst, Kumpel. Wieder knackten Zweige und aus den Schatten kam Tate hervor. Hi, Cat! Gott, du siehst wundervoll aus. Oh, oh, warum konnte er uns nicht einfach frohe Weihnachten wünschen? Dave durchbrach die gespannt feindselige Atmosphäre, indem er zu uns auf die Veranda kam. Alter, du bist hier. Das war knapp gewesen. Dave, Tate ließ sich von seinem Freund lächelnd in eine kräftige Umarmung ziehen. Schließlich gesellten sich auch Juan und mein Onkel zu uns. Auf Dons sonst so stoischem Gesicht zeigte sich ein Lächeln, als er vortrat und Tate umarmte. Bones stieß ihm hineingehen ein zynisches Schnauben aus. Du findest bestimmt ohne Probleme zum Gästehaus, Tate. Dort wohnst du nämlich. Ian, taktlos wie immer, rückte mir sofort auf die Pelle. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Crispin und dir sind doch hoffentlich beigelegt, oder? Ja, du kannst heute Nacht beruhigt schlafen. Ian lachte. Als meine Mutter an uns vorbeischlenderte, beäugte er sie mehr als nur mäßig interessiert. Ich muss schon sagen, Kat, mir ist durchaus klar, was Max ins Verderben gelockt hat. Ich warf ihm einen finsteren Blick zu. Ians Lächeln wirkte kein bisschen rollmütig. Warum sollten sie mir gram sein? Eigentlich müssten sie mir danken. Hätte ich Max nicht verwandelt, gäbe es auch dich nicht. Daraufhin riss meine Mutter den Kopf herum. Gut gemacht, knurrte ich. Sie wusste nicht, dass du ihn erschaffen hast. Bones tauchte hinter Ian auf. Kommst du einen Augenblick mit, mein Freund? Statt Ians Antwort abzuwarten, stieß er ihn einfach auf die Veranda. Ich ging in die entgegengesetzte Richtung, um meine Mutter davon abzuhalten, wütend hinter den beiden herzurennen. Catherine, fuhr sie mich an, als ich mich vor ihr aufbaute, geh mir aus dem Weg, ich habe mit dieser Kreatur ein Wörtchen zu reden. Mom, ich weiß, wie wütend du bist. Sie versuchte noch immer an mir vorbeizukommen. Keine Bange, ich mache keine Szene, sagte sie und schob sich mit einem letzten Rempler an mir vorbei. Für ihre Verhältnisse war das der Gipfel der Zurückhaltung. Du, sie marschierte geradewegs auf Ian zu und stieß ihm den Zeigefinger vor die Brust. Er warf einen amüsierten Blick darauf. Du hast ihren Vater verwandelt. Hast du nicht gewusst, was für einen Abschaum du erschaffen hast? Bones stieß ein finsteres Schnauben aus. Ich will jetzt keine Beleidigungen von dir hören. Ian verdrehte die Augen. Wenn ich für alles verantwortlich sein soll, was meine Nachkommen tun, Justina, gilt das auch für dich. An dem Tag, als ich deine Tochter kennenlernte, hat sie meinen Freund ermordet. Wie willst du das wieder gut machen? Ian hatte den Spieß so eiskalt umgedreht, dass ich fast genauso perplex war wie meine Mutter. Noch so einen abscheulichen Vampir? säuselte sie, als sie sich wieder gefangen hatte. Einer der vielen, die versucht haben, sollte, indem er mich vor einer Frau beschützte, die vorhatte, mich in meinem eigenen Heim zu ermorden, gab Ian zurück. Frag Kat, sie wird dir bestätigen, dass ich keinen Versuch unternommen habe, sie zu beißen, bevor sie meinen Freund enthauptet hat. Das mit deinem Freund tut mir leid, aber ich habe ihn für einen Killer gehalten und er hat sich von hinten an mich herangeschlichen und wollte mich überwältigen, antwortete ich. Außerdem hattest du kurz zuvor angegeben, zwei Menschen ermordet zu haben, Ian, deine Angestellten, die mich bestohlen hatten, war Ians Antwort. Wirklich, Crispin, was würdest du mit Typen anstellen, die dir das Haus ausräumen und versuchen, deine Wertsachen zu verhökern? Bones zuckte mit den Schultern. Das Gleiche. Wenn man jemandem nicht einmal Sitz anvertrauen kann, wie soll man sich da sicher sein, dass er einen in wichtigeren Dingen nicht auch betrügt? Ganz genau, pflichtete Ian ihm bei und wandte sich dann mit vielsagendem Blick wieder an meine Mutter. Was Max betrifft, sind wir also mehr als Quittschätzchen. Was legst du mir sonst noch zur Last? Sie machte ein verwirrtes Gesicht, deutete dann aber mit einer Handbewegung auf Bones. Ihn, du hast ihn erschaffen und wegen ihm sind meine Eltern ermordet worden, wir sind also mitnichten Quitt, Vampir. Ein Schatten huschte über Bones Züge. Du hast keine Schuld daran, ließ ich ihn wissen, sie hat Unrecht. Allerdings hat er auch Kat beigebracht zu kämpfen, hat sie stärker, schneller und tödlicher gemacht. Glaubst du, sie hätte sonst überlebt? Hat er nicht dir erst kürzlich das Leben gerettet? Willst du mir sagen, das wäre weniger wert als das Leben deiner Eltern? Meine Mutter sah ihn komisch an, als wüsste sie nicht, wie sie ihn einordnen sollte. Ian erwiderte ihren Blick offen und unerschrocken. Schließlich, nach einem gespannten Schweigen, machte sie auf dem Absatz kehrt und marschierte davon. Schön, dass wir uns mal aussprechen konnten, rief er ihr nach. Sie antwortete nicht. Das rote Negligé floss an mir herab, dunkel wie Blut auf meiner Haut. Bones hatte mich bei den Hüften gepackt und bäumte sich unter mir auf. Ich schloss die Augen. Meine Finger krallten sich ins Laken, während meine Bewegungen schneller wurden. Der Augenblick verlor seine Sinnlichkeit, als sich ein feiner Nebel um uns zu bilden schien und die Laken ein Eigenleben entwickelten. Sie wandten sich um meine Hand und Fuß Gelenke, als wäre der Stoff zu einer angriffslustigen Schlange geworden. Ich wollte Bones sagen, dass er aufhören solle, aber als ich den Mund öffnete, lief Blut heraus. Versuchst du immer noch tapfer zu sein, kleines Mädchen? fragte eine vernichtende Stimme. Entsetzen überkam mich, ich kannte diese Stimme. Der Nebel lichtete sich und ich stieß ein langes durchdringendes Wimmern aus. Bones und das Bett verschwanden und plötzlich lag ich vor meinem Vater am Boden. Die schlangengleichen Bettlaken wurden zu Messern, die sich mir in die Handgelenke boten. In Bauch, Armen und Beinen hatte ich unerträgliche Schmerzen. Weißt du, was ich jetzt mit dir anstellen werde, kleines Mädchen, fuhr Max fort. Ich werde dir noch einmal die Kehle herausreißen. Er kam auf mich zu. Ich versuchte mich wegzudrehen, aber die Messer in meinen Handgelenken hinderten mich daran. Max lachte, als seine Fänge sich mir näherten. Als seine Reißzähne mir langsam die Kehle aufschlitzten, schrie ich. Max presste mir etwas vor den Mund. Ich hustete, keuchte und schluckte, aber einige Augenblicke später löste Max Gestalt sich in Luft auf und ich sah Bones vor mir. Vor meinen Augen verheilten die Striemen und Kratzer auf seiner Haut, sodass nur Blutspuren noch verrieten, wo sie gewesen waren. Er hielt mir sein Handgelenk an die Lippen, sämtliche Bettlaken waren zerrissen und wir waren nicht allein im Zimmer. Auf der Bettkante saß Bade, der mich bei den Schultern gepackt hatte. Er ließ mich los und rückte mit einem erleichterten Seufzer von mir ab, während ich ihn verständnislos ansah. In der Tür standen Dave, Rodney und Tate, hinter ihnen Denise, die hüpfend versuchte einen Blick auf mich zu erhaschen. Teufel, auch du bist wach. Bones umfing mein Gesicht mit den Händen. Weißt du, wo du bist? In meinem Schlafzimmer. Splitterfaser nackt, genau wie Bones. Spade stand auf und ich sah weg. Bones und ich waren nicht als einzige unbekleidet. Bones, was wollen die alle hier? Spade, zieh dir was an, scheiß Vampire, wollen ständig jedem ihre Familienjuwelen zeigen. Bones drückte mich immer noch an sich, wenigstens meine Brüste waren verdeckt, solange er mich im Arm hatte. Aus dem Weg, ihr Bestien! Grundgütiger, meine Mutter war im Flur und wollte ins Zimmer? Spade, Handtuch, Badezimmer, zischte ich. Er lachte, aber es klang wie ein müdes Seufzen. Crispin, ihr geht's gut, ich zieh mich zurück, wenn sie mir weiter Vorhaltungen macht, schwächt es sie vielleicht zu sehr. Auch Spade war mit trocknenden Blutsporen bedeckt. Was hatte das zu bedeuten? Tate starrte mich an, seine Gegenwart war mir unangenehm. Ian drängte sich an den anderen vorbei und klappte sein Handy zu. Ich habe ihm gesagt, dass es funktioniert hat, Crispin. Er meinte, ich soll ihn nochmal anrufen. Jetzt reicht's mir aber, rief ich. Ich hatte einen Albtraum, macht, dass ihr rauskommt. Ian warf mir einen mitleidigen Blick zu. Wir sprechen uns, Crispin. Bis dann. Endlich leerte sich das Zimmer. Als der letzte die Tür zugemacht hatte, ließ ich mich endlich gehen und fing an zu zittern. Gott, das war der schlimmste Albtraum, den ich je hatte. Mir tut jetzt noch der Hals weh. Wie war das möglich? Bones erwiderte meinen Blick. Kätzchen, das war nicht nur ein Traum. Es war ein Zauber, der dich in deinem eigenen Albtraum gefangen halten sollte. Dein Hals tut weh, weil du im Traum noch einmal den Tag durchlebt hast, an dem Max dich in seiner Gewalt hatte. Und wärst du nicht aufgewacht, hätte der Zauber seinen Zweck erfüllt und dich getötet. Alles an mir verspannte sich, während ich um Selbstbeherrschung rang. Woher weißt du, dass es ein Zauber war? Im Schlaf hast du plötzlich angefangen zu schreien. Charles ist ins Zimmer gestürzt, er war schon im Bett gewesen, deshalb war er nackt, und wir haben versucht dich aufzuwecken. Du hast dich gewehrt wie verrückt. Da wussten wir, dass es kein bloßer Albtraum war, und wenn ich mich konzentrierte, konnte ich deine Gedanken lesen und sehen, was du durchmachen musstest. Wir hatten alle keine Ahnung, was wir tun sollten. Ian hat Mencheres angerufen und ihm alles erzählt. Er wusste, was zu tun war. Wie lange hat es gedauert? Ein paar Minuten? Eine halbe Stunde ungefähr, obwohl es mir wie eine Ewigkeit vorkam. Eine halbe Stunde? Du hast gesagt, Mencheres wusste, was zu tun oder das ihres Erschaffers ihn wieder lösen. Mencheres war zu weit weg, um vorbeizukommen. Da er aber sein Blut und seine Kraft mit mir geteilt hat, glaubte er, meins wäre vielleicht ausreichend. Und so war es auch. Ich schauderte. Wenn ich das nächste Mal einschlief, würde ich vielleicht nicht mehr aufwachen. Getötet von meinen eigenen Erinnerungen. Was für eine miese Art zu sterben. Patra kann also immer und überall einen solchen Zauber bewirken? Bones Lippen verhärteten sich zu einer dünnen Linie. Nein, nicht wenn sie tot ist. Bevor wir einen Gegenangriff planen, müssen wir ein Mitglied aus Patras Sippe in unsere Gewalt bekommen, sagte Ian wenig später. Oder einen Überläufer finden, das wäre noch besser. Darin solltest du eigentlich Experte sein. Die bissige Bemerkung kam von Don und ich stutzte. Seit er erfahren hatte, wer Patra war, hatte er kaum etwas gesagt. Schwachsinn. Ian seufzte. Sieh mal, Max hat bekommen, was er verlangt hat. Er wollte seinen Job und seine Sterblichkeit hinter sich lassen und ich habe ihn verwandelt, weil ich immer Verwendung für clevere, skrupellose Burschen habe. Ende vom Lied. Weißt du, was Max getan hat, als ich herausgefunden hatte, dass er ein Vampir war und ihn festnehmen wollte? Er hat unsere Eltern ermordet und mir ihre Leichen vor die Tür gelegt. Du hast ihn dazu in die Lage versetzt, du hast ihm die Macht dazu verliehen. Ihn sah Don an. Max war schon ein Mörder gewesen, bevor er mir über den Weg gelaufen ist. Ich habe ihm nur die Fangzähne gegeben. Deinen Eltern kannst du nicht mehr helfen, aber deine Nichte ist noch am Leben, alter Freund, sagte Bones. Du könntest uns allen einen Gefallen tun, indem du deinen Grips einsetzt, um sicherzustellen, dass das auch so bleibt. Nächstes Thema. Er unterbrach sich und sah zur Holzdecke hinauf. Mencheres ist hier, verkündete er. Auch Spade hob den Kopf. Ich spüre ihn noch nicht. Bones stand auf. Ich aber. Und er ist nicht allein. Bones gab ein zorniges Knurren von sich. Er kommt mit dem verflixten Zirkusgaul. Ihn lachte. Ach was, dann wird der Abend ja doch noch interessant. Im Gegensatz zu Ian schien Spade die Neuigkeit nicht amüsant zu finden. Warum sollte er ihn mit hierher bringen, Crispin? Er weiß doch, dass ihr beide euch nicht ausstehen könnt. Ganz zu schweigen davon, dass er nicht wissen soll, wo ich wohne, murmelte Bones und fing an, nervös auf- und abzutigern. Aber Patra fragte ich, kenne ich den Typen? Bones schnaubte, du weißt, wer er ist. Der Lärm eines nahenden Helikopters bereitete der Unterhaltung ein vorläufiges Ende. Minuten später tauchten Mencheres und ein anderer Vampir auf. Bones begrüßte seinen Urahn mit einer Umarmung, während er für den anderen nur ein kühles Nicken übrig hatte. Bones irrt sich, ich weiß nicht, wer das ist, dachte ich, nachdem ich einen Blick auf den unbekannten Vampir geworfen hatte. Er war etwa einen Meter achtzig groß, hatte ein eckiges, von langem braunem haarumrahmtes Gesicht und einen kurzen Bart. Die bleiche, breite Stirn betonte die tief liegenden Augen. Ich hätte mich daran erinnert, wenn ich ihm schon einmal begegnet wäre. Er streckte mir eine narben einen sonderbaren Akzent und die Begrüßung fiel auch nicht eben typisch aus. Ich stehe leider gerade ein bisschen auf dem Schlauch, antwortete ich und schüttelte ihm die Hand. Prickelnde Macht schoss mir in den Arm. Wer er auch sein mochte, er war ein Meister und schätzungsweise ein paar hundert Jahre alt. Das glaube ich kaum. Er musterte mich mit dem selben forschenden Blick Du warst zwar nicht bei der Hochzeit aber dir ist wohl klar dass sie meine Frau ist. Der Fremde lachte. Er hatte ungewöhnliche Augen fiel mir auf. Kupferfarben mit leuchtend grünem Rand. Meine Einladung ist wohl in der Auslandspost verloren gegangen. Bones ignorierte die Bemerkung. Mencheres, ich hoffe du hast ihn aus gutem Grund mitgebracht. Er hat Informationen, sagte Mencheres und warnte sich dann an mich. Ah, Kat, schön dich wiederzusehen, konnte ich von mir nicht behaupten. Keine Ahnung, warum ich instinktiv immer mit Abneigung auf Mencheres reagierte. Mencheres ließ meine Gedanken unkommentiert, also versuchte ich mich in Höflichkeit. Mencheres, hi. Bones wandte sich an den anderen Vampir. Kätzchen, das ist Vlad. Bevor ich mich eines Besseren besinnen konnte, entfuhr mir ein trockenes Lachen. Nicht gerade originell, du bist jetzt der dutzendste Vlad, dem ich begegne. Seine schmalen Lippen verzogen sich. Die anderen haben wohl kaum von Geburt an so geheißen. Ich wartete auf die Pointe, aber sie kam nicht. Schließlich fand ich meine Sprache wieder. Du bist Dracula? Das soll wohl ein Witz sein. Allergrüßten zu grübeln haben, Catherine. Ich heiße Kat, korrigierte ich inprompt. Merk dir meinen Namen, dann merke ich mir deinen. Als alle Begrüßungen ausgetauscht waren, machten wir es uns im Aufenthaltsraum bequem. Ich wollte es gemütlich haben, wenn ich mit einer historischen Berühmtheit den Mord an einer anderen plante. Vlad nahm im Sessel neben mir Platz wie auf einem Thron. Bones ließ sich neben mir auf der Couch nieder und ergriff demonstrativ meine Hand. Allen Umständen zum Trotz wollte die Zehnjährige in mir Vlad mit Fragen bombardieren. Wer liegt in der Kirche neben deiner Burg begraben? Hast du wirklich den Gesandten des Sultans die Turbane am Kopf festgenagelt, als die sich weigerten, sie abzunehmen? Wann wurdest du zum Vampir, bevor oder nachdem du auf einem Schlachtfeld angeblich bei einem Bankett zwischen lauter gepfälten Gläser voll Blut getrunken hast? Ein Bauer von meiner Statur. Ja, danach und eigentlich habe ich Rotwein getrunken. Verflucht, dachte ich und schottete meine Gedanken ab, noch so einer. Vlad's Blick wanderte von mir zu Bones. Ich habe versprochen unsere Differenzen zum Wohl aller beiseite zu lassen. Darum bin ich hier. Du weißt, dass ich nichts für dich übrig habe, Bones, und dir geht es mit mir nicht anders. Hätte Patra gegen dich Partei ergriffen, ohne sich zugleich mit Mencheres anzulegen, säße ich vermutlich heute sogar bei ihr. Bones zuckte mit den Schultern. Und wenn Mencheres nicht wäre, hätten wir beide das schon längst unter uns ausgemacht. Aber Mencheres hält große Stücke auf dich und dafür gibt es sicher einen Grund. Ich will also seinem Urteil vertrauen und annehmen, dass du nicht das wertlose Stück Dreck bist, für das ich dich halte. Was für ein unschöner Waffenstillstand. Mencheres erhob sich. Seine vollendeten Umgangsformen ließen ihn harmlos erscheinen, aber im Kampf war er bestimmt ein furchterregender Gegner. Bones, ich habe mit Bestürzung vernommen, dass Patra Magie gegen Cat eingesetzt hat. Wie du weißt, ist Vampiren Zauberei verboten. Aber das Bewirken eines solchen Zaubers wird Patra tagelang schwächen, was uns wiederum Zeit verschafft, gegen sie vorzugehen, wenn es uns gelingt, sie zu finden. Vlad weiß vielleicht, wo sich ein Mitglied ihrer Sippe auffällt. Bones warf Vlad einen unterkühlten Blick zu. Der allerdings grinste ihn nur überlegen an. Du weißt doch längst, ob du es mir verraten willst oder nicht. Also spuck's aus oder verpiss dich, sagte Bones knapp. Vlad's Blick huschte zu mir und dann seltsamer Weise zu Tate. Ich wittere sein Verlangen nach Cat. Er versucht nicht einmal es zu verbergen. Kotz dich ziemlich an, dass einer deiner Leute scharf auf deine Frau ist. Was? Bones zog nur gereizt die Brauen hoch und knurrte. Was soll das heißen? Das schmallippige Grinsen des Vampirs wurde breiter. Dazu komme ich noch. Der Nikolaus sieht aus, als hätte er mehr als nur einen Eierpunsch intus, dachte ich, als ich an der bunten Menge vorbeischlenderte, die sich für ein Foto mit dem guten alten Weihnachtsmann angestellt hatte. Tates Arm schloss sich enger um mich. Was gaben wir doch für ein hübsches Paar ab? Du bist wunderschön, flüsterte Tate den Mund dicht an meiner Wange. Seine Lippen wanderten tiefer, bis sie schließlich auf meinen landeten. In meinem Job war ich es gewohnt, untote Zielpersonen zu küssen, aber Tate war keine Zielperson. Seine Lippen fühlten sich kühl an, aber das änderte sich beim Kontakt mit meiner warmen Haut. Er küsste gar nicht schlecht, obwohl er Gott sei Dank nicht so weit ging, mir die Zunge in den Hals zu stecken. Ich konzentrierte mich darauf, die Sache wie einen ganz normalen Job anzugehen, was mir nicht gelang. Ein wenig abrobter, als ich es in meiner Rolle hätte tun sollen, wich ich von ihm zurück. Einziges Wort. Feigling. Er hatte Recht. Wäre das hier ein Job wie jeder andere gewesen, hätte ich keinerlei Probleme damit gehabt, ein wenig Leidenschaft vorzutäuschen, ihm die Fangzähne mit der Zunge zu polieren und der Glaubwürdigkeit halber womöglich sogar seinen Arsch zu begrapschen. Aber vor mir stand Tate. Von meiner emotionalen Distanzlosigkeit einmal abgesehen, lebte ich in der ständigen Furcht, Bones könnte irgendwo auftauchen, um Tate den Kopf abzureißen. Ja, Vlad hatte ganz Recht. Absolut niemand würde auf die Idee kommen, Bones würde mich mit einem Typen auf den Rummel gehen lassen, den er so hasste. Über uns erklang das ausgelassene Gekreische der Kinder im Karussell. Die vielen anderen Fahrgeschäfte, das Stimmengewirr der Besucher, die lautstarke Weihnachtsmusik und das metallische Kreischen der Maschinen trugen das ihre zu dem Lärmenden durcheinander bei. Vlad zufolge musste sich irgendwo auch Anthony, einer von Patras Spießgesellen aufhalten. Anthony liebte Weihnachtsmärkte und er glaubte wohl, niemand wüsste, welchen Weihnachtsmarkt er heute Abend besuchen würde. Vielleicht tauchte er aber gar nicht auf und Vlad hatte sich nur einen Spaß mit Bones erlaubt. Immerhin hatte ihm die Vorstellung, ich würde mich als Tates Freundin ausgeben, überhaupt nicht gefallen. Er hatte teuflisch geflucht. Sieht aus, als käme Weihnachten für dich dieses Jahr früher, hatte er schließlich zu Tate gesagt, als er zugeben musste, dass die Idee brillant war. Mencheres allerdings glaubte nicht, dass er uns in eine Falle locken wollte. Bones offensichtlich auch nicht, sonst hätte er mich gar nicht erst gehen lassen. Konzentrier dich aufs Wesentliche, zischte ich Tate zu und vermied es ihm in die Augen zu sehen. Mach ich doch. Das brachte mich dazu, hier und jetzt ein paar Dinge klar zu stellen. Sieh mal Tate, du musst über die Sache mit mir hinweg kommen. Das wirkt sich negativ auf unsere Freundschaft, unsere Arbeit aus. Und jedes Mal, wenn du vor Bones davon anfängst, spielst du Lärm eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ein Vampir hätte schon ziemlich nahe sein müssen, um uns belauschen zu können. Jahrelang habe ich kein Wort über meine Gefühle für dich verloren. Wir waren Freunde und ich hoffte, dass ich mit der Zeit mehr daraus entwickeln würde. Ich werde nicht noch einmal den Fehler machen, so lange zu zögern. Es ist mir egal, ob ich dem Grufti damit auf den Geist gehe oder ob es dir peinlich ist. Ich habe lange genug so getan, als wollte ich nur dein Kumpel sein. Tate beugte sich zu mir herunter und ich konnte entweder zulassen, dass er sich an mich presste oder mich von ihm losreißen und eine Szene machen. Versuch nicht mir weiszumachen, du hättest nie darüber nachgedacht, sagte er leise. Ich Ein Abend voller Drinks und Einsamkeit hatte damals zu einem Kuss geführt, der nie hätte sein sollen. Du bist ein gut aussehender Mann und ich bin nicht aus Stein, aber das war bevor Bones wieder in mein Leben getreten ist. Manchmal hasse ich Don, zischte Tate. Jetzt kam ich nicht mehr mit. Was hat mein Onkel denn damit zu tun? Don hätte dich einfach nur sechs Monate früher ausfindig machen müssen. Dann wärst du mir und nicht Bones zuerst über den Weg gelaufen. Wir hätten uns gemocht. Du hättest dich von mir angezogen gefühlt. Und als dein Kollege wäre ich der perfekte Mann für dich gewesen. Du hättest dich in mich verliebt. Vielleicht hätte ich tatsächlich etwas mit Tate angefangen, wenn ich Bones nicht zuerst begegnet wäre. Es Auftrag ums Leben gekommen, denn Bones hätte mich ja nicht ausbilden können. Aber so oder so hätten wir keine Zukunft gehabt. Warum? Bones wäre als Killer auf mich angesetzt worden. Den Job hat man ihm in den Jahren unserer Trennung angeboten. Dann hätte er sich in sein Opfer verliebt. Es gibt Menschen, die sind einfach nicht füreinander geschaffen. Das glaube ich nicht, entgegnete Tate. Er gab nie auf, egal wie aussichtslos die Lage war. In diesem Fall aber hatte er sich in etwas verrannt. Eines Tages wirst du eine Frau kennenlernen, die die richtige für dich ist. Tate schüttelte den Kopf. Oder du merkst, dass Bones nicht der Mann ist, für den du ihn gehalten hast und verlässt ihn. Du kennst ihn doch kaum. Ich kenne Bones nicht, fragte ich ungläubig. Du machst wohl Witze. Er ist fast 250 Jahre alt und du bist insgesamt nicht mal ein Jahr mit ihm zusammen, sagte Tate nur. Ich weiß worauf es ankommt, sagte ich säuerlich. Oder du bist blind vor Liebe. Bones ist ein Ex-Stricher Cat. Seit Jahrhunderten ist es sein Handwerk Frauen Liebe vorzugaukeln. Annette hat mir das eine oder andere über ihn erzählt. Jemand wie der wacht nicht eines morgens auf, vergisst alles, was gewesen ist und wird zum treu sorgenden Ehemann. Tates Stimme wurde rauer, leiser und er drehte sich so, dass ich ihn ansehen musste. Ich aber stehe jetzt seit fast fünf Jahren an deiner Seite. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Du weißt, dass ich dich nie betrügen würde und ich werde auf dich warten. Die Unterhaltung führte zu nichts. Mit einem wütenden Blick in Tates Richtung setzte ich mein falsches Lächeln auf und machte mich endgültig auf zum Zuckerwattestand. Wenn ich mich hier schon nicht mit Gin voll laufen lassen konnte, würde ich wenigstens Zuckerwatte schlecken, bis hoffentlich Anthony auftauchte. Drei Portionen Zuckerwatte und zwei Riesenradrunden später war immer noch kein Anthony in Sicht. Zehn Uhr war vorbei, die kleineren Kinder inzwischen fast alle verschwunden und der Nikolaus zählte die Minuten bis Mitternacht, wenn der Rummel schließen würde. Seit unserer Auseinandersetzung hatten Tate und ich kaum miteinander gesprochen. Wir gaben weiter das glückliche Pärchen. Tate vergnügte sich am Schießstand. Sehr zum Leidwesen des Betreibers, denn Tate schoss nicht ein einziges Mal daneben. Mit dem plüschigen Hauptgewinn im Arm hielt uns wirklich keiner mehr für Vampirjäger. Umso größer war meine Überraschung, als Tate mich herumriss und küsste, als gäbe es kein Morgen mehr. Meine erstickten Protestlaute erstarben, als er flüsterte, er ist hier. Ich ließ den Eisbären fallen, schlang Tate die Arme um den Hals und erwiderte seinen Kuss ebenso leidenschaftlich, während ich versuchte, die Präsenz des Anderen zu erspüren. Da, etwa fünfzig Meter entfernt, hing knisternd eine übermenschliche Aura in der Luft. Wie schön, dass du doch noch zum Spielen gekommen bist, Anthony. Das Kraftfeld näherte sich. Wer immer es ausstrahlte, hatte Tate ebenfalls bemerkt, denn er kam direkt auf uns zu. Ich küsste Tate noch inniger. Der stöhnte und schloss die Arme fester um mich. Der Vampir war jetzt nur noch zehn Meter entfernt. Tate machte keinen Hehl daraus, dass er ihn bemerkt hatte. Er hob den Kopf und sah ihn direkt an mit einem leichten grünen Funkeln in den dunkelblauen Augen. Was willst du? Ich drehte mich um und stutzte. Das war der Typ, den wir ausschalten sollten. Große braune Augen sahen mich aus dem Gesicht eines höchstens vierzehn jährigen an. Der Vampir hatte schwarz gelocktes Haar, eine etwas zu große Nase und einen schmächtigen Körperbau, der sein kindliches Aussehen noch betonte. Ich habe dich noch nie gesehen, sagte er. Seine Stimme passte schon eher zu seiner Aura. Er sah vielleicht aus wie ein Milchbubi, aber die Energie, auf dem Buckel hatte. Tate ließ mich ein wenig zurücktreten, löste aber den Arm nicht von meinen Schultern. Warum solltest du? Der Vampir lächelte und ließ seine Grübchen sehen. Gott, jetzt wirkte er sogar noch jünger. Weil ich viele Leute aus unserem Land kenne, dich aber nicht. Tate schenkte dem Vampir ein frostiges Lächeln. Ich bin neu hier, könnte man sagen. Ich heiße Tate. Der Vampir hob herausfordernd den Kopf. Wer ist dein Meister? Ein Arschloch, antwortete Tate prompt, und ich hätte ihm am liebsten eine gelangt. Der Vampir stieß ein trockenes Lachen aus, das wieder nicht zu seiner kindlichen Erscheinung passte. Sind sie das nicht alle? Ich bin Anthony. Bingo, jubelte ich innerlich. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, sagte Anthony immer noch mit diesem entzückenden Lächeln auf dem Gesicht. Tate verdrehte die Augen. Warum sollte ich? Ich bin nicht auf der Jagd. Meine Freundin und ich wollen einfach nur einen netten Abend miteinander verbringen. Lass mich dir einen Rat geben, Kleiner, sagte Anthony. Jeder andere hätte es bestimmt lustig gefunden, dass ein Typ, der so jung aussah, Tate kleiner nannte. Wenn du einem von uns begegnest, stellst du dich vor und zwar auch mit dem Namen deines Meisters, sonst fühlt sich am Ende noch einer genötigt, dir Manieren beizubringen. Bones. Tate legte bewusst eine Pause ein, bevor er noch einmal Arschloch murmelte. Ich wusste, dass er es ernst meinte und musste mich bremsen. Anthony sah sich um, so schnell, dass es mir fast entgangen wäre. Der Tate bist du also, murmelte er. Tate verschränkte die Arme vor der Brust. Wärst jetzt nicht eigentlich du an der Reihe? Antoneys Lächeln wurde herausfordernd. Patra, antwortete er, auf Tates Reaktion gespannt. Ich sah mich um, tat aber, als wäre ich verwirrt. Worum geht es eigentlich? Um nichts, worüber du dir Gedanken machen müsstest, Baby, antwortete Tate und drückte mich beruhigend ein wenig fester an sich. Antony arbeitet für ein Konkurrenz Unternehmen. Es geht um einen Auftrag, den sowohl seine als auch meine Firma an Land ziehen will. Wenn es nach mir ginge, könnte seine Chefin ihn ruhig haben. Antony zog die Brauen hoch. Ganz schön mutig, sich einem Fremden gegenüber so über seinen Vorgesetzten zu äußern. Sagen wir doch einfach, ich hatte bereits die Chance für deine Chefin zu arbeiten, habe sie nicht genutzt und jetzt bereue ich ein gutes Geschäft für ein weniger gutes ausgeschlagen zu haben, antwortete Tate. Seine Haltung drückte nun offene Herausforderung aus. Antony wusste wohl, welche Rolle Tate kurz vor der Explosion von Mencher das Haus gespielt hatte, denn er nickte. Was, wenn dein Fehler wieder gut zu machen wäre? Ich bin sicher, dass meine Chefin großes Interesse an Informationen hat, die ein Industrie Spion ihr liefern könnte. Tate lächelte. Was springt für mich dabei raus? Ich müsste nämlich auf Geld und Schutz bestehen. Antony machte eine wegwerfende Handbewegung. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie großzügig meine Arbeitgeberin ihrer Angestellten entlohnt. Jede Wette, dachte ich zynisch, es sei denn, es handelt sich um solche, die nur für sie arbeiten, weil sie sonst ihre Familien umbringt. Musst du jetzt über Geschäftliches reden? fragte ich scheinbar verstimmt. Antony schien mich zum ersten Mal zu bemerken. Er musterte mich ziemlich unkindlich. Typisch, dass er mir aufgrund meines schlagenden Herzens zunächst keinerlei Bedeutung beigemessen hatte. Wie heißt denn deine Freundin Tate? Kathleen, antwortete Tate. Kathleen war mein zweiter Vorname. Ist sie nicht umwerfend? Durchaus, pflichtete Anthony ihm bei und kam näher. Seine Augen blitzten. Aber so wie sie aussieht, mit dem roten Haar und dem schlagenden Herzen, erinnert sie mich sehr an jemanden, von dem ich mal gehört habe. Offene Herausforderung lag in seiner Stimme. Ich schenkte Anthony meinen unschuldigsten Augenaufschlag. Ich stehe auf Rollenspiele, antwortete Tate in leicht gereiztem Tonfall. Deshalb habe ich Kathleen gebeten, sich die Haare zu färben und Kontaktlinsen zu tragen. Was dagegen? Wo plötzlich hatte Anthony meine Jeans gepackt und zerrte daran, bis er meine linke Hüfte entblößt hatte? Dann die rechte. An beiden Seiten war nichts als glatte, makellose Haut zu sehen. Tate kochte vor Wut, während ich ein Lächeln unterdrücken musste. Tja, mein Bester, das Tattoo ist weg, hat verdammt wehgetan, als Max es mir abgesäbelt hat, was du natürlich nicht wissen kannst, aber jetzt kommt es mir gelegen. Rühr sie noch einmal an und unser Gespräch ist beendet, knurrte Tate. Anthony schien sich zu entspannen. Ist sie eine gute Kopie? Tate zuckte mit den Schultern. Kommt hin. Ich hatte mir das Haar wieder rot färben lassen und so roch es tatsächlich als wäre die Farbe nicht echt. Dazu trug ich noch Kontaktlinsen mit blauen Einsprengseln, die meine Augen nicht ganz grau erscheinen ließen. Dank Selbstbräuner leuchtete meine Haut auch nicht wie sonst. Die Idee stammte von Vlad. Der gute Dracula war ein gerissener Hund. Musst du von dieser anderen Frau sprechen? Ich zog eine Schnute, was man angesichts des Themas auch erwarten durfte. Tate küsste mich auf den Scheitel. Ich höre ja schon auf, Baby. Können wir dann heimgehen? Wieder mit schmollendem Unterton. Tate sah mit nachsichtigem Lächeln auf mich herunter. Ich hab noch kurz was zu erledigen, dann hast du mich ich bringe dich zu meinem Abteilungsleiter Hikeso, damit wir das Geschäft abschließen können. Ich hole nur schnell meinen Wagen, ist weniger auffällig. Nein, mein Freund, entgegnete Tate. Hinter seinem verbindlichen Tonfall war eiserne Härte zu hören. Wir gehen gemeinsam. Anthony sah sich unschlüssig in der Menge um. Am liebsten hätte ich mir Anthonys Abteilungsleiter geschnappt. Je höher wir in Patras Befehlskette stiegen, desto besser war es für uns. Wenn wir nicht mit ihm gehen, will ich wirklich heim, flüsterte ich und schmickte mich auf eine Art und Weise an Tate, dass meine Argumente für jedermann offensichtlich waren. Du hast fünf Sekunden, bis ihr mich umstimmt, verkündete Tate und küsste mich mit einer Leidenschaft, die so hemmungslos war, dass man sie unmöglich für küsste sich widerwillig von mir. Seine Pupillen waren von grünen Schlieren durchzogen. Er hatte mich so ungestüm geküsst, dass meine Lippen leicht geschwollen waren. Wird's heute Nacht noch was? kam es gereizt von Anthony, der bereits mit der Rücksichtslosigkeit eines vielbeschäftigten Vampirs durch die Menge pflügte. Wir folgten Anthony auf den Parkplatz. Er hatte eine schwarze Stretchlimousine. Als wir uns dem Wagen näherten, drückte ich Tates Hand, aber der hatte das Energiefeld bereits gespürt. Wer ist da drin? wollte er wissen und blieb ein paar Meter entfernt stehen. Anthony schnappte Tate, im gleichen Augenblick gingen die Türen des Wagens auf und zwei weitere Vampire erschienen. Einer half Anthony Tate festzuhalten, der andere packte mich am Arm. Sie wussten nicht, wer ich war, sonst hätten sie mich mit vorgehaltenem Messer in den Schwitzkasten genommen. Tut uns nichts, wimmerte ich. Nur vier Typen waren mitgekommen, zwei davon Meister, aber nicht allzu stark, vermutlich die Leibwache, die Anthony auf Reisen begleitete. Sie ahnten nichts, dazu waren es zu wenige. Tates Blick traf mich mit plötzlicher Klarheit, dann schlug er die Hände weg, Anthony ließ ihn zwar nicht los, nickte aber dem Mann zu, der die Tür mit spöttisch grandioser Geste aufhielt. Nach dir. Durch Gedankenkraft versuchte ich Bones zu erreichen, ihn wissen zu lassen, dass er nicht eingreifen sollte, damit diese Wichser uns geradewegs zu Hikeso führten. Mit hochgezogenen Schultern hastete ich hinter Tate her, wobei ich mir Mühe gab, ausreichend Angstgeruch zu verströmen. Ein netter Trick, den ich mir über die Jahre hinweg angeeignet hatte. Für einen Vampir in überlegener Machtposition der süße Duft des Erfolgs. Was geht hier vor? Meine Stimme zitterte theatralisch, während ich versuchte, jeden der fünf Männer in der Limousine einzuschätzen. Sie hatten mich nicht nach Waffen abgesucht, eine ziemliche Dummheit, wie ich fand. Ich trug zwei Messer am Rücken und meine Absätze waren auch nicht aus Holz. Wir werden entführt, antwortete Tate gelassen, während der Wagen mit uns davon raste. Keine Sorge, sie sind nur an mir interessiert. Anthony grinste seinen Sitznachbarn an. Weißt du eigentlich, was für ein Glück wir haben, dass uns einer von Bones Leuten in die Hände gefallen ist? Patra wird überglücklich sein. Der andere Blutsauger war weniger gelassen. Skeptisch ließ er den Blick über mich wandern. Der stirbt als erster, beschloss ich. Ein Denker, das hat mir gerade noch gefehlt. Und seine grauäugige rothaarige Freundin, von der hast du nichts gesagt. Er hielt eine Waffe in der Hand. Wie von einem gewöhnlichen Menschen erwartet, kreischte ich vor Entsetzen, als er mich damit bedrohte. Anthony wierte, als hätte er einen Witz erzählt bekommen. Kratas, es wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, warum Patra dich mir zugeteilt hat. Das ist nicht die echte. Tate steht auf Rollenspiele. Er hat eine Schwäche für die Gefatterin tot, das weiß doch jeder. Vielleicht behalte ich den Rotschopf ein bisschen. Patra wird sie also nicht vermissen. Der Blick, den Kratas Anthony zuwarf, war so genervt, dass die anderen Blutsauger plötzlich aufmerkten. Ihr denkt alle nur mit dem Schwanz. Darum hat Patra mir den Job gegeben. Ob ich weiß, was für ein Glück wir haben, nein, weiß ich nicht. Das schien Anthony wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Er unterzog mich einer objektiveren Musterung. Dann schüttelte er den Kopf. Ihr Haar riecht nach Farbe, ihre Augen sind blau gesprenkelt und ihre Haut, sie leuchtet kein bisschen und ein Tattoo hat sie auch nicht. Außerdem hast du nicht gesehen, wie die beiden sich aufgeführt haben, als ich auf den Rummel kam. Bones würde nie zulassen, dass seine Frau ein Techtel Mechtel mit seinem jüngsten Sippen Mitglied hat. Kratas musterte mich noch einmal mit strengem Blick. Einer der anderen Vampire, er hatte braunes Haar, zuckte mit den Schultern. Dann bring sie um, das Risiko ist sie nicht wert. Der spitze Angstschrei, den ich ausstieß, war gespielt, denn innerlich machte ich mich schon bereit zum Losschlagen, aber Kratas schüttelte bereits den Kopf. Auf die Gefahr hin, unsere wertvollste Geisel zu verlieren, wohl kaum. Ich habe eine Idee, schaltete sich eine der anderen ein. Sie sollen eine Nummer schieben. Wäre sie die echte Gefahrterin tot, würde der Typ nicht die Todesstrafe riskieren wollen, ganz zu schweigen davon, dass die echte Gefahrterin sich auf so etwas gar nicht einlassen würde. Tate stieß ein ungläubiges Lachen aus, als die Knarre ist nämlich mit Silber Munition geladen und die trifft euch beide, wenn ihr nicht mitmacht. Die anderen Vampire erwiesen uns den zweifelhaften Gefallen, die Bank zu räumen und sich auf die gegenüberliegende zu quetschen. Tate und ich hatten ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Klasse. Ich musste etwas tun, und zwar schnell, bevor er alles verdarb. Es kam darauf an, dass sie uns ein paar Krokodilstränen raus. Wir hätten heute nicht ausgehen sollen. Ich wollte ja von Anfang an daheim bleiben. Tate brauchte nur einen Augenblick, um sein Unbehagen abzuschütteln. Er hatte begriffen, dass ich bereit war, das Spiel mitzuspielen, bis wir ein wenig näher an Heik so dran waren. Er nahm mich in den Arm. Ist ja gut, Baby, das wird schon. Dann warf er den Vampiren einen vernichtenden Blick zu. Ich werde mir so viel Zeit nehmen, wie ich brauche, um sie ein bisschen in Stimmung zu bringen. Mach wie du willst, sagte Anthony. Solange es in den nächsten 20 Minuten passiert, dann sind wir nämlich bei Heik so. Gut, sag uns, wie weit es noch ist, dann können wir unseren Angriff besser planen. Katas wedelte mit der Knarre, macht schon. Tate küsste mich, wischte mir die Krokodilstränen weg. Es ist ja gut, Baby, murmelte er. Denk dir einfach, wir wären allein, denk nur daran, wie sehr du es magst, so berührt zu werden. Ich atmete tief durch. Hätte mir heute Morgen jemand erzählt, ich würde heute Abend mit Tate herumfummeln, hätte ich ihn als Lügner beschimpft. Tate gab mir einen langen Zungenkuss. Ich schlang die Arme um ihn, während ich gleichzeitig versuchte, unter gesenkten Lidern die Vampire im Auge zu behalten und so zu tun, als würden mich Tates Berührungen antörnen. Aber Lust war so ziemlich das Letzte, was ich fühlte. Das merkte auch Tate. Er hörte auf, mich zu küssen und starrte mich aus grün-blauen Augen an. Es war klar, dass er mich nicht heiß machte, und zwar nicht nur für ihn. Kratas legte den Finger auf den Abzug. Darauf umschlang ich Tate mit den Armen, rutschte auf seinen Schoß und zog sein Gesicht an meinen Hals. Die Art, wie seine Zunge und Fangzähne über die zarte Haut an meiner Kehle fuhren, erinnerte mich Alarmglocken schrillten. Dachte Tate noch daran, dass ich zwei Messer am Rücken trug? Ich packte seine Hände und führte sie zu meinem Jeans Knopf. Ich muss mich doch vor denen nicht ganz ausziehen, oder? fragte ich, wobei ich meine Stimme hoch und verletzlich klingen ließ. Tate erwiderte meinen Blick. Seine Augen waren jetzt ganz grün. Nein, Baby, das reicht so. Tate zog meine Jeans aus, und ich genierte mich weniger, weil fünf voyeuristische Vampire meinen Hintern in dem winzigen String-Tanga angafften, so waren sie wenigstens abgelenkt, sondern weil Tate es war, der mir die Jeans abstreifte. Sein Blick wanderte mit solch unbändiger Lust über meinen Körper, dass ich beinahe auf der Stelle alles hätte auflegen lassen. Doch dann veränderte sich etwas in Tates Augen. Er fing erneut an, mich zu küssen, doch ich spürte, dass mehr Berechnung dahinter steckte, obwohl er genauso stürmisch wirkte wie zuvor. Jetzt, wo die Männer einen ungehinderten Blick auf meinen größtenteils nackten Hintern hatten, fanden sie immer mehr Gefallen an der Show. Nur Kratas schien unbeeindruckt. Sein Zeigefinger rührte sich keinen Millimeter vom Abzug. Patras Entscheidung, ihn mitzuschicken, war richtig gewesen. Unter lauter Pflicht Vergessenen war ein Mann mit Grundsätzen von großem Wert. Ich brachte Tate dazu, seine Position zu ändern, bis er schließlich vor mir kniete und die Vampire meine Hinteransicht nicht länger genießen konnten. So kam ich auch viel leichter an meine Messer ran. Genug getrödelt. Zur Untermalung tippte Kratas an seine Waffe. Wir hatten schätzungsweise die Geiste rief ich lauthals nach Bones, hatte allerdings keine Ahnung, ob er nahe genug war, um mich zu hören. Tate knöpfte sich die Hose auf, seine Augen loderten grün. Ich umkrallte seine Schulter, während ich mit der anderen nicht sichtbaren Hand nach meinen Messern griff. Er öffnete den Reißverschluss seiner Jeans und trug nichts darunter. Wir waren um einiges weiter gegangen, als ich erwartet hatte. Dann geschahen drei Dinge gleichzeitig. Mein Arm schnellte nach vorn und ich warf die Messer. Carters feuerte, das Geschoss traf meine Seite, weil Tate vor mir war und das Wagendach wurde von der Limousine gefegt. Als ich Bones sah, war ich einen Augenblick lang wie gelähmt, bevor ich von ihm gepackt und aus dem Wagen gerissen wurde. sie vom Highway aus rammten. Die wenigen Autos, die unterwegs waren, wichen dem ins Schleudern geratenen Fahrzeug mit wild kreischenden Bremsen aus. All das beobachtete ich von meiner neuen Warte in 15 Meter Höhe. Aber ich hatte keine Zeit, mir weitere Gedanken zu machen, denn Bones ließ sich schon wieder herabfallen. Holen wir den Schrotthaufen von der Straße, brüllte er. Bones, Spade und Ian packten die Limousine jeweils an einer Ecke und schossen dann himmelwärts. Der Wagen hob vom Asphalt ab, als wären ihm Flügel gewachsen. Noch waren aus dem Innern Geräusche zu hören, die sich inzwischen allerdings eher wie erstickte Schreie anhörten. Einige Kilometer entfernt sah ich eine zweimotorige Maschine mit anlaufenden Propellern. Das musste Heik so sein und wenn wir ihn sehen konnten, sah er uns auch. Bones hielt direkt auf die Maschine zu. Der smaragdgrüne Glanz seiner Augen erhellte die Nacht. Glaubst du, die schaffen es abzuheben, Crispin? dröhnte Ian, reckte seinen Körper in den Wind und hielt gleichzeitig seine Ecke der Limousine. Niemals, antwortete Bones knurrend. Wir werden allein mit ihnen fertig, kümmer dich um Kett, sie ist angeschossen worden, rief Spade, ohne den Kopf zu drehen. Denk nicht mal dran, fauchte ich. Das Flugzeug rollte los und gewann an Geschwindigkeit, genau wie wir, dank eines vampirischen Energieschubes, der die Luft prickeln ließ wie elektrischer Strom. Ich schloss die Augen, allerdings nicht aus Angst, sondern weil mir der Wind fast die Sicht raubte. Zwischen zusammengekniffenen Lidern sah ich das Flugzeug abheben. Wir waren noch immer fünfzig Meter entfernt. Jetzt, befahl Bones und ließ mich los. Eine unsichtbare Gestalt fing mich auf, bevor ich zu Boden stürzte. Verblüfft beobachtete ich, wie Körper aus dem Wagen geschleudert wurden, den Bones nach der Maschine warf. Es gab eine Explosion. Ihr greller Schein wurde von dem Vampir verdeckt, der mich sicher auf den Boden absetzte. Bleib hier, murmelte Ian, als er in Richtung des Infernos davonstürzte. Seinen Befehl ignorierend rannte ich ihm nach. Seltsamerweise zitterte ich. Warum war mir so dicht bei den Flammen bloß kalt? Brennende Gestalten kamen aus den Flugzeugtrümmern hervorgekrochen und wurden sofort angegriffen. Die mir vertrauten Personen wirkten im Flackerlicht fast dämonisch, wie sie wahllos auf die davon krabbelnden Vampire einhackten. Binnen weniger Minuten war alles vorbei und ich lag im Gras, obwohl ich mich nicht erinnern konnte gefallen zu sein. Meine Schussverletzung war offensichtlich schlimmer, als ich gedacht hatte. Bones tauchte Ruß und Blut verschmiert aus dem orangefarbenen Dunst auf und kniete sich zu mir auf den Boden. Das wird wehtun, Kätzchen, aber so geht's schneller. Auf seine Warnung hin weiteten sich meine Augen, während er ein Messer hervorzog und es mir in die Seite stach. Ich konnte den Aufschrei nicht unterdrücken, als er schon die Finger in die Wunde schob, nach der Kugel tastete und sie herausholte. Anschließend schlitzte er sich die Handfläche auf und legte sie auf die tiefe Wunde, damit sie heilte. Danach schnitt er sich die Pulsader auf und presste mir die Wunde an die Lippen. Ich nahm einen tiefen Schluck seines löchrig, bedeckt aber deinen Arsch, sagte er, als er es mir hinhielt. Deine Hose ist wohl zusammen mit dem Wagen verbrannt. In seinem Blick war vieles zu lesen. Tadel war auch dabei. Mit zittrigen Händen zog ich mir sein Hemd wie einen Rock an. Bones ich später schnitt er mir das Wort ab. Crispin Ian hatte jemanden am Kragen gepackt und kam die Gestalt hinter auf uns den Unglücklichen vor die Füße. Bitte sehr, hab mir gedacht, den willst du lebend. Innerhalb eines Herzschlages trat ein grausamer Tonfall in Bones Stimme. Ach, hallo Kumpel. Meine Frau kennst du sicher noch. Du hast sie angeschossen. In Kratas Gesicht zeigte sich grimmige Resignation. Ich hatte schon so ein Gefühl, was dich betrifft, sagte er zu mir. Ich hätte meinem Instinkt vertrauen sollen. Weißt du, was ich mit dieser Kugel machen werde? Kratas Gesichtsausdruck zeigte, dass er sich keinerlei Illusionen hingab. Ich schmelze sie ein und lasse mir eine Klinge daraus machen. Die bohre ich dir dann durch sämtliche Körperteile, nur nicht ins Herz. Willst du ihn zu Max packen? erkundigte sich ihn, den die Kratas angedrohten Qualen nicht zu beeindrucken schienen. Nein, darüber machen wir uns später Gedanken. Bring sie in den Truck, damit wir von hier verschwinden können. Die beiden Sattelschlepper, die daraufhin vorfuhren, wirkten ganz unspektakulär. Von außen waren sie schmutzig und hatten zerbeulte Kotflügel. Selbst die Fahrer wirkten wie typische Trucker. In einem konnte man sogar gestapelte Kisten erkennen, als sich die Tür des Aufliegers öffnete. Die Innenausstattung, die sich dahinter verbarg, hätte sich eine gewöhnliche Transportfirma allerdings nicht träumen lassen. Charles, du fährst in dem hier mit Heikso. Vielleicht haben wir Glück und der Kerl weiß, wo Patra steckt. Kätzchen, wir fahren mit dem anderen bis zum Flugplatz. Ich komme allein nach, erklärte Ian mit Blick auf die Trucks. Nimm Tate mit. Das war keine Bitte von Bones gewesen. Ian zuckte mit den Schultern. Wie du willst. Spade führte einen in schwere Ketten gelegten Vampir vor. Heikso. Mit seinem glatten schwarzen Haar, der dunklen Haut und der markanten Nase wirkte er wie ein Ägypter. Als er näher kam, waren seine Augen unverwandt auf mich gerichtet. Schließlich lächelte er. Gefatterin, ich ganz meinerseits. Spade brachte Heikso und Kratas in den Anhänger, in dem an einer verstärkten Wand neben Hand- und Fußschellen noch etliche andere Fixierungsvorrichtungen angebracht waren. Bones packte mich am Arm. Gehen wir. Er sprang in den Auflieger des zweiten Sattelschleppers und hob mich hinein. Als ich die falsche Wand aus Kisten passiert hatte, klappte mir die Kinnlade runter. Zwei Sofas waren fest am Boden verankert, ebenso zwei Sessel und ein Kühlschrank. Mein Gott, keuchte ich, ein Wohnmobil. Hier werden meine Leute wohnen, wenn sie nicht bei Heikso oder Kratas sind, antwortete Bones knapp. Wir borgen uns den Truck nur für die Fahrt zum Flugplatz. Unter uns ächzten die Achsen, als der Truck anfuhr. Bones sah mich mit vor der Brust verschränkten Armen an. Ich war nervös und konnte die gereizte Stille kaum ertragen. Du weißt doch, dass ich nie die Absicht hatte, die Sache mit Tate so weit kommen zu lassen, begann ich. Ich wollte uns bloß näher ein Heikso ranbringen und die Typen ablenken, bevor ich die Messer werfe. Hast du super hingekriegt, Schatz. Die Messer sind genau in Kratas Augen gelandet. Er hat blind auf dich geschossen. Sein Tonfall ließ mich zusammen zucken. Tut mir leid, sagte ich, und Bones wusste, dass ich nicht das Augenlicht des Vampirs meinte. Bones tigerte in dem kleinen Raum auf und ab. Ich spürte die ungeheure Wut, die von ihm ausging, war mir jedoch nicht sicher, ob sie auf mich, Tate oder den ganzen Krieg gerichtet war. Wir sollten uns aussprechen, sagte ich und machte mich innerlich auf jede Anschuldigung gefasst. Ich an Bones Stelle wäre auch sauer gewesen. Bones drehte sich abrupt um. Ich glaube kaum, reden uns weiterbringen wird. Du hast getan, was du für notwendig hieltest. Mit deinen Methoden bin ich zwar überhaupt nicht einverstanden, deinen Erfolg kann ich aber nicht bestreiten. Langsam kam er näher. Als er nur noch Zentimeter von mir entfernt war, ließ er die Hand über den Ärmel meines Sweatshirts wandern und ich konnte nicht verhindern, dass ich zurückzuckte. Die Art, wie er mich berührte, hatte beinahe etwas Drohendes an sich. Wo hat er dich geküsst, dich angefasst? Ich sah ihm in die Augen. Es war ohne Bedeutung Bones. Ah. Bones Tonfall war sanft, aber seine Augen wurden grün. Er beugte sich vor. Fast streiften seine Lippen meinen Hals. Ich konnte mein Zitter nicht unterdrücken und fragte mich, was er vorhatte. Da hat er dich geküsst. Bones Stimme war ein leises Knurren. Und da muss er dich angefasst haben. Durch mein Shirt hindurch berührte er meine Brüste. Und dort kann ich seine Hände riechen. Er kniete sich hin und fuhr mit der Hand an der Außenseite meines Schenkels entlang. Ich machte keine Bewegung, hielt ganz still wie ein wildes Tier, das nicht die Aufmerksamkeit des Jägers erregen will. Heute Abend hätte ich ihn beinahe umgebracht. Als Bones die Worte hauchte, war sein Mund so nah, dass ich dort Gänsehaut bekam, wo sein Atem mich traf. Ich schwieg, weil ich spüren konnte, dass die Beherrschung, die er zur Unterdrückung seiner Mordgelüste hatte aufbieten müssen, bald aufgebraucht sein würde. Bevor ich dich getroffen habe, kannte ich keine Eifersucht. Fuhr Bones in dem selben sanften, drohenden Tonfall fort. Sie brennt süße, wie Silber in meinen Adern. In manchen Nächten, wenn ich dich auf Einsetzen mit anderen Männern sehe, habe ich das Gefühl, dass sie mich in den Wahnsinn treibt. Seine Hände strichen immer noch mit einer so leichten, beängstigenden Sinnlichkeit über meine Beine, dass ich nicht wusste, ob ich zurückweichen oder mich an ihn drängen sollte. Mein ganzer Körper schien den Atem anzuhalten. Seiner äußerlichen Gelassenheit zum Trotz schien in Bones etwas zu brodeln, das jeden Augenblick überkochen konnte. Es war nur gespielt, wiederholte ich. Oh, das weiß ich doch, antwortete Bones prompt. Seine grün glitzernden Augen sahen in meine. Sonst wäre Tate jetzt nicht mehr am Leben. Ich weiß, dass du es nur getan hast, um an Hikeso ranzukommen, aber Kätzchen, seine Stimme wurde tiefer, strenger. Was für einen Grund du auch hattest, wage es nie wieder, dich auf diese Weise von jemandem anfassen zu lassen. Mit einem Ruck zerrte er mir das Höschen herunter. Was machst du da? Keuchte ich. Wonach sieht's denn aus? Murmelte er, als er mir die Schenkel auseinander drückte. Aber du bist da noch sauer auf mich. Stimmt genau, kam seine Antwort leicht gedämpft, während mir die Knie weich wurden. Da fasste Bones mich um die Taille und hob mich hoch. Die Röte schoss mir in die Wangen, denn meine Beine lagen auf seinen Schultern und mein Kopf berührte fast die Decke. Bones quetschte ich hervor. Hör auf, lass mich runter. Seine Zunge neckte mich erbarmungslos weiter. Nein, du gehörst mir und ich werde dich jetzt nehmen. Ein kurzer Aufschrei entfuhr mir, als Bones Fänge über meine Klitoris rieben, sie nicht verletzten, nur Druck ausübten. Es war ein unglaubliches Gefühl und ich drängte mich an ihn, um es noch einmal genießen zu können. Und noch einmal. Dann immer wieder, bis ich unter den auf mich einstürmenden Empfindungen ekstatisch keuchte. Plötzlich fand ich, dass klärende Gespräche völlig überschätzt wurden. Sag mir, zu spüren. Sag es. Es war ein Befehl und sein Mund hörte nicht auf, mich zu peinigen. Ich verkrallte mich in seinen Haaren, riss ihn fast von mir weg. Ich will dich, krächzte ich, jetzt und wehe, du sagst nein. Ein heiseres Lachen kitzelte mich, würde mir nicht im Traum einfallen. Als Bones mich herunter ließ, wanderte sein Mund über meinen ganzen Körper, bis ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Kaum war es soweit, stieß ich ihn rückwärts in Richtung Sofa. Er fiel darauf und ich auf ihn. Ich ließ mich tiefer rutschen, zerrte ihm die Hose herunter und umfing ihn mit dem Mund. Seine Haut war kühl wie lebender Marmor. Ich saugte dann mit tiefen, ungestümen Zügen. Bones stöhnte, drückte den Rücken durch. Stärker. Seine Hände griffen in mein Haar, verkrallten sich darin, als ich heftiger wurde. Verdammt, das tut so gut, sagte er mit erstickter Stimme. Ich kann nicht länger warten. Meinen Protest ignorierend hob er mich auf seinen Schoß und drang mit einem tiefen Stoß in mich ein. Fühlte mich aus, dass es fast schmerzte. Das Ruckeln des Trucks verstärkte die Reibung seiner schnellen gierigen Stöße. Mein Kopf fiel zurück und ich bewegte mich mit ihm, gab mich ganz meinen Gefühlen hin. Bones setzte sich auf und nahm meine Brustwarte in den Mund. Er saugte daran, bis sie vor Lust fast taub war und wandte sich dann der anderen zu, der er sich mit gleicher, herrlich brutaler Hingabe widmete. Meine Nägel fuhren kratzend über seine Flanken. Sein Mund wanderte zu meiner Kehle und er drückte mich fester an sich. Ich schrie auf, als ich seine Fänge an meinem Hals spürte. Sie rieben über meine Haut, ohne sie zu verletzen. Ich zog ihn dichter an meine Kehle. Beiß mich. Er leckte nur. Nein, du hast heute Abend zu viel Blut verloren. Mir war es egal, ich wollte mein Blut in ihm wissen. Der Wunsch war fast so stark wie die Begierde, die jeder neue Stoß mit sich brachte. Tu es, stöhnte ich, zeig mir, dass ich dir gehöre. Seine Arme schlossen sich ganz fest um mich und er bewegte sich schneller. Du gehörst mir, presste er hervor und sein Mund heftete sich an meine Halsschlagader. Ich kam kaum dazu, siegreich zu lächeln, denn schon gruben sich seine Fänge in meine Kehle. Heiße Lust wallte in mir auf, machte mich benommen, bevor er die Bissmale wieder schloss. Er küsste mich. Der metallische Geschmack des Blutes füllte meinen Mund. Ich klammerte mich an ihn, während die immer stärker werdenden Empfindungen meinen Körper zum Kochen zu bringen schienen. Du bist dran, Gätzchen. Seine Stimme war heiser vor Lust. Zeig mir, dass ich dir gehöre. Meine Zähne gruben sich in seine Kehle. Bones Hand krallte sich in mein Haar, zog mich zu sich, forderte mich auf, fest dazu zu beißen, bis sein Blut meinen Mund füllte. Ich schluckte. Bones riss meinen Kopf zurück und küsste sein Zorn und mein Drang ihm zu beweisen, dass außer ihm für mich niemand zählte. Nicht aufhören. Vielleicht sagte ich das laut, vielleicht auch nicht. So schön hatten wir uns noch nie gestritten. Die Scheinwerfer des Wachturms durchdrangen die Finsternis. Es hatte geschneit, mir war eiskalt. Bones hatte sich lediglich seinen schwarzen Ledermantel übergezogen, aber auch das wohl eher aus Gewohnheit als gegen die Kälte. Der Lichtkegel drehte ab. Unser Zeichen. In der Dunkelheit rauschte Bones in rasantem Flug um die Basis, so schnell und unkalkulierbar, dass niemand ihn hätte anvisieren können. Er hielt mich fest in den Armen. Wir hätten einfach mit dem Auto fahren können, aber das Risiko eines Hinterhaltes war ihm zu groß. Die Wachen zuckten zusammen, als Bones aus der Dunkelheit auftauchte, landete und ohne Zaudern auf sie zukam. Gleich danach erschien Ian, der Tate mitgebracht hatte, danach TikTok und Zero. Don hatte nicht gewollt, dass Ian erfuhr, wo der Stützpunkt lag, aber Bones hatte seine Bedenken nicht gelten lassen. Kaum gelandet ließ er Tate los und wir gingen zu sechst nach drinnen. Ich hatte es vermieden, Tate anzusehen, seit wir uns ein paar Kilometer von hier mit ihm und den anderen getroffen hatten. Im Augenblick wussten wir nicht, wie wir miteinander umgehen sollten. Bones benahm sich nicht anders als sonst, obwohl er mein inneres Unbehagen zweifellos fühlen konnte. Daher war ich überrascht, als Bones verkündete, wir sollten uns in Dons Büro treffen, weil er Juan suchen und etwas mit ihm besprechen wollte. Ian warf Tate einen vielsagenden Blick zu und grinste. Ich machte mich zu Dons Büro auf. Als Tate mir folgte, war ich nicht überrascht. Kurz bevor die Aufzugtüren sich schlossen, hörte ich Bones ein hämisches Schnauben ausstoßen. Ja, ihn überraschte Tates Verhalten auch nicht. TikTok und Zero folgten uns. Na, wie geht's dir und Grufti? erkundigte sich Tate im Plauderton. Gut. Mein Tonfall war knapp. Tate blieb stehen und packte mich am Arm. Wie lange willst du so tun, als wäre nichts passiert, Kat? Nicht, sagte ich an TikTok Gewand, der bereits das Messer aus der Gürtelscheide gezogen hatte. Auch Zero's Fänge verschwanden wieder in seinem Kiefer. Dann wandte ich mich an Tate, wobei ich ihm direkt in die Augen sah. Es war ein Job, Tate. Wir haben unsere Zielpersonen und nur das zählt. Und bevor du unserer Freundschaft ernsthaft Schaden zufügst, möchte ich dich bitten, damit aufzuhören. Ich weiß, was ich gefühlt habe, sagte Tate schroff. Du kannst nicht behaupten, dass du mich da nur als Freund gesehen hast. Die zunehmende Spannung zeigte mir, dass Bones in der Am anderen Ende des Korridors habe ich doch gleich gewusst, dass du wieder damit anfängst, sobald du mit ihr allein bist. Aber du kannst dich nicht zwischen mich und meine Frau drängen. Tate verschränkte die Arme vor der Brust. Schon passiert. Bones kam näher. Die prickelnde Energie im Raum verstärkte sich. Ian lehnte sich einfach an die Flurwand und lächelte, als würde Was hast du vor? fragte ich leise. Bones zog die Brauen hoch. Nichts, Schatz. Warum? Weil du aussiehst, als wolltest du Tate den Kopf abreißen und damit Fußball spielen, gab ich ihm mit Gedanken zu verstehen und das werde ich nicht zulassen, auch wenn er sich aufführt wie ein Idiot. Mein Onkel kam aus seinem Büro, sah die im Flur aufgereihten Vampire nicht setzen? Ich wollte gerade eine Flasche Whisky aufmachen. Bones lächelte. Ich könnte durchaus einen Schluck vertragen, alter Knabe. Ich wäre beinahe gestolpert, als Bones sich an Tate wandte und sagte, du auch Kumpel. Wir marschierten also der Reihe nach in Dons Büro. Don musterte uns nacheinander und seufzte dann. Warum habe ich das Gefühl, da draußen gerade in eine hässliche Szene reingeplatzt zu sein. Unwichtig, die beiden haben eine Art vampirisches Wettpinkeln veranstaltet, aber das ist jetzt erledigt. Ich versuchte, das Verhör zu beenden. Wie recht du doch hast, Süße. Bones beugte sich zu mir und küsste mich leicht auf die Wange. Dann ließ er die Bombe platzen. Ich kann jetzt die Gedanken sterblicher lesen, Don. Daher kenne ich dein Dilemma, aber der Ausweg ist direkt vor deiner Nase. Und verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen, findest du nicht? Was? keuchte ich verwirrt. Mein Onkel zuckte mit keiner Wimper. Ich werde Brams nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dieses Medikament aus synthetischem Vampirblut ist noch zu wenig erforscht. In den falschen Händen könnte es die gesamte Menschheit Wollte ich wissen. Bones sah mich an. Der Staat hat einschneidende Budgetkürzungen vorgesehen und die Abteilung wird in spätestens zwei Jahren dicht gemacht. Don wollte es niemandem sagen, um die Moral der Mitarbeiter nicht zu untergraben. Mir klappte die Kinnlade runter. Wie konntest du das für dich behalten? fuhr ich meinen Onkel an. Bones warf Don einen nachdenklichen Blick zu. Du wirst Brams gar nicht brauchen. Was treibt die Politiker heutzutage um? Der Terrorismus. Die scheißen sich ins Hemd deswegen und es gibt etwas, das nur du ihnen bieten kannst. Einen höchsteffizienten Vernehmungsbeamten, der sämtliche relevanten Daten schneller aus den Verdächtigen herausbekommt, als Bones ließ ein leises trockenes Lachen hören. Nicht ich, Tate. Er wird die verstockteste Geisel mit seinem Vampirblick dazu bringen, sämtliche Informationen preiszugeben. Dann kannst du ihn an den meist bietenden verschachern. In zwei Monaten hast du ausgesorgt oder weist deinem Land auch noch einen unschätzbaren Dienst. Und das Beste ist, die Genfer Konvention kann dir egal sein, denn die Du Bastard, schrie Tate und wollte sich wütend auf Bones stürzen. Setzen, Soldat, brüllte Don in einem Tonfall, den ich noch nie an ihm gehört hatte. Tate blieb wie angewurzelt stehen und starrte mich an. Er macht das doch nur, um mich von Kett fernzuhalten. Eure Abteilung, das Land oder sonst etwas interessiert ihn einen Scheiß. Das ist doch nicht der Punkt, oder? fragte Bones mit eisiger Stimme. Ich meine, mich erinnern zu können, dass du sagtest, deine Liebe zu Kat würde deine Arbeitsmoral nicht beeinträchtigen. Beweise es. Da wurde mir klar, dass Bones das schon geplant hatte, seit er das Dach von der Limousine gerissen hatte. Rache ist süß, traf es nicht mal annähernd. Don erhob sich. Also, Tate? Tate warf Bones einen Befiehlst Don, dann gehe ich. Don seufzte. Du bist der charakterfesteste Mann, den ich kenne. Du wirst mir beweisen, dass ich völlig falsch schlag, als ich glaubte, es würde die Integrität eines Menschen untergraben, wenn er zum Vampir wird. Sein Blick richtete sich auf Bones. Ich brauche Ersatz für ihn. Kat fällt im Augenblick zu oft aus und Dave genügt nicht. Bones verzog keine Miene. Tate soll noch eine Woche bleiben, dann kannst du ihn versetzen und ich liefere dir einen Ersatz Mann. Es war zwar das Beste für alle, aber Tate tat mir trotzdem leid. Zur Hölle mit dir, knurrte Tate an Bones Gewand. Ich hoffe, sagte ich, aber ich fand einfach nicht die richtigen Worte, also murmelte ich nur, pass gut auf dich auf Tate und verließ zusammen mit Bones den Raum. Ich ging in mein Büro, während Bones mit Juan sprach. Als die beiden eine Viertelstunde später zurückkamen, war Juan ein bisschen blass um die Nase, wirkte aber auch erwartungsvoll. Was ist los, Alter? fragte ich ihn. Meine Frage hing noch im Raum, als Bones Juan packte und ihm die Fangzähne in den Hals schlug. Was sollte das denn jetzt? Meine Gedanken überschlugen sich, dann dämmerte es mir. Juan war also der Ersatzvampir, den Bones soeben Don versprochen hatte. Juans Knie gaben nach, seine Augen schlossen sich und er verlor das Bewusstsein. Durch den immensen Blutverlust verfiel er sofort in einen Schock. Bones hielt ihn fest und saugte kräftiger. Juans Herzschlag verlangsamte sich. Was bei Bones Zubeißen als hektisches Stakkato begonnen hatte, wurde nun zu einem trägen lethargischen Pochen, das in immer größeren Abständen kam. Eine Minute später hob Bones den Kopf. Kätzchen, gib mir den Brieföffner. Ich brauchte einen Augenblick, bis ich mich von dem Anblick meines sterbenden Freundes losreißen konnte. Aber schließlich gab ich ihm den gewünschten Gegenstand. Bones stieß ihn in den eigenen Hals. Blutquoll aus seiner übervollen Schlagader. Er hielt Juans Kopf so, dass es ihm in den Mund lief. Dave kam zur Tür herein, einen seltsamen Ausdruck auf dem Gesicht. Schmale karmesinrote Rinnsale ergossen sich über Juans Lippen. Sie zuckten und begannen sich von selbst an Bones Hals zu heften. Wie besessen klammerte sich Juan an Bones, verbiss sich in dessen bleicher Kehle. Bones hielt ihn, die Lippen fest aufeinander gepresst, während er Juan sein Blut für immer verändert zurückgab. Schließlich zerrte er ihn weg von sich, rang ihn zu Boden und hielt ihn nieder. Juan wehrte sich, die Zähne in seinen Kiefern fingen allmählich an, sich zu fängen zu krümmen. Das lässt schaudergepackt erschlaffte und auch die letzten Herztöne für immer verstummten. Bones stöhnte ermattet auf und wälzte sich von ihm herunter. Einen neuen Vampir zu erschaffen war kräftezehrend, ganz zu schweigen davon, dass er gerade ausgesaugt worden war. Du musst auftanken, stellte ich fest und wollte an Dave vorbeigehen, um aus unserer hauseigenen Blutbank ein paar Konserven zu holen. Nicht. Ehe ich mich versah, war Bones auf den Beinen. Da dämmerte es mir. Als er das letzte Mal jemanden verwandelt hatte, war ich auch kurz weggegangen und schließlich gefoltert und fast umgebracht worden. Ich hole das Zeug. Das Angebot kam von Dave. Nein, lass, sagte Bones. Ruf Ian an, der soll das Blut holen. Gott war der vorsichtig. Es war so gut wie unmöglich, dass Juan so früh wieder zu sich kam und es schaffte Bones zu überwältigen. Warum bringen wir ihn nicht einfach runter in die Sicherungszelle? Dafür haben wir sie doch. Weil, Kätzchen. Bones legte Juans leblosen Körper auf der Couch ab und blieb in der Nähe. Wir gehen und ihn mitnehmen werden. Mehrere Stunden später bogen wir um die letzten Kurven der Auffahrt zu unserem Haus in den Blue Ridge Mountains. Wohin mit Juan? Drei Wagen hinter uns konnte ich ihn hören. Er war gerade auferstanden. Bei ihm im Wagen waren fünf Vampire, drei davon Meister. In den Keller, antwortete Bones. Der ist befestigt. TikTok, Dave und Rattler können ihn abwechselnd bewachen. In einer Woche ist er wieder der Alte. Bis dahin war Juan eine Gefahr für jeden, der einen Puls hatte. Es war schon nach zwei Uhr nachts und daher offiziell Weihnachten. Das war nicht der romantische ungestörte Abend, den ich geplant hatte, aber wir waren zusammen. Ich beugte mich vor und küsste Bones Hals, ließ meinen Atem sein Ohr kitzeln. Frohe Weihnachten, flüsterte ich. Wir wurden von ihn unterbrochen, der ans Seitenfenster pochte. Wenn wir hier draußen auch heimfliegen können. Ich riss entrüstet den Mund auf, als meine Mutter angetrottet kam und flüsterte. Gott sei Dank hat das mal jemand gesagt. Bones gab mir lächelnd noch einen letzten Kuss, bevor er aus dem Auto stieg und Ian bei den Schultern packte. Ich bin froh, dass du da bist, Kumpel. Ian lächelte verlegen. Weißt du, warum ich mitgekommen bin? Weil habe ich mich auch auf deine Seite geschlagen. Du hättest dich schon oft von mir abwenden können, Ian. Zum Beispiel vor 220 Jahren in der Strafkolonie. Damals habe ich dir nicht gedankt und seither auch nicht und es ist längst überfällig. Danke, dass du mich zum Vampir gemacht hast, Ian. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Über Ians Gesicht huschte ein Anflug von Rührung, aber in Sekundenbruchteilen hatte er sich wieder im Griff. Vlad kreuzte mit der Bemerkung bei uns auf, er wäre in der Nähe gewesen. Was ist eigentlich aus Anthony geworden? erkundigte er sich, nachdem er erfahren hatte, dass wir Heikso und Kratas in Geiselhaft genommen hatten. Viel zu wissen schienen die beiden Spade zufolge allerdings nicht. Teile von ihm schicke ich zu Patra, antwortete Bones, und ein paar Stückchen von den anderen Typen auch. Der boshafte Teil meiner Persönlichkeit fragte sich, ob Bones die Päckchen in Weihnachtspapier einpacken würde. Ich hab's. Ich sprang auf, im Kopf eine Idee. Bones zog fragend die Brauen hoch. Meine Gedankengänge waren anscheinend so hektisch gewesen, dass er ihnen nicht hatte folgen können. Es ist Weihnachten. Die meisten Leute sind heute bei ihren Lieben, sagte ich. Wie wäre es, wenn du die Körperteile von Anthony und den anderen Typen gleich selbst überbringst? Ian beugte sich interessiert vor. Bones starrte mich an. Du kennst die Antwort. Erzähl weiter. Patra braucht jemanden, der ihr Informationen über uns liefern kann. Und umgekehrt. Wie wäre es, wenn ein Informant mit Patra Kontakt aufnimmt und ihr anbietet, gegen Bezahlung zu verraten, wo sie uns finden kann. Derjenige will aber vorher sofort persönlich Bares sehen. Patra würde eine Falle wittern, gab Mencheres zu bedenken. Sie würde Bones und dich dahinter vermuten. Ich lächelte. Genau das ist der Plan. Endlich konnte Bones meine Gedanken nachvollziehen. Kätzchen, nein. Es ist ein vertretbares Risiko. Auch Vlad hatte offensichtlich meine Gedanken gelesen, denn er fing an zu lachen. Oh Bones, vielleicht hättest du besser ein braves Hausmütterchen geheiratet. Bones seufzte tief. Also los, gehen wir deinen Plan durch, Kätzchen. Was Besseres fällt uns vermutlich nicht ein. Bones wählte das vampirische Gefolge aus, das mich begleiten würde. Als er verkündete, dass einer der fünf Tate sein sollte, war ich sprachlos. Noch verwirrter war ich, als auch Vlad noch dazukam. Machst du Witze? fragte ich ihn, als ich meine Sprache wieder gefunden hatte. Wenn es etwas gibt, das Tate besser kann, als mich auf die Palme zu bringen, dann dich im Auge zu behalten, antwortete Bones, er würde ohne das geringste Zögern sein Leben für dich geben. Tate Und warum soll ich mitkommen? Du bist ein skrupelloses Arschloch, dem das Gewissen nie die Sicht aufs Wesentliche verstellt, antwortete Bones knapp. Ich hielt ihm seine Jacke hin. Mach dir keine Sorgen um mich und sei zum Abendessen wieder da. Trotz der beiden Vampire, die mithören konnten, schickte ich ihm per Gedankenkraft auch noch den Rest der Verabschiedung. Wenn du wiederkommst, bin ich nackt bis auf den Whisky, den ich über mir ausleeren werde. Dann begieße ich dich mit Gin und wir trinken voneinander auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Vlad ließ ein amüsiertes Schnauben hören. Sie weiß einen zu motivieren, was? Dann entfernte er sich. Mäncheres Gesichtszüge blieben unbewegt. Wie höflich. Dave murmelte nur, sie kann nicht kochen, was soll denn daran motivierend sein? Bones näherte sich mir, bis sein Körper eng an meinen gepresst war. Er war ganz offenkundig hart, als er mich küsste, als hätten wir alle Zeit der Welt. Er ließ von mir ab, holte tief Luft und sog den Duft meiner Begierde ein. Stell schon mal die Flaschen bereit, Kätzchen. Ich bin im Handumdrehen wieder da. Er gab mir einen letzten Kuss, dann stieg er mit Spade ihn und Rodney Dettler bleibt bei deiner Mutter Denise und Randy und Tiktor kommt mit dir. Er ist stärker als ich, es ist also das Beste so. Du wirst mir lieber, antwortete ich. Dave trat von einem Fuß auf den anderen, offensichtlich geschmeichelt. Tate kam auf uns zu und eine plötzliche Kälte kroch mir den Rücken hinauf. Das ist irrational, sagte ich mir. Was hast du? Dave kannte mich zu gut, gut genug, um zu wissen, dass mein Schauder nichts mit der Außentemperatur zu tun hatte. Ach nichts, hab meine Jacke vergessen. Ich ignorierte den komischen Blick von Dave, genau wie das paranoide Stimmchen in meinem Kopf, das mir einreden wollte, ich sollte Bones anrufen und darauf bestehen, dass er umdrehte. Am ersten Weihnachtsfeiertag hatten Restaurants, Bars und Clubs geschlossen, nur im Kino war viel los. Für die Sechs-Uhr-Vorstellung stand eine romantische Komödie auf dem Programm. Glücklicherweise verfügte das Kino über richtige Logenplätze auf einem Balkon. So würden die fliegerischen Fähigkeiten der Untoten gebührend zur Geltung kommen. Vlad Sebesch erhob sich aus seinem Sitz in der ersten Reihe. Sein Körper zeichnete sich als gut sichtbare Silhouette auf der Leinwand hinter ihm ab. Er breitete die Arme aus und richtete den grünen Schein seiner Augen auf die schockierten Gesichter vor sich. Du hättest nicht kommen sollen, Gefatterin. Zirkusgaul hatte Bones ihn genannt. Im Augenblick fand ich das sehr treffend. Ich verkniff mir ein Grinsen und stand auf, die Armbrust im Anschlag. Zeit zu sterben, Blutegel! Wenn er einen auf dramatisch machte, konnte ich das auch. Was zum Der Typ neben mir hatte die Worte kaum ausgesprochen, da schoss ich in schneller Abfolge vier Bolzen. Vlad wirbelte in der Luft, um ihnen auszuweichen. Sie landeten in der Leinwand, als das Gesicht der Hauptdarstellerin gerade in Großaufnahme gezeigt wurde. Jemand schrie auf. Na endlich, dachte ich. Musste ich Vlad erst die so abgestumpft. Vlad kam durch die Luft auf mich zugesaust, den Rachen weit aufgerissen, die Fangzähne gut sichtbar. Da schrie ein Zuschauer das Zauberwort. Vampir! Lauft um euer Leben, brüllte ich und stieß mehrere Leute um, als ich dem angreifenden Vlad auswich. Er bekam einen Zipfel meiner Jacke zu fassen und schleuderte mich daran, quer durch den gesamten Zuschauerraum an der Stirn einbrachte. Als Retourkutsche donnerte ich ihn meinerseits mit solcher Wucht gegen die nächste Wand, dass sie eine Delle bekam. Dämmstoff und Betonbrocken regneten auf die nieder, die es noch nicht aus dem Kino geschafft hatten. Als Vlad schließlich einen Satz nach vorn machte, rammte ich ihm den Kopf in die Magengrube. Er prallte aber zurück, so dass ich ihm zwei Messer in die Brust stoßen konnte. Blut strömte aus unseren Wunden, was erneutes Geschrei zur Folge hatte, als die Lichter im Saal angingen und uns beide gut ausleuchteten. Statt sich um die Messer in seiner Brust zu kümmern, zerrte Vlad mich zu sich und leckte mir das Blut von der Stirn. Schon tut's nicht mehr weh, murmelte er. Schmieren Komödiant, zischte ich. Ein Schuss wurde abgefeuert und wir drehten uns erstaunt zu den Sitzreihen um. Da saß doch tatsächlich ein Typ, hatte sein ganzes Popcorn ausgekippt und bedrohte uns mit der Knarre. Tate, der auch im Saal war, zog ihm eins über den Schädel und der Schütze ging zu Boden. »Amerikaner«, murmelte Vlad, während unter den noch anwesenden Gästen erneutes Geschrei ausbrach. »Jeder Zweite in diesem Land ist bewaffnet. Komm schon, bringen wir's hinter uns. Ein fulminanter Schuss, sowas gefällt dir doch, oder?« Vlad lachte und versetzte mir einen so harten Tritt, dass mir verschiedene Knöchel brachen. Als er sich auf mich stürzen wollte, machte ich einen Luftsprung, sodass er ins Leere rannte. Soll das schon alles gewesen sein? Vlad rollte sich ab. Sein Blick huschte zu den letzten fliehenden Zuschauern. Im Leben nicht. Die leeren Sitze neben ihm gingen urplötzlich in Flammen auf. Ich staunte nicht schlecht. Vlad machte eine Handbewegung. Die Flammen erloschen wie Kerzen. Du bist Pyrokinetiker, keuchte ich. Beeindruckend. Endlich gab es im Saal niemanden mehr, der noch bei Bewusstsein war. Zeig mal deine Knöchel. Vlad gab sein feindseliges Gebaren auf und kam auf mich zu. Wenn du erlaubst. Mit einem Nicken schlitzte ich seine Handfläche mit einem glatten Schnitt auf, hielt sie mir an die Lippen und schluckte. Vlad beobachtete mich schwach lächelnd. Blut schmeckt dir nicht, oder? Nein, eigentlich nicht. Er musste in meinen Gedanken gelesen haben, was ich noch hatte sagen wollen, denn er ließ ein spöttisches Kichern hören. Das von Bones hast du aber lieben gelernt, nicht wahr? So hat er dich an sich gebunden. Der Typ ist wirklich schlauer, als ich gedacht hätte. Da hat die Konkurrenz kaum Chancen. Er hat keine Konkurrenz, antwortete ich prompt und warf Tate einen Blick zu. Da liegst du falsch. Vlad schüttelte langsam den Kopf. Ich überhörte die Anspielung. Wie dem auch sei, sollen wir jetzt zum großen Finale übergehen? Ich vergewisserte mich, dass meine Knöchel wieder okay waren und machte eine Handbewegung in Richtung Ausgang. Nach dir. Er ist geflogen, keuchte eine zitternde Blondine und entriss der Reporterin das Mikrofon. Ich glaube, er hatte Flügel oder so und dann hat sie auf ihn eingeschossen und im Kino ist Feuer ausgebrochen. Oh Gott, ich dachte, ich würde sterben. Okay, diese Augenzeugin ist offensichtlich völlig außer sich, sehen wir mal, mit wem wir sonst noch sprechen können. Die Reporterin versuchte sich professionell zu geben, aber dann begann ein unfreiwilliges Tauziehen um das Mikrofon. Da ist sie, kreischte die Frau und deutete auf mich. Sie war's. Die Reporterin machte einen Satz nach vorn und der Kameramann richtete sein großes Objektiv auf mich. Ich sah direkt hinein und gleich darauf hastete ich mit meiner vielköpfigen Eskorte in den Van. Die Berichterstattung war live und würde landesweit übertragen werden. Hi Patra, siehst du mich? Ich bin hier. Der Informant soll sich an der gegenüberliegenden Küste mit dir treffen und du würdest nie auf die Idee kommen, Bones könnte mir während eines Auftrages an Weihnachten von der Seite weichen, oder? FBI, ab hier kein Zutritt, bellte Tate und schob die Reporterin beiseite. Er drückte die Kamera nach unten, sodass weder ich noch meine Entourage weiter gefilmt werden konnten. Eine kurze Aufnahme, mehr brauchten wir schließlich nicht, sonst würde Patra noch merken, dass Bones gar nicht bei mir war. Vielleicht funktionierte unser Plan, vielleicht auch nicht. Cooper, der sich als Informant ausgab, sollte Patras Kontaktmann in einer Stunde treffen. Mit etwas Glück würde Patra glauben, Bones und ich wären beide hier in Los Angeles. Tate erschien in der Tür des Vans und schob sich schwungvoll zu. Vlad saß neben mir, TikTok und Zero waren ebenfalls im Wagen. Tate gab Doc, der uns heute Abend fuhr, den Befehl loszufahren und ließ sich mir gegenüber nieder. Okay, Cat, falls jemand hier herumschnüffelt, wird er nur das übliche Aufräumkommando und so weiter vorfinden. Nichts weist darauf hin, dass Bones nicht bei dir war. Ist doch ganz gut gelaufen, bemerkte ich. Wir würden zweimal den Wagen wechseln und den Rest der Strecke fliegen. Bones bestand darauf. Ich hoffe, bei Bones geht auch alles glatt. Tate presste die Lippen zusammen und sagte gar nichts. Wann wirst du den Meister anrufen? Erkundigte sich Zero. Seine milchig-grauen Augen waren gespannt auf mich gerichtet. Überhaupt nicht. Er ruft mich an, wenn es vorbei ist, so in zwei Stunden etwa, vielleicht auch später. Mein Magen verkrampfte sich. Ich musste mich schwer zusammenreißen, um ihn nicht doch noch per Handy anzuflehen, vorsichtig zu sein. Bis dahin sind wir schon halb bei Mencheres. Vlad streckte die Beine aus. Was für ein Glück. Ich habe Hunger. Uns allen wird es besser gehen, wenn wir bei Mencheres in Colorado sind, sagte ich. Vlad, du bekommst dein Abendessen, Tate kann sich mit Annette treffen, und irgendwann vor Mitternacht sehe ich auch Bones wieder. Wenigstens können wir dann ein paar Minuten gemeinsam verbringen, vielleicht. Schließlich ist Weihnachten. Helikopterlärm ließ mich mit einem Blick auf die Uhr aus dem Sessel springen. 23 Uhr 51 hier bei uns in Colorado. Bones war spät dran. Ich lief nur in meiner dünnen Strickjacke nach draußen. Die kreisenden Rotorblätter wirbelten den Schnee auf und peitschten mir das Haar ins Gesicht. Die Tür öffnete sich und Spade, Rodney und Ian kamen zum Vorschein. Bring mir jemand ein paar verdammt gute Handschellen. Ich habe es satt, auf diesen Typen zu sitzen, fauchte Ian. Sein kastanienbraunes Haar wurde fast so durcheinander gewirbelt wie meines. Drei von Mäncheres Vampiren beeilten sich dem Befehl Folge zu leisten. Die anderen sechs kamen Spade, Rodney und Ian zu Hilfe, die eine tobende, fluchende Gestalt festhielten. Engelchen, hol deinen Mann, damit er uns hilft, brüllte Spade. Wo ist die faule Socke? Als er meinen Gesichtsausdruck sah, hielt er inne und zog dem unbekannten Vampir, den sie wie ein Gepäckstück herumschleppten, eins über. Wo ist der andere Haley? Wir wurden aufgehalten. Crispin müsste schon da sein. Ian hatte noch nie so nervös geklungen. Wie in Zeitlupe hob ich das Handy, das ich in den Stunden des Wartens umklammert gehalten hatte. Mit gefühllosen Fingern tippte ich die zehnstellige Nummer ein und wartete dann wieder auf das metallische Summen des Freizeichens. Mencheres trat neben mich, aber ich sah ihn nicht an. Mein Herz schlug so laut, dass ich fast das Freizeichen nicht hören konnte. Lieber Gott, bitte, ich tue alles, bitte, mach, dass es ihm gut geht, er muss drangehen, er muss. Ein Klicken ertönte, dann statisches Rauschen. Ich wartete nicht länger, sondern schrie laut seinen Namen. Bones, wo bist du? Ich konnte seine Stimme nicht hören, nur weitere Störgeräusche. Kannst du mich hören? schrie ich noch lauter. Vielleicht war die Verbindung schlecht. Durchaus. Es war mir ein Zischen, das mir durch Mark und Bein fuhr, keine Männerstimme und ein deutlich orientalischer Akzent. Wer ist dran? Jedes Wort war ein Knurren, das tief aus meinem Körper kam. Ich sah, dass Spade meinen Arm packte, spürte es aber nicht. Eine Frauenstimme lachte leise und boshaft. Ihre Stimme ist tiefer, als vorgestellt habe, dachte ich unvermittelt. Falls sie nach ihren nächsten fünf Worten noch etwas sagte, hörte ich es nicht. Ich wusste, dass ich schrie, dass Mäncheres mir das Handy entriss und Spade mich in Richtung Haus zerrte, wie sehr ich mich auch dagegen wehrte. Etwas in mir barst, etwas, das viel stärker war, als das Wort Schmerz es je hätte ausdrücken können. Und in zufriedene Frage. Spreche ich mit der Witwe? Ich saß neben Spade. Der Schmerz fraß an mir wie ein tollwütiges Monster, das aus meinem Inneren hervorbrechen wollte. Spade allerdings fragte ich nur, was ist passiert? Rosafarbene Tränen liefen ihm übers Gesicht. Cooper hat am Bahnhof gewartet und dann haben wir gesehen, wie Anubus sich mit einigen Meistervampiren an ihn herangepirscht hat. Wir wollten Anubus lebend, also haben ihn und ich ihn festgehalten, während Rodney und Crispin mit den anderen kämpften. Dann ist uns einer der Trickskerle entwischt und Crispin hat Rodney gesagt, er soll bei uns bleiben, solange er den Wichser verfolgt und absticht. Er wollte sich hier mit uns treffen, wir dachten, er würde vor uns da sein. Es tut mir so Leidengel, so verdammt Leid. Mencheres trat ins Zimmer. Wir sind hier nicht sicher. Patra hat vielleicht von Bones erfahren, wo wir sind. Wir müssen also weg. Wir reisten überstürzt ab. Randy, Denise, Annette und meine Mutter waren auf dem Weg zu uns gewesen, als Spade sie telefonisch angewiesen hatte, nicht herzukommen. Den Grund hatte er ihnen nicht genannt, wofür ich ihm dankbar war. Wir nahmen den Helikopter, in dem Ian, Spade, Cooper und Rodney angekommen waren. Mit tränenlosen Augen starrte ich ins Leere. Tate rief Don an und erzählte ihm, was passiert war. Am Ende riet er ihm noch zur Flucht. Die Antwort meines Onkels verlor sich im Helikopter Lärm und meine Apathie. Cat seufzte Tate, als er aufgelegt hatte und legte mir den Arm um die Schultern. Don hat gesagt. Er unterbrach sich und starrte entgeistert auf das Messer in seiner Brust. Ich hatte es aus meinem Mantel gezogen und in ihn gerammt. Es steckte wenige Zentimeter von seinem Herzen entfernt. Ich lächelte und spürte mein Gesicht reißen wie zu schnell trocknenden Ton. Das war eine Warnung. Hast du etwa geglaubt, du könntest so und du bist ein toter Mann, Tate. Jedes meiner bitteren Worte war ernst gemeint. Wenn sich im Augenblick irgendjemand mehr freute als Patra, dann war es Tate. Er hatte Bones von Anfang an gehasst. Verdammt wollte ich sein, wenn ich zuließ, dass Tate mich tätschelte wie einen Schoßhund. Was auch immer er sich von Bones tot versprochen hatte, er würde es nicht bekommen. Tate riss sich wortlos das Messer aus der Brust. Er wischte die Silberklinge an der Hose ab und gab mir die Waffe zurück. Ich bin da, wenn du mich brauchst, murmelte er, stand auf und verschwand in den hinteren Teil des Helikopters. Nach diesem Vorfall herrschte Schweigen, die ganzen zwei Flugstunden bis nach Kanada. Wir landeten auf einer gefrorenen Wiese, etwa hundert Meter entfernt von einem von mächtigen Bäumen umstandenen Haus. Kat, wir müssen reden, bemerkte Mencheres, als ich aus dem Helikopter springen wollte und hielt mir die Hand entgegen. Kann das vielleicht bis später warten? Mein emotionaler Schutzschild funktionierte im Augenblick sehr gut, aber das würde nicht so bleiben. Ich musste allein sein, damit ich lange um ein Zimmer für dich. Mach dir keine Umstände, in knapp zwei Stunden ist Sonnenaufgang und ich werde nicht schlafen, ich will einfach nur allein sein. Ich muss dir wohl nicht sagen, dass heute der schlimmste Tag meines Lebens ist. Ich ging auf die Bäume zu. Wo willst du hin? rief Mencheres. Ich werde mir ein bisschen die Beine vertreten. Hinter mir brach empörtes Gemurmel aus. Ich streckte nur den Mittelfinger hoch und ging weiter. Die Kiefern standen stellenweise sehr dicht. Pferden im Schnee zeigten, dass dieser eisige Flecken von den verschiedensten Kreaturen bewohnt war. Aber zu dieser Stunde war alles still. Mein schneller Marsch führte mich meilenweit weg. Als ich die Felswand sah, kletterte ich einfach hinauf, ohne groß nachzudenken. Der Stand des Mondes zeigte mir, dass bis zum Sonnenaufgang noch eine knappe dreiviertel Stunde Zeit war. Bald darauf würden meine Mutter und Denise eintreffen. Ich wollte sie nicht sehen. Ich wollte niemanden sehen. Etwa zwanzig Minuten lang kletterte ich, bis ich einen Felsvorsprung fand, der breit genug war, dass ich darauf sitzen konnte. Ein Windstoß brachte mich dazu, mir die eine Hochzeit, die nie stattfinden würde. Ich stand auf und starrte in den Abgrund. Die Felsen unten hatten eine hypnotische Wirkung auf mich. Sie kamen mir weder weit entfernt noch bedrohlich vor. Einen Augenblick später schlossen sich meine Augen und ich ertappte mich dabei, wie ich einen Schritt nach vorn machte. Und dann noch einen. Muss schwer für dich sein. Beim ersten Wort öffnete ich schlagartig die Augen. Vlad saß auf einem Fels Vorsprung etwa zehn Meter unter mir und beobachtete mich. Blitzmerker. Vlad erhob sich. Oh, das habe ich gar nicht gemeint. Ich meinte, es muss schwer für dich sein, nicht genau zu wissen, was du bist. Du wachst jeden Tag auf und kannst deiner Menschlichkeit nicht entkommen. Wie gesagt, muss schwer sein. Was der eigentliche Grund, aus dem du hier bist, Catherine? Nenn mich nicht so, sagte ich, als wäre es noch von Bedeutung. Er warf mir einen verächtlichen Blick zu. Warum nicht? Auf dem Fels Vorsprung steht Catherine Crawfield, nicht Cat, die Gefatterin Tod. Catherine hat keine Verpflichtungen, keine Verantwortung und sie hat beschlossen, ihrem Mann in den Tod zu folgen. Am Ende hast du dich wohl doch für deine menschliche Seite entschieden. Interessant. Das stimmt nicht, fauchte ich und unterbrach mich dann. Nicht? Ich war in der Eiseskette losgelaufen, eine Felswand hochgeklettert und stand nun schwankend mit geschlossenen Augen am Abgrund. Ein Sturz aus dieser Höhe würde mir vermutlich den Kopf zertrümmern, sodass ich weder als Ghul noch als sonst irgendwas wieder zum Leben erweckt werden könnte. Du bist bereit dazu, stimmt's, Catherine? stichelte Vlad, mich wieder bei meinem alten Namen nennend, während er meine Gedanken aussprach. Leck mich, Dracula, blaffte ich. Kein Wunder, dass Bones dich nicht leiden kann, mich nervst du auch. Wir mochten einander zwar nie besonders, aber wir haben einander respektiert. Hätte Bones gewollt, dass du das tust? Hätte er das getan, wenn du umgekommen wärst? Ich wusste die Antwort ohne nachzudenken. Mir war klar, was Bones an meiner Stelle getan hätte. Als Vampir hätte er sich nicht zum Selbstmord hinreißen lassen, nein, nicht, solange er nicht jeden, der für meinen Tod mitverantwortlich war, aufgespürt und auf grausame Weise hätte büßen lassen. Erst nach vollzogener Rache hätte Bones sich auch nur einen Gedanken an seinen eigenen Tod gestattet. Aber Mensch, ich konnte mich in meine Menschlichkeit einhüllen und von dieser Felswand hinunter in Bones Arme und eine andere Welt springen. Als Vampirin hätte ich keine andere Wahl gehabt, als wieder hinunter zu klettern und blutige Rache zu üben, Herzschmerz hin oder her. Aber als Mensch konnte ich einfach springen. Vlad musterte mich mit kühlem mitleidlosem Blick, während er meinem inneren Zwiespalt lauschte. Also, was bist du nun? Seit meine Mutter mir an meinem sechzehnten Geburtstag erzählt hatte, wer mein Vater war, hatte ich mich mit eben dieser Frage herumgeschlagen. Mein Herzschlag schien mich zu verspotten. Jedes Atmen war wie Hohn. In gewisser Hinsicht war ich sehr menschlich und wollte den Frieden, die mir dieser Sturz ins Jenseits und zu Bones bringen würde. Aber ich war kein Mensch, war nie einer gewesen und ich konnte es mir auch nicht länger einreden. Und? Bohrte Vlad weiter, diesmal mit noch mehr Nachdruck. Ich warf der felsigen Talsohle einen letzten sehnsüchtigen Blick zu und erwiderte Vlads Blick. Ich bin eine Vampirin, sagte ich und trat vom Abgrund zurück. Mencheres sagte nichts, als ich später zusammen mit Vlad wieder auftauchte. Falls er etwas von dem Drama ahnte, das ich gerade abgespielt hatte, behielt er es für sich. Meine Mutter und Denise waren eingetroffen. Ein Schrei ließ mich ruckartig den Kopf heben, als wir uns dem Haus näherten. Mencheres schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Er hatte draußen auf meine Rückkehr gewartet. Sie haben gerade von seinem Tod erfahren, erklärte er. Du wolltest mich sprechen? Mein beherrschter Tonfall schien Mencheres zu überraschen. Ich dachte, du wolltest erst deine Mutter sehen. Nein, reden wir jetzt. Vlad verneigte sich höflich. Ich ziehe mich zurück, damit ihr unter vier Augen sprechen könnt, sagte er und ging ins Haus. Mencheres musterte mich genauso abschätzend, wie ich ihn. Keiner von uns sagte etwas. Schließlich brach er das Schweigen. Ich habe von meiner Macht Gebrauch gemacht, um herauszufinden, wo Bones Leiche ist. Einen Augenblick lang habe ich ihn gesehen. Und da ist er mit einem Messer in der Brust tatsächlich verwelkt und gestorben. Das Bild, das er herauf beschwor, traf mich wie ein Fausthieb. Ich musste an mich halten, erhoben sich in meine Handflächen, als ich meinen Schmerz erbarmungslos verdrängte. Weißt du, wo er ist? Ich wollte ihn wenigstens heimbringen, wenn ich schon sonst nichts mehr für ihn tun konnte. Nein, ich glaube, Patra benutzt einen Blendzauber. Das hat sie schon früher getan, um zu verhindern, dass ich sie aufspüren kann. Ich versuche es wieder. Danke. Es war das erste Mal, erhielte nicht, aber aus seinem Gesicht wich ein wenig die Anspannung. Es ist sowohl meine Pflicht als auch mein Wunsch, Bones einen würdigen Abschied zu bereiten. Dann sagten wir eine Weile gar nichts. Schließlich begann Mäncher das wieder zu sprechen. Bones hat dich zu seiner Erbin eingesetzt. Du bist nun Herrin seiner Sippe und meine Mitregentin. Ich habe den Bluteid auf diesen Bund geleistet und mein Wort gilt auch jetzt noch. Bones wollte es so. Ein dicker Kloß formte sich in meinem Hals, aber ich schluckte ihn wieder hinunter, zusammen mit all den anderen Gefühlen, die ich mir im Augenblick nicht leisten konnte. Dann nickte ich. Wenn er es so gewollt hat, werde ich das Amt annehmen. Und da lächelte Mäncher das tatsächlich. Er kleinen wehmütigen Lächeln. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch aufrecht hält. Ich hörte, wie drinnen etwas zu Bruch ging und richtete mich auf. Gibt es sonst noch was? Ich muss mal nach Annette sehen, hört sich an, als ginge es ihr wie mir. Alles Übrige hat Zeit bis nachher. Kümmere dich um sie. Trotz meiner Eifersucht auf Annette und dem Ärger zu wollen. Wenn irgendwer hier wusste, wie es in mir aussah, dann war sie es. Komm her, Annette. Ich begann, sie aus Ians und Spades Armen zu lösen. Die beiden hatten sie festgehalten, entweder um sie zu trösten oder damit sie nicht noch mehr kaputt machte. Rosa Tränen rannen ihr in Strömen aus den Augen. Lass mich los, herrschte sie Spade an. Begreifst du denn nicht, dass ich ohne Chris bin nicht weiterleben will. Das konnte ich nur allzu gut nachvollziehen. Aber Vlad hatte recht. Bones musste gerecht werden und ich hatte dafür zu sorgen, dass das geschah. Ich packte Annettes Kopf mit beiden Händen. Du wirst weiterleben, weil du es Bones schuldig bist. Patra hofft, dass sie durch seinen Tod aus dem Schneider ist, aber wir werden ihr beweisen, dass sie den größten Fehler ihres Lebens gemacht hat. Komm schon Annette, Bones soll stolz darauf sein, dich vor Jahrhunderten zur Vampirin gemacht zu haben. Und seine Feinde sollen vor Furcht zittern. Annettes Lippen verzogen sich zu einer harten Linie. Ich konnte zusehen, wie sie sich in die fest entschlossene und stets gefasste Frau verwandelte, die anfangs alles daran gesetzt hatte, meine Beziehung zu Bones zu ruinieren. Sie erhob sich. Sie werden dafür büßen, versprach ich ihr mit den Augen. Worauf du Gift nehmen kannst, antwortete sie mit Ehren. Dann verblüffte sie mich, indem sie vor mir niederkniete und den zerzausten Schopf neigte. Crispin hat mir anvertraut, dass du Meisterin seiner Sippe sein sollst, wenn höre ich dir hier und jetzt meine Treue. Darauf war ich nicht vorbereitet gewesen. Die anderen Vampire aus Bones Sippe taten es Annette nach, bis schließlich sogar Tate vor mir kniete. Spade trat neben mich. Als Meister seiner eigenen Sippe machte er keinen Kniefall, doch auch er senkte den Kopf und küßte meinen Verlobungsring. Ich werde dir zur Seite stehen, Kat, um meines schnürt. Auch Rodney murmelte ein paar Worte und küßte den roten Stein in meinem Ring. Zu meiner Überraschung folgte Ian seinem Beispiel. Ich grub die Fingernägel in die Handflächen und schluckte die Tränen hinunter, die mir die Luft abzuschnüren drohten. Wehe, du weinst, ermahnte ich mich. Wehe. Als alle Vampire ihren Treue Schwur geleistet hatten, räusperte ich mich. Danke. Ich gelobe, dass ich mich eures Vertrauens würdig erweisen werde. Wie Spade bereits sagte, hätte Bones nichts anderes erwartet. Mäncheres? Der Vampir neigte den Kopf. Ja? Was nun? Wir werden in absehbarer Zeit eine Zusammenkunft abhalten, damit ich Bones Sippe offiziell anerkennen kann. Was bedeutet in absehbarer Zeit? Gibt es eine obligatorische Wartefrist? Mäncheres runzelte die Stirn. Nein, aber in Anbetracht dieses plötzlichen tragischen Ereignisses steht dir ein wenig Zeit zu. Schwachsinn! Fröhlicher werde ich nicht mehr, also bringen wir es hinter uns. Bones Leute sind nach seinem Tod bestimmt völlig außer sich, und je länger sie in der Luft hängen, desto stärker wird Patra. Wann können wir frühstens losschlagen? Mäncheres wirkte schockiert. Ich kümmerte mich nicht darum und trommelte zur Untermalung mit dem Fuß auf den Boden. Also? Morgen Abend. Ich werde den entsprechenden Anführern Nachricht geben. Morgen Abend also, fragte sich nur, was in Gottes Namen ich bis dahin mit mir anfangen sollte. Nachdem man mich mehrmals auf meinen Schlafmangel hingewiesen hatte, verzog ich mich in eines der Schlafzimmer im Obergeschoss. Kaum hatte ich mich allerdings auf dem Bett ausgestreckt und die gähnende Leere neben mir bemerkt, gab ich auf und nahm mein Bad. Zwei Stunden lang saß ich in der Wanne und starrte ins Leere. Als ich aus dem Badezimmer kam, stand Mäncheres in der Tür. Ich habe etwas für dich, sagte er und hielt mir ein antikes Holzkästchen entgegen. Für den Fall, dass ihm etwas zustößt. Legs aufs Bett. Meine Stimme war ein Krächzen. Ich fürchtete mich davor, das Geschenk entgegenzunehmen, weil meine Hände plötzlich zitterten. Und geh! Er gehorchte und ich war mit dem Kästchen allein. Mehr als zwanzig Minuten brauchte ich, bis ich den Mut fasste, es zu öffnen und musste dann einen Aufschrei unterdrücken. Ins Deckel innere waren Fotos gesteckt. Das erste zeigte Bones und mich während des letzten Sommers. Wir saßen auf unserer Verandaschorkel, sein Gesicht im Profil, während er mir etwas zuflüsterte. Was es auch war, es brachte mich zum Lächeln. Auf dem zweiten lag ich nackt in einem völlig zerwühlten Bett auf der Seite und hatte ein Kissen an mich gepresst. Mein Mund legen und bemerkte die Schrift auf der Rückseite. Das habe ich eines Morgens aufgenommen. Du warst so schön, dass ich nicht widerstehen konnte. Ich muss jetzt schon lächeln, wenn ich mir vorstelle, wie du rot wirst. Ein erstickter Laut entfuhr mir, als verschwammen mir gleich vor Augen, weil die Tränen darin beinahe brannten, so sehr wollten sie heraus. Irgendetwas in mir wusste, dass es mit meiner mühsam aufrechterhaltenen Selbstbeherrschung vorbei seien und ich die Nerven verlieren würde, wenn ich die Nachricht erst gelesen hätte. Ich schloss das Kästchen und schob es unter das Bett. Beschäftigung. Ich musste mich beschäftigen. Wild entschlossen schnappte ich mir die nächstbeste Hose und ein Oberteil schlüpfte hinein und verließ beinahe fluchtartig das Zimmer. Doc hob den Kopf, als sich das Untergeschoss betrat. Er hatte seine Revolver um die Finger wirbeln lassen. Die meisten Vampire standen auf Messer, Schwerter und andere archaische Waffen, aber Doc hatte ein Faible für Knarren. Er war nie ohne eine anzutreffen. Gevatterin grüßte er mich. Wie alt bist du? Obwohl Doc jetzt schon seit etwa einer Woche bei uns war, hatte er noch nicht groß mit mir gesprochen. 160 einschließlich der Menschenjahre. Er hatte einen angenehmen Südstaaten Akzent, der jedes Wort höflich klingen ließ. Er hielt mir einen seiner Revolver hin. Willst du die gute mal ausprobieren? Deine Kanonen sind weiblich? schwarzer Humor. Unter anderen Umständen hätte ich das zu schätzen gewusst. Ich ließ den Revolver um die Finger wirbeln, spannte den Hahn und zielte blitzschnell. Sehr gut, bemerkte Doc. Auf der anderen Seite der Wand ist nur erdreich. Wie gut bist du? Zur Antwort feuerte ich den gesamten Trommel Inhalt ab, also sechs Schuss, die wie einer halten. Als Doc das schien ein Lächeln auf seinem Gesicht. Gib mir mehr Munition, dann schreibe ich meinen Namen, sagte ich ohne echtes Interesse. Wie steht's mit dir? Er nahm die Waffe und lud sie neu. Dann wirbelte er beide Revolver so schnell um sich herum, dass meine Augen seinen Bewegungen nicht folgen konnten. Die ganze Zeit über gaben sie Schüsse ab und das Getöse machte das Spektakel umso dramatischer. Noch bevor der Schusslärm verklungen war, hatte er sie mir wieder in die Hände gedrückt. Ich sah zu der 30 Meter entfernten Wand hinüber und kapierte. Doc hatte mein Dreieck in ein A verwandelt und mit den neuen Einschusslöchern ein C und ein T hinzugefügt. In Anbetracht der Tatsache, dass er dabei noch verblüffende Tricks vorgeführt antwortete ich schließlich. Das Gesetz und ich, wir haben schon seit langem so unsere Probleme miteinander, sagte er trocken, weshalb ich am glücklichsten bin, wenn ich ihm aus dem Weg gehen kann. Wie kam es dazu, dass Bones dich verwandelt hat? Docs Gesichtsausdruck wurde nüchtern. Hat er nicht. Er ist mein Ahnherr. Annette hat mich gemacht. Oh. Ich gestattete mir einen weiblichen Blick auf seinen schlanken Körper, braune Haar. Verstehe. Es war nicht so, wie du denkst. Ich habe damals vier Männer beobachtet, die hinter einem Saloon eine Frau bedrängten. Zwei habe ich erschossen, die beiden anderen sind weggerannt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich die Frau nicht beschützt, sondern um ihr Abendessen gebracht hatte. Annette hat mir allerdings meinen fehlgeleiteten Beschützerinstinkt nie vergessen. Als ich Jahre später im sterben lag, hat sie mich ausfindig gemacht und mir eine Alternative angeboten. Und die habe ich angenommen. Du gehörst nicht zu Bones Leuten und du bist selbst Meister. Du unterstehst also auch Annette nicht mehr, überlegte ich laut. Warum bist du dann hier? Er warf mir aus seinen hellbraunen Augen einen ernsten Blick zu. Aus dem gleichen Grund wie du, weil ich meine Schulden immer 27. Dezember und wir hatten uns ausgerechnet in einem Opernhaus versammelt. Passend zu meiner Stimmung war ich ganz in schwarz gekleidet. Ich persönlich hätte mir auch einen Müllsack übergezogen, aber unter Vampiren war es üblich, sich zu besonderen Anlässen groß herauszuputzen und ich musste repräsentieren. Einziger Schmuck war die Silberkette um meine Taille, an der mehrere ebenfalls silberne Dolche hingehingen. Sie war unausgesprochene Drohung und Schutz zugleich. Mencheres und ich standen mitten auf der Bühne. Es war zwar reine Formsache, der Grund der Veranstaltung war jedem bekannt, aber Mencheres verkündete trotzdem noch einmal die Nachricht von Bones Tod. Ich ließ mir meine Gefühle nicht anmerken, als die Worte, die mein Leben zerstört hatten, noch einmal ausgesprochen wurden. Und seinem Wunsch menschgemäß wird ihm seine Frau als Meisterin nachfolgen. Mencheres streckte mir die Hand entgegen und ich ergriff sie. Von dieser Nacht an gehören all deine Leute mir, wie auch die meinigen dir gehören. Blut soll diesen Pakt besiegeln. Catherine, die du auch die Gefatterin Tod genannt wirst, bist du bereit, dein Blut zum Beweis deiner Ehrlichkeit zu geben? Ich hätte nie gedacht, die feierlichen Worte, mit denen ich daraufhin mein Einverständnis kundtat, einmal aussprechen würde. Schließlich brachte ich mir einen tiefen Schnitt in der Handfläche bei. Mencheres nahm das Messer von mir entgegen und tat es mir nach. Dann kam der Handschlag. Auch mein Blut fließt zum Beweis meiner Ehrlichkeit. Sollte ich unser Bündnis je brechen, soll es auch zu meiner Strafe fließen. Meine Handfläche kribbelte, als sie beim Kontakt mit seinem Blut heilte. Dann trennten wir uns. Es war vollbracht. Fast jedenfalls. Ich weigere mich, dieses Mischlingsmädchen als meine Anführerin anzuerkennen und fordere mein Recht ein, mir meine Freiheit zu erkämpfen. Thomas, du anmaßender Idiot! Spade stürmte zum Bühnenrand. Wenn Crispin hier wäre, würde er dir das Rückgrat herausreißen und dich damit auspeitschen. Aber als sein bester Freund übernehme ich diese Aufgabe. Im Grunde war ich nicht überrascht. Bei jeder offiziellen Versammlung konnte ein Vampir seine Unabhängigkeit erbitten oder sich erstreiten. Denk nicht mal dran, Spade, sagte ich. Bones wüsste dein Vorhaben zu schätzen und Gleiches gilt für mich, aber dieser Mann hat sich an mich gewandt und ich nehme seine Herausforderung an. Cat, Spade packte mich bei den Schultern und senkte die Stimme. Du hast seit Tagen nicht geschlafen, du isst und trinkst kaum, trainierst nur. Wenn du nicht willst, dass ich es tue, lass Mencheres für dich kämpfen. Er wird an diesem Dreckskerl ein Exempel statuieren, dass alle, die Ähnliches im Sinn haben, es sich mindestens zweimal überlegen werden. Du hast recht, meine Stimme klang lauernd. An diesem Wichser muss ein Exempel statuiert werden, aber das werde ich erledigen. Thomas, ich stieß Bade zurück und trat an den Bühnenrand. Ich nehme deine Herausforderung an, wenn du deine Freiheit willst. Ich ließ die Fingerknöchel knacken und den Kopf auf den Schultern kreisen. Dann komm und nimm sie dir. Thomas ging auf die Bühne zu. Mit einem Satz war er oben. Die übrigen Vampire gingen aus dem Weg. Mencheres brachte den protestierenden Spade mit einer knappen Handbewegung zum Schweigen. Wie willst du sterben? sah. Denn sterben wirst du. Also, was darf sein? Schwerter, Messer, Keulen oder die bloßen Hände? Thomas war etwa so groß wie ich, hatte blaue Augen und lockiges rotbraunes Haar. All das nahm ich in mich auf, während ich seine Aura prüfte. Er hatte die vibrierende Energie eines kräftigen Vampirs. Das war kein Halbstarker. Aus Respekt gegenüber meinem Erschaffer werde ich dir einen schnellen tierischem Akzent. Ich stieß ein amüsiertes Lachen aus. Klein und pausbäckig wie Thomas war, wirkte er nicht sehr furchteinflößend. Wenn du Bones Respekt zollen wolltest, würdest du dir deine Freiheit nicht während eines Krieges erstreiten wollen, zischte ich ihn an. Ganz schlechter Stil, würde er jetzt sagen. Sein Pech, wenn er sich von einer Hexe wie dir verzaubern lässt, entgegnete er, während er sich ein Messer nahm. Ich brauchte mir keins zu holen, ich trug schließlich genug am Gürtel. Du hast ihn zum Krieg aufgestachelt wegen eines Anschlags, der nie stattgefunden hat. Unter den Vampiren auf der Bühne wurden Beschimpfungen laut. Mich packte eine eisige Wut. Mit einem Schrei krümmte ich mich zusammen, als wäre ich tief aufgetroffen. Thomas stürzte sich blitzschnell auf mich. Als er bei mir war, bereit, mir den Todesstoß zu versetzen, drehte ich mich zur Seite und rammte ihm die eigene Waffe tief in den Magen. Sein Herz war bald von scharfen Silberklingen durchbohrt. Alles geschah in weniger als einer Sekunde. Du blöder Idiot! Hast wohl nicht aufgepasst, als Bones dir beigebracht hat, nicht darauf reinzufallen, wenn jemand blöft. Thomas erstarrte zum Eisblock. Ich beugte mich zu ihm. Meine Stimme an seinem Ohr war fast ein Flüstern. Grüß Bones von mir, sagte ich, als ich ihm das Messer im Herz herumdrehte. Wenn er dich in die Finger bekommt, wird es dir erst richtig leid tun. Ich versetzte Thomas allmählich schrumpelig werdenden Leib einen Fußtritt, der ihn in den Orchester Graben beförderte. Dann steckte ich mein Messer zu den anderen an den Gürtel zurück, ohne mir erst die Mühe zu machen, das Blut abzuwischen. In den hinteren Rängen war Unruhe ausgebrochen. Türen wurden aufgerissen. Als ich den Blick hob, trat Mencheres vor und ergriff meine Hand. Kat, es tut mir sehr leid, ich hätte nicht gedacht, dass sie das tun würde, krächzte er. Bei einer offiziellen Versammlung darfst du sie nicht angreifen, das verstößt gegen unsere Gesetze, du würdest uns alle ins Unglück stürzen. Ein Lachen drang an meine Ohren und betäubte für Sekunden meine Sinne. Mencheres, mein Gemahl, willst du mich nicht begrüßen? Meine Fingerknöchel traten weißer vor, als ich Männcheres Hand drückte. Patra hatte ihn angesprochen, aber ihre Augen waren allein auf mich gerichtet, während sie mit schlangenhafter Anmut den Gang entlang glitt. Sie war zweifellos eine Schönheit, mit dem langen von Goldfäden durchzogenen Haar, ihrer honigfarbenen Haut und der schmalen Silhouette. Warum? Ich ließ Patra nicht aus den Augen, während ich Männcheres die Frage entgegenschleuterte. Töte, war alles, was ich denken konnte. So sind unsere Gesetze. Als meine Ehefrau darf sie bei jeder öffentlichen Versammlung zugegen sein, nur angreifen darf sie uns nicht. Wir sie aber auch nicht. Sie will dich zur Gewalt verleiten, schenke ihr keinen so leichten Sieg. Am liebsten hätte ich sie in Stücke gerissen und mich in ihrem Blut gesult. Meine Augen blitzten auf, hasserfüllte grüne Strahlen trafen sie. Hallo, Schlampe! Sie lachte abermals, schmeichlerisch, gurrend. Du bist also das Mischlingsmädchen. Ein Leuchten trat in ihre Augen. Hast du in letzter Zeit gut geschlafen? Ein Teil von mir war erstaunt, dass ich noch nicht an der Decke klebte. Der andere Teil hörte mich munter und vergnügt lachen. Mehr hast du nicht drauf? Oh Patra, wie langweilig! Was auch immer sie erwartet hatte, das nicht. Ich war selbst erstaunt über mich. Patra ließ sich nicht gern auslachen. Ihr zorniger Gesichtsausdruck war der Beweis. Ich bin nicht so dumm, wie du erhoffst, fuhr ich fort. Und jetzt halt die Klappe oder verpiss dich, du hältst nämlich den ganzen Betrieb auf. Ich gehe. Ihr Lächeln war verächtlich. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Du bist ein Nichts und bald nicht einmal mehr das. Aber bevor ich euch verlasse, sollte ich dir vielleicht verraten, warum es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist. Das hat dir mein Gemahl sicher nicht erzählt, oder? Was? Sie hast du dich noch gar nicht gefragt, warum ich mich überhaupt gegen Mencheres gewandt habe? Falls sie darauf wartete, dass ich sie drängte, weiter zu erzählen, hatte sie sich geschnitten. Patra seufzte. Als Mencheres mich zur Vampirin machen wollte, habe ich ihm gesagt, ich wäre nur bereit, wenn er auch meinen geliebten Intef verwandelte. Doch als ich von den Toten auferstanden war, Sie unterbrach sich und warf Mencheres einen hasserfüllten Blick zu. Eines Tages erfuhr ich von Anubus, einem ehemaligen Freund von Mencheres, das Intef von Mencheres selbst ermordet worden war. Und du, kleines Halbblutmädchen, wurdest in diesen Krieg verwickelt, damit ich endlich am Mörder meines geliebten Rache üben kann. Wer also hat Bohns Tod in Wahrheit zu verschulden? Ich sah Mencheres an. Da begriff ich. Alles, was Patra gesagt hatte, war wahr. Jedes einzelne Wort. Einen Augenblick lang kämpfte ich mit dem übermächtigen Drang, beide für ihre kalte, berechnende Selbstsucht abzustechen. Dann wandte ich mich wieder an Patra. Du hättest deinen Zorn an Mencheres auslassen sollen. Stattdessen hast du die Familienangehörigen irgendwelcher Leute entführt und zu Selbstmordattentaten gezwungen. Für den Tod von Bones werde ich dich töten. Gerade du solltest das verstehen. Patra lächelte. Weil ich deinen Schmerz verstehe, werde ich dich von ihm erlösen. Ihre Stimme wurde lauter. Jedem, der ihr den Rücken kehrt und sich mir anschließt, gewähre ich Amnestie. Ihr Mörder oder ihre Mörderin erhält darüber hinaus eine Belohnung, so unermesslich, wie ihr sie euch in euren kühnsten Träumen nicht ausmalen könnt. Ihr habt das Wort einer Göttin. Der Blick, mit dem ich sie bedachte, war härter als der Diamant an meinem Finger. Arrogantes Miststück! Ich werde dafür sorgen, dass du drauf gehst. Mein Wort als Mischling drauf! Patra verließ ihre vier Begleiter neben sich, majestätisch den Saal. Erst nachdem sich die Türen hinter ihr geschlossen hatten, atmete ich auf. Ich war so wütend, dass ich zitterte. Die Stille war vollkommen. Ich ging zu der Seite der Bühne, wo die Waffen lagen, und zog in aller Seelenruhe ein Schwert hervor. Ich setzte mich besser jetzt mit den Folgen von Patras Angebot auseinander, sonst würde sich der Glaube, ich wäre eine dieser Hexe glaubt und der Meinung ist, es mit mir aufnehmen zu können, kann es gerne versuchen. Die Kandidaten meldeten sich zahlreich und schnell, die unterschiedlichsten Stimmen riefen durcheinander. Diesmal durfte sich keiner die Waffen aussuchen. Ich behielt mein Schwert. Und einen nach dem anderen zerhackte, er stach oder köpfte ich die Vampire, so wie sie die Bühne betraten. Ich legte all meinen aufgestauten Zorn und Kummer in die Hiebe, dankbar für die kurzen Augenblicke, in denen ich etwas anderes als den Schmerz fühlen konnte. Als ich den achten Vampir mit einem so wuchtigen Stoß ins Herz zur Strecke gebracht hatte, dass mein halber Arm durch ihn hindurch ging, war mein Outfit so zerfetzt, dass es schon fast unanständig aussah. Ironischerweise Ich wandte mich an das Publikum. Glaubt sonst noch jemand, er könnte mich alle machen? Niemand meldete sich. Ich rammte das Schwert in die Bühnenbretter. Dann wischte ich mir mit meinem zerfetzten Ärmel das Blut von der Wange und wandte mich an Mäncheres. Können wir jetzt gehen? Als ich wieder im Haus war, kam mir das gähnend leere Bett wie Hohn vor. In ohnmächtigem Zorn warf ich es um und schmetterte es gegen die Wand. Meine Aktion hatte allerdings nur zur Folge, dass das antike Holzkästchen mit dem Brief zum Vorschein kam, den zu lesen ich nicht über mich brachte. Ich streifte mir eine Trainingshose und ein T-Shirt über und ging nach unten, das Kästchen in eine Decke gewickelt, die ich aus dem zerstörten Bett gezerrt hatte. Die Uhr hatte gerade zwei geschlagen, es war mitten in der Nacht und niemand schlief. Spade und Rodney waren mit Ian im Salon. Nicht so Männcheres, was ich verschmerzen konnte. Das Zusammentreffen mit Patra hatte ihn ziemlich mitgenommen. Du hast dich heute Abend gut geschlagen, Kat, sagte Ian, aber du siehst echt beschissen aus. Normalerweise hätte ich jetzt eine sarkastische Bemerkung gemacht, aber das war mir zu anstrengend. Ich setzte mich also auf die Couch und stellte das Kästchen neben mir auf den Boden. Egal, du brauchst Schlaf, ermahnte mich Spade zum hundertsten Mal. Wenn ich schlafen könnte, würde ich nicht hier sitzen und mir euer Genörgel anhören. Hat Anubus schon irgendwas ausgespuckt? Ian und ein paar seiner sadistischen Freunde waren die meiste Zeit bei ihm gewesen. Anubus wünschte sich inzwischen zweifellos, dass sie ihn endlich umbrachten. Verdammt wenig, wie's aussieht, knurrte Ian aufgebracht. Der Wichser weiß nicht mal, wie Crispin geschnappt wurde. Ich begreife es einfach nicht, aber er bleibt bei seiner Aussage. Ian hat recht, erklärte Spade plötzlich energisch. Dir geht's beschissen, das hältst du nicht länger durch, wenn du dir keine Pause gönnst. Soll ich? Du kannst dir nicht helfen, aber ich. Spade warf dem gerade eingetretenen Tate einen finsteren Blick zu. Ian und Rodney taten es ihm gleich. Tate ließ sich nicht aufhalten und setzte sich neben mich auf die Couch. Tate, seufzte ich, vielleicht solltest du abhauen, im Geist spielen alle schon mit deinem Kopf Fußball. Er ignorierte meine Bedenken und gab mir ein Fläschchen mit Pillen. Ich habe Don angerufen. Das Medikament ist speziell auf deine genetischen Besonderheiten abgestimmt, Cat. Es ist ein Schlafmittel. Darum war ich stundenlang weg. Ich bin zur Apotheke gelaufen, damit keiner meinem Wagen folgen oder sich die Autonummer aufschreiben kann. Die drei Männer waren ebenso erstaunt wie ich. Ich nahm das Fläschchen entgegen. Danke. Die Aussicht auf die kurzen Momente des Vergessens, die das Medikament mir bescheren würde, ließ es mich umso ehrlicher meinen. Tate hielt mir ein Glas Wasser hin. Gern geschehen. Ich nahm die verordnete Dosis und lehnte mich dann auf der Couch zurück. Das Holzkästchen stand nach wie vor neben mir. Die Nachricht darin war das Persönlichste, was ich noch von Bones hatte. Ein paar Minuten später spürte ich, wie die Anspannung in mir nachließ. Die Pillen waren stark und ich hatte einen schnellen Stoffwechsel. Gut gemacht, Junge, sagte Spade, als ich wegdämmerte. Vielleicht bist du ja doch noch zu was zu gebrauchen. In einem Punkt waren Bones und ich uns einig. Wir wollten das Beste für sie, antwortete Tate flüsternd. Was genau das ist, darüber waren wir allerdings geteilter Meinung. Bones. Sein Name heilte in meinem Kopf, als ich in die Bewusstlosigkeit abdriftete. Vielleicht träume ich von dir. Lärm weckte mich. Irgendwo im Haus schrie jemand. Dann hörte man Fuß getrappelt. Die Geräusche drangen durch den unruhigen Schlaf, in den das Narkotikum mich versetzt hatte. Was zum Donnerwetter, hörte ich Spades aufgeregte Stimme. Leck mich doch am Arsch. War das Ian? Konnten die nicht ein bisschen leiser sein? Das Kreischen, das dann kam, klang ganz nach Annette und war so schrill, dass ich mir das Kissen auf die Ohren presste. Selbst diese kleine Anstrengung erschöpfte mich. Das laute unverständliche Gekreische kam eindeutig von Annette. In der Nähe krachte etwas zu Boden. Das soll ja wohl ein Witz sein. Nun redeten alle lautstark durcheinander. Man hörte so viel Radau, dass ich mühsam ein Auge aufmachte. Irgendwann drang dann endlich ein Name zu mir durch, der mich von der Couch taumeln ließ. Chris Pin muss zu meiner Frau, hörte ich noch. Dann fing ich an zu schreien und rannte in blinder Hass den Couchtisch um, als ich auf die Stimme zustolperte. Meine Augen waren offen, aber ich sah alles verschwommen. Arme packten mich, drückten mich an einen Körper, der so heftig mit meinem kollidierte, dass ich mit ihm zu Boden ging. Mein Gesicht wurde an eine Kehle gepresst, an der ich eine vertraute Stimme vibrieren spürte. Hab dich so vermisst, Kätzchen, ich liebe dich. Das ist ein Traum, dachte ich, ein Traum, und ich werde Don von ganzem Herzen dafür danken, dass er mir diese Illusion geschenkt hat. Du bist tot, nuschelte ich. Ich wünschte, du wirst wirklich hier. Lasst mich mit ihr allein, alle, lasst uns bitte einen Augenblick Zeit. Charles, Spade nickte kurz, alles, was du willst, mein Freund. Bitte weckt mich nicht auf, flehte ich, weil ich fürchtete, jemand könnte mich aus meinem Traum reißen. Du träumst nicht, Kätzchen. Oh Gott, seine Lippen legten sich auf meine und küssten mich, dass es mir das Herz brach. Ich bin hier. Sie haben dich tot gesehen. Die Realität mischte sich mit meiner Verwirrung, die Pillen und der Schock dem anderen. Wir reden später, sagte er, zerbrach das Wasserglas und ritzte sich damit die Handfläche auf. Ich hatte keine große Wahl, weil er sie mir im nächsten Augenblick an die Lippen presste. Mit jedem Tropfen, den ich zaubern war. Bones nahm meine Hand und drückte sie. Ich sog seinen Anblick förmlich auf. Abgesehen von seinem Haar, das beängstigend weiß war, sah er aus wie immer. Seine Haut strahlte und seine dunkelbraunen Augen blickten unverwandt in meine. Bist du wirklich hier? Ich wurde die Angst nicht los, dass er nur ein Trugbild war. Was, wenn ich tatsächlich nur geträumt hatte, ich würde wahnsinnig werden. In plötzlicher Verzweiflung ergriff ich eine der spitzen Glasscherben und rammte sie mir ins Bein. Entsetzt zog Bones sie heraus. Was tust du da, Kätzchen? Der plötzlich einsetzende Schmerz war das schönste, was ich je gespürt hatte, weil er bedeutete, dass ich nicht träumte. Bones musste hier sein. Die Selbstbeherrschung, die ich in den letzten Tagen so mühsam aufrechterhalten hatte, fiel von mir ab. Ich brach in Tränen aus und warf mich an seine Brust. Bones hielt mich ganz fest. Er flüsterte mir etwas ins Ohr, aber ich konnte nicht verstehen, was. Schmerz und Kummer der letzten Tage fielen von mir ab, verwandelten sich in eine Freude, die mich beben ließ, so intensiv war sie. Ich klammerte mich an ihn, als zinge mein Leben davon ab. Minuten kamen mir wie Sekunden vor. Ich presste meine Lippen auf seine, ausgehungert nach seinem Geschmack. Er zog mich noch enger an sich, stöhnte auf, als ich meine Beine um seine Taille schlang. Aber es war nicht nur Lust, die ich verspürte, nein, mein Verlangen ging über die körperliche Begierde und das Bedürfnis, ihn in mir zu spüren weit hinaus. Kleidungsstücke wurden zerfetzt, dann spürte ich die unglaubliche Ekstase seines Einbringens. Der Sex war schnell und explosiv. Bones kam Augenblicke nach mir mit einem überaus animalischen und lustvollen Stöhnen. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe, Kätzchen, raunte Bones. Alle sind zurückgekommen, hauchte ich und dachte noch einmal an all meinen Schmerz zurück. Nur du nicht. Bones, was ist passiert? Kurze Zeit später saß ich auf der Couch und trank abgestandenen Kaffee, um endlich wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Als Bones die anderen wieder in den Salon gelassen hatte, stürzten sich alle zugleich auf ihn, um ihn zu umarmen. Am ungeduldigsten drängelte sich Annette vor. Als sie von Bones abließ, nahm Mencheres ihn mit erstauntem Gesichtsausdruck in die Arme und befühlte sein neuerdings weißes Haar. Ich habe mit meinen Visionen noch nie falsch gelegen, bemerkte er. Ich habe dich dahin welken sehen. Keine Bange, dein Ruf ist unbefleckt, beruhigte ihn Bones, aber dazu kommen wir noch. Danke, dass du dich an unsere Vereinbarung gehalten hast. Das werde ich dir nie vergessen. Als nächster kam Ian, der Bones mit einem leisen, vor Rührung heiseren Lachen umarmte. Du blöder Wichser, deine Frau sollte dir das Fell über die Ohren ziehen. Bones klopfte ihm auf die Schulter. Du bist noch da, mein Freund. Pass besser auf, sonst entwickelst du dich noch zu einem echten Ehrenmann. Auch die übrigen Vampire im Haus verliehen ihrer Wiedersehensfreude Ausdruck. Endlich setzte Bones sich neben mich. Ich ergriff seine Hand, weil ich nach wie vor den physischen Beweis seiner Anwesenheit brauchte. Wie ihr wisst, habe ich die Verfolgung des letzten Vampirs übernommen, begann er zu erzählen. Er sprang auf das Dach eines vorbeifahrenden Zuges, ich ihm nach, und während wir von Waggon zu Waggon jagten, spürte ich die anderen. Brillanter Hinterhalt. Ein Nahkampf auf einem fahrenden Zug ist eine heikle Angelegenheit, besonders wenn man dabei andauernd Silberklingen ausweichen muss. Bones erzählte das so locker, dass ich ihn mit großen Augen ansah. Warum bist du nicht abgesprungen? Überheblichkeit war seine knappe Antwort. Patra war so nah. Ich hätte nur ihre Leibwache ausschalten müssen und der Krieg wäre beendet gewesen. Ich habe also weiter gekämpft und als nur noch sechs Meister übrig waren, hat einer von ihnen ein Messer geworfen, das mich direkt ins Herz traf. Ich bin vor Schmerz in die Knie gegangen. Der Typ ist gleich wieder in den Waggon geklettert, um Patra zu sagen, er hätte mich erledigt, aber er hatte vergessen, das Messer umzudrehen. Mir wurde ganz anders. Ich schaffte es, mir das Messer aus der und ich konnte nichts mehr hören. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass der Zug gerade über eine Brücke fuhr und ich mich vom Dach in den Fluss wälzte. Dann weiß ich nichts mehr. Bones seufzte. Ich muss flussabwärts getrieben sein. Ein Obdachloser fand mich und als ich zu mir kam, hatte ich seine Leiche in den Armen. Ich hatte dem Kumpel musste daran glauben, bis mein Verstand wieder so weit einsetzte, dass ich mir Einhalt gebeten konnte. Meine Hände sahen aus, als wären sie halbskelettiert. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren, kaum sehen, hören oder riechen und war schwach wie ein Neugeborenes. Als die Sonne aufging, verlor ich noch einmal das Bewusstsein. Was zur Hölle war denn mit dir los? wollte Männchen das ruhig. Lass ihn zu Ende erzählen. Nach Sonnenuntergang bin ich zu mir gekommen und mein unbekannter Leidensgefährte auch. Er wollte fliehen, aber ich habe ihn am Knöchel festgehalten. Ich konnte sprechen. Ein ziemliches Kauderwelsch zwar, aber es reichte aus. Ich sagte ihm, er sollte mich irgendwie zu einem Telefon bringen, dann würde ich ihn gehen lassen. Der Typ war natürlich bis nach Mitternacht, damit keiner mit ansehen musste, wie sich ein Obdachloser mit einer Leiche am Bein zu einer Telefonzelle schleppt. Das war so ziemlich das verrückteste, was ich je gehört hatte. Ihr wart alle im Ausnahmezustand und nicht erreichbar. Da fiel mir die Nummer von Don ein und bei dem kam ich durch. Mein Onkel? Ich machte große Augen. Bones schnaubte verlegen. Ja, er war auch überrascht. Dann ließ er sich von dem Tippelbruder sagen, wo wir waren und versprach zu kommen. Etwa zwei Stunden später hat Don mich in einen Van geschleift und mir ein paar Blutkonserven gegeben. Ich habe sie alle ausgetrunken und war danach immer noch nicht wieder ganz ich selbst. Auf dem Flug zum Stützpunkt hat Don mir immer wieder Blut gegeben. Zwölf Stunden hat meine Heilung gedauert. Warum zum Teufel hat er mich nicht angerufen? Don konnte Bones nicht leiden, aber er hatte ihn gerettet. Dafür stand ich auf ewig in seiner Schuld. Dennoch hätte er sich melden müssen. Erst einmal wusste er nicht, wen er anrufen sollte. Er hatte ja von keinem die Telefonnummer. E-Mail-Adressen schon gar nicht. Und deine Mails hast du nicht abgerufen. Dir hat er nämlich eine geschickt. Und weil ich mich nur so langsam erholte, war er nicht sicher, ob ich überhaupt durchkommen würde. Als es mir endlich besser ging, hat Tate Don angerufen und nach einem Medikament für dich gefragt. Don hat mir dann gesagt, wo die Apotheke ist, und ich musste nur noch Tates Duftspur bis hierher folgen. Etwas in nicht angerufen, sobald fest stand, dass es dir besser ging. Mein Onkel hat gewusst, dass er bei mir war. Bones sah mir in die Augen. Don hat Tate nicht angerufen, weil ich es ihm untersagt habe. Ich wollte schließlich nicht, dass der Mann, der meinen Tod herbeiführen wollte, weiß, dass ich rumrutschte. Kurz nachdem er wieder aufgetaucht war, hatte Bones ihm etwas zugeraunt, das ich nicht mitbekommen hatte. Wo ist Tate? Erstaunlich, wie man gleichzeitig überglücklich und wütend sein kann. Er ist nicht tot, beantwortete Bones meine Frage. Er steht unter Arrest, bis er seinen Verrat gesteht, und dann werde ich ihn umbringen. Du glaubst, der Bahnhof war ein Hinterhalt? Das ergab Sinn. War ja auch ein bisschen zu auffällig, dass genau im rechten Augenblick ein Zug mit einer Haude von Meistervampiren und einer oberfiesen ägyptischen Königin an Bord angerauscht war. Außer den hier Anwesenden wusste niemand von unserem Plan bis auf Dave und Cooper. Aber die können es nicht gewesen sein. Dave war die meiste Zeit über mit Hohren eingepfercht und Cooper hat keinen Grund meinen Tod zu wollen. Tate ist der Einzige, der alles daran setzen würde, mich so um die Ecke zu bringen, dass du dabei nicht zu Schaden kommst. Seine Liebe zu dir hat ihn zu diesem Verrat getrieben und ich will, dass du es von ihm selbst hörst. Danach werde ich ihm um deinet Willen einen schnellen Tod bereiten. Nein, er war's nicht. Bones hatte meine Gedanken gehört und seufzte. Es tut mir leid, Süße, ich weiß, wie viel er dir bedeutet. Ich glaubte einfach nicht an Tates Schuld. Er provozierte Bones und führte sich manchmal auf wie ein Arschloch, aber er würde ihn nicht an Patra verraten. Was bedeutete? Dass der wahre Schuldige hier im Raum war. Tate ist außer Gefecht gesetzt, oder? Auf meine gelassene Frage hin, warf Bones mir einen komischen Blick zu. Ja, dann müssen wir uns jetzt erst mal nicht mit ihm befassen. Wenn Tate zugibt, dass er es getan hat, kannst du dir die Mühe sparen, ihn umzubringen, das erledige ich dann schon selbst. Das stimmte zwar, aber so weit würde es nicht kommen. Ein heimtückischer Verrat war einfach nicht Tates Stil. Mencheres fuhr ich fort, hast du nicht gesagt, du hättest gehört, dass einem anderen Vampir einmal etwas ähnliches wie Bones zugestoßen ist, dieses Verwelken. Mencheres richtete seinen kühlen, forschenden Blick auf mich und in diesem Augenblick wurden mir zwei Dinge klar. Erstens durchschaute er meine aufgesetzte Gelassenheit, was Tate anging und zweitens glaubte auch er nicht an Tates Schuld. Mein erschaffer Tenoch hatte eine ähnliche Gabe, erklärte Mencheres. Er konnte seinen Körper verdorren lassen, um den Leuten vorzugaukeln, er wäre tot. Als ich meine Macht mit dir geteilt habe, hast du offensichtlich mehr von mir geerbt, als ich dachte, Bones. Bei Tenoch dauerte es Tage, bis er sich von den Auswirkungen erholt hatte. Du kannst von Glück sagen, wenn du deine volle Stärke in zwei Wochen wieder erlangst. Mencheres erhob sich anmutig und würdevoll. Der Verräter ist bei uns in sicheren Händen. Du brauchst jetzt Blut und Schlaf. Bis du wieder völlig gesund bist, wird niemand erfahren, dass du überlebt hast. Bitte nimm mein Gemach. Es ist schalldicht. Dort werden dich die Geräusche im Haus am wenigsten stören. Bravo! Am liebsten hätte ich Beifall geklatscht, aber ich hütete mich, mir etwas anmerken zu lassen. Du durchtriebener Mistkerl, am Ende fange ich noch an, dich zu mögen. Ich spielte die Angestrengte. Bring mich ins Bett, Bones. Ich bin so müde. Bones stand auf und hob mich in einer geschmeidigen Bewegung hoch. Mencheres, zeigst du mir den Weg? Bones trug mich aus dem Zimmer. Mencheres folgte uns in das große Schlafzimmer, weil er angeblich noch ein paar Sachen brauchte. Ich hole noch schnell was, dann könnt ihr euch ausruhen, sagte er beiläufig, bevor er die Tür hinter sich schloss. Bones, Cat hat recht, Tate war es nicht. Es überraschte mich, dass Mencheres meiner Meinung war, aber ich stellte keine Fragen. Bones reagierte unwirsch. Das ist seine einzige Chance, Cat für sich zu gewinnen. Ich an Tates Stelle würde jedenfalls alles dafür tun, selbst wenn ich dazu meine engsten Vertrauten hintergehen müsste. Und du würdest es bereuen, sagte Mencheres. Einen Augenblick lang sah ich Schmerz in seinem Gesicht aufflockern und fragte mich, ob er an den Mord dachte, den er vor so langer Zeit begangen hatte. Man wird nicht automatisch glücklich, wenn man seinen Rivalen umbringt. Ich starrte Mencheres an. Sein Gesicht war wieder ausdruckslos, verriet nichts, aber wir alle wussten, was er gemeint hatte. Hätte ich meine Macht nicht mit dir geteilt, fuhr Mencheres fort, wärst du auf diesem Zug umgekommen. Du musst mir vertrauen, denn irgendjemand unter diesem Dach zählt darauf, dass deine Eifersucht dir die Sicht verstellt. Bones tigerte hektisch auf und ab. Das würde bedeuten, dass einer von denen, die ich wie meine Brüder liebe, etwas gegen mich im Schild führt. Es muss Tate sein. Vielleicht hast du recht. Mit dieser Antwort hatte Bones nicht gerechnet. Er blieb stehen. Ich kam zu ihm und strich ihm mit den Fingern über die Wangen Knochen. Wenn es so ist, fuhr ich fort, ist der getan hätte und ich würde ihn dafür töten. Aber wenn du falsch schlägst, gibt es hier irgendwen, der keinesfalls auffliegen will, der völlig außer sich ist, weil du noch lebst, der eine Heidenangst vor dem hat, was du tun wirst, wenn du ihm auf die Schliche kommst. Wenn du dich geirrt hast, stecken wir alle in der Scheiße. Also, wie sicher bist du dir mit deiner Vermutung. Bones warf mir aus zusammengekniffenen Augen einen durchdringenden Blick zu. Wer es auch war, er wird Patra umgehend wissen lassen, dass ich noch am Leben bin und versuchen, Tate zum Schweigen zu bringen, bevor der mich von seiner Unschuld überzeugen kann. Zu dritt haben wir keine Chance, etwas dagegen zu unternehmen. Mencheres nickte. Der Täter soll ruhig weiter glauben, anders ausgedrückt. Wem legst du das Leben aller in die Hände? Charles natürlich. Wenn er der Maulwurf ist, treibe ich mir höchst persönlich einen Pflok durchs Herz. Und Rodney. Annette auch, sagte ich. Als es hieß, du bist tot, hat sie gesagt, sie könnte nicht ohne dich leben. Mencheres ging zur Tür. Ich kann nicht länger bleiben, es würde auffallen. Was deinen Stunde gebraucht, um sich zu erholen. In zwei hatte er seine volle Kraft wieder erlangt. Bei dir wird es höchstens einen Tag dauern. Aber es sollen ruhig alle glauben, du wärst geschwächt. Urahn. Bones hielt ihn an der nun geöffneten Tür auf. Noch einmal vielen Dank. Mencheres lächelte. Einen Augenblick lang wirkte er jünger als Bones, an menschlichen Maßstäben gemessen. Bei der knisternden Aura, die ihn umgab, war mir das noch nie aufgefallen. Gern geschehen. Bones und ich standen uns im Schlafzimmer gegenüber. Hat Don schon jemandem Bescheid gesagt, dass ich euch gefunden habe? Nein, aber der kann noch ein bisschen warten. Bones zog mich mit sich aufs Bett, deckte uns zu und nahm mich in den Arm. Ich streckte die Hand aus und betastete seinen weißen Schopf. Sein Körper an meiner Wange war kühl, die Haut straff und glatt. Unglaublich, dass sie vor gar nicht langer Zeit noch welk und leblos gewesen sein sollte. Dein Körper ist so stark gealtert, dass du wirklich fast gestorben wärst. Deshalb ist dein Haar weiß, oder? Ja, vermutlich. Wir beide hätten tot sein können. Ein Messer im Herzen hätte Bones fast umgebracht und hätte ich auf dem Felsen noch einen Schritt gemacht, hätte er bei seiner Rückkehr meinen Körper so zerschunden vorgefunden, dass an eine Wiederbelebung nicht zu denken gewesen wäre. Als ich geglaubt hatte, Bones wäre tot, wollte ich nur noch dafür sorgen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wurden. Es schien mir in dem Moment die einzig richtige Entscheidung, meinen Job aufzugeben, um für Bones Leute da zu sein und Rache zu nehmen. Nun, da Bones lebte, hätte ich meine Arbeit wieder aufnehmen können. Nur wollte ich das nicht. Ich wollte Bones nicht einfach hint anstellen, als würde mir sein Leben weniger bedeuten als sein vermeintlicher Tod. Von jetzt an wird alles anders, sagte ich. Vielleicht hatte Bones meine Gedanken gelesen, laut ausgesprochen hatte. Ich gebe meinen Job auf. Spade warf erst einen strengen Blick auf die Uhr und dann auf den Teller, der auf dem Küchentisch stand. Wir hätten schon vor einer Stunde unten sein sollen, aber es gab wichtigeres als Essen. Ich setzte mich. Der Käse im Croissant war hart, die Eier eingetrocknet. Rodney setzte noch eine Kanne Kaffee auf. Offenbar war Spade ein Lächeln, als er sich mit Bones auf die Suche nach einem flüssigen Frühstück machte. Als sie außer Sichtweite waren, hörte ich, wie Annette sich ihnen anschloss. Bodyguards. Da Männchen das im Nebenzimmer saß, war ich in dieser Hinsicht versorgt. Und Rodney hielt ich nicht für den Überläufer. Seltsamerweise auch den Vampir nicht, der gerade die Küche betrat. Rodneys unfreundlichen Blick ignorierend ließ Vlad sich neben mir nieder. Ich lehnte mich zurück und schlürfte meinen Kaffee. Er betrachtete die Tasse mit einem spöttischen Grinsen. Ah, ein heißes Tässchen Koffein. Das brauchst du sicher nach dieser weiteren schlaflosen Nacht. Ich spürte, wie mir die Röte in die Wangen schoss. Wirklich, Kat, du brauchst nicht so schockiert zu sein. Schalldicht ist nicht gleich, gedankendicht. Ich habe selbst kaum ein Auge zu bekommen bei all dem Gekreische in meinem Kopf. Gerade hast du die Chance verspielt, jemals bei uns übernachten zu dürfen, zischte ich, und ich war schon drauf und dran, dich zu mögen. Vlad grinste, was ausgesprochen charmant wirkte. Ich bin kein Narvit Tate, du wirst Bones nie verlassen, ich erstarrte. Seine Worte sagten mir, dass auch er Tate nicht für den schuldigen hielt, sonst hätte er sich keine Gedanken mehr über dessen Zukunft gemacht. Du hast was gut bei mir. Mit dem Themenwechsel wurde Vlads Gesichtsausdruck plötzlich ernst. Stimmt schon, aber in diesem Fall habe ich eine alte Schuld beglichen, also sind wir quitt. Er lächelte. Du hast dich doch über einmal verheiratet war. Bei einer Schlacht unweit meiner Burg wurde ich am Kopf verwundet. Eigentlich eine tödliche Verletzung, aber ich war schon seit ein paar Wochen ein Vampir. Meine Männer hielten mich für tot. Ein Soldat lief zu meiner Frau und überbrachte ihr die traurige Nachricht. Du weißt, was dann geschah. Sie war vom Dach ihrer Burg in den Tod gesprungen. und fast sechs Jahrhunderte später hatte Vlad mich davor bewahrt, das Gleiche zu tun. Seine vernarbte Hand glitt über den Tisch hinweg zu meiner. Meine Frau stand allein auf dem Dach. Ich hatte ihr noch nicht gesagt, dass ich ein Vampir geworden war. Ich glaubte, es würde einen Keil zwischen uns treiben. Seit sie nicht mehr ist, habe ich vieles getan, das sie abgestoßen hätte. Aber an jenem Tag mit dir habe ich gespürt, wie sie mir zugelächelt hat. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Abrupt erhob er sich. Genieße, was du hast, sonst wirst du es den Rest deines Lebens bedauern. Bones sollte sich nicht scheuen, dir alles von sich preiszugeben, auch wenn er ein eingebildeter Kerl ist, der vom Schicksal lauter gesprochen, weil Bones dem rhythmischen Klang seiner Schritte nach auf dem Weg zu uns war. Ich schenkte Vlad ein sarkastisches Lächeln. Noch eins, Catherine. Er beugte sich so weit vor, dass nur ich ihn hören konnte. Ich hätte dich nie springen lassen. Und mit diesen Worten verließ Vlad die Küche durch die zweite Tür, um Bones nicht über den Weg zu laufen. Diesmal vermutlich nicht aus Abneigung ihm gegenüber, sondern weil er sich nicht noch einmal von ihm danken lassen wollte. Als wäre es ihm unangenehm daran erinnert zu werden, dass er etwas Nettes getan hatte. Bones kam in die Küche, schaute Vlad's davoneilender Gestalt hinterher und dann zu mir. Verdammt nochmal, Kätzchen, sag mir nicht, du magst dieses eingebildete Arschloch. Ein Lächeln spielte um In der Nacht hatte Bones mir versichert, Tate wäre komfortabel untergebracht und keinerlei Gewalt ausgesetzt. Als ich ihn jetzt in der winzigen Zelle sah, die man am ehesten als Verlies hätte bezeichnen können, war ich außer mir vor Zorn. Was verstehst du unter komfortabel? Den Vorhof zur Hölle? Mein ätzender Tonfall ließ Bones kalt. Er musterte die blutige Gestalt, die vor uns an die Wand geschmiedet war. Ihm ist nichts geschehen, er ist lediglich fixiert. Das Blut stammt sicher noch von letzter Nacht. Ich widerstand dem Drang zu verlangen, dass man Tate losmachte. Schließlich war der wahre Verräter noch auf freiem Fuß und wir hatten keine Ahnung, um wen es sich handelte. Du hast echt ein Riesenglück, Arschloch, murmelte Tate. Purer Hass lag in seinen Worten, seine Augen leuchteten in reinem Smaragdgrün, als er Bones anfunkelte. Der lachte. Weißt du, Kumpel, als ich heute Morgen aufgewacht bin und sie in meinen Armen geschlafen hat, habe ich mich tatsächlich wie ein Glückspilz gefühlt. Verwünschungen ausstoßend stemmte Tate sich gegen seine Fesseln. Ian klopfte Bones leise lachend auf die Schulter, er hatte in der Nacht Wache gestanden. So keift er jetzt schon, seit du wieder da bist, Crispin. War ganz unterhaltsam, ihm zuzuhören. Ah, Rodney, übernimmst du jetzt? Gut, ich bin völlig kaputt. Danke Ian, ruh dich aus, wir sprechen uns später. Bones war sich zwar nicht hundertprozentig sicher, glaubte aber im Grunde nicht, dass Ian der Verräter war. Ich sah das ein wenig anders, aber das kümmerte Bones nicht. Jetzt waren Rodney, Bones und ich mit Tate allein. Der unterirdische Bereich, in dem wir uns befanden, war abgeriegelt und hatte nur einen Zugang. Wir würden nur jetzt mit Tate sprechen können, weil es später verdächtig gewirkt hätte. Im Augenblick allerdings schien es nur natürlich zu sein, dass ich dem Verräter persönlich gegenübertreten wollte. Wie konntest du das tun, Tate? fragte ich ihn. Der lange Gang vor Tates Zelle ließ jedes Wort hallen, sodass Flüstern keinen Sinn hatte. Ich hasse ihn, aber ich war es nicht, antwortete Tate. Ich zog einen kleinen Notizblock und einen Kugelschreiber unter meinem Sweatshirt hervor. Dann nickte ich Rodney zu, der einen von Tates angeketteten Armen losmachte. Ihn ganz zu befreien hätte zu viel Lärm nach wie vor der Schuldige, egal was ich sagte. Rasch kritzelte ich ein paar Worte auf den Block und hielt ihn so, dass Tate ihn sehen konnte. Ich glaube dir. Tränen traten ihm in die Augen. Ich musste mich schwer zusammenreißen, damit ich ihm nicht um den Hals fiel und ihm versprach, dass alles gut werden würde. Tate ruckte mit dem Kopf, woraufhin Rodney ihm Stift und Papier brachte. Ich glaube dir aber nicht, mein Freund. Bones Tonfall war regelrecht boshaft und für einen Lauscher wirkte es, als hätte er allein auf Tates Unschuldsbeteuerung reagiert. Rodney warf einen entrüsteten Blick auf das von Tate beschriebene Blatt und gab es dann an mich weiter. Ich liebe dich, Cat. Ist mir doch egal, was du glaubst, falscher englischer Hurenbock, war sein Kommentar an Bones. Willst du wissen, was ich glaube, Arschgesicht, fuhr Tate fort. Ich glaube, du hast deinen Tod nur vorgetäuscht und sie vor Kummer fast umkommen lassen, damit du auf wundersame Weise wieder auftauchen und deinem verhassten Nebenbuller die Schuld in die Schuhe schieben kannst. Du suchst doch schon nach einem Vorwand mich abzumurksen, seit du wieder in ihr Leben getreten bist. Bones schnaubte aufgebracht. Du glaubst also, ich würde ihr das antun, nur um dich loszuwerden? Voll Idiot. Bones ging ganz nah zu Tate. Du hast einfach nicht genug Klasse für sie, mein Freund. Hältst du immer noch an deinen Unschulds Beteuerungen fest? Damit machst du dich selbst wieder zu einem Nichts, das nie ihre Beachtung Tates Antwort konnte nur falsch ausfallen. Entschied er sich für das eine, war das ein Todesurteil. Entschied er sich für das andere, war er für Bones kein ernst zu nehmender Gegner mehr. Tates Blick wurde noch wütender als zuvor. Bones wartete mit spöttisch verzogenen Lippen. Ich war noch dabei, den Notizblock voll zu kritzeln, als Tate antwortete. Wenn du mich tötest, umbringst, dann, weil du Angst hast, dass Cat eines Tages mich dir vorzieht. Die Entscheidung liegt also bei dir, Grufti. Was willst du tun? Bones dunkelbraune Augen, die mich sonst so leicht zum Schmelzen bringen konnten, waren nun kalt und leer. Du willst es also nicht anders. Du wirst hier angekettet bleiben, allein und ohne Nahrung, bis Hunger und Einsamkeit dich gefügig gemacht haben. Mal sehen, was du in etwa einem Monat zu sagen hast. In der Zwischenzeit genieße ich die Gesellschaft meiner Frau. Bones nahm meine Hand. Ich wehrte mich lange genug, um mein vollgekritzeltes Blatt hochzuhalten und es Tate lesen zu lassen, während Rodney ihm den Arm wieder an die Wand kettete. Ich finde den Schuldigen, versprochen, aber wenn irgendwer außer mir oder Bones hier reinkommt, schreist du so laut du kannst. Keine Sorge, Kat, sagte Tate mit einem Anflug von Humor. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Als Rodney die Tür hinter uns geschlossen hatte, wandte ich mich mit einem Ruck Bones zu. Glaubst du immer noch er war es? Wollte ich wissen. Als er mich ansah, standen ihm die unterschiedlichsten Emotionen ins Gesicht geschrieben und keine davon war erfreulich. Schließlich schüttelte er den Kopf. Nein. Von den ursprünglich 13 Verdächtigen konzentrierten wir uns jetzt auf vier. Bones hatte sich die Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Schließlich kannte er alle seit mindestens 100 Jahren und betrachtete sie als gute Freunde. Allerdings hatte Cäsar Brutus auch nicht verdächtigt und wir wissen ja, wie die Geschichte dann trotz seiner äußerlich sklavischen Unterwürfigkeit auf unserer Liste. Gefolgt von TikTok, Rattler und Doc. Vlad kam eventuell auch noch in Frage. Während ich frühstückte, rief Bones Don an, um ihm zu sagen, dass er zu uns gestoßen war. Mein Onkel erkundigte sich natürlich nach Tate und er hielt die brüske Antwort, dass der fürs Erste noch unverschrumpelt sei. Don liebte Tate, aber er war auch Realist. Er wusste, was passieren würde, wenn Tate wirklich der Schuldige war. Vampire hielten nichts von Bewährungsstrafen. Um Mencheres Geschichte von einer langsamen Genesung zu untermauern, bewegte sich Bones im Vergleich zu seiner sonstigen raubtierhaften Anmut auffallend träge. Wir verbrachten den Nachmittag auf der Couch, während Mencheres Bones in aller Kürze darüber aufklärte, was sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte. In knappen Worten schilderte er, wie Patra ungebeten im Opernhaus aufgetaucht war. Meine Mutter hörte auf, so zu tun, als würde sie uns nicht zuhören und ließ sich auf einem Sessel in der Nähe nieder. Als Mencheres seinen Bericht beendet hatte, brach sie das Schweigen. So eine miese Schlampe, du solltest sie umbringen, Catherine. Bones ließ ein Schnauben hören. Das erledige ich schon selbst. In der Zwischenzeit blieb uns nur abzuwarten, wer von unseren Leuten versuchen würde, Patra mitzuteilen, dass Bones überlebt hatte. Don hatte dafür gesorgt, dass sämtliche Telefonleitungen abgehört und sogar die drahtlose Kommunikation überwacht werden konnte. Egal ob E-Mail oder SMS, abgesehen von Brieftauben wurde alles abgefangen. Wenn unser Maulwurf in Aktion treten wollte, würde er uns ins Netz gehen. Jetzt hieß es einfach nur abwarten. Bones, du bist noch sehr blass, bemerkte Mencheres, du solltest etwas essen und dich dann hinlegen. Du hast recht. Bones zog mich an der Hand mit sich. Kätzchen, ich möchte dir etwas zeigen. Durch mehrere Räume folgte ich ihm in den Keller. Mindestens ein Drittel des Hauses lag unter der Erde. Zwei Vampire verneigten sich, bevor sie uns eine hölzerne Flügeltür öffneten. Mehrere junge Leute, alle sterblich, sahen auf, als wir den Raum betraten, der eine Art Freizeitbereich zu sein schien. Ein paar saßen auf einem Sofa vor einem Plasma Fernseher, ein anderes Grüppchen vergnügte sich an einem von vier Billardtischen und fünf waren offenbar in eine Runde Poker vertieft. Was ist das? Bones machte eine ausladende Handbewegung. So etwas wie die Vampir-Version einer Küchelsöße. Die Vampire sorgen für die Menschen und erhalten dafür Blut. So geht es in vielen Vampir- Haushalten zu. Ich wollte, dass du es einmal gesehen hast. Hey, ich will die Rothaarige, rief ein sommersprossiger junger Mann grinsend, während er auf uns zukam. Bones schüttelte den Kopf. Tut mir leid, Neil, aber sie wird dich nicht beißen. Ich beobachtete, wie Neil an Bones herantrat, der ihm den Mund an den Hals legte und die Zähne hineinschlug, wie in einen lebenden Plum-Pudding. Knapp eine Minute später war alles vorbei. Bones schloss die Bissmale am Hals des Jungen und griff ihm freundschaftlich unters Kinn. Bisschen weniger Knoblauch wäre nicht schlecht. Ich habe schon italienische Köche mit weniger penetrantem Aroma erlebt. Neil lächelte unbeeindruckt weiter. Sorry. Meine Mutter würde umkippen, wenn sie wüsste, was vor sich geht, dachte ich benommen. Lebende Häppchen und alle in Bissweite. Bones führte mich durch eine weitere Zimmerflucht. Hier unten gab es eine Bibliothek, einen Computerbereich und sogar einen Whirlpool und alle paar Meter Schlafzimmer. Hinter einer verschlossenen Tür hatte unüberhörbar jemand Sex. Hier gibt es College Studenten, aufstrebende Künstler, Ausreißer, Straßenkinder oder unsere Auszubildenden wie Neil zum Beispiel. Er will mal Vampir werden. Wenn mehrere Vampire zusammen in einem Haus wohnen, ist das üblich. Ich fasste es nicht. Sind sie hypnotisiert? Gott bewahre, sie wissen, bei wem sie wohnen und warum. Die Ausreißer bekommen Privatunterricht, ein Dach über dem Kopf und ein Taschengeld, das sie für später zurücklegen. Wenn sie uns verlassen, wird ihr Gedächtnis gelöscht. So ist das schon seit Jahrtausenden, Kätzchen. Eine Form des Feudalismus. Feudalismus? Ich blieb vor dem Schlafzimmer stehen, aus dem gerade heftiges Keuchen drang. Das, Bones wies mit einem Nicken zur Tür, geschieht nur in beiderseitigem Einvernehmen. Selbstbedienung in jeder erdenklichen Hinsicht. Immer schön regelmäßig essen, Bones, braver Junge. Du solltest es besser wissen, Kätzchen, sagte Bones ernst. Deine Bedenken sind abwegig. Hast du mir das deshalb gezeigt, damit ich nicht denke, du verheimlichst mir etwas? Unter anderem ja. Ein Lächeln erschien auf Bones Gesicht. Der Hauptgrund steht allerdings gerade hinter dir, beglotzt deinen Arsch und riskiert Schreibung. Amigo, hörte ich eine schmeichlerische Stimme. Ich habe ihn doch schon tagelang nicht mehr gesehen. Er kam nicht dazu, seinen Satz zu Ende zu bringen, weil ich in diesem Augenblick herumwirbelte und ihm um den Hals fiel. Spanische Zärtlichkeiten gurrend drückte Juan mich an sich. Ich bin so froh, schniefte ich. Du bist zurück. Wie geht's dir? Juan grinste. Bestens und mit meinem geschärften Blick siehst du jetzt sogar noch besser aus. Sieh dir nur deine Haut an. Er strich über meine Wange. Magnifico. Genug gekrapscht, mein Lieber. Bones drängte ihn mit einem angedeuteten Boxhieb ein Stück zurück. Ich muss dir für so vieles danken, Amigo. Du hast die Frauen für mich noch begehrenswerter gemacht. Wie sie duften, ihr Herzschlag und erst ihr Geschmack. Er schloss die Augen. Delicioso. Gewöhn dich dran, oder du wirst kastriert, wenn du auch nur daran denkst, diesen Arsch zu begrapschen. Er schlug nach der Hand, die in gespielter Unschuld zu meinen Hüften wandern wollte. Carida. Juan küsste mich auf die Wange, diesmal etwas respektvoller. Ich habe meinen Blutdurst unter Kontrolle und kann wieder kämpfen. Bones hat mir Kraft gegeben und die werde ich sinnvoll nutzen. Eine der jungen Frauen kam kokett kichernd auf uns zu und beäugte die beiden Männer. Juan ließ die Augen grün aufblitzen. Apropos sinnvoll nutzen. Er gab mir noch ein letztes Küsschen und folgte dann grinsend dem Mädchen. Da geht er hin, unser Kämpfer für die Gerechtigkeit, bemerkte ich trocken. Bones sah Juan nach. Er ist ein netter Kerl. Er wird es lernen. Was lernen? Wenigstens kann er sich jetzt keine Krankheiten mehr einfangen oder übertragen, dachte ich. Bones legte mir einen Arm um die Schultern, während wir dem Ausgang zustrebten. Er wird lernen, dass viele Frauen einen für kurze Zeit glücklich machen können, aber sobald er sich verliebt, wird Ich warf ihm einen Seitenblick zu. Versuchst du mich zu verführen? Seine Lippen verzogen sich zu einem viel sagenden Lächeln. Definitiv. Das Warten machte mich wahnsinnig. Für Bones war die Situation noch schlimmer, das war mir klar. Wenigstens war ich nicht mit dem Verräter befreundet, wer immer er auch sein mochte. An diesem Morgen warf Bones beim Frühstück einen Köder aus. Während ich meinen Toast verdrückte, sagte er beiläufig zu Zero, er könnte eine Luftveränderung vertragen und hätte dabei an Reno gedacht. Alle unsere Verdächtigen waren nahe genug, um es zu hören. Doc benahm sich in letzter Zeit ziemlich seltsam. Mehrmals hintereinander hatten wir ihn in der Nähe des Korridors zu Tates Zelle herumlungern sehen. Dabei hatte er seine Waffen getragen und alles mit Argus Augen beobachtet. Immer wenn Bones nicht da war, schien er hinter mir aufzutauchen, geräuschlos wie ein Schatten. Zeigte sich Bones, verzog er sich höflich, aber ohne Hast und blieb in der Nähe. Mir war das unheimlich. Bones gefiel sein Verhalten auch nicht, aber aus naheliegenden Gründen ließ er sich sein Missfallen nicht anmerken. Er lächelte einfach nur und sagte Sachen wie »Oh, da bist du ja mein Freund«, das allerdings so heiter und gelassen, dass ich kurz davor war, ihm zu applaudieren. TikTok und Rattler, die wir ebenfalls mit Argwohn beäugten, erledigten ihre Aufgaben hingegen so unbekümmert, dass ich sie im Geiste schon als weniger tatverdächtig einstufte. Ich gewöhnte mir an, Messer unter meiner Kleidung zu tragen, auch wenn das nicht sonderlich zu meiner Beruhigung beitrug. So verdammt schnell wie Doc mit seinen Revolvern war, wäre ich mit Kugeln vollgepumpt, bevor ich sie überhaupt hätte ziehen können. Kurz nach seiner Bemerkung über Reno machte Bones sich auf, um seinen Morgendrink zu sich zu nehmen. Ich ging nach draußen auf die Veranda. Da ihr Körper sich im Gegensatz zum menschlichen nicht selbst wärmen konnte, hatten Vampire gemeinhin eine Abneigung gegen klirrende Kälte. Mencheres hatte deshalb darauf bestanden, dass wir uns mitten im Dezember hier in den kanadischen Bergen versteckten, weil er wusste, dass die Untoten solche Orte für gewöhnlich mieden. Als ich zwischen den Bäumen links von mir eine einsame Gestalt erblickte, stieg daher leise Angst in mir auf. Die große, schlanke und todbringende Erscheinung war mir inzwischen vertraut. Etwas blitzte auf. Es war das Blitzen von Sonne auf Metall. Ohne offenkundige Hast drehte ich mich um und ging in Richtung Tür, wobei ich mich beherrschen musste, damit mein Puls nicht anfing zu rasen. So etwas klang in den Ohren eines Vampirs wie ein Angstschrei. Im Gehen dachte ich darüber nach, ob ich den Kugeln schnell genug würde ausweichen können, um zu verhindern, dass sie lebenswichtige Organe trafen. Allerdings würde Doc wohl auf meinen Kopf zielen. Bevor ich bei der Tür angekommen war, öffnete sie sich und Vlad trat heraus, genau zwischen mich und den bevorstehenden Kugelhagel. Ich hatte mich wohl noch nie so gefreut, ihn zu sehen. Im Geist schickte ich ihm ein Danke, ohne mich noch einmal umzusehen. Eiskalt hier draußen, sagte Vlad mit einem sinisteren Grinsen. Du holst dir noch den Tod. Halte dich von Doc fern, Kätzchen, beschwor mich Bones, kaum, dass wir in unserem Zimmer waren und ich ihm erzählt hatte, was passiert war. Du solltest ihn dir einfach schnappen und ausquetschen, murmelte ich wütend. Naja, es würde länger dauern, es aus ihm raus zu prügeln, als abzuwarten, bis er sich selbst verrät, antwortete Bones. Glaub mir, wenn es nach mir ginge, du weißt, was ich machen würde. Ja, das konnte ich mir gut vorstellen. Außerhalb unseres Zimmers spielte er stets den Unbekümmerten, drinnen allerdings fiel die Maske von ihm ab. Du sehnst dich bestimmt Entweder machen die Leute um dich herum einen Heiden Lärm oder du musst dir all den Mist anhören, der in meinem Kopf vor sich geht. Er lächelte mit einem Anflug von Bitterkeit. Keine Sorge, Süße, die Stille wird ziemlich überschätzt, wenn du mich fragst. Er setzte sich auf den Lehnstuhl neben dem Bett. Roter Samt, Mahagoniholz, Goldfäden, vielleicht stammte er tatsächlich aus der Zeit Ludwigs des Achtzehnten. Bones passte zu dem eleganten Möbelstück. Ich setzte mich auf den Boden und legte ihm den Kopf auf den Schoß. Es ist nicht deine Schuld, sagte ich leise. Er seufzte. Wessen Schuld ist es dann, Kätzchen? Was ich auch hatte sagen wollen, es war wie weggewischt, als Bones mich im Bruchteil eines Badezimmer und rief mir noch ein Bleib hier zu und war verschwunden. Das alles geschah so schnell, dass ich einige Sekunden brauchte, um hinter ihm herzujagen. Ich sprang die drei Stockwerke nach unten und folgte den vielen rennenden Gestalten. Wieder wurden Schüsse abgefeuert, so schnell hintereinander, dass ich nicht mitzählen konnte. Begleitet wurden sie von einem Schrei, der mir erst anderen Vampiren vorbei den engen Gang entlang durch die zerstörte Tür und stürzte mich geradewegs auf den Mann, der das Messer in dem Augenblick erhob, als ich mit ihm zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls krachten wir beide in einem Betonbrocken Hagel gegen die Wand. Ohne genauer nachzudenken, rammte ich eins meiner Silbermesser in die davonhastende Gestalt. Ich hatte keine Zeit mich zu fragen, wo genau ich getroffen hatte oder warum zum Teufel es nicht Doc war, denn der wurde gerade von Bones zurückgerissen. Ebenso hastig packte jemand meine Beine und zog mich aus dem Loch in der Wand. Voller Panik rief Tate immer wieder meinen Namen. Dazu hörte ich Wlads kühle Stimme. Du hast den falschen erwischt Bones und Cat hat dir das Leben gerettet. Cat Cat alles in Ordnung mit dir? Bones hatte Doc gepackt und ich griff nach Spades Hand der mir aufhalf. Der kleine Raum war voller Leute. Mir geht's gut, presste ich hervor. Er wollte dich erstechen. Nein, Doc wollte noch einmal auf Rattler schießen. So war's doch, mein Freund. Bones Tonfall war sanft und drohend, sein Griff wurde fester. Er hielt Doc in der Mitte zusammen gefaltet, allerdings verkehrt herum. Bones! Mein scharfer Tonfall ließ ihn aufstehen. Rattler wollte dich erstechen. Sie hat recht, sagte Tate, der an seinen Fesseln zerrte. Er hat auf Annette eingestochen. Ist alles okay mit ihr? Ich habe sie, hörte man Mäncheres außerhalb der Zelle antworten. Zero, hol einen Sterblichen, sie leise, schmerzverzerrte Stimme. Und als sie allmählich deutlicher sprach, verstummte die Menge. Crispin, es war Rattler. Ach, Gott, tut es weh. Doc hat auf ihn geschossen, als er mich erstechen wollte. Ist das verdammte Messer endlich draußen, Mäncheres? Bones ließ Doc los. Flatt hatte Rattler in den Schwitzkasten genommen, eine Hand an dem Silbermesser, das sich ihm in die Brust gestoßen hatte, drängter Menge, bis er schließlich im Gang neben der zusammengesunkenen Annette niederkniete. Nicht bewegen, Liebes, sagte er so sanft, als wollte er ein Kind beruhigen. Da, spürst du meine Hand? Es ist fast vorbei, drück sie ganz fest. Sehr vorsichtig zog Mäncheres die martialisch anmutende Silberklinge aus Annettes Brust. Ein Laser hätte weniger präzise gearbeitet. Warum er so behutsam zu Werke ging, war offensichtlich. Annette war direkt ins Herz getroffen worden und jede Seitwärtsbewegung hätte ihr Ende bedeutet. Ich hielt den Atem an, als der letzte Zentimeter aus ihrer Brust glitt. Als das Messer draußen war, atmete ich auf, alle anderen auch, wie es schien, sogar die, die nicht aufs Atmen angewiesen waren. Als Zero zurückkam, hatte er einen benebelt dreinschauenden Teenager unter dem Arm. Bones trat beiseite, damit er junge Mann vor Annette abgelegt werden konnte, die gleich darauf ihren Mund an seine Kehle heftete. Mit einer Hand hielt sie immer noch die von Bones umfasst, der sie kurz an die Lippen führte, bevor er sie losließ und mit grimmiger Entschlossenheit aufstand. Auch Doc erhob sich und ging zu Annette, die von dem Teenager abließ. Er regte sich, und sein Rücken gab ein gut vernehmbares Knacken von sich. So, jetzt sind wohl alle wieder Schütze, der mir je untergekommen ist, und ich werde dir den Rest meines Lebens dankbar sein. Bones warf Latt einen Blick zu. Zieh Rattler das Messer raus, sobald meine Frau weit genug von ihm weg ist. An Spade gewand sagte er nur, mach Tate los. Dann hörte man eine Weile nur noch Kettengerassel, als Spade Tate die Fesseln abnahm. Als er endlich frei war, streckte Tate sich ganz ähnlich wie Doc es getan hatte. Ich hab doch gesagt, dass ich's nicht gewesen bin. Ich weiß, dass du mich im Verdacht hattest, warnte sich Doc an mich. Tut mir leid, dass ich dir heute Morgen Angst eingejagt habe, aber Rattler ist hinter dir her ums Haus geschlichen. Als er gemerkt hat, dass ich ihn beobachte, ist er nervös geworden. Ich bin ihm nach hier unten gefolgt und habe gerade noch gesehen, wie er auf Annette eingestochen hat. Wenigstens konnten meine Kugeln ihren Tod verhindern. Bones legte Doc die Hand auf die Schulter. Bring Annette von hier weg und noch einmal vielen Dank. Als die beiden fort waren, wandte sich Bones kalt lächend an Vlad. Dann wollen wir die Wand mal wieder besetzen, was? Dann legten die beiden Rattler die Fesseln an, die eben noch Tate gehalten hatten. Du hast bestimmt Hunger, sagte ich zu Tate, der sich gleich nach seiner Befreiung zu mir gesät hatte. Die sind hier gut eingedeckt, glaub mir, lass dir von einem der anderen Vampire zeigen, wo es lang geht. Tate rieb sich die Arme, als könnte er die Handschellen auf den blutenden Scheitel. Du hättest dir den Kopf zerquetschen können, als du vorhin gegen die Wand gedonnert bist und erschossen worden wärst du auch beinahe. Stures Frauenzimmer. Habe ich mich schon bei dir dafür bedankt, dass du meine Anweisung oben zu bleiben so leichtsinnig missachtet hast? Nein, sagte ich, ein leises Lächeln auf den Lippen. Bones schob mich ein Stück von sich weg und zog ein Messer aus der Hosentasche. Ich hol's nach. Versprochen. Er schnitt sich die Handfläche auf und legte sie mir auf den Kopf. Das Kribbeln setzte beinahe sofort ein, als die Wunde heilte. Noch einmal streiften mich seine Lippen, dann ließ er mich los und wandte sich dem Vampir zu, der die ganze Aufregung verursacht hatte. Warum? In seinem Tonfall schwang die Androhung von Strafe genauso mit wie der Schmerz über den Verrat. Rattler senkte den Blick. Spade rammte ihm den Ellenbogen mit solcher Wucht in den Brustkorb, dass sein halber Arm von der Bildfläche verschwand. Rattler keuchte vor Schmerz. Du weißt, wie das laufen wird. Bones sah ihn kalt an. Wie tapfer du dich auch einschätzt, jeder sein, wann, wie und warum du dich auf Patras Seite geschlagen hast. Dann hast du wenigstens noch all deine Körperteile und deine Haut am Leib. Oder wir reißen sie dir so schnell ab, wie sie nachwachsen können. Die düstere Drohung ließ ausnahmsweise kein Mitgefühl in mir aufkommen. Ging es dir ums Geld? zischte ich. Die unermesslichen Reichtümer, die Patra versprochen hat. Warst du einfach nur habgierig? Geld interessiert mich nicht. Ob er es zu mir oder Bones gesagt hatte, wusste ich nicht. Rattler sah uns beide an. Was ich getan habe, geschah aus Liebe. Aus Liebe? fragte ich fassungslos. Du liebst Patra? Nicht Patra, Vivienne. Patra hat Vivienne umgebracht. Warum solltest du? Warf Bones ein, dann unterbrach er sich und schüttelte den Kopf. Ich verstehe. Angeblich ist Vivienne doch schon vor Monaten ermordet worden. Ich habe dich bedauert, du Mistkerl, und du hast die ganze Zeit über nur auf deine Chance gewartet. Da dämmerte es mir. Mir kam der Abend in den Sinn, an dem Männcher das Haus von Selbstmordattentätern in die Luft gejagt worden war, die dadurch ihre Lieben schützen wollten. Patra hatte Rattler anscheinend auf die gleiche Art dazu gebracht, Bones in den Rücken zu fallen. Woher willst du überhaupt wissen, dass Vivienne noch am Leben ist? fragte Bones. Rattler sah auf einmal noch gequälter drein als zuvor. Weil Patra mich jede Woche anruft und mich ihre Schreie hören lässt. Bones fing an, hektisch auf und ab zu laufen. Von mir weiß sie nur das mit dem Zug, fuhr Rattler fort. Mit den Anschlägen auf deine Frau habe ich nichts zu tun. Ich weiß, dass du mich zur Abschreckung für andere bestrafen willst, aber um eins bitte ich dich. Du wagst es mich um etwas zu bitten? Bones Tonfall war schroff. Ich bitte nicht um Nachsicht. Ich weiß, was mit mir geschehen wird, aber zuvor. Bones, mein Herr, bitte ich dich um Vergebung. Bones blieb stehen. Es herrschte gespannte Stille. Dann trat er vor Rattler. 1867 sind wir Freunde geworden. Fünf Jahre später habe ich dich verwandelt. Und was habe ich dir gesagt, was das schlimmste Verbrechen darstellt, das ein Vampir begehen kann? Rattler sah weg. Den eigenen Meister zu verraten. Genau. Du hast in den Augen deines Volkes das Schlimmste aller Verbrechen begangen und doch bittest du mich um Vergebung. Weißt du, was ich dazu zu sagen habe? Völlig reglos stand Bones da. Dann stieß er pfeilschnell nach vorn. Da hast du sie. Das Messer, mit dem er sich vorhin die Haut aufgeritzt hatte, war noch in seiner Hand. Mit einer mörderischen Drehung stieß er es Rattler ins Herz, kaum dass er die Worte ausgesprochen hatte. Während des Sekunden Bruchteils, in dem die Blicke der beiden Vampire sich trafen, ich vergeblich an Bones Arm zerrte und die Umstehenden in Protestgeschrei ausbrachen, hätte ich schwören können, dass Rattler ein Lächeln auf den Lippen hatte. Es verschwand, als er starb. Sein Körper sank in sich zusammen und seine Haut fing an, vor meinen Augen zu verdorren. Bones, warum? Nun stellte ich ihm die verzweifelte Frage. Mit einem Ruck drehte er sich zu mir um. Weil ich an seiner Stelle das Gleiche getan hätte. Deshalb habe ich ihm vergeben. In der kurzen betretenen Stille, die dann eintrat, meldete ich mich noch einmal zu Wort. Aber ich habe ihm nicht vergeben. Nur der Schmerz in Bones Stimme hielt mich davon ab, ihn anzuschreien. Stattdessen sprach ich, genau wie er es in solchen Augenblicken tat, besonders leise. Ich habe dieses Miststück Lachen hören, als sie mir die Nachricht von deinem Tod überbrachte. Und als sie mir gesagt hat, es wäre meine eigene Schuld, habe ich ihr Gesicht gesehen? Bin ich hast, war vielleicht barmherzig, aber es war falsch, Bones. Du hast mich das gelehrt. Du hättest Rattler nicht umbringen sollen, egal wie sehr du mit ihm füllen konntest. Ich habe dir Max überlassen und du hättest mir Rattler überlassen sollen. Und damit verließ ich den kleinen Raum durch die Gasse, die die anderen Vampire für mich freimachten. Weil Bones vorgegeben hatte, noch geschwächt zu sein. Bevor wir wussten, wer der Verräter war, hatte er nicht viel Zeit bei dem Gefangenen verbracht, zu dessen Festsetzung er während des Überfalls am Bahnhof selbst beigetragen hatte. Anubus war Patras Stellvertreter und den hatten wir in dem ganzen Durcheinander nach Bones Rückkehr fast vernachlässigt. Er wirkte beinahe ein bisschen überrascht über unseren Besuch. Anubus war groß für einen Ägypter, fast einen Meter Neunzig und sein langes glattes Haar und die markanten Gesichtszüge ließen seine Herkunft klar erkennen. Er wirkte auch gar nicht wie ein Gefangener, dem eine schwere Strafe bevorsteht. Genau genommen machte er sogar einen recht entspannten Eindruck, obwohl er angekettet an einer Stahlwand hing. Er musterte mich in seinen Augen aufflackern, als ich beiseite trat, damit er sehen konnte, wer hinter mir stand. Oh, hallo Anubus, ist bestimmt fünfzig Jahre her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Du erinnerst dich sicher noch. Damals hatte ich gerade dieses kleine Flittchen kennengelernt, das mich in sein Landhaus abgeschleppt und sich dann im Bett als solcher Flop erwiesen hat, dass ich beinahe keinen hochgekriegt hätte. Kann mich nicht erinnern, dass sie sich unter mir auch nur einmal bewegt hätte. Stundenlang ging das so. Der Rest des Satzes ging in wütendem Gebrüll unter. Ich schaffte es, ein unbewegtes Gesicht zu machen. Bones hatte mich vorgewarnt. Er wollte Anubus provozieren, der Patra für eine Gottheit hielt. Ich hatte trotzdem dabei sein wollen. Schweig, Abschaum, Oho, gluckste Bones. Hat sie dich also immer noch nicht ran gelassen? Ist besser so, glaub mir, mein Freund. Mittelmäßig ist noch die schmeichelhafteste Umschreibung dessen, was ich über den Sex mit dieser Frau sagen kann. Da fragt man sich doch, was Mäncheres dazu getrieben hat, eine solche Tranfunzel zu heiraten. Aber Liebe macht ja bekanntlich blind. Aber vor dir steht ausnahmsweise mal eine richtige Frau. Und das in jeder Hinsicht. Bones schob mich nach vorn. Patra weiß, dass sie gegen sie blass aussieht. Ist das nicht auch der Grund, warum sie ihr so hartnäckig nach dem Leben trachtet? Weil sie weiß, dass niemand sie mehr anbeten wird, der je einen Blick auf Cat geworfen hat? Ihr werdet alle sterben, knurrte Anubus. Patra erscht seit über 2000 Jahren und lässt sich nicht von derartigem Geschmeiß zu Fall bringen. Du brauchst einen Fick, Kumpel, bemerkte Bones juvial. In all den Jahren durftest du dir nicht mal einen runterholen, stimmt's? Patra will, dass ihre Leibwächter reinbleiben, nicht wahr? Deine Eier sind doch schon so dick, dass es dir den Verstand vernebelt hat. Wann hast du das letzte Mal eine nackte Frau auch nur angesehen? Vor oder nach der Bekehrung Konstantins? Solche Verbalattacken waren normalerweise nicht Bones Stil, aber er fand, dass es einen Versuch wert war. Ian, Rodney und Spade hatten es bereits mit anderen Mitteln versucht, keins davon angenehm, aber auch keines wirkungsvoll. Anubus schwieg. Bones Schmähreden über den Sex mit Patra jedoch schienen auf ihn zu wirken. Patra war keine Heilige, aber falls sie außer der berüchtigten Affäre mit Bones noch andere Abenteuer gehabt hatte, war sie äußerst diskret vorgegangen. Und es war allgemein bekannt, dass sie überall verbreitete, sie würde von einer Göttin abstammen. Viele ihrer Leute verehrten sie entsprechend. Anubus zum Beispiel. Kannst du es vor dir sehen? meine Hände auf ihrem Körper? An wie vielen Morgen hast du dir das vorgestellt und mich dafür umbringen wollen? Und jetzt musst du herausfinden, dass ich mich mit Patra bestenfalls gelangweilt habe. Jetzt leuchteten Anubus Augen grün und hasserfüllt. Du bist es nicht einmal wert, ihr geopfert zu werden. Patra hat sich dir nur hingegeben, um dich dem Tod zu weihen, aber nicht einmal stellen. Sie hätte mir damals einfach erlauben sollen, dich umzubringen, wie ich es von Anfang an vorhatte. Bones lachte erneut auf, diesmal aber leiser. Glaubst du, sie war die erste, die mit mir ins Bett gestiegen ist, weil sie dachte, es wäre mein Verhängnis? Das haben schon ganz andere vor ihr und nach ihr versucht. Ich muss dich also enttäuschen. Daran liegt es nicht, dass sie so schlecht in der Kiste war. Es liegt daran, dass sie eine Schwindlerin ist, eine Betrögerin. Und ihrer ganzen Lügen und Klamotten beraubt, war sie nichts als eine verzogene Rotzgöre mit übersteigertem Ego, das von Idioten wie dir auch noch bestärkt wird. Das Grab wird dich holen, brüllte Anubus, der nun endgültig die Fassung verlor. sich. Bones lächelte kalt, er richtete sich zu voller Größe auf und war plötzlich gar nicht mehr zum Scherzen aufgelegt. Anubus machte ein nicht sagendes Gesicht, aber es war zu spät. Also Kumpel, sagte Bones, als er zu Anubus ging und ihm mit trügerischer Leichtigkeit den Zeigefinger aufs Gesicht legte. Was soll das heißen? Sollen wir den Champagner aufmachen oder spritzen können? fragte Denise. Wir saßen im Wohnzimmer, einem pompös ausgestatteten Raum in Erdtönen voller antiker vergoldeter Möbelstücke. Der massige Tisch sah aus, als wäre er aus einem einzigen riesigen Baum geschnitten worden. Darauf stand ein Festessen, auf massivem Messing- und Silbergeschirr angerichtet, aber kaum jemand aß. Oh, lass ruhig die Korken knallen, die werden noch ein Weilchen brauchen. Ich war aus zwei Gründen hier und nicht bei den Männern. Erstens wollte ich Denise und meine Mutter am Silvesterabend nicht mit lauter Unbekannten allein lassen und zweitens wusste ich, dass Bones mich unten nicht dabei haben wollte, auch wenn er es nicht ausdrücklich gesagt hatte. Jetzt, wo ihnen klar war, dass Anubus etwas verschwieg, würden die Vampire auf jeden Fall härtere Bandagen anlegen. Denise goss den Champagner ein. Das Zeug ist super, freute sie sich. Ihre Fröhlichkeit brachte mich zum Lächeln, aber es war auch ein bisschen Wehmut dabei. Sie hatte keine Ahnung, was da unten gerade Entsetzliches vor sich ging. Hoch die Tassen, sagte ich allerdings nur, bis Mitternacht sind es noch zwei Stunden, da können wir ruhig schon mal anfangen zu feiern. Das Letzte, was ich von Zero gehört habe, war, dass sie Fortschritte machen, was immer das auch zu bedeuten hat. Während Bones, Mäncheres, Spade, Vlad, Rodney und Ian unten waren, hielten TikTok und Zero bei uns Wache. Es schneit nicht mehr so stark, bemerkte meine Mutter. Wenigstens kann man jetzt wieder was erkennen, wenn man aus dem Fenster sieht. Ich kann es kaum erwarten, von diesem öden Flecken wegzukommen und nur damit ihr es wisst, lange reicht meine Geduld nicht mehr. Ich seufzte. Wenn dir die Gesellschaft dieser Vampire und Gule nicht behakt, stell dir einfach vor, wie schlimm du es fändest, wenn es Patras Vampire und Gule wären. Ich bin kein Kind mehr, Catherine, erwiderte sie in gewohnt scharfem Tonfall. Also sprich nicht so mit mir. Das ist ja mal was ganz Neues. Schließlich hast du dich den größten Teil meines Lebens über wie eines aufgeführt. Auf meine Erwiderung hin fiel Denise die Kinnlade herunter. Jetzt reicht's, verkündete meine Mutter wütend, ich gehe. Wieso konnte ich nicht einfach lernen, die Klappe zu halten? Resigniert ging ich hinter ihr her, als sie auf die Haustür zumarschierte und sich ihren Mantel schnappte. Mom, Wo willst du überhaupt hin? Ich habe es so satt, zischte sie, ich lasse mich einfach nicht mehr so behandeln. Damit marschierte sie geradewegs auf den Rasen hinaus. Ich hielt sie nicht fest, weil ich nicht handgreiflich werden wollte, sondern ging mit ihr. Du siehst das alles ganz falsch, Mom, sagte ich, während ich versuchte, den beißenden Wind zu ignorieren. Die Kälte drang mir sofort durch Sweatshirt und Hose. Nervst du manchmal? Ja. Will ich ohne dich leben? Natürlich nicht. Und jetzt lass uns endlich wieder reingehen, hier draußen ist es eiskalt. Ich gehe jetzt, bis ich ein Haus, eine Straße, eine Ortschaft oder etwas ähnliches erreiche, zischte sie, nicht im mindesten besänftigt. Wir waren bei den Bäumen angekommen, der Schnee glänzte silbrig im Mondlicht. Hier gibt es im Umkreis von mindestens dreißig Kilometern gar nichts, sagte ich in ruhigem Tonfall. Glaub mir, ich weiß es. Mencheres hat diesen Ort nicht ohne Grund ausgesucht. Du kannst unmöglich laufen. Nach ein paar Kilometern wärst du unterkühlt. Wir sind hier am Arsch der Welt. Und dann hielt ich inne. Wie erstarrt. Aber nicht vor Kälte. Der eiserne Griff, mit dem ich meine Mutter gepackt hatte, hinderte sie daran, auch nur einen weiteren Schritt zu tun. Sie wollte mir gerade wieder die Hölle heiß machen, da bemerkte sie meinen Gesichtsausdruck. Was ist? flüsterte sie. Psst. Obwohl meine Stimme so leise gewesen war, dass sie für sie vermutlich kaum zu verstehen war, klang sie in meinen Ohren viel zu laut. Andererseits genauso wenig wie die schweren Schritte in der Ferne, die durch die nächtliche Stille halten. Meine Augen wurden schmal, als ich all meine Energie in Richtung des Geräuschs aussandte. Kein Herzschlag, keine Atmung, aber wie ein Kraftfeld fühlte es sich auch nicht an. Wer immer es war, näherte sich langsam, und es waren viele. Warum spürte ich sie nicht? Vampire oder Ghule hatten immer eine Aura, aber da war nichts. Was kam da auf uns zu? Ohne mich näher darum zu kümmern, schnappte ich mir meine Mutter und rannte aufs Haus zu. Zero und TikTok standen schon in der Tür. Meine Hast hatte ihnen angekündigt, dass es Ärger gab. Alle in den Keller, sofort, rief ich und drängte meine Mutter zur Bekräftigung schon mal in die richtige Richtung. Da kommt irgendwas. Was? fragte Denise und wollte von ihrem Stuhl aufspringen. Randy begriff schneller, was Sache war, ging zu ihr und zog sie hoch. Zero wies auf die Treppe, respektvoll, aber mit Nachdruck. Hier entlang, bitte. Als meine Mutter daraufhin nicht reagierte, warf ich ihr einen bösen Blick zu. Du gehst mit ihnen, auch wenn ich dich dazu K.O. schlagen muss. Sie murmelte etwas, folgte den ich, während ich noch immer auf die Geräusche von draußen lauschte. Hol Bones und die anderen. Zwei Minuten später erschien Bones, dicht gefolgt von Spade und Rodney. Ich ignorierte die Blutspritzer, mit denen er bedeckt war und deutete aufs Fenster. Hörst du das? Ich spüre nichts, aber es sind viele. Sie kommen direkt hierher. Bones starrte angestrengt in die Dunkelheit, grüne Fleckchen erschienen in seinen Augen. Einige Augenblicke später stieß er ein Schnauben aus. Ich spüre auch nichts, Kätzchen, aber bei dem Getrampel könnte man meinen, es wäre eine Elefantenherde. Was es auch ist, Menschen sind es auf keinen Fall. Charles? Ich habe keine Ahnung, Crispin. Rodney warf Spade einen düsteren Blick zu. Geht mir genauso, Kumpel. Also gut. Bones ließ die Fingerknöchel knacken, seine Augen waren jetzt ganz grün. Dann machen wir uns mal zur Begrüßung bereit. Wir brauchen Messer, Schwerter, Armbrüste, Pistolen, und zwar schnell. Ein paar von denen scheinen vorausgeeilt zu sein. Bald werden wir wissen, wer uns da besuchen kommt. Warum hauen wir nicht einfach ab? fragte ich auf dem Weg zur Waffenkammer. Weil wir nicht genug Helikopter haben, um alle auszufliegen. Wir werden uns gegen sie zur Wehr setzen, Süße, herausfinden, mit wem wir es zu tun haben. Für alle Fälle halten wir trotzdem den Hubschrauber bereit. Dann kannst du zur Not deine Mutter Denise und Randy in Sicherheit bringen. Ich lasse dich nicht im Stich, sagte ich, egal was passiert. Bones gab einen beruhigenden Laut von sich, während er schon dabei war, sich kiloweise Silber umzuschnallen. Kätzchen, die Menschen sind leichte Beute. Wir anderen können Nein, verdammt, sagte ich und fuhr dann in dem gleichen vernünftigen Tonfall fort, den er benutzt hatte. Juan kann auch einen Helikopter fliegen und ich bin das übernimmt, falls sie ausgeflogen werden müssen. Und wenn du auch nur in Erwägung ziehst, mich zu überlisten, indem du mich zum Beispiel bewusstlos schlägst und in den Heli steckst, fange ich wieder an, Vollzeit zu arbeiten und dann nehme ich Aufträge an, die dein Haar noch weißer werden lassen, als dein Sweatshirt ist zu weit, darin kannst du dich nicht bewegen. Ich zog es einfach aus, sodass ich nur noch in BH, Jogginghose und Turnschuhen dastand. Mit einer Geschwindigkeit, wie nur viel Übung sie mit sich bringt, fing ich an, mir die Beinhüft und Armscheiden mit den Silbermessern anzulegen. Nimm auch eins von denen, sagte Bones, als er mir ein Schwert reichte. Wir wissen schließlich nicht, mit wem wir es zu tun bekommen und Silber funktioniert vielleicht nicht. Bones zog sich ebenfalls das Sweatshirt aus und warf es zu meinem auf den Boden. Die meisten Vampire und Gule taten es ihm gleich. Nackte Oberkörper glänzten im Licht des Kronleuchters, als alle ihre Waffen anlegten. Die ganze Zeit über hörte man die Fußtritte näher kommen. Mencheres kam nach unten. Ich sah ihn erst jetzt, aber er hatte offenbar auch mitbekommen, was da im Gange war, denn er war praktisch völlig mit Waffen zugepflastert. Los raus, wir verteilen uns ums Grundstück und ziehen uns wenn nötig weiter zurück, sagte Bones. Zero, ruf die Sterblichen zusammen und bring sie in die Arrestzellen, da sind sie am sichersten. Wenn sich jemand weigert, dürfte gerne handgreiflich werden, insbesondere bei ihrer Mutter. Ich hätte zu einer scharfen Erwiderung ansetzen können, aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt dafür. In geordneten Reihen gingen wir nach draußen und bezogen ums Haus herum Stellung. Jetzt verständigten wir uns nur noch mit Handzeichen. Alles lief zügig ab. Jeder Militärführer hätte sich glücklich geschätzt, eine solche Truppe befehligen zu dürfen. Der eisige Wind ließ mich frösteln. Ja, es war bitter kalt, aber das würde mich nicht umbringen und über Unterkühlung brauchte ich mir auch keine Sorgen zu machen. Immerhin war ich eine Halbvampirin, allerdings war ich die Einzige, deren Zähne klapperten. Alles in Ordnung, Süße, erkundigte sich Bones, ohne dabei den Blick von den Bäumen vor Das gibt sich, wenn wir erst angefangen haben. Neben mir nahm ich eine Bewegung wahr. Tate drängte Spade beiseite und trat wortlos neben mich. Lass ihn, mischte sich Bones ein, als Spade ihn wieder zurück drängen wollte. Er ist hier in seinem Element. Was Tate darauf erwidern wollte, würde ich nie erfahren. Er hatte schon den Mund geöffnet, da traten die ersten der mysteriösen Gestalten zwischen den Bäumen hervor, sodass ihm das Wort auf den Lippen erstarb. Bones erstarrte, wurde kalt und hart wie die Eiszapfen am Dach. Spade stieß ein leises Zischen aus und irgendjemand murmelte etwas, das sich wie ein Gebet anhörte. Allmächtiger, flüsterte ich, und der kalte Schauder, der mich jetzt packte, war von ganz anderer Art. Was hatte die Stimme erhoben, damit man sie trotz des plötzlichen Knurrens der Kreatur hören konnte, die in diesem Augenblick mit schnappenden Kiefern und das schauderhaften halb verrotteten Lippen auf uns zuzurennen begann. Das, antwortete er, ist das Grab. In alten Filmen wirken Zombies fast lächerlich. Neuere treffen sich schon besser. Die schauderhaft aus dem Kopf quellenden Augen und das in verwesenden Lappen herabhängende Fleisch. Einige sind in einem fortgeschritteneren Verwesungszustand als andere. Nur in einem Punkt sind alle gleich. Sie sind ausgehungert und wir sind die Nahrung. Als der Erste aufgetaucht war, hatte Männche das genauso perplex gewirkt wie wir. Dann allerdings begann er auf eine für ihn untypische Weise zu fluchen. Nicht in meinen abartigsten Albträumen wäre ich auf die Idee gekommen, dass sie etwas derartiges tun würde. Schloss er, sie wird ihre Strafe bekommen, vielleicht nicht durch mich oder irgendjemanden sonst hier, aber eines Tages wird sie für ihre Tat gerade stehen müssen. Das hörte sich gar nicht gut an, eher wie eine Grabinschrift. Bones packte Männchenes bei der Schulter und schüttelte ihn. Diese Kreaturen da. Er wies mit einem knappen Kopfnicken auf die Zombies in etwa zehn Meter Entfernung. Kann man die umbringen? Der glasige Ausdruck verschwand aus Männchenes Augen. Er legte seine Hand auf die von Bones. Nein. Sein Tonfall war völlig ungerührt. Während er Bones Hand drückte, schien er sich innerlich zu wappnen. Schließlich ließ er sie wieder Sie fühlen weder Schmerz noch brauchen sie Augen um uns zu sehen. Patras Wille allein treibt sie an. Während er vortrat, befahl er allen anderen zurück zu bleiben. Die Kreaturen waren nun fast bei ihm angekommen. Mäncheres Nähe schien sie anzustacheln. Man hörte ihr scheußliches Grunzen. Sie wurden aus dem Grab geholt, fuhr Mäncheres fort, während er Behände einer der schwerfälligen Gestalten auswich. Und sie werden erst wieder dorthin zurückkehren, wenn der Zauber aufgehoben ist. Wir können ihnen nicht entkommen. Im Umkreis von hundert Kilometern würden sich Gräber auftun und die Toten würden uns nachjagen und alles töten, was sich ihnen in den Weg stellt. Mäncheres schwang sein Schwert so schnell, dass ich den Bewegungen nicht folgen konnte. Ungläubig sah ich, wie die Monster sich fast genauso schnell auf ihn stürzten. Eben waren sie doch noch so schwerfällig gewesen. Mäncheres wehrte sich. Körperteile flogen in alle Richtungen, als sein Schwert die Zombies traf. Wir müssen sie auf Abstand halten und nach dem Gegenstand suchen, den Patra für ihren Zauber benutzt hat, sagte er, noch immer in diesem nüchternen Tonfall. Es muss ein persönlicher Gegenstand von ihr sein. Vielleicht hat einer der Gefangenen ihn dabei gehabt oder Rattler hat ihn versteckt. Wenn wir den Gegenstand finden und zerstören, sterben sie. Bis dahin werden sie keine Ruhe finden, egal welchen Schaden wir ihnen zufügen. Was er damit gemeint hatte, wurde noch im selben Augenblick mit aller Grausamkeit offenbar. Die Körperteile, die Mäncheres den Zombies abgeschlagen hatte, kamen weiter auf uns zugekrochen. Ein geköpfter Körper wankte in unserer Richtung, während der abgetrennte Kopf sich wie besessen in Mäncheres Fuß verbiss, bis der ihn weg kickte. Zerhackt waren die Kreaturen dann aber wenigstens nicht mehr ganz so gefährlich. Vielleicht hatten wir ja doch noch eine Chance. Drei Leute sollen das Haus durchsuchen, rief Mäncheres, während er herumwirbelte, um noch ein paar der heranrückenden Gestalten aufzuhalten. Es muss etwas Kleines sein, etwas, das leicht zu übersehen ist. Es muss gründlich zerstört werden. TikTok, Annette, Zero, ihr geht, befahl Bones mit einem Kopfrucken, während er seinerseits das Schwert zog. TikTok und Zero leisteten dem Befehl unverzüglich Folge, nur Annette zögerte. Ich sah, wie sie stehen blieb und Bones ansah, bevor auch sie im Haus verschwand. Auch ich richtete den Blick auf Bones, aus demselben Grund wie Annette. Ich glaubte, ich würde ihn zum letzten Mal sehen. Wenn ich einen Augenblick geglaubt hätte, du würdest auf mich hören, wärst du jetzt da drinnen, sagte er, und es klang fast wie ein Seufzer. Aber ich weiß ja, dass ich gegen dich keine Chance habe. Ich liebe dich, Kätzchen. Nichts auf oder unter der Erde kann daran etwas ändern. Ich hatte keine Zeit, etwas zu erwidern. Jede Faser meines Körpers schrie ihm meine Liebe entgegen, als er sich mit lauter Stimme an die vier Dutzend Leute wandte, die jetzt ebenfalls ihre Schwerter zogen. Patra hat das Grab auf uns gehetzt, meine Freunde. Lasst uns die Geste mit gleicher Herzlichkeit erwidern. Mit gemessenen, tödlich entschlossenen Schritten trat Bones einer Horde der schaurigen Angreifer entgegen. Vier Dutzend gegen Hunderte und Aber Hunderte. Wir sind nicht hilflos. Bones Stimme hatte noch nie beherrschter geklungen. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gesagt, sein Tonfall wäre heiter. Oft im Leben waren wir machtlos, aber nicht heute Nacht. Wir können uns frei entscheiden, wie wir sterben wollen. Im Leben wart ihr vielleicht ohnmächtig, aber jetzt seid ihr Herr des Augenblicks. Ich jedenfalls werde dieser Beleidigung auf eine Art und Weise begegnen, dass alle, die heute nicht an meiner Seite waren, es bitter bereuen werden. Am Ende stieß Bones ein Gebrüll aus, in das alle anderen einfielen. Bebend vor Rachedurst standen wir in der vormitternächtlichen Kälte, und plötzlich froh ich nicht mehr. Auch meine Angst war verflogen. Heute Nacht hatte ich Seite an Seite mit Bones die Chance, jede falsche Entscheidung, jeden Augenblick der Feigheit und alle schmerzvollen Jahre aus meinem Leben zu tilgen. Nur das Jetzt zählte. In diesem Augenblick wurde ich, was ich schon immer hatte sein wollen. Stark, furchtlos, loyal, jemand, auf den sogar ich stolz sein konnte. Die erste Kreatur sprang mich an, und ich zog mein Schwert. Mein Haar flog, während ich auswich und auf das Wesen einhackte. Ein grüner Schein traf sein deformiertes Gesicht, und da lachte ich, wild und glücklich. Siehst du das? Meine Augen leuchten, und ich werde dir zeigen, was ich sonst noch drauf habe. Meinen ersten Kampf auf Leben und Tod hatte ich im Alter von 16 Jahren ausgestanden. Damals hatte ich nichts als ein silbernes Kreuz mit einem schmalen Dolch daran gehabt und nicht einmal gewusst, ob man damit überhaupt einen Vampir umbringen konnte. Aber es hatte funktioniert und seither war das Töten meine Mission. Gott sei Dank war es draußen dunkel. Durch ihre leuchtend grünen Augen konnte man die Vampire von den Zombies unterscheiden, die immer noch in Scharen aus den Wäldern geströmt kamen. Überall krochen abgehackte Körperteile über den Boden abgetrennte Finger hefteten sich wie Blutegel an den Körper. Ich war im Blutrausch, hackte auf alles ein, was in meiner Nähe war. Meine Verletzungen bemerkte ich nicht. Überall hatte ich Bisswunden, an Armen, Schultern, Beinen. Ich sah nur noch rot, sowohl vor Wut als auch wegen des Blutes, das ich ständig in den Augen hatte. Wenn ich die grün leuchtenden Augen schreinende Armee der lebenden Toten niedersausen ließ. Vlad hatte uns gegenüber einen Vorteil. Er konnte die Zombies schnappen und in Flammen aufgehen lassen. Die Betreffenden rannten dann herum wie makabere Fackeln. Dafür musste er sie allerdings eine Weile festhalten, was Zeit kostete. Ab und zu sah ich aus dem Augenwinkel ein orange farbenes flackern, hörte entsetzliches Geschrei und wusste, dass Vlad noch lebte. Weit wichtiger allerdings war mir die Stimme mit dem britischen Akzent, die ich von Zeit zu Zeit über die Geräusche von Tod und Verderben hinweg hören konnte, wie sie uns anfeuerte und die Kreaturen verhöhnte. Auch Bones lebte noch. Wer sonst noch immer in meiner Nähe war, wusste ich nicht. Rückzug, Rückzug, brüllte jemand. Die Kreatur vor mir wurde plötzlich sein. Beinahe hätte ich ihn nicht erkannt und er musste mein Schwert packen, um zu verhindern, dass ich ihm den Kopf abschlug. Komm mit, knurrte er. Er zerrte an meinem Arm und ließ ihn dann wildfluchend sinken. Verdammte Scheiße, warum hast du nicht um Hilfe gerufen? Ich wusste nicht, was er meinte, während er mich schon mit einem Arm an seine Brust gedrückt hatte und mit dem anderen verbissen auf alles einschlug, was sich uns in den Weg stellte. Meine Füße baumelten knapp über dem Boden, als er mich mit sich schleppte und ich Übelkeit in mir aufsteigen spürte. Schließlich lichtete sich der Nebel um mich herum und als wir ins Haus kamen und in den Keller hinabstiegen konnte ich endlich wieder klar sehen. Drinnen war alles kurz und klein geschlagen. Ich war verwirrt. Schließlich hatte der Kampf draußen stattgefunden, aber dann dämmerte es mir. Da Annette, TikTok und Zero nicht gewusst hatten, wonach sie suchen sollten, hatten sie einfach alles dem Erdboden gleich gemacht. Selbst die Möbel hatten sie zu Kleinholz verarbeitet. Die noch lebenden Vampire und Ghule hasteten in den Trümmern umher und wehrten die unablässig eindringenden Zombies ab. Das Haus verfügte über drei unterirdische Stockwerke mit nur zwei Eingängen. Definitiv ein Vorteil. Der Nachteil war, dass wir darin eingeschlossen waren. Bones übergab mich an Tate, der zwischen den blutüberströmten Gestalten aufgetaucht war. Bring sie ins dritte Untergeschoss, befahl Bones knapp und machte Kehrt. Ich muss unseren Rückzug decken. Bones, nein, protestierte ich, aber weder er noch Tate kümmerten sich darum. Tate hatte sich bereits umgedreht und rannte mit mir die Treppe hinunter. Er drängte sich an allen möglichen Leuten vorbei und murmelte dabei immer wieder etwas, das sich anhörte wie dein Arm, dein Arm. Als wir schließlich durch eine Tür kamen, starrten uns dahinter mehrere ängstliche Gesichter an. Die Kids, dachte ich, sie haben Angst. In der Werbebroschüre für Blutspender stand nichts von derartigen Vorkommnissen. Macht Platz, herrschte Tate die jungen Leute an und sein Tonfall brachte sie dazu, umgehend zu gehorchen. Sie drängten sich aneinander, während Tate mich auf den Fußboden legte und ein Messer hervorzog. Lass mich, ich muss wieder raus, rief ich und verstummte dann. Oh, kein Wunder, dass die beiden mich so angesehen hatten. Gib mir ein bisschen Blut von dir, wenn du es verschmerzen kannst, sagte ich, während ich meinen Arm in Augenschein nahm. Besser gesagt, das, was noch davon übrig war. Ein paar Bänder hatten zäh durchgehalten, aber der größte Teil war bis auf den Knochen abgenagt. Jetzt sehe ich selbst aus wie ein Zombie, dachte ich. Manche hatten Gliedmaßen, die meinem Arm durchaus nicht unähnlich waren. Die Heilung wird wehtun, krächzte Tate, während er sein Messer und meine Lippen an seine Kehle presste. Nimm einen ordentlichen Schluck, ich kann wieder auftanken. Unter normalen Umständen hätte ich nicht von ihm getrunken, nicht den kleinsten Schluck, aber jetzt kam es nur darauf an, dass ich zu, um die Wunde offen zu halten. Tate stieß einen Laut aus, den ich lieber nicht näher ergründen wollte. Kühles Blut füllte meinen Mund und ich schluckte, saugte stärker und spürte, wie stechender Schmerz sich in meinem Arm ausbreitete. Tate drückte mich fester an sich und legte den Kopf in den Nacken. Beim vierten Schluck waren die Schmerzen in Kraft, dass ich ihn keuchend mit beiden Händen von mir stoßen konnte, als die Gier nach Meer in mir aufstieg. Tates Augen waren grün, als ich ihn ansah, sodass ich noch weiter zurück wich. Sein Gesichtsausdruck sagte mir deutlich, dass er nicht vom Kampf so erregt war. Ich sprang auf und beobachtete voller Staunen, wie die Haut an meinem Arm nachwuchs und sich wieder zusammenfügte. Durch das frische Blut in meinem Kreislauf fühlte ich mich wilder, weniger menschlich. Na los Soldat, sagte ich, wir müssen noch ein paar Monster umlegen. Ohne mich noch einmal umzusehen, rannte ich die Treppe hinauf auf die wilden Kampf Geräusche zu. Die Vampire hatten sich im Eingangsbereich vor der Treppe versammelt, wo sie eine Art untotes Spalier bildeten. Jedes der Ton und Zähnen einen Weg nach drinnen zu bahnen, wurde von allen Seiten angegangen. Bisher funktionierte die Strategie, aber ein Blick genügte und mir wurde die bittere Wahrheit bewusst. Die Barrikade würde nicht lange genug halten. Immer mehr der Kreaturen kamen herbeigeströmt. Plötzlich stieß ich mit Annette zusammen. Sie hatte mich nicht gesehen, als sie hektisch und mit wildem Blick eine kleine Glasfigur an die Wand geschmettert hatte. Die Figur ging zwar zu Bruch, aber das war auch schon alles, woraufhin sich Annette mit einem Aufschrei sofort wieder auf die Suche machte. Annette! Ich musste sie schütteln, um ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Wo sind TikTok und Zero? Sie machte eine ausladende Handbewegung. TikTok ist am anderen Ende des Hauses und Zero ist auf dem Weg zu Anubus, um zu versuchen, die Antwort aus ihm heraus zu prügeln. Aber ich habe gesehen, wie sechs dieser Wesen ihm nachgerannt sind. Sie sind hier drinnen. Ich habe Zero Schreien hören und dann bin hierher gelaufen. Oh Kat, ich finde es einfach nicht. Ich finde es einfach nicht. Was es war, brauchte ich nicht zu fragen. Hier war inzwischen alles kurz und klein geschlagen. Gib nicht auf Annette, wir werden es schon finden, wir drängen sie zurück. Sie versetzte mir einen Stoß. Du hast ja keine Ahnung, es ist schon in den Nachrichten, Gräber lehren sich, Kreaturen kommen hervorgekochen, heißt es, und alle wollen hierher. Die Gegend ist abgelegen, aber so abgelegen auch wieder nicht. Kapierst du es denn nicht? Patra braucht sie gar nicht alle, um uns zu töten. Schon sehr bald wird sie genau wissen, wo wir sind, weil alle diese Zombies es ihr zeigen, wie ein Wegweiser. Scheiße, unsere Lage war also hoffnungslos, ich vor allem wütend. Dieses Miststück verdiente den Sieg nicht. Hinter mir brach Radau los, er kam aus dem Keller. Schreie, immer mehr Schreie und bröckelnde Wände. Das ist es, dachte ich, das Ende. Nein, ich konnte es nicht aufhalten, aber ich konnte frei entscheiden, wie ich untergehen wollte. Mit neuer Entschlossenheit hob ich das Schwert. Such weiter, Annette, was auch passiert. Ich stürze mich in den Kampf. Wenn diese Schlampe uns haben will, muss sie uns schon selbst holen. In den Keller, Leute, Bewegung! hörte ich einen gebrüllten Befehl. Zwei Dutzend unserer verbliebenen Kämpfer zogen sich zurück. Ich kämpfte mich vor und sah Bones und Mencheres an der Spitze der Truppe. Ich hatte immer schon vermutet, dass Mencheres ein tödlicher Gegner war, wenn er erst seine Manieren ablegte. Und ich hatte mich durchaus nicht geirrt. Er war ein fleisch gewordener Albtraum. Vlad packte mich und drängte mich zurück. Seine Hände waren erhitzt, nicht kalt, wie sie es bei den eisigen Temperaturen draußen eigentlich hätten sein sollen. Los, weg hier, die anderen kommen bald nach, brüllte er und drängte mich unter vollem Körper ein Satz weiter. Nein, ich will da hoch, schrie ich, während ich versuchte, mich aus seinem Griff zu befreien. Bones ist der Anführer seiner Sippe, er gehört zu seinen Leuten, war seine Antwort, aber du kommst mit mir. Es Ich duckte mich unter seinem Arm hindurch und wollte nach vorn preschen, als er mir die Hand ins Haar krallte. Plötzlich schien alles um mich herum in Zeitlupe abzulaufen. Vlad riss mich zurück und über all den Lärm hinweg hörte ich schwach ein boshaftes zufriedenes Lachen. Ich habe gesehen, wie sechs dieser Wesen ihm nachgerannt sind. Sie sind hier drinnen, hatte Annette gesagt, ich habe ihn schreien hören. Sie hatte von Zero gesprochen, der zu Annubus Zelle unterwegs gewesen war. Von Zero hatte man seither nichts gehört, aber Annubus war es, von dem das boshafte Lachen kam. Annubus, an eine Wand gekettet, umgeben von einem halben Dutzend mordgieriger Bestien und doch völlig unversehrt? Wie war das möglich? Mir fiel nur eine Antwort ein. Vlad, musst du jemanden anfassen, um ihn in Flammen aufgehen zu lassen? Für einen Moment hörte er auf, an mir zu zerren. Der Betreffende muss zumindest vorher schon einmal mit mir in Kontakt gekommen sein und es dauert länger. Es ist schwierig, jemanden zu entzünden, den ich nicht direkt berühren kann. Schwierig? keuchte ich, aber nicht unmöglich? Nein, warum? Es ist Annubus. ist gar kein Gegenstand. Annubus ist das trojanische Pferd. Wir selbst haben ihn hergebracht. Patra war klar, dass wir ihn nicht umbringen würden. Wer macht schon seine wertvollste Geisel kalt? Ein Lächeln erschien auf Latts Gesicht. Er ließ mich los und hielt die ausgebreiteten Arme über den Kopf. Um uns herum tobte das Chaos. Wenn ich zu ihm gehe, werde ich niedergemetzelt, bevor ich da bin, aber mal sehen, ob sich das auch anders erledigen lässt. Mach schon, antwortete ich, hektisch bemüht, ihm den Rücken freizuhalten. Beeindrucke mich. Seine Hände begannen zu glühen. Sie tauchten die Eingangshalle in ein unheimliches blau-violettes Licht. Funken stoben hervor und gingen auf mein Haar nieder, während ich weiter auf die näher rückenden Zombies einhieb. Jemand schrie auf, schrill und gequält. Als ich die Stimme erkannte, schenkte ich Vlad ein kaltes Lächeln. Du hast seine Aufmerksamkeit erregt, Dracula. Er ist stark, antwortete Vlad in angestrengtem Tonfall. Seine Hände standen jetzt voll in Flammen. Komm schon, Vlad, du musst doch deinem Ruf gerecht werden, wenn du nicht mal einen angeketteten ägyptischen Vampir entzünden kannst. Wie hast du es dann geschafft, die Türken aus Rumänien zu vertreiben? Es gab einen lauten Knall, als wäre ein Trafo explodiert und urplötzlich fielen die Zombies mitten im Sprung zu Boden. Aus den nun leblosen Gestalten formte sich Erde, die sie zu bedecken begann, bis nur noch Erdhügel anzeigten, wo sie gelegen hatten. Aus der Erde sind sie zurückgekehrt. Du hast es geschafft, keuchte ich und ließ das Schwert fallen. Natürlich, hörte ich ihn antworten, während starke Arme mich hochhoben und an eine blutige Brust drückten. Ich bin Vlad Sebesch. Was dachtest du denn? Etwa dreißig Sekunden lang hielt ich Bones einfach nur in den Armen, spürte seinen Mund in meinem Haar, seine Hände auf meinem Rücken und war vollkommen glücklich. Dann hörte ich ein Geräusch, ein ersticktes Stöhnen, das über die Freudenschreie der Vampire hinweg zu mir durchdrang. Mom! Ich rannte durch den Eingangsbereich ins Haus, wie an einer Schnur gezogen. Als ich bei meiner Mutter angekommen war, fiel ich auf die Knie. Denise hatte sie auf ihren Schoß gezogen und presste ihr die Hände auf den Nein! Der Schrei entfuhr mir einfach so. Ohne nachzudenken nahm ich eins meiner Messer, schnitt mir ins Handgelenk, hob ihren Kopf und ließ mein Blut in ihren Mund laufen. Das Messer war durchgegangen bis zum Knochen und die rote Flüssigkeit ergoss sich über ihre Lippen. Ein kurzes Würgen, dann schluckte sie schwach. Blasen liefen ihr aus dem Mund. Ich zwang sie noch einmal zu schlucken. Denise weinte und betete gleichzeitig. Bones schob sie beiseite und ging neben meiner Mutter in die Hocke. Er nahm mein Messer, brachte sich ebenfalls einen Schnitt am Handgelenk bei und hielt es ihr über den Mund. Da hörte ihr Herz auf zu schlagen. Ich versuchte eine Herzdruckmassage, damit sein Blut irgendwie in ihren Kreislauf gelangen konnte. Tränenblind drückte ich mit dem Gewicht meines Oberkörpers immer wieder auf ihr Brustbein, während Bones sie beatmete. Dieses Wesen ist ins Zimmer gekommen, keuchte Denise. Auch sie hatte mehrere Verletzungen davongetragen. Ich habe versucht, es von ihr weg zu zerren, aber es war so stark. Komm schon, Justina, nicht aufgeben. Denise hatte so laut geschrien, dass es einen Augenblick dauerte, bis ich das leise Pochen unter meinen Händen wahrnahm. Als ich meine Mutter husten hörte, setzte ich mich auf den Boden und weinte. Widerliche Bestie, mach bloß, dass du wegkommst, krächzte sie in Richtung Bones. Ich lachte, als Bones ein Schnauben ausstieß und ebenfalls zurück sank. Hallo, Justina. Auch Denise lachte, dann rieb sie sich die Augen und sah sich um. Wo ist Randy? War er nicht bei euch? Mein Lächeln erstarb. Zu spät fiel mir auf, dass Randy gar nicht im Zimmer war. Ich sah Bones an, der stirnrunzelnd aufstand. Wieso bei uns? wandte er sich in scharfem Tonfall an Denise. Er sollte doch hier bleiben. Nun erhob sich auch Denise. Ihr Gesicht war fahl. Er wollte helfen, den Gegenstand zu suchen, den Patra für ihren Zauber benutzt hat. Er ist jetzt schon seit 20 Minuten weg. Bones machte auf dem Absatz kehrt und lief aus dem Zimmer. Ich ging zu Denise und ergriff ihre Hände. Du bleibst hier, sagte ich. Wir suchen ihn. Denise haselnussbraune Augen blickten in meine und die Entschlossenheit darin ließ mich einen Schritt zurück weichen. Auf gar keinen Fall, sagte sie und drängte mich beiseite. Ich ließ sie gehen. Der Adrenalinrausch der Schlacht hatte nachgelassen und mir war ein bisschen schwummerig. Meine Mutter setzte sich auf und starrte all das Blut und die zerfetzte Kleidung über ihrem Bauch an, wo die tödliche Wunde gewesen war. Mom, sagte ich, mach dir keine Sorgen um mich, fiel sie mir ins Wort. Lauf! Ich warf ihr einen dankbaren Blick zu und begann das Haus zu durchsuchen. Knapp eine Minute später hörte ich Denise schreien, laut und schrill. Bones kniete in der Küche auf dem Boden und hielt Denise in den Armen. Neben ihnen lag eine rote und schmutzige Masse. Oh Jesus, flüsterte ich. Mach ihn wieder gesund, schrie Denise und trommelte mit den Fäusten auf Bones Rücken. Mach ihn wieder gesund. Aber das war unmöglich. Randys Körper war zerstückelt, teilweise von Erde bedeckt, wo einer oder mehrere Zombies verrottet waren, die ihn so zugerichtet hatten. Er ist tot, liebes, sagte Bones an Denise Gewand und drängte sie von dem schrecklichen Anblick ihres toten Mannes fort. Denise hatte ihn vermutlich gar nicht gehört. Sie schrie und schluchzte weiter, während sie mit den Fäusten auf Bones einschlug. Ich ging zu ihr, versuchte vergeblich sie zu trösten, obwohl ich wusste, dass ich nichts tun konnte, um ihren Schmerz zu lindern. Spade kam mit grimmigem Gesichtsausdruck in die Küche und kniete neben uns nieder. Crispin, ich bringe Denise von hier weg, du musst Kat und die anderen in Sicherheit bringen, uns bleibt nicht viel Zeit. Bones nickte wortlos. Spade löste Denise sanft aus Bones Armen und trug sie aus der Küche. Alle, die noch aufrecht stehen konnten, befanden sich im Ausnahmezustand. Wir alle mussten uns so weit wie möglich von hier entfernen, bevor Patra auftauchte, um uns den Rest zu geben. Bones hob mich hoch und ich versuchte ihn nicht einmal davon zu überzeugen, dass ich noch laufen konnte. Genau genommen, war ich mir da auch gar nicht so sicher. Während er sich einen Weg durch den zertrümmerten Hausrat bahnte, stellte ich überrascht fest, dass ein Fernseher noch lief. Drei, zwei, eins, frohes neues Jahr, rief der Sprecher gerade, woraufhin das Getöse eines gigantischen Feuerwerks losbrach. Dann sah ich alles nur noch verschwommen. Als ich das nächste Mal die Augen öffnete, waren wir draußen auf dem Rasen. Inmitten von verfärbtem Schnee und Erdhügeln lagen Leichen. Ich spürte Freude in mir aufsteigen, als ich Tate umher irren sah und betete, dass Juan und Dave es ebenfalls geschafft hatten. Ian kniete am Boden. Sein kastanienbraunes Haar machte ihn leicht erkennbar, sogar von hinten. Seine Schultern bebten. Bones setzte mich ab und wollte auf ihn zueilen. Mencheres packte ihn, Bitterkeit stand ihm ins Gesicht geschrieben. Wie viele, erkundigte sich Bones heiser. Mencheres Blick war ausdruckslos. Wir wissen es noch nicht. Bones kniete neben Ian nieder. Ian, mein Freund, wir müssen sie einsammeln und machen, dass wir hier weg kommen. Sie hätten bestimmt nicht gewollt, dass der Feind uns niedermetzelt, weil wir uns in unserer Trauer nicht von ihnen losreißen können. Dann machten sich die drei daran, die sterblichen Überreste ihrer Freunde zu bergen. Daves Gesicht war das Erste, was ich sah, als ich die Augen öffnete. Er lächelte. Hallo, Cat. Hast du Hunger? Durst? Durst, krächzte ich und leerte in einem Zug das Glas Wasser, das er mir hinhielt. Wo sind wir? Er nahm mir das Glas ab. In South Dakota zumindest, bis alle sich wieder gesammelt haben. Ich sah nach links, wo helles Sonnenlicht durch die Spalten zwischen den schweren Vorhängen fiel. Mein Gott, wie spät ist das? Drei Uhr ungefähr. Du hast eine ganze Menge Blut verloren und zwei Infusionen gebraucht. Bones wollte, dass du dich ausruhst und hat dir ein paar von den Schlaftabletten eingeflößt, die Don für dich zusammen gebraut hat. Ich setzte mich auf und merkte, dass ich nicht länger voll Blut war und ein sauberes T-Shirt trug. Don hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu verhindern, dass irgendwelche Aufnahmen von leeren Gräbern und umherirrenden Toten an die Öffentlichkeit gelangen, fuhr Dave fort. Überhaupt musste er den ganzen Presserummel eindämmen, den die Sache nach sich den Zombies herumspricht. Ich seufzte. Was für eine Geschichte will er der Öffentlichkeit auftischen? Er hat sich was von einem kleinen Erdbeben und einer damit verbundenen Lawine zurechtgelegt, die einige Gräber aufgerissen haben soll, aber für die Boulevardpresse war das natürlich trotzdem ein gefundenes Fressen. Naja, ist zumindest eine halbwegs plausible Erklärung für die verwüsteten Friedhöfe. Wo ist Denise? Der gewesen, hätte er mit der ganzen Sache nie etwas zu tun gehabt. Oh, sie schläft. Spade hat ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Schlaf ist im Augenblick das Beste für sie. Dave, wen hat es noch erwischt? Sein Gesicht wurde finster. Von Randy weißt du ja, Zero ist auch tot und TikTok und er sprach immer weiter und jeder neue Name traf mich mit unverminderter Härte. Am Ende hatte Dave über 18 Vampire und Ghula aufgelistet. Eine beträchtliche Zahl. Neben Randy waren noch vier weitere Sterbliche umgekommen. Bones war bestimmt am Boden zerstört. Wo ist Bones? fragte ich und schwang die Beine aus dem Bett. Unten. Er wartet auf dich. Ich wusch mir das Gesicht und zog mich fertig an. Bis auf die Schuhe, die hatte ich in der Eile nicht gefunden. Dave begleitete mich bis vor die geschlossene Salontür. Dann ging er. Bones kam zu mir und ich hielt ihn lange Zeit umarmt. Ian war ebenfalls anwesend. Seit der Schlacht hatte er weder geduscht noch die Kleidung gewechselt. Sein nackter Oberkörper war voller Erde und anderem Schmutz. Wäre schön gewesen, wenn du das Rätsel früher gelöst hättest Gefatterin, sagte er bitter. Die beste Idee bringt nicht mehr viel, wenn man vorher schon die halbe Truppe verloren hat. Ich stutzte. Mit solcher Feindseligkeit hatte ich nicht gerechnet. Bones reagierte schneller. Er hatte Ian am Schlafittchen gepackt, bevor mir eine passende Erwiderung eingefallen war. Noch ein böses Wort zu ihr und mir reißt endgültig der Geduldsfaden, knurrte Ians türkisblaue Augen loderten grün. Was ich nicht vergessen habe, ist, wem wir diesen Krieg überhaupt zu verdanken haben, ihr. Was sie erlitten hat, war wieder gut zu machen, Crispin. Aber für unsere Freunde, die aufgebahrt im Nebenzimmer liegen, ist es jetzt zu spät. Wie viele Leben müssen noch geopfert werden, bis dem gekränkten Stolz einer einzigen Frau Genüge getan ist. Bones nicht. Wie aus dem Nichts war Mencheres aufgetaucht, und das keinen Augenblick zu früh. Man hörte ein Knirschen, dann wurde Bones rückwärts gestoßen und ihm fehlte ein Arm. Mein Schrei übertönte die Rufe von Spade, der gerade noch rechtzeitig kam, um alles mitzubekommen. Völlig perplex starrte Ian die bereits verdorrende Hand an, die noch immer um seine Kehle gekrallt war. Ich wollte zu Bones gehen, aber der wich mir aus und trat vor Mencheres. Gab es einen Grund dafür, dass du mich davon abgehalten hast, angemessen auf diese Beleidigung zu reagieren, Arnherr? Ich erstarrte. Wenn Bones und Mencheres aneinander gerieten, wäre hier der Teufel los. Du wolltest Ian den Kopf abreißen, antwortete Mencheres. Später hättest du es bereut, aus vielen Gründen. Ich glaube, wir haben Patra schon ausreichend Grund zum Feiern geliefert. Da brauchen wir nicht noch mehr unserer Leute umzubringen. Ian war ein wenig verwirrt von dem, was gerade geschehen war. Er schüttelte den Kopf, als wollte er seine Gedanken ordnen und starrte dann Bones und mich ungläubig an. Gott, Crispin, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, keuchte er. Ich hatte keinen Grund, euch so anzufahren. Verzeiht mir. Bones starrte auf seinen nachwachsenden Arm und schnaubte ungläubig. 247 Jahre lang hatte ich diesen Arm. Hätte mir nicht träumen lassen, dass ich ihn bei dem Versuch, dir den Kopf abzureißen, verlieren würde. Scheiße, ich muss mich zusammenreißen. Das gilt im Augenblick für uns alle, pflichtete Mäncheres ihm bei. Ja, sagte Bones und sah ihn mit einem Blick an, der mir die Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Du ganz besonders, Ahnherr, denn das muss aufhören. Vlad kam ins Zimmer. Er sah sich um, merkte, wie Bones und Mäncheres sich ansahen und setzte sich. Ich weiß, was du denkst, sagte Mäncheres schließlich, und ich sage dir, ich bringe es nicht über mich. In Sekundenschnelle war Bones bei ihm. Du oder sie, einer von euch wird in nächster Zeit sowieso dran glauben müssen. Egal, was Patra dir einmal bedeutet hat, wie sehr du dir vielleicht insgeheim wünschst, das Schicksal möge im letzten Augenblick eingreifen und alles zum Besten wenden, gerade du solltest es besser wissen. Du musst es beenden. Das bist du deinen und jetzt auch meinen Leuten schuldig. Ich war verwirrt. Soweit ich wusste, hatte Mäncheres Patra nicht in irgendeinem Hinterzimmer versteckt. Wie sollte er die Sache also beenden können? Vlad hatte meine Gedanken gelesen und beugte sich vor. Begreifst du es denn nicht, Cat? Als Patra dich in diesem tödlichen Albtraum eingesperrt hat, wer wusste da, letzte Nacht? Wer hat da gewusst, dass man sie nur besiegen kann, indem man das zerstört, was sie anlockt? Mäncheres. Wenn er sich also so gut mit Zauberei auskennt, dass er weiß, wie man sie bekämpft, dann kann er auch selbst einen Zauber bewirken. Ein Blick auf Mäncheres Aschfales Gesicht bestätigte alles. Und schon stand ich auch vor ihm. Du musst es tun. Könntest du Bones umbringen? fragte Mäncheres mich hitzig. Er unterbrach sich. In seinem Blick standen so viele unverhüllte Emotionen. So kannte ich ihn gar nicht. Er liebt sie immer noch, selbst nach allem, was sie getan hat. Ich wählte meine Worte sorgfältig. Ich will nicht so tun, als wüsste ich, wie schwer das für dich ist, Mäncheres. Und ginge es um Bones, würde es mir auch das Herz brechen. Aber ich unterbrach mich, um dem Mann, den ich liebte, direkt in die Augen zu sehen. Solltest du dich jeder zu hinreißen lassen, Menschen, die mir lieb sind, zu töten und mir zuvor klar gemacht haben, dass du erst aufhören würdest, wenn alle, die mir etwas bedeuten, tot sind, dann ja, dann würde ich dich umbringen. Als Bones meinen Blick erwiderte, lag ein leises Lächeln auf seinen Lippen. So kenne ich mein Mädchen. Dann wandte er seinen Blick wieder Männcheres zu. Ich kann dir nur einen Trost anbieten. Wir bescheren Patra einen schnellen Tod. Sie hat ihn nicht verdient, aber um deine Twillen bin ich bereit dazu. Wenn du es jetzt tust. Männcheres Augen loderten grün. Sie strahlten so viel Macht aus, dass ich zusammen fuhr. Willst du mir drohen? Bones zuckte mit keiner Wimpe. Ich bin dein Mitregent und stelle lediglich klar, was ich mit einer Feindin zu tun gedenke, die unsere Leute abgeschlachtet hat. Begreifst du denn nicht, dass Patra darauf zählt, dass du es nicht übers Herz bringst, sie zu töten. Männcheres schwieg. Die Augen aller im Raum waren auf ihn gerichtet. Schließlich stand er auf und zog die wütende Macht um sich zusammen wie ein Vogel, der die Flügel anlegt. Nun gut, gestern hat Patra das Grab auf uns gehetzt. Heute wird sie die Rache der Toten zu spüren bekommen. Die Sterne funkelten am immer dunkler werdenden marineblauen Firmament. Männcheres saß mitten auf der Wiese im Schneidersitz vor einem großen Tischtuch, auf dessen weißem Stoff Knochen ausgebreitet waren, um sich herum die Vampire. Keiner von uns wusste, was geschehen würde. Männcheres hatte uns lediglich angewiesen, bei Abenddämmerung zu erscheinen und war dann in seinem Zimmer verschwunden. Ich hatte Don gesagt, dass heute Nacht wieder etwas passieren würde. Das Problem war, dass ich ihm ansonsten nichts sagen konnte. Weder wo noch was noch wann und auch sonst nichts, was ihm hätte helfen können, Eingriffe von menschlicher Seite und ein riesiges Medienspektakel zu verhindern, wie er mir gereizt mitteilte. Ich für meinen Teil hatte noch andere Probleme, als die Existenz von Untoten zu vertuschen. Ich musste am Leben bleiben. Über meinem üblichen Kampfoutfit einige Pistolen mit Silber Munition. Sogar ein paar Handgranaten hatte ich dabei. Ihr dürft nicht sprechen, waren Männcher das erste Worte, seit er sich vor Bones niedergelassen hatte. Nicht bevor ich fertig bin. Und wann soll das sein? Dachte ich, wenn du dich verneigst, wenn sich die Erde auftut und irgendwelche Kreaturen hervorgekrochen kommen? Ein Knistern in der Atmosphäre lenkte Seine Augen leuchteten grün. Neben mir erschauderte Bones und ich warf einen kurzen Blick auf ihn. Er schien völlig auf Mencheres fixiert zu sein. Ich nahm seine Hand und hätte sie beinahe wieder losgelassen, als mich etwas wie ein Stromschlag traf. Was Mencheres auch tat, es hatte Auswirkungen auf Bones. Nach der Machtübertragung war anscheinend noch eine Art dünne Verbindung zwischen ihnen erhalten geblieben. Das beunruhigte mich, obwohl ich nicht hätte sagen können, warum. Und da erhoben sich urplötzlich die Gebeine der am Vorabend Getöteten vom Tischtuch. Um Mencheres herum bildeten sie in der Luft einen Kreis, der sich schließlich zu drehen begann. Erst langsam, als hingen die Knochen an unsichtbaren Fäden, dann aber immer schneller und noch schneller, bis kiefern in dem tornadoartigen Wind erkennen konnte. Mencheres Haar flatterte und meine Haut kribbelte. Die Macht, die Mencheres umgab, wuchs und wuchs, bis es mich nicht einmal mir gewundert hätte, wenn der Blitz bei ihm eingeschlagen wäre. Mit einem Krachen zerstoben die wirbelnden Gebeine und regneten als feiner weißer Puder auf Mencheres herab. Ich packte Bones Hand ganz fest, ohne mich um die sengende Energie zu kümmern, die mir dabei in den Arm schoss und starrte ungläubig die staubigen Überreste seiner Freunde an. Staub zu Staub dachte ich wie betäubt. Ohne den Kopf zu heben ergriff Mencheres ein Messer, das auf seinem Schoß gelegen hatte und rammte es sich ins Herz. Ungläubig staunend keuchte ich auf, als er die Klinge in der Wunde drehte. Ist wohl Stahl, kein Silber, schoss es mir durch den Kopf, sonst wäre er so tot gewesen wie die pudrigen Überreste der Männer, die ihn wie grauer Schnee bedeckten. Dunkles Blut ergoss sich als steter Strom aus der Wunde, als würde sein Herz noch schlagen. Die düster rote Flüssigkeit bedeckte das Messer, seine Hände und seine Kleidung. Mit zunehmendem Unverständnis starrte ich die klebrig-rote Masse aus zerstäubten Gebeinen an, die sich nun aufspaltete, ausdehnte und schließlich einzelne Gestalten bildete. Madre de Dios, hörte ich Juan murmeln und damit gegen Mäncheres Schweigegebot verstoßen. Meine eigenen Gedanken waren weniger andächtig. Was zum Teufel ist das? Vor meinen Augen formten sich geisterhafte Körper, die Mäncheres Einzuhüllen schienen. Er murmelte etwas in einer mir unbekannten Sprache und die Wagenformen nahmen deutlicher Gestalt an. Sie dehnten sich aus, bis sie schließlich wie zum Leben erwachte Schatten wirkten. Ich konnte zwar noch durch sie hindurch sehen, aber sie hatten dreidimensionale Gestalt. Es waren plastische trübe Abbilder nackter Männer. Eines davon drehte sich um und Bones stieß ein leises Stöhnen aus. Randy, dachte ich entsetzt, das ist Randy. Immer mehr solcher Gestalten bildeten sich aus dem Knochenstaub der Männcheres bedeckte. Er ließ das Messer in seiner Brusthunde stecken, die immer weiter blutete, bis ich mich fragte, wie überhaupt noch Saft in ihm sein konnte. Je mehr Blut er allerdings verlor, desto weniger nebelhaft wirkten die Gestalten, bis TikTok, dicht neben Zero. Oh Gott, Randy. Erst als alle 23 Getöteten versammelt waren, zog Männcheres sich das Messer aus der Brust und begann zu sprechen. Das sind nicht unsere Freunde. Sie erkennen uns nicht und haben keine Erinnerung an ihr früheres Leben. Sie bestehen aus der blinden Wut, die in allen Ermordeten schlummert und ich habe diese Wut aus ihren Gebeinen heraufbeschworen und ihr Form verliehen. Kalte Rachsucht wird sie zu ihrer Mörderin treiben. Habe ich sie losgelassen, müssen wir ihnen nur folgen. Sie werden uns direkt zu Patra führen, wo sie sich auch verstecken mag. Ich hatte die Information noch nicht richtig verdaut, da sprach Männcheres ein mir unverständliches Wort aus und die Geister schossen in die Nacht davon. Er stand auf, hob die Arme und ich schrie auf. Der Erdboden war plötzlich fünf Meter unter mir, zehn, fünfzehn, noch tiefer. Wir müssen uns beeilen, hörte ich ihn sagen, während ich hektisch den Kopf herum warf und sah, dass alle, die zuvor auf der Wiese versammelt gewesen waren, mit mir durch die Nacht sausten, als hätte ein Jetstream sie aufgesogen. Sie werden sie bald gefunden haben. Patra hatte sich in einem leerstehenden Hotel in etwa 100 Kilometer Luftlinie Entfernung verkrochen. Bones hielt mich fest umklammert, was allerdings nicht notwendig gewesen wäre, da Mencheres uns in seiner wahrhaft atemberaubenden Machtfülle nach wie vor mit sich riss. Das Hotel lag in einem heruntergekommenen Stadtviertel. Den Geräuschen nachzuurteilen, lebten hier nicht viele Menschen. Vermutlich würde sogar bald das gesamte Viertel abgerissen und neu aufgebaut werden, denn ich sah flüchtig Bulldozer und anderes schweres Gerät herumstehen. Mencheres landete mit uns etwa 100 Meter vom Hotel entfernt. Woher er wusste, dass Patra dort war? Weil die Geister zielstrebig das Gebäude ansteuerten und hineinflogen, durch die Wände hindurch, als existierten sie gar nicht. Guter Trick, auf jeden Fall besser, als die Treppe zu nehmen. Ihr müsst euch allein an ihren Leuten vorbeikämpfen, keuchte Mencheres an Bones Gewand und deutete auf das Gebäude. Ich kann nicht mit euch kommen. Werde ich getötet, verschwinden auch die Geister und nur sie halten Patra davon ab, gegen euch vorzugehen. Irgendetwas taten sie tatsächlich, denn Augenblicke, nachdem sie im Hotel verschwunden waren, ertönte ein schauerliches ohrenbetäubendes Geschrei. Warum bringst du sie nicht einfach selbst um, entfuhr es mir. Wenn du eine Horde zorniger Geister auferstehen lassen und uns hundert Kilometer durch die Luft befördern kannst, sollte das doch ein Kinderspiel für dich sein. Es schien, Männchen, das auf dem Bürgersteig zusammensinken. Ich bringe es nicht über mich, flüsterte er, selbst jetzt nicht. Kurz stieg Mitgefühl in mir auf, aber dann unterdrückte ich es. Er liebte Patra vielleicht noch, aber das beruhte bestimmt nicht auf Gegenseitigkeit. Und erst, wenn diese Frau unter der Erde war, konnten wir uns unseres Lebens wieder sicher sein. Bones warf ihm einen kühlen und knappen Blick zu. Ich halte mein Versprechen. Wir holen dich, wenn es vorbei ist. Juan, Dave, ihr bleibt bei ihm, passt auf, dass niemand in seine Nähe kommt. Schreie wollte schon dagegen protestieren, dass man ihn zurück ließ, da wies ihn ein drohender Blick von Bones in die Schranken. In Ordnung, Leute, bringen wir es hinter uns. Patra hatte zwar mehrere Wachen um das Hotel herum aufstellen lassen, auch hinter den Fenstern, auf dem Dach, im Keller und vor dem Eingang, aber die urplötzlich aufgetauchte Horde stinkwütender Geister hatte sie gründlich abgelenkt. Man hörte jetzt nicht mehr nur Patras unablässige Schreie, was machten die bloß mit ihr, sondern auch das Fußgetrappel mehrerer Leute, die die Treppen hinauf rannten, weiteres Geschrei, Geschützfeuer und immer wieder ein seltsames Ploppen. Hä? dachte ich und warf Bones einen Blick zu. Die Geister hatten nicht einmal eine feste Gestalt. Was machten die bloß, dass es sich anhörte, als wäre da drinnen der dritte Weltkrieg ausgebrochen? Bones zuckte mit den Schultern. Wir können es nur auf eine Art herausfinden. Als wir an der Eingangstür angekommen waren, gab es dort keine Wachen mehr. Spade schüttelte stirnrunzelt den Kopf. Falle, formulierte er in Gedanken. Ich nahm vier der Handgranaten, die ich am Gürtel trug, zündete sie und warf sie in den Flur. Man hörte berstendes Glas und das Gebäude bebte, als sie explodierten. Wer immer uns dort drinnen aufgelauert haben mochte, war jetzt ausradiert. Als wir das Hotel stürmten, schwärmten die Vampire nach links und rechts aus. Bones und ich hasteten geduckt weiter. Das Geschrei und der schreckliche Lärm von oben wurden lauter. Plötzlich tauchte etwa ein Dutzend Vampire sie auch nur die Chance hatten, den Rückzug anzutreten, gingen sie in einem silbernen Kugelhagel unter. Wo sind die anderen? fragte ich Bones leise. Abgesehen von dem kümmerlichen Häufchen, das wir gerade ausgeschaltet hatten, war das Erdgeschoss beängstigend leer. Bones hob den Kopf. Oben kann ich noch welche hören. Irgendetwas macht sie ganz kirre. Müssen die Geister sein, aber was genaueres kann ich dir auch nicht sagen. Oben war tatsächlich ein ziemlicher Radau. Man hörte Schreie, hin und her hastende Schritte und immer wieder dieses Ploppen, ein sehr fremdartiges Geräusch. Was es auch war, Patra lebte noch, sie schrie nämlich am lautesten von allen. Bones hielt drei Finger in die Höhe, zum Zeichen, dass sich die Gruppe aufteilen sollte. Acht von Acht sollten die Fahrstuhl Schächte benutzen. Den Geräuschen nach zu urteilen fand das Hauptgeschehen etwa neun Stockwerke über uns statt, also fast ganz oben, und so machten wir uns auf den Weg dorthin. Im dritten Stock kam uns eine kleine Gruppe Vampire entgegen gehastet. Sie waren voller Blut, ihre Kleidung zerfetzt und sie würdigten uns kaum eines Blickes. Was mich allerdings nicht davon abhielt, mit meinem M16 eine satte Salva auf sie abzufeuern. Sie brachen zusammen, die Herzen zerschreddert von Unmengen Silbermunition. Über uns brach erneut Radau los, irgendetwas hatte eine Panik ausgelöst. Der Anblick der Geister allein reichte dazu bestimmt nicht aus, die waren zwar zugegebenermaßen recht unheimlich, aber hier hauste eine Meistervampirin, die bereits existiert hatte, als Jesus noch auf Erden gewandelt war. Man hätte doch meinen sollen, die Untoten wären ein bisschen weniger schreckhaft. Das ist schon fast zu einfach, flüsterte Ian und sprach damit aus, was ich dachte. Vlad warf ihm einen scharfen Blick zu. Unterschätze niemals Patras Fähigkeit, einen großen Auftritt hinzulegen. Bleibt wachsam, sagte Bones. Was immer da vor sich geht, es hat. Lassen wir uns da mal blicken. Noch zweimal kamen uns auf dem Weg nach oben Vampire entgegen und jedes Mal rannten sie, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her, weshalb wir sie eigentlich eher abschlachteten, als wirklich mit ihnen zu kämpfen. Je näher wir kamen, desto hektischer klang der Radau über uns. Endlich erreichten wir das Stockwerk, in dem der Lärm am lautesten war und folgten den entsetzlichen Schreien zu dem Raum, aus dem sie kamen. Die Tür war unbewacht und stand offen. Vlad schickte einen Feuerball voraus. Dann betraten wir den Raum, ohne dass uns jemand angriff. Und als wir drinnen waren, staunte ich nicht schlecht. Patra wandte sich am Boden. Blut trat ihr aus Nase, Mund, Augen und Wunden an allen möglichen anderen Körper teilen. Überall um sie herum, sogar durch sie hindurch, schwirrten die Geister. Wie graue Schlangen wandten sie sich um ihren Körper, schleuderten sie hin und her, bohrten sich in sie, nur um auf der anderen Seite wieder herauszukommen und von vorn anzufangen. Unablässig schrie sie in den verschiedensten Sprachen um Hilfe, so hörte es sich zumindest an. Vor unseren Augen wurde ein entsetzt reinschauender Vampir, der bei seiner Verwandlung nicht älter als 15 gewesen sein konnte, mit abgerissenen Armen von ihr weggeschleudert. Ein Geist in seiner unmittelbaren Nähe, war das Zero, bohrte sich ihm in die Brust, bis er ganz verschwunden war. Der Vampir kreischte und wurde dann mit einem ploppenden Geräusch in Stücke gerissen. Kopf, Beine und Rumpf flogen in unterschiedliche Richtungen davon. Zwischen den Fetzen tauchte der Geist auf, zögerte kurz und machte sich dann wieder an Patra zu schaffen, bis man ihn zwischen den anderen grauen Gestalten nicht mehr erkennen konnte. Überall um uns herum lagen die Leichen von Patras getöteten Wachen. Es waren Unmengen und alle wirkten, als wären sie von innen heraus in Stücke gerissen worden. Teile ihrer Körper, ihrer Kleidung und ihre Waffen lagen überall verstreut. Uns ignorierten die todbringenden Schatten, die dieses ungeheuerliche Blutbad angerichtet hatten, völlig. Nur Patra ließen sie keine Ruhe. Sie wandte sich vor Schmerzen. Ihre Haut brodelte jedes Mal, wenn eine der Gestalten sich in sie bohrte oder wieder zum Vorschein kam. Bedachte man, was die Geister den Wachen angetan hatten, hätten sie Patra einfach töten können. Die Tatsache, dass sie noch am Leben war, zeugte allerdings davon, dass sie weit Schlimmeres mit ihr im Sinn hatten. Bones streckte die Hand aus. Alle zurückbleiben, sagte er und ergriff sein Messer. Ich warf einen verzweifelten Blick auf die niedergemetzelten Wachen. Wenn du dahin gehst, reißen dich die Geister in Stücke. Er strich mir über das Gesicht. Nein, nicht mich. Mäncheres wusste, dass es so kommen würde. Er hat es vorhergesehen. Deshalb hat er seine Macht mit mir geteilt. Sie verbindet uns noch immer und deshalb bin ich der Einzige, dem sie nichts tun werden. Ich kann sie spüren und gegen mich können sie sich genauso wenig wenden wie gegen ihn. Er ließ die Hand sinken und ging auf Patra zu. Sie bekam das wohl gar nicht mit, wirkte völlig teilnahmslos, obwohl ihre Augen offen waren. Immer mehr Blut trat aus ihren Wunden, während die erbarmungslosen und unermüdlichen Schatten der Männer, die sie mit ihrem Zauber ermordet hatte, von ihr Besitz ergriffen. Als Bones noch etwa drei Meter von ihr entfernt war, trat eine der gräulichen Gestalten aus ihr hervor und schoss auf ihn zu. Ich wollte schon losstürzen, da ließ mich sein scharfer Tonfall innehalten. Bleib zurück. Nicht nur ich erstarrte. Auch die Gestalt tat es die, so wurde mir schmerzlich bewusst Tick Tock war, beziehungsweise sein zorniger Schatten, der allerdings blieb, wo er war, obwohl er ganz offensichtlich vor Angriffslust bebte. Bones ging weiter. Auch die anderen Gestalten ließen allmählich von Patra ab und richteten ihre feindseligen Blicke auf Bones. Wieder hielt er ihnen abwehrend die Hand entgegen. Bleibt zurück. Bones hatte die Worte knurrend ausgestoßen und ich spürte, wie bei jeder Silbe Macht aus ihm hervorbrach. Jeder Schritt nach vorn, den er machte, ließ die Geister weiter zurückweichen. Bald ließen sie endgültig von Patra ab, um in ihrer unmittelbaren Nähe in lauer Stellung zu gehen. Einige Augenblicke später unterbrach Patra ihr wildes Herumgezappel und ihr zerschundener Körper begann zu heilen. Aus ihren großen, schönen, dunklen Augen wich Stück für Stück die Panik. Doch als sie sah, wer über ihr stand, weiteten sie sich wieder. Du bist tot, rief sie, als könnte sie es durch ihre Worte wahr machen. Sie wollte so nur näher an die leise fauchenden Geister heranrückte und sah sich dann hilfesuchend um. Nein, Schätzchen, sagte Bones ruhig und grimmig, du bist tot. Erkenntnis flackerte in ihrem Gesicht auf, als sie die Leichen ihrer getöteten Wachen und uns andere bemerkte, die wir mit gezückten Waffen in der Tür standen, dazu die Geister, die hinter ihr eine undurchdringliche Barriere bildeten. Sie saß wirklich und wahrhaftig in der Falle und das wusste sie auch. Patra warf den Kopf zurück und stieß ein Wutgeheul aus. Verdammt sollst du sein, Männcheres, hast du kein Mitleid. Die hatte echt Nerven. Nach allem, was sie getan hatte, erwartete sie noch, Männcheres eingreifen und sie retten würde und das, obwohl sie mit Sicherheit jetzt schon vorhatte ihn, falls er das tat, gleich darauf auszuschalten. Bones schnappte sie sich, als sie gerade davon stolpern wollte. Sie wehrte sich, versuchte ihm, das Messer zu entwinden, da drängte sich Männcheres an Spade vorbei ins Zimmer. Einen Sekunden Bruchteil lang war Patra wie erstarrt. Ihr Blick, flehend und verzweifelt, traf sich mit seinem. Ich sah, Männcheres bereit, mich zusammen mit den anderen auf ihn zu stürzen, um ihn davon abzuhalten, Patra zu Hilfe zu kommen, da senkte er den Kopf. Vergib mir, flüsterte er. Bones stieß Patra das Messer in die Brust und drehte es mit einem Ruck um, der sie erstarren ließ. Ihr Blick war noch immer auf Männcheres gerichtet. Schmerz und Unglauben standen ihr ins Ton und als Bones sie zu Boden fallen ließ, hatte bereits der Verfall eingesetzt. Hinter ihrem Leichnam wehte ein leichter Windtauch. Die 23 Geister lösten sich allmählich darin auf, bis schließlich von ihnen nur noch ein feiner Staubbelag auf dem Boden übrig war. Bones stieß einen langen Seufzer aus. Vielleicht könnt ihr jetzt in Frieden ruhen, meine Freunde. Eines Tages sehen wir uns Epilog Wir begruben Randy eine Woche später. Don hatte falsche Dokumente besorgt, die behaupteten, er wäre bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Daher auch der geschlossene Sarg. Auf mein Drängen hin blieb Denise bei Bones und mir. Sie fühlte sich für Randys Tod verantwortlich, weil sie ihn nicht davon abgehalten hatte, das Zimmer zu verlassen und uns zu helfen. Ich versuchte, ihr Trost zu spenden, war aber im Grunde genommen hilflos. Mencheres begrub Patra allein. Wo wusste ich nicht. Bones genauso wenig und es war ihm auch egal. Einige ihrer verbliebenen Sippen Mitglieder suchten bei anderen Meistern Schutz, andere machten sich selbstständig und wieder andere lieferten sich sogar Bones aus. Abhängig von dem Rang, den sie in Patras Sippe eingenommen hatten, ließ er milde walten. Schließlich war Patra ziemlich alt geworden und hätte er jedes ihrer Sippen Mitglieder umbringen wollen, wäre das ein Massenmord von epischen Ausmaßen gewesen. Manche, die nur Mitläufer gewesen waren und keine andere Wahl gehabt hatten, als ihr zu folgen, verschonte Bones unter bestimmten Bedingungen. Sie verrieten ihm, wo Patra ihr Vermögen versteckt hatte, und er schenkte ihnen das Recht, ein Leben ohne ständige Angst zu führen. Mit den großen Tieren verhandelte er nicht. Einen Teil von Patras überwältigendem Reichtum benutzte er dazu, Kopfgelder auf sie auszusetzen. Profikiller kamen buchstäblich aus allen Ecken gekrochen, um die Beute einzustreichen. Mencheres hatten wir seit der Nacht, in der er Patras Leiche geborgen hatte und mit ihr verschwunden war, nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er hielt telefonisch Kontakt, kam aber nicht aus seinem Versteck. Bones drängte ihn nicht, obwohl er mir anvertraute, es wäre ihm nach wie vor unbegreiflich, was Mencheres an Patras gebunden hatte. Die Tatsache, dass Mencheres sich verbotener Weise der Zauberei bedient hatte, war bisher folgenlos geblieben. Einige bedeutende Meister hatten sich zwar auf den Schlips getreten gefühlt, weil aber unser Foul nur eine Reaktion auf zwei Fouls von Patra gewesen war, sahen die meisten keinen Handlungsbedarf. Vielleicht hatten sie auch nur Angst vor Mencheres. Schließlich war er einer der wenigen Vampire, die sowohl alt genug waren, um sich mit Zauberei auszukennen, als auch stark genug, um sie zu wirken. Ich für meinen Teil war nach allem, was ich gesehen hatte, froh, Mencheres nicht zum Gegner zu haben. Die Vorstellung, Bones könnte eines Tages über ähnliche Kräfte verfügen, beunruhigte mich. Es gab einfach Dinge, die nicht möglich sein sollten, und das Wissen, dass sie es doch waren, machte mir Angst. Doch darüber wollte ich mir vorerst keine Gedanken machen. Ich hatte meinen geliebten Mann an meiner Seite und eine trauernde Busenfreundin, die meine Hilfe brauchte. Da musste musste die Zukunft einfach mal allein klarkommen. Sie hörten Gefährtin der Dämmerung von Janine Frost Gelesen von Elke Schützold Schützold Schützold